Die Welt, wie wir sie kannten, existiert nicht mehr. Es fing damals alles so unerwartet an und entwickelte sich so unglaublich schnell. Die Regierung wollte durch ein geheimes Projekt mithilfe eines Viruses Tote wieder zum Leben erwecken. Das ging aber nach hinten los und die gesamte Welt stürzte damit ins Chaos. Natürlich wollte man diesen Virus eindämmen. Um einige Städte wurden Mauern gezogen, hoch genug, um die Bewohner in der Stadt zu schützen. Nur leider machte auch dort der Virus nicht halt. Andere Städte wurden einfach so dem Erdboden gleichgemacht und wieder andere verfehlen der Anarchie und dem Chaos. Das sind wahrscheinlich die letzten Tage der Menschheit. Bevor es losgeht, noch ein paar Infos vorneweg. Ich wollte es so realistisch wie möglich machen. Das bedeutet, ich kann nur Blöcke abbauen, die man auch mit der Hand im Real Life abbauen kann. Außerdem muss ich darauf achten, immer genug zu trinken. Die Map hatte ein großes Update und es gibt nun eine ganze Menge neuer Funktionen, wie zum Beispiel Temperaturen, neue Crafting-Rezepte und viele neue Orte zum Erkunden. Außerdem macht den Zombies das Tageslicht nichts mehr aus. Falls euch ein solcher Content gefallen sollte, dann lasst gern ein Like da und abonniert diesen Kanal, um keine Videos mehr zu verpassen. Viel Spaß mit dem Video. Test, test, test. Test. Okay, die Kamera läuft. Ich glaube, ich stelle mich einfach mal selber vor. Mein Name ist Luke und ich bin ein Überlebender der Zombie-Apokalypse. Ich weiß nicht, was hier so richtig los ist. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass der Vorrat von mir langsam zu Neige geht und ich muss langsam hier echt meinen sicheren Ort verlassen. Draußen ist wirklich die Hölle los. Aber ich habe mir schon überlegt, wo ich hin muss. Ich muss mir am besten aus der Polizeistation so ein Ticket besorgen, damit ich hier rauskomme. Ich weiß, das hört sich für die Person wahrscheinlich hier, die das sehen wird, ganz merkwürdig an. Aber tatsächlich ist hier die Hölle los. Merkwürdige Wesen haben diese Stadt überrannt und ich habe schon seit Ewigkeiten keine lebende Seele mehr draußen gesehen. Nur immer in der Nacht diese komischen Wesen. Ich habe hier noch ein bisschen Ausrüstung bei mir und ich muss jetzt versuchen, einfach diese Stadt zu verlassen. Denn lange halte ich es hier, glaube ich, nicht mehr aus. Vor allen Dingen ist mein ganzes Benzin für mein Notstromaggregat zu Ende. Und ich habe auch keine weiteren Lebensmittel mehr hier. Ich habe eigentlich hier mit meinem Bruder überlebt, aber vor ein paar Tagen ist einfach so mein Bruder verschwunden. Und ich weiß auch nicht, wo er hin ist. Deshalb muss ich jetzt einfach auch hier los. Ich meine, zu zweit war es immer ganz gut, hier zu überleben. Aber alleine habe ich so gut wie keine Chance. Deshalb muss ich jetzt einfach mal den ganzen Vorrat hier mitnehmen und versuchen, erstmal Antworten zu finden, was überhaupt da draußen los ist. Keine menschliche Seele. Seit Tagen gibt es da draußen niemanden mehr. Ich muss jetzt mal noch versuchen, meine ganzen Ausrüstungsgegenstände mitzunehmen. Meine Bandagen habe ich erstmal genug. Das passt ganz gut. Ein paar Pfeile habe ich auch gesammelt. Aber leider habe ich nirgendwo einen Bogen oder irgendwas anderes, womit ich diese Pfeile abschießen kann. Deshalb muss ich jetzt erstmal versuchen, draußen zu überleben. Ich hoffe, man draußen erwartet mich nichts Schlimmes. Okay, einfach mal den Mut zusammennehmen. Einfach nach draußen gehen. Okay, los geht's. Boah, war ich schon lange nicht mehr draußen. Es sieht ja hier alles komplett verlassen aus. Und alles komplett verwildert. Ich habe mich schon so lange jetzt in meinem Haus eingebunkert. Ich muss versuchen, eine andere lebende Seele zu finden. Vielleicht gibt es ja hier drüben jemanden. Ha, oh ne. Hallo? Hallo? Ist doch komplett verwildert hier. Hier war wahrscheinlich auch schon Ewigkeiten niemand mehr, oder? Was ist das? Ein Panikraum? Ist da... Hallo? Ist hier drin jemand? Hier drin scheint niemand zu sein. Aber ich muss unbedingt mehr Nahrung besorgen. Denn es wird, wie gesagt, extrem knapp. Ich muss hier diese Stadt verlassen. Es scheint auch keine Hilfe von außen gekommen zu sein. Denn ich meine, das Militär wollte uns eigentlich retten. Und dafür wurden ja auch diese riesengroßen Mauern hier gezogen. Einfach damit wir in Sicherheit sein können. Aber wir wurden anscheinend hier drin vergessen. Oder zum Sterben zurückgelassen. Warum ich diese Dokumentation hier eigentlich mache, weiß ich selber auch gar nicht. Ich glaube, das hilft mir einfach... Boah, hier ist auch die Innenstadt. Da muss ich auch noch unbedingt rein. Vielleicht gibt es auch noch Überlebende. Die Dokumentation hier, ich weiß gar nicht, warum ich das überhaupt mache, diese Aufnahme. Ich meine, ich glaube einfach, damit ich nicht verrückt werde. Ich hatte ja meinen Bruder noch, mit dem ich die ganze Zeit reden konnte. Aber wie gesagt, der ist leider verschwunden. Und ich hoffe mal, dass diese Aufnahmen hier irgendjemand finden wird. Und einfach andere Überlebende hier in dieser Stadt retten wird. Und ich meine, ich hoffe selber auch, dass ich das überleben werde. Aber ich meine, besser ist erst mal aufzunehmen. Vor allen Dingen kann ich da auch endlich mal mit jemandem reden. Ich meine, ich kann mir jetzt vorstellen, dass es hier irgendwann jemanden finden wird. Oh, hier unten der Keller. Das sieht auch gefährlich aus. Hallo, ist hier jemand? Hier scheint niemand drin zu sein. Ah, was war das denn, bitteschön? Gibt es hier unten im Keller irgendwo eins von diesen Wesen oder was? Nein, es ist komplett leer. Dieser Schrei muss von irgendwo anders gekommen sein. Oh, eine Leiter, die nehme ich unbedingt mit. Die kann ich gut gebrauchen. Gibt es noch irgendwas anderes unten? Nee, tatsächlich nicht. Okay, weiter nach oben. Am besten untersuche ich hier wirklich Haus für Haus. Vielleicht gibt es hier noch irgendwas Wertvolles, was ich mitnehmen kann. Vielleicht ein bisschen Nahrung oder irgendwas anderes. Zum Beispiel hier diese Seile, die kann ich gut gebrauchen. Vielleicht kann ich dadurch irgendwas bauen oder so. Aber hier gibt es auch anscheinend niemanden weiter. Ich muss noch die anderen Häuser untersuchen. Ich habe immer noch die Hoffnung, dass hier anderes Leben sein wird. Aber das, ganz ehrlich, wenn ich jetzt hier sehe, wie die Häuser aussehen, glaube ich tatsächlich nicht mehr, dass hier noch ein Leben sein wird. Entweder sind die meisten aus der Stadt geflohen oder wollen zu einem dieser Monster. Oh, was ist denn das hier? Ein Tagebuch oder sowas? Okay, das werde ich gleich mal lesen. Moment, Moment. Die Leute sagen, der Vergnügungspark ist sicher. Aber das glaube ich nicht. Das Licht und der Krach wird jemanden anlocken. Ein Vergnügungspark. Ich meine, die meinen wahrscheinlich damit den großen Roadway-Vergnügungspark. Aber, ich meine, wenn jetzt hier diese ganzen Monster, die werden ja vom Licht angelockt und vom ganzen Lärm. Ich glaube nicht, dass es eine gute Idee ist, da hinzugehen. Oh, was haben wir denn hier noch? Oh, einen Fruchtsmoothie. Den nehme ich auf jeden Fall mit. Hier geht es auf das Dach der Garage. Vielleicht ist hier oben noch irgendwas Besonderes. Nein, gar nicht. Oh, hier ist auch das Dach eingestürzt. Ich weiß nicht, woher jetzt auch diese Einschläge kamen. Ich meine, es sind ja auch Bomben gefallen. Tatsächlich gab es ja auch diese Bombeneinschläge überall. Das sollte uns eigentlich retten, aber tatsächlich hat es das einfach nur unsere Häuser kaputt gemacht. Und dadurch kamen diese Wesen in die Häuser und haben... Dieses Schreie. Ich will mich gar nicht daran erinnern. Es war unglaublich grausam. Ich habe mich auch gar nicht getraut, nach draußen zu schauen. Deshalb habe ich einfach meine ganzen Fenster alle verbarrikadiert. Und vor allen Dingen auch mit Gittern zugebaut. Dadurch kamen sie halt nicht zu mir, aber die anderen Häuser hatten wahrscheinlich weniger Glück als ich. Oh ja. Oh, hier ist alles zerstört. Die Glocke schlagen, wenn ein Angriff sein sollte. Ja, das war anscheinend wirklich zu spät. Ich hoffe, manche Menschen konnten hier fliehen. Oder vielleicht gibt es in der Innenstadt noch ein paar Überlebende. Oh, was ist denn das hier? Wo geht es denn hier hin? Oh nein, oh nein, was waren das für komische Geräusche? Das war irgendein dunkler Keller. Da gehe ich auf keinen Fall rein. Ich meine, ein Überlebender, der hätte wahrscheinlich gerufen. Ich meine, ich muss ja wirklich auch die Häuser markieren, in denen ich war. Ich meine, indem ich die Fackeln jetzt über die Tür baue. Ich glaube, das ist eigentlich eine ganz gute Idee, dass ich hier einfach die Fackeln hier über die Tür setze. Dadurch weiß ich schon, in welchem Haus ich war. Aber hier gibt es auch nichts Wertvolles. Und dahin wird es auch keine Nahrung. Oh nein, oh nein, oh nein, ein toten Kopf. Hier hat anscheinend jemand nicht so richtig überlebt. Oh, ich merke, es wird langsam ein bisschen frisch. Ich muss darauf achten, nicht zu lange draußen zu sein. Oh, hier ist auch nochmal ein Keller. Ist hier unten jemand? Hier unten im Keller, hier scheint niemand weiter zu sein. Aber hier war noch eine Menge Fackeln. Die nehme ich alle mit. Oh, einen Schalter auch. Vielleicht kann ich mit dem Schalter irgendwie eine Tür aufmachen oder so. Vielleicht habe ich ja da Glück und finde da irgendwas. Ah, hier gibt es nichts weiter unten. Ich muss jetzt langsam unbedingt zurück. Denn sobald es Nacht wird, dann laufen hier diese Monster durch die Straßen. Früher oder später muss ich wirklich nochmal zur Innenstadt. Ich meine, ich muss ja auch zum Polizeirevier und noch dieses Ticket holen, damit ich die Stadt verlassen kann. Irgendwie, irgendwie muss das doch funktionieren. Naja, jetzt wird es erstmal Zeit, schlafen zu gehen. Okay, ich mache die Kamera erstmal aus. Die Kamera sollte jetzt eigentlich wieder laufen. Falls irgendjemand hier diese Videoaufnahme finden sollte, kommt auf keinen Fall in diese Stadt. Ihr erkennt es daran, dass hier diese riesengroße Mauer ist. Diese Mauer, die uns eigentlich schützen sollte, aber tatsächlich jetzt dafür gesorgt hat, dass wir hier eingesperrt sind. Ich, warte mal, vielleicht, vielleicht kann ich ja hier selber, Moment, vielleicht kann ich einfach hier irgendwie rüberklettern oder sowas. Ah, sieht aber nicht so aus. Ne, über das ganze Geröll komme ich nicht drüber. Oh, was ist denn? Da hinten sind noch Wohnhäuser. Das sieht alles doch normal aus. Vielleicht ist ja wirklich auch nur, nur in dieser Stadt hier die Hölle, die Hölle losgebrochen. Aber ich, ich wage es zu bezweifeln. Ich meine, es, es gab diese ganze Schreie und, aber niemand hat hier diese Stadt verlassen. Soll ich hier in die U-Bahn-Station gehen? Nein, da, 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 da bringt mich niemand rein. Da, da gehe ich auf keinen Fall rein. Oh, in den ganzen Kofferraum hier gibt es noch tatsächlich ein bisschen, ein bisschen Ausrüstung und ein bisschen Kleidung. Oh, die trage ich mal besser. Also besser als meine, meine abgeranzte Kleidung hier aus meinem Vorrat. Vielleicht finde ich ja noch andere, andere Sachen hier in den Kofferräumen. Oh, tatsächlich. Oh, hier, hier gibt es auch noch was, ein T-Shirt. Perfekt, dann fühle ich mich schon etwas sicherer. Ich meine, es ist immer noch ein T-Shirt und keine, keine Rüstung, die mich gegen diese Monster schützen wird. Aber es ist immer noch besser als nichts. Moment, gibt es hier noch irgendwas in dem Kofferraum? Oh, noch eine Hose. Perfekt, eine Jeans. Wunderbar. Und das ist hier unser großer Park. Der Bürgermeister hat es doch damals so stolz, so stolz in diesen Park eingeweiht und jetzt ist hier alles verwildert. Was ist denn hier? Eine rostige Machete. Da dienen mich auf jeden Fall mit. Viel besser als mein anderes komisches Küchenmesser, was ich hier aus meiner Küche mitgenommen hatte. Aus meinem Vorrat. Okay, aber den Park, den lasse ich mal lieber. Oh, das große Haus der Johnsons. Oh ja, die Johnsons. Ich meine, der Reichtum schützt sich auch nicht bei einer Apokalypse. Oh, was ist denn das hier in dem Keller? Okay. Oh, der geht tatsächlich auf. Was ist denn hier drin? Oh nein, eine Blutspur. Moment, ich schließe mal die Tür hinter mir. Was ist denn hier passiert? Oh nein. Oh nein, oh nein. Oh, ein Tagebuch. Okay, ich lese das mal. Ich bin jetzt schon seit Wochen in diesem Mistloch hier. Die Toten ziehen über mich umher und ich kann noch nicht mal sagen, ob es Tag oder Nacht ist. Ich traue mich nicht, den Eingang zu öffnen. Sonst kommen sie noch hier rein. Ich habe keine Waffen und kaum noch Essen. Manchmal höre ich andere Menschen oben in der Villa rumlaufen. Ich wünschte, sie würden hier unten mal nachschauen. Oh, ich höre Schritte. Vielleicht kommen sie jetzt, um mich zu retten. Oh nein. Oh nein, oh nein. Der Arme. Der konnte hier nicht überleben. Der war eingesperrt. Oder die Monster kamen rein. Aber ich glaube, der wird nicht so dumm gewesen sein, nur das aufgemacht zu haben. Vielleicht ist da noch jemand im Haus der Johnsons. Moment, ich gehe mal rein. Hallo? Hallo, ist hier jemand? Ähm, ich bin freundlich hier. Ich bin keines dieser Monster. Ich bin hier unten in der Küche. Oh Moment, ich glaube, hier wird keiner überlebt haben. Die haben auch nichts mehr zum Essen, tatsächlich. Okay. Ich meine, das waren die reichsten Leute hier in der Stadt. Und die haben... Der Reichtum schützt dich wirklich nicht, wenn diese Monster angreifen. Oh, ist ein schöner Kamin sogar hier. Ein paar Pfeile haben die auch. Die nehme ich auch unbedingt mit. Ich brauche jetzt nur noch irgendwie einen Bogen, um diese ganzen Pfeile abzuschießen. Aber ich meine, im Notfall habe ich immer noch meine Machete. Weil es wirklich eines dieser Monster kommen sollte. Aber ich muss wirklich aufpassen. Vielleicht gibt es ja hier oben noch irgendwas Besonderes. Hm. Was gibt es denn hier noch? Ein ganzes Bücherregal. Ne. Oh, was ist denn das? Ein Feuerzeug. Das Feuerzeug kann ich vielleicht wirklich benutzen. Der Hellbringer? Die haben hier ein Schwert in ihrem Schrank gehabt. Alter, das nehme ich auf jeden Fall mit, dieses Schwert. Das würde mir bestimmt noch viel bringen. Okay, die Straße ist leer. Mich hat ja auch nichts verfolgt. Was ist denn... Was ist denn das? Oh, noch was. Lieber Reisender. Moment, ich lese es mal. Die Welt, wie wir sie kennen, ist Geschichte. Die Stadt wurde von Kannibalen gepündert. Ich hau aus dieser Stadt ab, bevor wir uns auch noch in solche Monster verwandeln. Wenn du das liest, bin ich bestimmt schon tot. Viel Glück, Reisender. John. Kannibalen? Es gibt ja Kannibalen in der Innenstadt. Oh, da muss ich aufpassen. Was ist denn hier passiert? Vor allem, wie lange bin ich denn schon nicht mehr draußen gewesen? Ein Glück habe ich mich versteckt. Ich meine, sonst wäre ich auch hier diesem Chaos verfallen. Oben gab es jetzt nichts weiter Besonderes auf dem Dachboden. Vielleicht hier noch irgendwas. Ähm, nein. Nur eine Pilzsuppe. Ich meine, hoffentlich ist sie ja noch gut. Aber die scheint gut konserviert zu sein. Sonst gibt es hier oben nichts weiter. Ne, die Straße ist auch sauber. Draußen wartet auch nichts auf mich. Ach, das riesengroße Bett hier, ey. Das gibt es noch nicht. Aber hier gibt es jetzt nichts weiter Wertvolleres in dem Haus der Johnsons. Und vielleicht gibt es ja hier noch irgendwas in dem Vorgarten. Aber ich glaube es nicht. Ich glaube es einfach nicht. Ne, tatsächlich nicht. Aber ich meine, hier wäre man gut geschützt mit diesem Zaun. Aber ich muss diese Stadt verlassen. Ich weiß nicht, was hier noch alles auf mich warten wird. Oh nein, der Spielplatz. Oh nein. Ich hoffe mal nicht, dass das passiert ist, was ich denke, dass passiert ist. Ich hoffe mal nicht. Oh nein, oh nein. Oh, hier ist das Tor. Hier ist das Tor. Das Tor. Okay. Vielleicht brauche ich ja gar kein Ticket. Vielleicht kann ich ja einfach so das Tor öffnen. Oh, ich hoffe mal. Bitte, bitte, funktioniert. Bitte, funktioniert. Funktioniert. Nein, ich brauche tatsächlich erst mal dieses Ticket aus der Polizeistation. Oh nein, oh nein. Dafür muss ich in die Innenstadt gehen. Oh nein, oh nein. Moment, Moment, Moment. Das Haus der Johnsons. Oh, gibt es zwei Zimmer nebeneinander? Moment, Moment. Da war doch eigentlich nur ein Zimmer. Hey, das kann doch gar nicht sein. Warte mal, links gab es auch noch ein Zimmer. Da muss ich schnell wieder zurück. Momentchen, Momentchen. Okay. Ich meine, haben die Johnsons tatsächlich noch irgendwas versteckt in ihrem Haus? Ich meine, ich würde es denen zutrauen. Ich meine, die hatten ihre ganze Kohle wahrscheinlich versteckt. Ich meine, das Geld bringt mir jetzt nichts, aber vielleicht gibt es da irgendwas anderes wertvolles da oben. Da muss ich mal schnell nochmal reingucken. Vielleicht gibt es noch Überlebende. Oh, das wäre natürlich am allerbesten, wenn es da oben noch Überlebende gab. Aber ich glaube tatsächlich nicht. Hier müsste es doch eigentlich zwei Räume geben. Hier gibt es einen Raum. Tatsächlich hier sehe ich den Spielplatz. Und jetzt müsste es eigentlich hier neben noch einen Raum geben. Aber gibt es nicht. Moment, Moment, vielleicht tatsächlich. Tatsächlich. Hinter dem Bild. Das gibt es doch nicht. Das kann doch nicht sein. Die haben hier tatsächlich noch was versteckt. Oh, was gibt es denn hier? Wow. Ein bisschen Champagner haben sie hier gelagert. Okay. Und einen Bogen. Und tatsächlich noch was anderes. Was ist denn das? Eine Kevlar-Rüstung. Wow. Die hatten hier tatsächlich eine schusssichere Weste. Das hat sich gelohnt. Vielen, vielen lieben Dank, liebe Johnsons. Ich nehme das einfach mal mit. Ich glaube, ihr werdet das jetzt erst mal nicht hier vermissen, oder? Oh, das. Wow. Das hätte ich jetzt aber nicht gedacht, dass sie da oben was versteckt haben. Oh, Mann. Der Markt. Okay, der wurde geschlossen wegen der Quarantäne. Ich meine, es sollte eigentlich keine Quarantäne hier sein, sondern eher der Schutz mit dieser Mauer. Vor allem auch, wie schnell diese Mauer gebaut wurde. Das war unglaublich. Dann war es... Moment. War es dann schnell wirklich nicht zum Schutz? Dann hat uns der Bürgermeister belogen. Wir sollten alle in Quarantäne sein. Vielleicht fing das wirklich alles hier an. Vielleicht fing wirklich alles hier in dieser Stadt an. Ich hoffe mal, ich finde noch ein paar Antworten. Gibt es hier noch irgendwas auf dem Markt? Nee. Nichts weiter. Ein bisschen rohes Fleisch. Boah, das hat schon gestunken. Okay. Gibt es hier noch irgendwas Besonderes? Nee, dieses rohe Fleisch. Damit kann ich erst mal nichts weiter anfangen. Nee, noch ein Hut. Eine Gabel. Mit der Gabel kann ich erst mal gar nichts anfangen. Vielleicht hier noch irgendwas Besonderes? Nee, tatsächlich. Alles auch total verstaubt hier. Vielleicht gibt es hier noch was im Markt. Nee, ein bisschen Beete. Aber Beete... Boah, nee. Da hungere ich lieber. Da hungere ich lieber. Noch einen alten Kuchen? Boah. Vielleicht gibt es oben noch irgendwas. Oh, was war denn das gerade? Oben gibt es hier noch irgendwas? Ein Brot. Okay, das nehme ich gerne mit. Haben wir hier noch... Nee, das ist eine... Das sind tatsächlich die Toiletten. Hier gibt es... Hier gibt es auch noch... Oh, nee, nee, nee. Nee, das ist mir ein bisschen zu gefährlich. Schnell weg hier. Schnell weg. Oh, oh, was ist das? Raus hier. Raus hier. Oh nein, oh nein. Eines dieser Monster. Ich muss weg. Ich muss sofort weg. Oh nein, verfolgen die mich? Das Ding verfolgt mich. Oh nein, es wird dunkel. Es wird dunkel. Oh, so schnell... Ich muss so schnell wie möglich weg. Ähm, okay. Moment. Ganz ruhig bleiben. Ruhig bleiben und durchatmen. Ruhig bleiben und durchatmen. Diese Dinger sind ja auch tatsächlich schon in diesem Vorort. Oh nein, ich muss... Ich muss schnell zurück. Es wird dunkel. Am besten... Am besten zurück... Zurück zu meinem Schutzhaus. Am besten so schnell wie möglich zurück. Keines dieser Monster hat mich verfolgt. Aber ich weiß, dass sie jetzt auch hier in den Häusern sind. Deshalb muss ich jetzt erstmal in die Innenstadt. Vielleicht finde ich da ja noch mehr Antworten. Aber ich wage es zu bezweifeln, hier irgendwelches Leben zu finden. Es ist komplett verwildert. Und hier ist auch alles zerstört. Ich muss, glaube ich, bei den Gebäuden wirklich ganz vorsichtig sein. Vielleicht wirklich erstmal Schritt für Schritt, Gebäude für Gebäude. Ich fange erstmal in der Bücherei an. Vielleicht finde ich ja hier noch irgendwelche Antworten. Aber ich wage es tatsächlich zu bezweifeln. Meine Hoffnung sinkt von Tag zu Tag. Und vor allen Dingen habe ich auch immer weniger Nahrung. Hallo, ist hier jemand? Moment, ist hier jemand im Ge... Moment, ich darf einfach nicht schreien. Ich bin doch doof. Ich darf doch hier nicht einfach so schreien. Sonst lock ich doch die Zombies an. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Ganz ruhig bleiben. Ganz, ganz ruhig bleiben. Okay, am besten so leise wie möglich vorgehen. Und so wenig Geräusche wie möglich machen. Aber hier ist auch das Gebäude eingestürzt. Gibt es hier noch irgendwas Besonderes? Oh, was ist denn das? Ah, okay. Das ist ein Magazin, wie ich am besten meine Ausrüstung verbessern kann. Gut, dass es hier jemand zurückgelassen hat. Vielleicht kann ich das ja nochmal irgendwann in aller Ruhe lesen. Und dann versuchen, irgendwer jetzt schon meine Ausrüstung zu verbessern. Ich bin jetzt schon hier auf dem Dach gelandet. Hier gab es anscheinend nichts weiter. Wow. Wow. Okay, nee, hier ist das komplette Dach eingestürzt. Oh, hier komme ich rüber? Oh, da muss ich vorsichtig sein. Oh, nee, da darf ich nicht runterfallen. Ganz vorsichtig. Und spring. Oh, das war knapp. Wo bin ich jetzt hier gelandet? Im Nachbarhaus? Ähm, okay. Oh, was war denn das, bitteschön? Hier gibt es auch wieder irgendwo Zombies. Ich muss mich unbedingt beeilen. Ich muss mich unbedingt beim Looten der Gebäude beeilen. Beeilen. Was gibt es denn? Der CEO. Oh Gott. Der CEO. Was ist denn das? Ein Baseballschläger? Ähm, oh, ein bisschen Nahrung. Perfekt. Oh, und noch ein Report. Moment. Ich bin der Grund, warum diese Idioten immer noch am Leben sind. Ich habe sie all die Jahre unterstützt. Und was ist der Dank dafür? Niemand bekommt meinen Rest der Nahrung. Falls es aber doch jemand versuchen sollte, dann wartet hier nur ein Schlag mit dem Baseballschläger. Okay, dann werde ich mir wahrscheinlich die Nahrung mitnehmen, wenn ich sie nicht mehr gebrauchen kann. Und vor allen Dingen auch den Baseballschläger. Oh, der sieht gut aus. Der ist ja super handlich. Oh, und wenn ich damit eines dieser Monster treffe, dann fliegen die bestimmte richtig weit zurück. Oh, das, das kann ich, den kann ich hier richtig gut gebrauchen. Äh, okay. Oh, Moment. Moment, Moment. Hier sind auch, hier sind auch irgendwo. Oh, da ist eines dieser Dinger. Da ist eines dieser Dinger. Ich muss, ich muss schnell weg. Von wo bin ich hier gekommen? Oh nein, das Ding kommt hoch. Stell die Tür zu. Nein, hier kommt es auch rein. Hier kommt es auch rein. Stell die Tür zu. Okay, schnell das Gebäude wieder verlassen. Und wieder rüber. Wow. Diese Dinger sind anscheinend auch schon im Nachbargebäude. Hier in der Bücherei gab es eigentlich noch keins dieser Monster. Ich meine, ich habe vorhin zwar eins gehört, aber das scheint hier nicht auf dem Hauptgang zu sein. Da gab es ja auch noch einen anderen Raum hier nebenan. Vielleicht war da dieses Monster. Ich ist schnell raus hier. Oh, schnell raus. Nicht schläpern. Diesen Raum darf ich da auf keinen Fall aufmachen. Da ist bestimmt dieses Monster drin. Schnell raus, schnell raus. Oh, nein, da ist eins. Oh, ganz ruhig, ganz ruhig. Soll ich jetzt in die Innenstadt laufen? Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich weiß nicht, wohin ich soll. Ähm, Moment, Moment. Was ist denn das hier? Das, was war, okay, weiterlaufen, weiterlaufen. Weiterlaufen, ich darf nicht stehen bleiben, sonst kommt wieder, wo kommt dieses Monster? Sonst verfolgt mich das. Ich meine, wie sind diese Monster überhaupt drauf? Und wie sind diese überhaupt, die Monster hierher gekommen? Alle Menschen haben sich verwandelt. Alle, die ich kannte. Alle, die ich kannte, sind jetzt wahrscheinlich verwandelt. Ohnehin, ganz ruhig bleiben. Nicht in Panik verfallen. Das ist das Schlimmste, was mir jetzt passieren kann. In Panik zu verfallen. Ähm, okay, Avalon. Vielleicht, vielleicht ist es im Avalon Hotel. Vielleicht, vielleicht finde ich da noch jemanden. Oh, ich brauche unbedingt was zu trinken, ey. Dieses ganze Runterrennen hat mich jetzt echt durstig gemacht. Ich muss wirklich darauf achten, immer, immer genug Wasser bei mir zu haben. Ähm, okay, ganz ruhig bleiben. Vielleicht hier im Avalon Hotel. Oh, das wird, das Hotel, da reichen. Und, und da ist auch ein Zombie. Die reichen. Das, das Virus macht wirklich auch nicht vor dem Geld halt. Vielleicht finde ich ja hier, oh, Sunshine, Sunshine Cola. Vielleicht finde ich ja hier noch ein bisschen Nahrung. Oder vielleicht noch ein paar Getränke, die ich mitnehmen könnte. Vielleicht gibt es hier noch irgendwo was. Ähm, vielleicht hier oben. Ne, eine Gabel. Mit der Gabel kann ich aber nichts anfangen. Vielleicht kann ich ja die Gabel verschießen. Aber, das wage ich zu bezweifeln. Im Ende, im Notfall, im Notfall kann ich auch tatsächlich die Gabel verschießen. Hier hat sich anscheinend schon jemand um dieses Monster gekümmert. Und ein Panzer? Das Militär war ja tatsächlich hier. Und nein, es hat aber anscheinend nicht so viel gebracht. Es hat anscheinend wirklich nicht so viel gebracht. Ähm, und ein Schlafsack. An den habe ich ja schon von zu Hause mitgenommen. Vielleicht ja in der Einkaufshalle. Vielleicht finde ich da ja noch ein paar Antworten. Oder vielleicht finde ich da wenigstens noch ein bisschen Ausrüstung. Was haben wir denn hier? Oh, oh, perfekt. Das ist doch, das ist doch so ein Notfalllicht. Vielleicht kann ich es ja abschießen. Und dann findet mich hier jemand. Aber tatsächlich glaube ich eher, dass mich hier die komischen Monster finden werden. Ähm, ganz vorsichtig. Ich glaube, ich sollte lieber nicht in die Markthalle gehen. Oh, das Rathaus. Vielleicht finde ich nicht hier jemanden im Rathaus. Ähm, aber Moment, Moment. Vielleicht gibt es hier jemanden dran. Hallo? Ist hier jemand? Oh, das ist eins der Monster. Das ist eins der Monster. Okay, Moment. Ich logge das raus und versuche mal mit meinem Bung dieses Monster zu besiegen. Okay, das Monster kommt raus. Okay, ich logge es auf die Straße. Yes, yes, das funktioniert. Wenn kein anderes Monster da ist, kann ich damit wirklich gute Treffer landen. Oh, perfekt. Yes, ich habe es besiegt. So stark sind diese Monster gar nicht, wenn sie alleine sind. Ich brauche nur genug Pfeile und meinen Bogen. Dann bin ich sicher. Mann, was sind das hier eigentlich für... Das ist doch das Labor. Vielleicht finde ich ja hier noch irgendwelche Antworten. Haben die einen... Vielleicht... Oh, nein. Da kommt schon wieder eines dieser Monster. Da kommt schon wieder eines dieser Monster. Schnell weg. Das kommt auch hier rein. Das kommt rein. Das kommt rein. Oh, nein. Vielleicht finde ich ja hier im Labor irgendwelche Antworten. Wo hat mich das weiter verfolgt? Nee, ich gehe am besten... Ich gehe am besten die Treppen hier hoch. Okay, wunderbar. Aber an was haben die hier überhaupt geforscht in diesem Labor? Das war doch eigentlich für erneuerbare Energien. Okay, Moment. Hier muss man... Hier muss man sich erstmal desinfizieren. Ich meine... Okay. Warum nicht? Ähm... Wow, hier ist auch alles... Nee, hier geht es doch. Hier ist nicht so zerstört. Oh, was haben wir denn hier? Das Projekt? Aufgabe. Den Grund für die Kontaminierung des aquatischen Lebens finden. Außerdem einen Weg zum Entfernen dieser Kontaminierung finden. Basierend auf den vorhandenen Daten können wir sagen, dass dieses Projekt innerhalb eines Monats erfolgreich beendet sein wird. Oh, um was... Um was ging es denn da an diesem Projekt? Das... Das ist ja interessant. Oh, hier gibt es noch was. Noch ein... Ein paar... Ein paar... Ein paar... Fische noch. Aber was ist denn das? Labornotiz. Nachdem wir den Probanden die Verbindung C429 gespritzt haben, zeigten sie eine große Verbesserung ihrer Fähigkeiten. Außerdem scheint auch der Virus dadurch verdrängt worden zu sein. Dieses Projekt ist endlich beendet. Ich habe Direktor Doida informiert und erwarte Ende der Woche eine Antwort von Ihnen. Was ist denn das? Bitteschön. An was wurde ich hier geforscht? Ich dachte, das ist alles nur für die erneuerbaren Energien, aber hier wurde irgendwas anderes gemacht. Moment, hier muss man... Oh, oh. Moment, hier gehe ich mal am besten rein. Was ist denn das hier? Okay. Ich meine, hier gibt es keinen Schutzanzug, aber ich meine, hier wird doch wahrscheinlich nichts... Oh, mein Kopf. Oh, mein Kopf. Oh, was ist denn hier drin los? Oh, irgendwas stimmt hier ganz und gar nicht. Oh, was ist denn das? Okay. Wir haben einige Daten aus dem Gebäude der Made Co. abgefangen, die uns glauben lassen, dass sie darauf abziehen, einen Militärvertrag abzuschließen. Die Daten deuten darauf hin, dass sich die Arbeit, die sie leisten, darauf konzentriert, denjenigen wieder zu beleben, der für tot erklärt wurde. Ich möchte, dass ihr aufhört, an der erneuerbaren Energie zu forschen und euch nun diesem Projekt widmen werdet. Wir bringen die Toten zurück ins Leben. Ich erwarte Großartiges. Deshalb werdet ihr auch in hohen Summen gut bezahlt. Direktor Robert Doeta. PS. Unterhalten Sie sich auf keinen Fall mit Ihren Mitarbeitern über dieses Thema. Niemand darf über dieses Projekt erfahren. Dieses Projekt wird die Menschheit verändern. Die... 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 Die Toten zum Leben erwecken ist... Was? Moment, Moment. Ihr müsst immer ruhig bleiben. Ganz ruhig bleiben. Pass, das kann... Das kann doch alles nicht stimmen. Das kann nicht stimmen, dass es hier alles los... Dass es hier alles passiert ist. Vielleicht... Vielleicht finde ich hier oben noch ein paar andere Antworten. Vielleicht... Vielleicht... Vielleicht gibt es hier... Vielleicht gibt es ein Gegenmittel. Vielleicht gibt es ein Gegen... Oh nein. Das ist dieses... Dieses Zeug, was sie diesen... Oh nein. Viele Probanden sind viel zu schnell gealtert... Und hatten dadurch einen viel zu schnellen Tod. Proben werden isoliert und getestet. Was ist hier passiert? Sind sie verrückt? Das ist gar nicht gut. Aber vielleicht... Vielleicht ist jetzt nur alles innerhalb der Mauern kontaminiert. Vielleicht ist ja außerhalb der Mauern noch... Das Leben noch in Ordnung. Oh, ich hoffe so sehr, dass das nur hier drin war. Ich muss unbedingt diese Stadt verlassen. Ich muss unbedingt hier weg. Vielleicht finde ich ja draußen noch... Noch jemanden... Wo ist das? Oh, hier gibt es noch was. Achtung! Dieses Labor wurde noch nicht vom Gesundheitsamt zugelassen. In den Geräten befinden sich immer noch Restchen... Dieses Labor darf erst wieder genutzt werden, wenn es gesäubert wurde. Was ist hier in diesem Labor passiert? Und hier sind auch die ganzen Türen eingeschlagen. Ich meine, das ist wahrscheinlich alles durch irgendeine Explosion oder sowas. Hier gibt es auch noch eine andere... Eine andere... Andere Verbindung. Oh, 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 oh. Wo ist das weit oben? Oh, vorsichtig, vorsichtig. Sonst falle ich hier runter. Ich brauche noch mehr Antworten. Okay, hier gibt es noch normales Wasser. Aber das darf ich hier auf keinen Fall trinken. Ich weiß nicht, mit was das infiziert ist. Und hier sind noch ein paar Notfackeln. Hier war anscheinend schon jemand. Vielleicht finde ich ja hier oben noch irgendwas anderes. Einfach immer weiterlaufen. Das gibt es doch nicht. Tatsächlich ist hier alles gestartet. Vielleicht gibt es ja hier noch ein paar Antworten. Moment, ich lese mir das mal durch. Da du und dein Team so hervorragende Arbeit geleistet habt, dürft ihr eines der Exemplare, an denen ihr gearbeitet habt, auch behalten. Haben die an die Mitarbeiter tatsächlich dieses komische Virus-Ding gegeben? Das kann doch gar nicht sein. Ich habe viel mehr Arbeit als die anderen im Team geleistet. Ich bin mir sicher, es macht Direktor Doida nichts aus, wenn ich noch ein paar Exemplare mitgehen lasse. Tatsächlich war es wahrscheinlich wieder die Habgier der Menschen. Das gibt es doch gar nicht. Und was ist denn das hier für ein Bericht? Diese Information darf das Labor auf keinen Umständen verlassen. Dieses Dokument dient lediglich der Aufräum-Core als Hilfe zur Reparation von CSR. Das kognitive Relay-System ist dazu geschaffen worden, um die Gedanken der Arbeiter zu lesen und diese Gedanken an den aktuellen Direktor weiterzuleiten und als Energie umzuwandeln. Dies funktioniert mit dem aktuellen Gestein in der Wand, auch Lapis genannt. Der Direktor kann diese Energie nach Berlin steuern. An was wurde hier alles geforscht? Was ist das? Gedankenmanipulation? Lebende Tote zum Leben erwecken? Das Labor war doch eigentlich immer dafür bekannt, dass es an den erneuerbaren Energien forscht. Und es hat doch auch so viele Förderungen bekommen. Oh nein, was ist denn der schnellste Weg nach unten? Oh nein. Oh, hier komme ich zum benachbarten Gebäude. Oh, bloß nicht nach unten gucken, einfach springen. Einfach, okay, Anlauf nehmen und rüber. Oh, geschafft. Perfekt, perfekt. Was ist denn das hier? Wow, okay. Der Sieg ist nah. Wir haben es. Wir haben eine Matronenrüstung. Damit werden wir endlich siegen. Was denn für eine Ausrüstung? Wow. Tatsächlich. Wow. Was haben die für eine Besonderheit? Die nehme ich auf jeden Fall mit. Vielleicht kann ich diese Rüstung noch irgendwo gebrauchen. Hier scheinen Überlebende zu sein. Hier scheinen irgendwie... Oh, das ist irgendwie ein Hotel oder sowas mal gewesen. Hier gibt es Überlebende. Oh, was haben wir denn hier? Oh, eine Training... Okay, ein Trainingsplan. Oder was ist das genau? Moment. Um deine Kampffähigkeiten zu verbessern, führe eine Kampfübung in der Mitte vom Rechteck aus. Du kannst auch ein anderes Mitglied herausfordern. So könnt ihr euch beide verbessern. Bleibt stark. Unser Matronen hat den Sieg vorhergesagt. Hier wurde anscheinend auch das Kämpfen geübt. Okay, mit den Trainingsstöcken. Aber vielleicht finde ich hier jemanden. Hallo? Ist hier jemand? Vielleicht gibt es Überlebende. Das sieht man... Vor allem ist das Feuer noch frisch. Das Feuer ist tatsächlich noch frisch. Vielleicht gibt es hier noch irgendjemanden. Und hier gibt es auch dieses merkwürdige Zeichen. Was bedeutet denn das? Was bedeutet... Oh... Am besten nach unten. Vielleicht gibt es ja wirklich noch irgendjemanden. Was machst du hier? Moment. Ich bin freundlich hier. Ich bin freundlich hier. Nicht schießen. Nicht schießen. Warum greift ihr mich an? Ich habe euch nichts getan. Schnell weg. Ich muss schnell hier raus. Und ihr seid doch verrückt. Ich bin doch keiner von diesen Monstern. Ich bin doch ein Mensch. Und nein. Nein. Schnell weg. Schnell weg. Oh nein. Ah, der Pfeil. Oh, schnell rüber. Schnell rüber springen. Warum greift ihr mich an? Was soll das? Was soll das? Schnell nach unten. Schnell weg hier. Das gibt es doch gar nicht. Es gibt Menschen, Überlebende hier, aber die scheinen irgendwie verrückt zu sein. Die scheinen verrückt zu sein. Was ist hier passiert? Es sind etwa... Oh nein. Das sind doch bestimmt diese Kannibalen. Diese Kannibalen aus dem Buch bei dem Haus der Johnsons, von dem ich gelesen habe. Oh, ich muss raus hier. Ich muss raus aus diesem Labor. Irgendwas ist in dieser Stadt hier vorgefallen. Jetzt... Jetzt... Moment. Moment. Es gibt Überlebende. Aber die Überlebenden greifen mich an. Hoffentlich gibt es irgendwo noch andere freundliche Überlebende. Ich muss diese Stadt so schnell wie möglich verlassen. Denn wahrscheinlich... Wahrscheinlich kontrollieren diese Leute hier diese Stadt. Die haben das ganze Hotel hier verbarrikadiert. Und vor allem... Ich weiß auch gar nicht, wie viele das waren. Wie viele habe ich gesehen? Auf dem Dach habe ich zwei gesehen. Im Treppenhaus gab es ein, zwei, vier Leute. Ich weiß nicht, wie viele... Die haben da sogar so was rangebaut. Ich muss ruhig bleiben. Ganz, ganz, ganz ruhig bleiben. Jetzt am besten... Jetzt muss ich am besten irgendwie zur Polizeistation finden. Moment. Hier in einem Rathaus. Vielleicht gibt es hier noch irgendetwas. Hallo, ist hier... Ich darf hier nicht schreien. Ich darf mich nicht immer angewöhnen zu schreien. Oh, da ist eins von diesem Monster. Schnell weg, schnell weg. Schnell nach oben. Einfach weg, einfach weg. Okay, was ist das hier? Oh, Moment. Hier war... Hier ist das Büro des Bürgermeisters. Kriege ich da... Ja, ich kann hier die Barrikade aufbrechen. Moment. Wird Zeit, mal gegen dieses Monster zu kämpfen. Yes. Mit den Pfeilen funktioniert das ganz gut. So kann ich mir die... So kann ich mir die auf Abstand halten. Vielleicht beim Bürgermeister. Vielleicht gibt es hier noch einen Bericht oder sowas. Was haben wir denn hier? Der... Der Kopf. Oh, nein. Oh, nein. Was ist hier passiert? Vielleicht gibt es hier noch irgendwas anderes? Nein, hier gibt es nur noch das Stadtwappen. Aber das bringt mir gar nichts. Moment. Vielleicht... Vielleicht kann ich hier irgendwie nach oben klettern oder sowas. Oh, was ist denn das hier? Hier gibt es auch noch irgendwas. Ah, perfekt. Was ist denn das? Okay, der Außenposten. Oh, was ist denn das? Was steht denn hier in diesem Buch drin? Oh, was ist denn das? Das muss ich gleich... Das muss ich gleich mal direkt lesen. Moment, Moment, Moment. Keines von diesen Dingern wird nah genug an uns herankommen. Deine Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass keines von den Wesen, die noch denken können, gefährlich für uns werden könnten. Falls doch, zeige ihn die Tür und erledige es. Die hatten sich hier verbarrikadiert im Rathaus. Die haben nicht den Leuten geholfen, sondern sich einfach verbarrikadiert. Oh, nein. Was ist denn das? Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Dieses Ding ist so schnell. Ich muss hier irgendwie nach oben klettern. Schnell nach oben. Schnell nach oben. Ich komme hier nicht hoch. Nein. Ich muss irgendwie versuchen, da hochzukommen. So schnell wie möglich. So schnell wie möglich. Vielleicht kann ich hier umher anspringen. Oh, nein. Schon wieder runtergefallen. Aber hier komme ich hoch. Schnell nach oben. Nach oben. Nach oben. Schnell nach oben. Das Ding kommt nicht hinterher. Was war das für ein kleiner... Was war das für ein... War das etwa ein... Ein... Ein Kind? War das... Macht der Virus auch vor Kindern nicht halt? Oh, nein. Jetzt bin ich hier oben. Auf die Straße kann ich nicht. Es wird dunkel. Ich glaube, ich muss hier oben die Nacht verbringen. Ich glaube, ich muss hier oben die Nacht verbringen. Okay. Erstmal ganz ruhig bleiben. Ganz ruhig bleiben. Hier oben bin ich erstmal sicher. Hier kommt keines dieser Monster hoch. Das Einzige, was hochkommen kann, sind diese... Diese Kannibalen. Aber ich hoffe, die werden in ihrem Gebäude bleiben. Die werden wahrscheinlich nicht so doof sein, bei Nacht ihr Gebäude zu verlassen. Ich muss ruhig bleiben. Ich muss ganz ruhig bleiben und an einen Plan denken. Okay. Oh. Was ist denn da oben? Da oben ist Licht. Vielleicht wohnt da ja noch jemand. Okay. Da muss ich hin. Okay. Die Kamera sollte jetzt wieder laufen. Ich habe die Nacht kein einziges Auge zugetan. Ich habe wirklich versucht zu schlafen. Aber unter mir waren die ganze Zeit diese... Die Geräusche dieser Monster. Aber sie kamen eigentlich nicht hoch. Hier oben war ich einigermaßen sicher. Aber ich kann jetzt nicht die ganze Zeit hier auf dem Dach bleiben. Ich muss unbedingt versuchen, irgendwo runterzukommen. Vielleicht kann ich ja hier am Rand runterklettern. Oh ja. Das funktioniert ganz gut. Oh. Da ist eines von diesen Dinger. Die haben schon unten auf mich gewartet. Die haben die ganze Zeit hier die Nacht unten gewartet. Waren die nicht müde oder was? Oh. Ich muss schnell fliehen. Schnell hier irgendwie durch diesen Park oder was auch immer das ist. Oh nein. Hoffentlich verfolgt mich das Ding nicht. Hoffentlich verfolgt mich das Ding nicht. Einfach mal weiterlaufen. Nicht umdrehen. Nicht umdrehen und einfach mal weiterlaufen. Perfekt. Okay. Hat es mich nicht verfolgt. Okay. Was ist denn das hier? Ein Grab. Habe ich eine Schaufel dabei? Vielleicht haben wir da irgendein Versteck oder sowas. Aber nee. Ohne Schaufel kann ich ja ewig kramen. Meine Hände benutze ich lieber nicht. Nicht, dass ich mir hier irgendwie die Finger aufschneide oder so. Das wäre eine absolute Katastrophe. Okay. Erstmal sammeln. Erstmal durchammeln. Ich konnte erst mal diesem Ding entkommen. Ich probiere mal mein Glück in der U-Bahn. Vielleicht gibt es ja hier irgendwelche Überlebende. Aber ich bezweifle das. Boah. Hier ist es wirklich komplett stockfinster. Aber hier unten ist Licht. Was ist da unten für Licht? Okay, vielleicht... Ah, hier ist einfach die Decke eingestürzt. Okay. Was haben wir denn hier? Ah, okay. Vielleicht funktioniert ja der Mechanismus noch. Können wir... Vielleicht kann ich damit irgendwie das Tor öffnen. Aber na gut. Dann muss erst mal die Straßenbahn funktionieren. Ich meine die U-Bahn nicht. Ach, die Straßenbahn. Die U-Bahn meine ich natürlich. Vielleicht funktioniert sie ja. Ich probiere es mal aus. Tatsächlich. Das scheint noch zu funktionieren. Vielleicht bekomme ich das ja hin, die Stationen miteinander zu verbinden. Aber wie... Warum... Was sind das hier? Das Einkaufszentrum. Das war irgendwie mit dem Einkaufszentrum verbunden. Interessant. Vielleicht bekomme ich das ja irgendwie hin, zwei Stationen miteinander zu verbinden. Und vielleicht kann ich dann noch irgendwie die Notstromaggregat benutzen von der U-Bahn. Vielleicht funktioniert das ja irgendwie. Was haben wir denn hier? Eine Pepsi? Oh, den will ich gerne mit. Oh, was war das? Ah, sie kommen schon. Ich muss raus hier. Ich muss raus hier. Das war natürlich eine dumme Idee von mir hier, hier in dieser U-Bahn-Station nach Überlebenden zu suchen. Ich meine, es ist ja klar, dass hier alles voller Zombies ist. Schnell raus, schnell raus. Lop, loop, 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 loop. Okay, ne. Einfach einfach nicht umdrehen. Einfach hochrennen. Ich muss schnell wieder, schnell wieder nach oben. Da habe ich auch einen besseren Überblick. Ey, da unten ist, da ist total, da ist man total eingesperrt. Okay, erstmal durchatmen. Erstmal durchatmen. So, mein Ziel. Ich meine, ich muss jetzt eigentlich erstmal zur Polizeistation gehen. Auf keinen Fall zurück zu diesem Hotel. Da oben sind immer noch diese, diese Verrückten. Ey, warum haben die mich überhaupt angegriffen? Ich verstehe es immer noch nicht. Aber, naja, ist egal. Jetzt muss ich erstmal zur Polizeistation. Erstmal nachdenken, nachdenken. Wo, wo muss ich jetzt am besten hin? Ähm, vielleicht zum Einkaufszentrum? Nee. Ich muss, muss eigentlich zur Polizeistation. Aber ich muss noch die anderen Gebäude durchsuchen. Vielleicht finde ich ja noch Überlebende. Ich kann mir vorstellen, dass in der Polizeistation unten die, die Gefängniszellen, dass, dass die Leute darin nicht überlebt haben und auch zu diesen, zu diesen Monstern wurden. Oh, wow, wow, was ist denn das schon wieder so ein Toter? Okay, wo bin ich jetzt überhaupt gelandet? Was ist denn das? Wo bin ich hier überhaupt? Ich kenne dieses Gebäude gar nicht. Aber ich war auch selten in der Stadt. Ähm, ist irgendwas, wie, das müssen hier irgendwelche Apartments oder sowas sein. Was haben wir hier? Tischreservierungen. Ah, okay, ein Restaurant ist das. Okay. Eine kleine Küche gibt es hier. Perfekt, was ist denn das? Ah, nee, ich kann nicht, ich kann natürlich nicht mit Gabeln mit meinem Bogen schießen. Das geht, na, meine, gut, im Notfall geht das schon, aber. Ah, hier gab es eine schicke Dachterrasse. Wow. Wow, wenn die Apokalypse nicht wäre, dann wäre es hier bestimmt ein richtig, richtig toller Ort. Ich untersuche mal das Gebäude noch, noch ein bisschen weiter. Das sind wirklich irgendwelche Apartments. Und hier ist auch schon die Decke eingestürzt. Hier kann man nicht bleiben. Vielleicht, vielleicht finde ich ja hier noch irgendein Anzeichen auf Überleben. Nee. Oder es fassen schon so aus wie Ferienwohnungen. Irgendwie unten in so einer kleinen Küche. Das kann gut sein, dass es hier mal eine Ferienwohnung war. Aber die Betonung liegt auf wahr. Ich meine, jetzt wird hier wahrscheinlich keiner Urlaub machen wollen, diese infizierten Stadt. Ich hoffe mal wirklich, dass ich irgendwie das Ticket finden werde und einfach hier rauskomme. Denn, ich weiß nicht, draußen muss das anderes Leben gehen. Es kann nicht sein, dass die Welt da draußen auch so den Bach runtergegangen ist. Das kann einfach nicht sein. Was haben wir denn hier auch noch? Auch nochmal so eine Art Dachterrasse. Wow, bloß nicht runterfallen. Wow, geht das weit runter. Da unten warten sie schon. Wollen wir wissen, wo ich bin? Was haben wir hier? Die Imperium. Ah, die Radiostation von Imperius. Stimmt, stimmt, stimmt. Ah, die habe ich auch früher mal oft gehört, die Radiostation. Aber jetzt... Oh, da oben ist ein SOS. Vielleicht sollte ich aber wirklich auf die Einkaufszentrale. Das sind sogar Leitern. Vielleicht kann ich da irgendwie hochklettern. Aber ich meine, jetzt ist ja nur dieses Radio hier nichts mehr raus. Einfach gar nichts mehr. Ich meine, ich habe es schon probiert mit meinem Notradio, aber keine Chance. Nur so eine Dauerübertragung vom Militär. Aber das bringt auch nicht so viel. Aber nur, dass wir in den Häusern bleiben sollen. Aber wenn ich in den Häusern bleiben würde, dann wäre es das gewesen. Oh, das sind ja Aufnahmestudios oder sowas. Was gibt es hier? Oh, hier geht es zur Dachterrasse. Ah, okay. Aber hier gibt es auch nichts weiter, ne? Kein Überlebenden, kein gar nichts. Aber ich meine, ich habe einen guten Überblick über die Stadt. Aber ich sehe unten auch nirgends wo Bewegung. Oh, hier geht es noch weiter nach oben. Vielleicht kann ich ja irgendwie hier rüberspringen. Okay, ganz vorsichtig. Oh, oh nein, nein, nein. Oh. Ey, das war... Okay, ganz ruhig, ganz ruhig. Ich stehe hier. Hier auf dem Gäst hier habe ich ein bisschen Halt. Ey, das wäre es fast gewesen. Das wäre es fast gewesen. Kann ich hier noch irgendwie weiter hochklettern? Vielleicht komme ich ja... Ich komme gerade so ran. Was haben wir denn hier? Oh, ein Bier, aber... Ne, das lasse ich mal da drinnen. Oh. Ah, ich muss aufpassen, nicht zu weit runterzufallen. Sonst verstaure ich mir hier noch irgendwann die Knöchel. Und dann habe ich... Dann habe ich den Salat. Dann komme ich... Dann kann ich... Dann kann ich so schnell rennen, wie ich möchte. Aber die Zombies schulen mich dann trotzdem ein. Aber hier kann ich noch ein bisschen am Geländer hochklettern. Perfekt. Komme ich hier auch noch weiter hoch? Es gibt noch mehr Etagen. Vielleicht kann ich hier irgendwie... Oh, ganz vorsichtig ran und hochziehen. Okay. Perfekt. Oh. Gleich komme ich hier noch... An die Situation von vorhin mit diesem komischen Bier, ne? Ne, das kann ich gar nicht gebrauchen. Hier komme ich auch noch ein bisschen weiter hoch. Ich meine, ich könnte noch... Boah, hier oben wird es kalt. Boah, hier weht wahrscheinlich auch schon... Hier weht tatsächlich auch schon der Wind. Gehe noch ein bisschen weiter nach oben. Vielleicht gibt es ja ganz oben noch irgendwelche Hinweise. Oder vielleicht gibt es... Ne, ich würde gerade nach Überlebenden rufen. Aber... Überleg das mal. Ich will hier nach Überlebenden rufen in dieser gottverlassenen Stadt. Hier gibt es doch keine Überlebenden außer diese Verrückten. Diese Verrückten in dem Hotel, die mich einfach abgeschossen haben. Ich verstehe es nicht. Oh, jetzt bin ich ganz oben angekommen. Oh, hier liegt sogar... Hier liegt sogar ein Buch. Das muss ich gleich mal lesen. Aber erst mal einen Schluck trinken, ey. Boah, die Kletterei hat mich echt durstig gemacht. Okay, weg mit der Flasche. Was haben wir? John, wir wollten uns eigentlich hier treffen. Es sind acht Stunden vergangen und du bist immer noch nicht hier. Die Zombies sind da unten und werden immer mehr. Ich kann es hier nicht mehr aushalten. Ich nehme den Helikopter und mache mich aus dem Staub. Es tut mir wirklich leid. Jason. Der hat einfach den Helikopter genommen. Hier gab es... Hier gab es einen Helikopter. Oh, da ist auch noch eine Brücke. Ich weiß gar nicht, wohin die überhaupt führt. Von Imperius? Warte, da müsste es doch daneben irgendwie... Warte mal, in die Richtung... Ne, ist es der Osten da hinten oder ist es der Westen? Ich weiß es nicht. Ich muss mich einfach mal an der Sonne orientieren. Ich muss mal wieder versuchen, irgendwie nach Terrabel zu kommen. Vielleicht gibt es da irgendwie noch andere Überlebende. Aber ich bezweifle das sehr. Oh, hier ist die Polizeistation. Oh, perfekt. Vielleicht finde ich ja da das Ticket. Ich weiß nicht, ob ich da schon reingehen sollte. Außerdem wird es Nacht. Ne, ich brauche erstmal einen Ort zum Schlafen. Und jetzt zurück zu meinem... Ne, zurück zu meinem Haus kann ich jetzt auch nicht rennen. Es ist schon viel zu dunkel. Vielleicht gehe ich ja im Avalon Hotel. Vielleicht finde ich ja da einen Raum weiter oben. Ich meine, unten ist alles vor der Zombies. Aber wenn ich schnell durchrenne... Oh, schnell durchrennen. Schnell, 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 schnell. Gehst du irgendwo eins von diesen Dingern? Oh, da ist er schon. Am besten so schnell wie möglich nach oben. Hoffentlich sind da oben keine Monster. Aber ich meine, die bleiben ja meistens eh immer unten dort, wo es kühl ist. Und gehen nicht bei Tageslicht raus. Und die weiter hochbekommen, vielleicht ist es hier ein bisschen heller. Aber ich meine, gut, die Lampen leuchten noch. Da ist auch noch alles dunkel. Ich muss unbedingt ein Apartment finden. Vielleicht kann ich da die Nacht verbringen. Hier oben... Ganz oben sieht es eigentlich ganz... Hier sieht es ganz gut aus. Ich meine, hier gibt es keinen von diesen Monstern. Die Sonne geht auch unter. Ich glaube, ich bleibe einfach mal. Ich war ja noch nie in diesem Luxushotel. Aber hey, warum nicht meine Nacht hier übernachten? In der Zombie-Apocalypse? Ich glaube, das stört keinen, wenn wir hier jetzt nicht bezahlen. Ich lege mich... Ich glaube, ich lege mich jetzt einfach mal schlafen. Okay. Ich muss ehrlich sagen, seit langem habe ich mal wieder richtig gut geschlafen. Ich hätte nicht gedacht. Also, waren auch keine Geräusche der Zombies. Also, es geht mir richtig gut hier. Aber ich sollte mir doch... Was ist denn das? Oh nein, was ist denn hier oben passiert? Hier gab es Überleben, ne? Oh, okay. Mal lesen, was er geschrieben hat. Dieser Mistkerl hat mich verraten. Was ist denn hier passiert? Oh, die haben ja wirklich auf dem Dach überlebt. Ich meine, gar nicht so schlecht eigentlich. Oh, hier oben haben sie auch mit rotem Stoff Hilfe rausgeschrieben. Die haben wahrscheinlich gehofft, dass irgendwelche Jets kommen oder sowas. Oder irgendwelche Helikopter und die retten. Ich meine, ich habe immer noch die Hoffnung, dass das Militär hier irgendwo langfliegen wirkt. Aber, oh, was haben wir denn hier? Oh, nee. Das lassen wir auf jeden Fall... Das lassen wir auf jeden Fall da, wo es ist. Damit will ich nichts zu tun haben. Okay. Schnell wieder runter. Ich muss das Hotel verlassen. Oh nein. Ich glaube, sie haben mich gefunden. Ich glaube, diese Viecher haben mich gefunden. Erst mal ausrüsten. Irgendwo ist hier eins von diesen Monstern. Oh nein. Oh nein, oh nein, zurück, 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 zurück. Okay. Bogen spannen und zielen. Und schießen. Ganz ruhig bleiben. Ganz, ganz ruhig bleiben. Jetzt bringt mir überhaupt nichts, in Panik zu verfallen. Schnell, so schnell wie möglich runter. Okay, am besten hier noch weiter runter. Okay. Oh, was ist denn das hier? Ein Restaurant? Oh nein, was ist denn das? Oh nein, wieder eins. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Wieder eine von diesen schnellen kleinen Dingern. Hier sind anscheinend auch mutiert, die Zombies. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, ich muss fliehen. Shit. Das Ding, das Ding ist unbesiegbar. Okay, hier hinten gibt es eine Tür. Perfekt. Und schnell verriegeln. Okay, kommt das Ding rein? Ne, das kommt nicht rein. Was ist denn das hier? Die Küche. Ich meine, hier gibt es nur ein bisschen Restessen, aber gut, das bringt mir auch nichts weiter. Jetzt ganz langsam rausgehen. Zielen. Okay, das Ding habe ich nicht bewerbt und laufen. Renn, 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 renn. Schnell raus. So schnell wie möglich hier raus. Okay, ich muss... Oh nein, da kommt noch mehr von diesen Dingern. Ich muss so schnell wie möglich die Stadt verlassen. Ähm, wo war das Polizeigebäude? Da. Da ist das Polizeigebäude. Okay. Das Imperius Police Department. Vielleicht finde ich da mein Ticket, um dieses komische Tor zu öffnen. Okay, ganz vorsichtig. Interwater. Oh yes, das nehme ich wieder mit. Das trinke ich auch gleich mal. Sicher ist sicher. Oh, dann geht es mir auch... Führe ich mich gleich... Führe ich mich gleich erfrischt. Perfekt. Jetzt muss ich versuchen, hier in der Polizeistation... Ich hoffe mal, dass hier keins von diesen Dingern ist. Ich hoffe mal nicht. Ich hoffe mal, die Zellen unten sind noch alle verschlossen. Ich weiß nicht. Soll ich hier versuchen zu rufen? Vielleicht ist hier noch irgendein Überlebender. Ich meine, vielleicht gibt es ja sogar Waffen. Vielleicht habe ich sogar Glück. Und ich finde irgendwie die Asservatenkammer oder sowas. Und da gibt es irgendwelche Schusswaffen, die konfisziert wurden. Vielleicht kann ich die ja gebrauchen. Äh, gibt es hier noch irgendwas? Nein, das ist irgendwie ein Verhörraum oder sowas hier, ne? Aber ich meine hier unten... Oh, ich höre schon wieder diese Monster. Das kann doch gar nicht sein. Ganz vorsichtig. Ganz, ganz vorsichtig. Unten... Unten sind die Zellen. Da soll ich am besten nicht hingehen. Die lasse ich am besten da, wo sie sind. Vielleicht gibt es ja hier oben noch irgendwas. Vielleicht in dem Raum. Ich muss einfach... Ich muss einfach vorsichtig sein und die Türen hinter mir immer richtig verschließen. Ich habe irgendwie... Okay. Hier sind irgendwie schon noch Dokumente, die... Irgendwann schon Schubladen sind. Na, damit kann ich nichts anfangen. Was ist das hier noch? Der Verhörraum. Ah, okay. Gibt es hier noch irgendwas Besonderes? Ne. Tatsächlich, ich brauche... Ich muss irgendwo das Ticket finden. Irgendwo muss doch hier... Irgendwo muss doch hier diese Tickets... Ah, ist da irgendwas Wichtiges drin? Ne, irgendwas... Die ganzen Kriminellen kommen alle aus Olympus. Ja, okay. Die Stadt ist ja auch... Ne, nach Olympus möchte ich jetzt erstmal noch nicht. Nur wenn es wirklich keine andere Möglichkeit gibt. Ja, Sheriff, vielleicht gibt es ja hier irgendwas Besonderes. Was haben wir denn hier? Oh, yes! Das Ticket! Das Ticket. Damit komme ich raus aus Imperius. Perfekt. Okay, wunderbar, wunderbar. Kurz nachdenken, kurz nachdenken. Jetzt Gedanken sammeln und dann so schnell wie möglich zum Tor gehen am besten. Okay, meine Sachen habe ich auch noch alle sortiert. Perfekt. Und den ganzen Rest kann ich eigentlich alles hier lassen. Die Kohle nehme ich auch mit. Vielleicht kann ich damit auch irgendwie ein Feuer machen. Vielleicht funktioniert das ja damit. Hm, jetzt muss ich eigentlich so schnell wie möglich raus. Vielleicht will ich hier auf dem Dach noch irgendwelche Hinweise. Ich kleide aber noch aufs Dach raus. Ich meine, unten zu den Zellen gehe ich auf keinen Fall. Dann, da wird alles voller Monster sein. Aber hier oben, gibt es hier oben noch irgendwas weiter? Nee, tatsächlich nicht. Oder vielleicht gibt es hier hinten noch irgendeinen Hinweis? Nee, überhaupt nicht. Da hinten ist auch noch die Brücke. Da müsste ich auch nochmal irgendwie hinkommen. Aber erstmal zum Tor gehen und die Stadt verlassen. Ich habe jetzt keine Lust, dass mich hier irgendwie schon Zombies angreifen. Und vielleicht gibt es da draußen, vielleicht ist da draußen alles normal. Ich hoffe es. Ich meine, am Ende stirbt die Hoffnung noch immer zuletzt, oder? Vielleicht... Oh nein, die haben mich schon gefunden. Die scheinen mich irgendwie immer zu finden, diese... Diese Dinger. Wieso verfolgen die mich denn die ganze Zeit? Das kann doch gar nicht sein. Okay, warte mal. Hier müsste doch irgendwo das Tor sein. Oh, noch ein paar Cookies. Yes, die nehme ich auf jeden Fall mit. Die kann ich recht gut bauen. Ein bisschen was zu essen. Was haben wir denn hier? Dave's Burgerladen. Ähm, aber... Da wird es wahrscheinlich nichts weiter drin geben. Hier haben wir noch ein bisschen... Oh, Intelwater nehme ich auch auf jeden Fall mit. Jetzt müsste es doch eigentlich gleich kommen, oder? Ich meine... Warte mal, hier ist doch... Hier ist der Markt. Ja, ein bisschen Zeit habe ich auch noch. Perfekt. Hier müsste doch jetzt irgendwann das... Jetzt müsste eigentlich das Tor... Ja, perfekt. Okay. Oh. Oh, ich bete zu Gott, dass das Tor jetzt endlich aufgeht. Hoffentlich funktioniert das. Erstmal Ticket reinwerfen. Okay, funktioniert es? Bitte, 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 bitte. Ja, es funktioniert. Es funktioniert. Ich kann endlich raus. Oh, ich kann endlich diese Stadt verlassen. Ich kann endlich rauslaufen. Ja, wunderbar. Okay. Jetzt erstmal ganz ruhig bleiben. Ganz ruhig bleiben. Ich weiß gar nicht, was mich hier draußen alles erwarten wird. Ich hoffe mal, dass es hier Überlebende gibt. Oder irgendein Anzeichen auf Leben wenigstens. Vielleicht hier in dem Bus. Erstmal den Bus durchsuchen. Erstmal ganz entspannt. Was haben wir denn hier? Noch ein Tagebuch. Das lese ich gleich mal durch. Falls du es immer noch nicht mitbekommen hast. Diese Stadt, sie ist nicht sicher. In der Nacht wimmelt es dort nur so von diesen Dingern. Noch nicht einmal mit einer verdammten privaten Armee würdest du dort überleben können. Sei also gewarnt. Wenn du dort hingehen wirst, wirst du sicher nicht überleben. Roland. Die waren anscheinend kurz, kurz vor der Stadt hier mit dem Bus. Wollten die in die Stadt reinkommen? Ich meine, das war doch eigentlich von Anfang an klar, dass es da drin nicht sicher sein wird. Was haben wir denn hier? Den Stab des Busfahrers? Der sieht aus, als hätte er einen ganz schönen Wumms. Den nehme ich auf jeden Fall mit. Hier draußen musst du doch irgendwo Leben geben. Hier muss doch irgendwo noch eine menschliche Seele geben. Hallo! Hört mich hier draußen jemand! Was ist denn das hier? Komme ich hier irgendwie rein? Ah ne, den Schalter da hinten kann ich nicht erreichen. Hier komme ich noch nicht. Aber vielleicht kann ich irgendwo hochklettern. Aber ich muss erst mal nach Terravil. Erstmal nach Terravil. Ich weiß nicht, hier ist der Vergnügungspark, von dem alle geredet haben. Warte mal, das wurde hier gelootet. Das wurde von den Ruby Raiders gelootet. Wer sind denn die Ruby Raiders? Es gibt die Saphiren-Soldaten und die Ruby Raiders. Okay, ruhig bleiben. Ganz, ganz ruhig bleiben. Jetzt ist alles in Ordnung. Hier wird es irgendwo noch Leben geben. Gibt es hier hinten in dem Truck? Vielleicht finde ich hier noch irgendwas Besonderes. Oh ne, einen Haufen... Was ist das? So ein Umzugstruck hier. Die haben anscheinend hier einen frischen Umzug hinter sich. Oh, die Leiter nehme ich mit. Yes. Die Leiter nehme ich auf jeden Fall mit. Damit kann ich noch irgendwo hochklettern. Okay. Oh, mit dem... Ey, der Stab ist wirklich sauschwer von dem Busfahrer. Aber ich meine, damit kann ich ordentlich zu lang. Okay, Terravil. Perfekt. Ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft, Terravil. Hier muss es noch Leben geben. Hier muss es unbedingt noch... Ey, es sieht mir aber... Es sieht mir aber nicht danach aus. Es sieht mir überhaupt nicht danach aus. Was ist denn hier überhaupt passiert? Und die Luft ist ja auch so dick. Was? Hallo? Hallo, ist hier jemand? Moment, ich markiere erstmal... Ich markiere erstmal, dass ich hier bin. Vielleicht gibt's auch ein anderer Mensch-Tier-Seele hier draußen. Aber das Gebäude hier ist auch komplett leer. Das kann doch gar nicht sein. Oh, was haben wir denn hier? Okay. Warte mal lesen. Was ist denn das? Hier... Hello? Okay. Irgendjemand... Ey, was ist hier passiert? Was ist hier in Terravil passiert? Irgendwas... Irgendwas muss hier vorgefallen sein. Irgendwas... Irgendwas stimmt hier ganz und gar nicht. Gute... Gute Kinder putzen ihre Schuhe, wenn sie reingehen. Ja, okay. Das hab ich erstmal noch gemacht. Sicher, sicher. Was haben wir denn hier noch? Vielleicht gibt's... Vielleicht gibt's irgendwo anders noch ein Anzeichen-Oblemer. Hier ein bisschen Leder. Das bringt mir aber gar nichts. Ich meine, gut, die Nacht kann ich hier jetzt erstmal verbringen. Es wird hier langsam auch schon dunkel. Aber hier ist auch die Decke eingestürzt. Das ist... Das sieht gar nicht gut aus. Das sieht überhaupt gar nicht gut aus. Gibt's hier noch irgendwas Besonderes? Ein Pfeil? Nehme ich unbedingt mit. Aber ich hoffe mal nicht, dass jetzt auf der Straße... Ich hoffe mal wirklich, dass hier nur diese Monster... da sind und keine von diesen... Von diesen komischen Kannibalen, die einen jagen. Ich bleib jetzt erstmal die Nacht hier. Erstmal ganz, ganz ruhig bleiben. Hier gibt's garantiert noch ein gutes Leben. Die Hoffnung... Die Hoffnung stört mir abkannlich zuletzt. Gibt es eventuell bei der Tankstelle noch ein bisschen was zu essen? Weil das wird auch bei mir langsam knapp. Ich muss... Ich muss noch ein bisschen mehr Vorrat anlegen. Ähm... Oh, die Stadt ist auch voll lassen. Keine Chance. Ich... Ich guck mal hier. Vielleicht... Vielleicht gibt's ja an der Tankstelle noch irgendwas Besonderes. Moment, jetzt probier ich mal hier dieses... Yes! Oh, das hat ein... Das hat ein Wumms, dieser... Dieser Stab des Busfahrers. Ich meine, damit bin ich extrem langsam, aber... Alter Schwede! Das... Das zerschmettert ja diese... Diese Monster. Wow, wow, wow. Oh, hier ist eine Waschstraße. Ne, der Truck scheint auch leer zu sein. Da brauche ich überhaupt gar nicht nachgucken. Vielleicht gibt's hier in... In der Tankstelle noch irgendwas. Äh... Oh, was haben wir denn hier? Das Krankenhaus. Das Krankenhaus wurde überrannt. Die Leute sagen, dass dort alles begann. Diese infizierten Monster kamen alle aus dem Krankenhaus. Aber am Ende wird es auch wieder nur ein Gerücht sein. Bleib vom Krankenhaus fern. Es gibt dort einfach zu viele Zombies. Okay, da werde ich auf keinen Fall hingehen. Never ever gehe ich zum Krankenhaus. Gibt's hier noch irgendwas Besonderes? Ah ja. Für Emily. Okay, ich lese mal. Mal gucken, was... Ah ne, ich muss aufpassen. Da kommt schon wieder. Da kommt die schon. Ich muss schnell raus hier. Ich muss so schnell wie wirklich raus. Ähm... Okay, passiert da noch irgendwas? Vielleicht kann ich ja doch noch den Truck volltanken. Moment, wenn ich hier irgendwie... Vielleicht gibt's ja noch ein bisschen... Ein bisschen Benzin oder sowas. Oh, warum riecht's... Oh ne, hier riecht's jetzt. Übersach Benzin. Moment, hier gibt's irgendwo einen Leck. Ey, nee, nicht, dass... Nicht, dass hier irgendwie die ganze Bude in die Luft fliegt. Was ist denn... Ist das da hinten das Krankenhaus oder was? Da gehe ich auf keinen Fall hin. Never, never, ever. Ich meine... In einer Apokalypse... In einer Virus-Apokalypse ins Krankenhaus zu gehen, das wäre... Das wäre richtig dumm. Hier, ich hinterlasse dir alle meine Waffen, die ich sammeln konnte. Ah, ich wurde gebissen. Es tut mir so leid, Emily. Ich will keines dieser Monster werden. Bitte nimm meine Waffen und erledige diese Biest da. Oh nein, er wurde anscheinend infiziert. Oh, das... Ey, hier gibt's so viele tragische Geschichten. Das kann doch gar nicht sein. Was, haben wir hier vielleicht noch irgendwas in dem Krankenwagen? Ne, nur... Boah, nur in dem Kopf. Boah, mir ist schlecht. Boah, der muss woanders hin. Okay, erstmal ruhig bleiben. Ganz, ganz ruhig bleiben. Was haben wir denn hier? Oh, eine Apotheke. In der Apotheke gibt's doch bestimmt gute... Ah, hier ist alles verriegelt. Ah, da komm ich nirgendwo rein. Ne, keine Chance. Vielleicht übers Dach. Yes, vielleicht übers Dach. Ah, hier ist auch das Glas kaputt. Da kann ich tatsächlich auch reinspringen. Komm ich hier irgendwie rein? Oh, was sind das da hinten noch? Nein, das ist krank aus. Never ever. Da bringe ich keine tausend Pferde hin. Auf keinen Fall. Oh, 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 was war denn das? Bitte schön. Was war denn das? Da ist anscheinend die Tankstelle explodiert. Nein, ich hab... Wahrscheinlich war das wirklich das Benzin. Oh, nein. Oh, alles ist halt alles weggebombt. Das ist alles komplett weggesprengt hier. Nein, das wird die Untoten angelockt haben. Aber ein Glück ist das Tag. Da waren wir sich nicht nach draußen. Ey, hoffentlich kommen die jetzt nicht aus dem Krankenhaus rausgerannt. Ich muss versuchen, hier noch ein paar Medikamente mitzunehmen. Das kann mir vielleicht noch helfen. Vielleicht einfach hier runter... Okay, ganz vorsichtig. Ganz, ganz vorsichtig. Hier ist alles verschlossen. Ah, das bringt mir alles nichts. Was haben wir denn hier noch? Okay. Mal lesen. Medikamente müssen immer im verschlossenen Lager verwahrt werden. Wer sich nicht an dieser Regelung hält, muss mit den Konsequenzen rechnen. Alles klar, ich muss also wirklich hinten in diesen verschlossenen Raum. Aber sonst gibt es hier nichts weiter, oder? Nee, hier ist alles verschlossen. Ah, ich hab doch noch... Ich hab doch noch ein paar von diesen Schaltern. Yes, damit kann ich die Tür aufstemmen. Perfekt. Uh, hier haben wir noch... Was ist denn? Havoc. Okay, erst gleich mal lesen. Havoc finden gutes Essen in Raum 2 am Tag 2. Havoc kann wieder kämpfen. Havoc fühlen sich nicht mehr so schlecht. Okay, das sagt mir jetzt nicht so viel. Oh, hier haben wir auch noch was Besonderes. Mal das auch. Folge der Straße und du wirst eine Stadt finden. In dieser Straße gibt es ein turmhohes Gebäude, welches bei Nacht gut beleuchtet ist. Dieses Gebäude ist sicher. Keine Zombies. Geh dorthin. Ich werde auf dich warten. Raoul. Gibt es also noch irgendwo ein Gebäude mit Überlebenden? Oh, und ein paar besondere Pfeile. Was haben wir denn hier? Okay. Und hier ist auch noch was gegen Brandwunden. Okay, das ist schon mal ganz gut, falls irgendwas passieren sollte. Und da hatte ich nur noch, was ist denn das hier genau? Okay. Ich meine, in Notfällen kann ich dieses Medikament hier wahrscheinlich doch benutzen. Das scheint irgendwie sowas wie so ein kurzer Boost zu sein. Okay, einfach für den Notfall aufheben. Einfach für den Notfall aufheben, falls es mal dringend irgendwo weg muss. Ich meine, das wird schneller, schneller als ich denke passieren. Okay, hier komme ich wieder raus. Gut, ich meine, ich habe jetzt zwei Schalter hierfür verschwendet, aber dafür habe ich so ein gutes Medikament hier gefunden. Vielleicht wird mir das eines Tages noch das Leben retten. Vielleicht gibt es ja noch irgendwo ein Gebäude mit Überlebenden. Erstmal Terra will durchsuchen. Moment, hier gab es auch noch eine Feuerwehrstation. Das weiß ich noch. Gibt es hier noch irgendwas Besonderes drin? Was ist denn das hier? Eine Kuchen? Die Kuchenfabrik. Hier sollt ihr aber keinen Kuchen von essen. Oh, nee. Oh, die stinken auch schon. Oh, nein. Die sind doch schon vergammelt. Ah, schnell wieder raus hier. Oh, nee. Oh, gar nicht gut. Okay, erstmal weitersuchen. Hier ist auch die ganze Wand weggesprengt. Das kann doch gar nicht sein. Oh, was haben wir denn hier? Ah, okay. Den Gerichtssaal. Hahaha. Ich meine, vielleicht finde ich hier noch irgendwas Besonderes, aber ich glaube nicht. Nee, komm. Ich glaube, dass ich hier würde es um nichts weitergeben. Aber, oh, ein bisschen Essen. Aber Essen, weiß ich nicht. Von diesen Suppen nehme ich lieber nichts weiter mit. Oh, was haben wir hier noch? Okay. Hahaha. Jawohl, der Gerichtshammer. Hahaha. Vielleicht werden wir noch irgendwas bringen. Was haben wir hier? Ah, nee. Irgendeine Anklage oder sowas. Ah, hier ist die Feuerwehrstation. Hier ist die Feuerwehrstation. Da wird es doch bestimmt noch ein bisschen gegen... Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, die haben anscheinend auch nicht der Bevölkerung geholfen. Oh, nein. Oh, nein. Hier gibt es... Oh, 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 oh. Komm ich hin? Oh, nein. Da ist auch noch eine Light. Das kann doch gar nicht sein. Komm ich hier noch irgendwie? Ich muss einen anderen Weg reinfinden. Da wird es doch bestimmt noch irgendwas für mich geben, oder? So, hier einen Wassereimer. Na, der bringt mir gar nichts. Ich meine, damit kann ich die Zombies waschen. Oh, Mann, ey. Ah, hier gibt es auch noch diese Feuersalbe. Also gegen Feuer, diese Salbe. Gegen Verbrennungen. Da ist noch eine ganze Menge davon. Aber eine reicht mir davon komplett aus. Was ist denn hier noch? Ein Basketballplatz. Oh, hier kann ich hochklettern. Yes. An den Ranken hochziehen. Sehr, sehr gut. Und nach oben. Helikopterlandeplatz. Aber leider ohne Helikopter. Ey, das wäre es ja. Wenn hier ein Helikopter wäre, aber... Ich meine, keine Chance. Vielleicht komme ich hier noch weiter nach oben. Perfekt. Oh, hier ist noch ein Hund. Hier ist noch ein Hund. Aber ich weiß nicht, ob er mit dem Virus infiziert ist. Wie heißt du denn? Ne, den Hund lasse ich mal lieber. Ich weiß nicht. Zuko. Ich weiß nicht. Ich glaube, der ist mit dem Virus infiziert. Ich meine, sonst würde er hier oben nicht bleiben, oder? Ähm, ne, ne, ne. Ne, ne, ne. Tut mir leid. Tut mir leid. Ich kann dich nicht mitnehmen. Ich kann dich nicht mit nach unten nehmen. Ich muss ja wieder weg. Schnell weg, schnell weg, schnell weg. Ich weiß noch nicht, ob... Vielleicht wohnt hier oben auch jemand. Ich meine, ein lehmender Hund. Was haben wir hier noch? Die Bücherei. Ähm. Warum ist denn hier der Boden so abge... Hier? Hör, was ist denn hier passiert? Ist irgendwie versunken? Das ganze Haus ist irgendwie versunken. Aber deshalb kommt auch wahrscheinlich diese dicke Luft her. Dieser ganze Morast und sowas. Also, die Stadt... Was? Wie ist denn das überhaupt passiert? Gab es hier einen großen Erdrutsch oder sowas? Anders kann ich mir das nicht erklären. Wie das Ganze hier so runtergerutscht ist. Ich meine, die ganze Stadt hat auch diese komische dicke Luft hier. Und überall gibt es diese ganzen Krötengeräusche und was auch immer. Aber, ich meine, vielleicht irre ich mich auch hier. Was ist denn das für ein Haus? Okay. Rot markiert. Eintritt verboten. Hier ist zugebaut. Hier ist... Was ist denn da drin los? Vielleicht gibt es da Überlebende. Oh mein... Das... Das... Das weckt mir eine Hoffnung. Dort drin gibt es Überlebende. Oh, vielleicht gibt es da drin Überlebende. Vielleicht gibt es da drin eine Gruppe, die... Die hier überlebt hat. Komm ich hier irgendwo... Komm ich hier irgendwo noch rein? Die haben doch bestimmt hier irgendwo noch einen Eingang. Und vielleicht hier... Hier gibt es noch was? Ah, ich hör schon wieder Zombies. Nein, das sieht gar nicht gut aus. Komm ich hier vielleicht auf diesen Turm hoch? Oh yes, wenn ich mich hochziehe? Ganz vorsichtig hier lang. Ah ne, tatsächlich, hier komme ich nicht lang. Aber vielleicht will ich mich hier drüber rangehen. Ah, wenn ich mich runtergrutsche. Ah, mein Fuß. Ah, ganz vorsichtig. Ah, Moment. Habe ich noch irgendwie Bandagen jetzt? Schnell, schnell um den Fuß rummachen. Okay. Hier komme ich noch ein bisschen weiter nach unten. Vielleicht gibt es ja Überlebende. Ganz vorsichtig. Oh nein. Oh nein, sie sind alle infiziert. Oh nein. Die sind wirklich alle infiziert. Das kann doch gar nicht sein. Ah, soll ich... Ne, auf keinen Fall. Schnell raus hier. Darin habe ich nichts verloren. So schnell wie möglich raus. Oh nein, oh nein, oh nein. Die wollten da drin wahrscheinlich wirklich überleben, aber dann hat wahrscheinlich jemand das Führer mit reingeschleppt. Oh, ich muss jetzt irgendwo schlafen. Okay, hier rüber. Ja. Perfekt. Okay, hier oben. Hier oben müsste ich erstmal sicher sein. Ich glaube, hier schlafe ich erstmal. Oh nein, da unten komme ich schon wieder. Das kann doch gar nicht sein. Ich werde mich erstmal hinlegen. Ey, das war eine der kürzesten Nächte, die ich seit langem mal wieder hatte. Ich meine, letztens habe ich im Avalon geschlafen, in diesem anderen Haus auch noch, aber das hier war jetzt echt wirklich richtig schlimm. Okay, aber erstmal Kräfte sammeln. Erstmal Kräfte sammeln. Oh, hier ist auch noch ein Panzer. Vielleicht gibt es in dem Panzer noch irgendwelche Waffen oder sowas, die ich benutzen kann. Der ist ja auch durch die ganze Stadt gefahren. Vielleicht kann ich hier irgendwie, hier kann ich tatsächlich an den Ranken hochklettern. Aber das steht auch schon eine ganze Weile hier. Okay, gibt es hier noch irgendwas Besonderes? Oh, eine Granate? Die nehme ich auf jeden Fall mit. Wow, okay. Und hier auch noch das Messer vom Panzerfahrer. Als die Regierung die Kontrolle verloren hat, übernahm plötzlich Delta die Führung. Sie geben nur irgendwelche kryptischen Befehle und ignorieren unsere Fragen. Falls ich jemals Delta finden sollte, dann fahre ich mit meinem Panzer genau in ihre Hauptzentrale. Da werden sie sich noch umschauen. Wer zur Hölle ist überhaupt Delta? Delta? Was ist denn Delta? Oh, hier ist auch noch eine Karte. Von der Stadt, wo er durchgefahren ist. Wer ist denn Delta? Was hat denn Delta mit dem Militär zu tun? Ich meine, keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, wer das ist. Was haben wir denn hier auch noch? Ah, okay. Okay, die Bürgermeisterhalle. Das Rathaus. Die Bürgermeisterhalle. Das Rathaus. Was gibt es hier noch Besonderes? Auch wieder. Hier gibt es auch wieder so ein... Ah, nee, hier kann man Ansagen machen. Test, test, test. Nein, läuft natürlich nicht das Mikrofon. Ich meine, ist ja klar. Aber vielleicht gibt es ja irgendwo noch ein Notstromaggregat oder sowas. Was haben wir denn hier noch alles? Okay. Das ist zu... Ich meine, da gehe ich jetzt erstmal noch nicht rein. Guck mal, was haben wir denn hier? Wenn das zugenagelt ist. Irgendeine Versammlungshalle oder sowas ist das. Ah, hier hinten. Hier hinten gibt es noch was. Was ist denn noch was? Oh. Auffällige Aktivität? Ich habe vor ein paar Tagen diesen merkwürdigen Typen in der Nähe des Bücherregals gesehen. Dort, wo sie standen, ist eine kleine Lücke im Regal und dahinter ist irgend so ein Schalter. Merkwürdig. Ich werde es erstmal melden, bevor das ganze Gebäude hier einstürzt. Ja, warte. Da werde ich doch gleich mal nachschauen. Da werde ich doch gleich mal nachschauen zum Bücherregal. Gibt es hier noch irgendwas? Nee. Moment, Moment, Moment. Wenn es da irgendwas gibt. Moment. Vielleicht... Nee. Keine Chance. Tatsächlich! Oh, der Notfallraum. Okay. Was ist denn das hier? Was ist denn das? Sie sehen uns. Was sind denn das für merkwürdige Bilder? Ufos und was... Was ist denn das? Okay, mal lesen. Sie wissen es. Sie wissen es. Sie wissen es. Sie wissen... Was ist denn hier passiert? Ein Kompass? Oh, das... Was ist denn das für eine merkwürdige Klinge? Die nehme ich auf jeden Fall mit. Die kann ich... Die kann ich sehr gut gebrauchen. Okay. Aber das... Das lasse ich mal alles hier so, wie es ist. Ich meine... Vielleicht können wir hier auch noch... Ich meine, das kann ich mit der Axt hier wegbrechen. Ja. Und das haue ich auch noch weg. Okay, wunderbar. Da gucke ich gleich mal rein. Mal... Mal schauen. Hallo? Wer bist du? Ganz ruhig. Ganz, ganz ruhig. Warte, ich stelle diese... Die Medikamente hier. Frisches Fleisch. Frisches Fleisch. Okay, eine Granate. Wer war das denn, bitteschön? Was war das? Das... Ich habe noch nie eines dieser Dingern gesehen, die reden konnte. Oh nein, schnell weg. Oh, hier brennt jetzt alles. Oh nein, was habe ich getan? Schnell weg. Einfach schnell das Rathaus verlassen. Warum kann dieses Ding... Ganz ruhig bleiben. Ganz, ganz ruhig bleiben. Das habe ich mir doch gerade bestimmt nur eingebildet. Das habe ich mir doch bestimmt gerade nur eingebildet. Seit wann können denn diese... Diese Dinger reden? Ganz, ganz ruhig bleiben. Durchatmen. Erst mal... Erst mal Abstand nehmen von diesem... Von diesem komischen Ding. Ich weiß noch nicht mehr, ob dieses Ding überhaupt... Ob ich das... Ob ich das überhaupt erledigt habe. Oder ob das einfach gleich wieder aufstehen wird. Okay, erst mal... Erst mal so weit wie möglich davon weg. Wo gehe ich denn jetzt am besten hin? Oh, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich dachte, im Rathaus würde ich wenigstens noch einen anderen Überlebenden finden. Ich meine, als ich die Stimme gehört habe, dachte ich erst mal... Okay, eine Stimme. Aber was war denn das, bitteschön? Was war denn das? Erst mal ganz ruhig bleiben. Ganz, ganz ruhig bleiben. Okay. Jetzt brauche ich erst mal... Vielleicht gibt es hier noch andere Überlebende. In dieser Straße. Vielleicht hier drin? Ähm... Na, das sieht nicht so aus. Aber ich kann immer... Oh nein. Boah, was ist denn das für ein Gestank hier drin? Vielleicht... Im Keller hier unten? Hallo, ist hier jemand? Nee, scheint niemand drin zu sein. Ähm, ich durchsuche erst mal. Vielleicht finden wir hier noch irgendwas Besonderes. Was ist denn das? John hat irgendeine Art Horde erwähnt, die aus der Stadt gekommen ist. Niemand scheint ihm zu glauben. Aber was auch immer es ist, wir sollten es erst mal beobachten. John und ich werden uns am nächsten Morgen auf den Weg machen und diese Horde genauer beobachten. Emma, es ist mir egal, ob du willst, dass ich bleibe oder nicht. Wenn du das liest, bin ich schon lange weg. Oh nein, oh nein, oh nein. Nein, die Horde kam schon wirklich auf diese... Auf TerraVille zu. Warum haben sie gedacht, dass die Quarantäne im Krankenhaus helfen würde? Der Ort ist kein Bunker. Jetzt ist er überfüllt mit Untoten. Aber ich habe gehört, dass es dort einen Haufen Medizin geben soll. Wir brauchen diese Medizin dringend. Dort werde ich jetzt hingehen. Wünscht mir Glück. Gail. War der wirklich so verrückt und ist ins Krankenhaus gegangen? Ey, das kann doch gar nicht sein. Oh, hier gibt es auch noch was. Ich habe noch einen... Einen dieser Schalter habe ich noch. Perfekt. Vielleicht finde ich hier noch... Ich meine, ein paar Fackeln, okay. Die kann ich gut gebrauchen, aber... Sonst noch irgendwas hier? Zwei Äpfel? Oh, Pfeile. Pfeile, sehr, sehr gut. Pfeile kann ich gut gebrauchen. Ich meine, für einen großen... Ich weiß ja gar nicht, wann diese ganzen Monster kommen. Oh, yes. Oh, perfekt. Und irgendwelche Stiefel haben wir hier noch. Oh, die nehme ich mit. Die kann ich sehr, sehr gut gebrauchen. Aber sonst hat sich das nicht gelohnt, das aufzumachen. Vielleicht finden wir noch was anderes hier. Oh nein, was ist denn hier passiert? Die haben irgendwie die Köpfe der Monster gesammelt. Boah. Und hier ist auch eine Blutspur nach draußen. Oh, mir wird schlecht. Okay, ganz ruhig bleiben. Ganz, ganz ruhig bleiben. Oh, mir wird schlecht. Oh, ich will schnell raus hier. Oh nein. Oh, frische Luft. Okay. Okay, ich kann wieder atmen. Ey, was war denn da drin los? Was haben die denn da drin gemacht? Das ist ja verrückt. Oh, hier ist auch noch ein Panzer. Oder irgendwas Ähnliches in der Art. Das scheint irgendein Jeep oder sowas zu sein. Oh yes. Und noch ein paar Pfeile. Die nehme ich unbedingt mit. Die nehme ich auf jeden Fall mit. Was haben wir hier noch? Oh. Okay. Wow, 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 wow. Das Ding scheint ja noch zu schießen. Aber so richtig... Aber fahren kann man damit nicht mehr. Das ist irgendwie so ein Transporter oder sowas. Das hat gerade übelst im Pfeilregen abgeschossen. Wow, aber vielleicht... Ein paar davon kann ich nur mitnehmen. Wunderbar. Ha, gar nicht so schlecht. Und was haben wir hier noch? Ey, das ist der Hafen. Das ist der Hafen. Vielleicht... Vielleicht gibt es hier Überlebende. Gucken wir mal hier rein. Was haben wir hier noch? Um... Morph... Ne, 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 ne. Das lasse ich... Die ganzen Medikamente lasse ich mal alle da drin. Langsam, aber sicher, habe ich kaum noch Lebensmittel. Ich meine, in meinem Van habe ich noch genug Benzin, um Monate fahren zu können. Aber kaum noch Lebensmittel. Ich hoffe, hier in diesem Lagerschiff noch ein bisschen Kram finden zu können. Ist ja mit dem Krankenwagen... Da wollte ich ja fliehen, aber ist volle Kanne reingerast. Wow. Hier gab es auch irgendwas Überlebende, aber... Es... Wie... Die Betonung lag auf... Es gab. Was haben wir denn hier? Oh, okay. Nichts Besonderes weiter, oder? Ne, noch ein bisschen... Ah, ne, diese Medikamente, die fasse ich nicht an. Ey, ich weiß gar nicht, was da... Was da passiert... Mit mir. Ich meine, wir haben bestimmt alle irgendwelche Nebenwirkungen. Mh... Moment, das ist doch hier nochmal dieses... Aus der Apotheke, dieses Ding. Das, was ich gerade hatte, gegen diesen... Als nämlich dieser komische... Zombie-Bürgermeister, was auch immer, angegriffen hat. Ah, das nehme ich mit. Was haben wir denn hier noch? Ah, das ist doch irgendeine große Lagerhalle, oder so. Hallo! Ist hier jemand? Ne, hier scheint es auch niemand drin zu sein. Aber auch, ein Glück, nichts... Keins von diesen Monstern. Wenn die hier irgendwo sind, dann habe ich keine Chance. Was ist denn das hier alles? Container, was... Kakteen? Hier wurden Kakteen verschöpft. Wow! Was für ein riesengroßer Transporter ist denn das, bitteschön. Das ist ja unglaublich, wie groß dieses Schiff ist. Vielleicht gibt es ja da noch Überlebende. Aber ich, ich... Oh, da... Und da... Was ist denn das? Das ist halt noch ein Leuchtturm. Vielleicht... Vielleicht gucke ich da auch erstmal hin. Vielleicht... Vielleicht gibt es hier noch Glasflaschen. Ich meine, damit könnte ich mir vielleicht ein bisschen Wasser besorgen. Aber Getränke habe ich erstmal genug dabei. Das ist ja auch relativ kühl jetzt hier. Oh, hier ist so ein Steg. Moment, vielleicht... Ich fahre... Ich fahre mal zum Leuchtturm hin. Vielleicht gibt es ja noch irgendwas Besonderes. Gibt es hier noch was drin? Vielleicht gibt es ja einen Überlebenden. Oh, ich hoffe mal. Ich hoffe mal, dass mich... Dass mich da drin... Dass ich da drin irgendjemanden finden werde. Aber ich meine, das ist ja hier eigentlich ein praktischer Ort, um zu überleben. Vielleicht gibt es ja hier drin wirklich jemanden. Ich meine, die komischen Monster können hier wahrscheinlich nicht herkommen. Das wäre es ja auch. Mal schauen. Hallo, ist hier jemand? Oh, hier ist es muffig drin. Ja, 45, Nacht 156. Diese alten Knochen jaun lauter als der Wind letzte Nacht. Ich wollte es alles in Wörtern in meinen Büchern ertränken, aber der Schmerz ist größer. Ein anderes Schiff scheint an Land gegangen zu sein. Das Größte, was ich je gesehen habe. Ich weiß nicht, ob meine alten Knochen noch helfen können. Nicht nach dem, was passiert ist. Ah, das ist wahrscheinlich vom Leuchtturm, Werther. Was haben wir hier? Memo repariert die Lampe. Ah, okay, die... Die Lampe muss ausgetauscht werden. Ah, okay, alles klar. Ah, ja, die leuchtet nicht mehr. Was haben wir hier noch? Eine Uhr? Vielleicht gibt es ja oben noch ein paar weitere Hinweise. Aber das wage ich zu bezweifeln. Oh, nein, hier ist es übelst muffig. Hier war schon lange keine menschliche Seele mehr. Gibt es hier vielleicht nur irgendwelche Aufzeichnungen oder sowas? Ah, tatsächlich. Mal schauen. Ja, 60, Nacht 77. Heute Nacht ist immer eine Glücksnacht. Der Blut und der Schweiß, den ich in diesen Tornen gesteckt habe, lässt heute glänzen. Das Leuchtfeuer leuchtet endlich auf. Aber jetzt bin ich müde. Ich merke in meinen Knochen, dass ein Sturm aufzieht. Dieser Sturm wird der Gewalteste, den wir je gesehen haben. Die Arbeiter nehmen mich verrückt, weil ich sie vor den Kreaturen in der See waren wollte. Sie werden sich nur wundern, wenn es losgeht. Wenn die Arbeiter einen Schrei hören, wird es kein Wal sein. Was war denn damit gemeint? Ey, das ist ja merkwürdig. Meine verdammte Hüfte ist gebrochen. Ich habe es knacken hören, als ich eine dieser schweren Kisten schleppen wollte. Ich bin nichts ohne meine Kraft. Oh nein, der hat sich die Hüfte gebrochen. Oh nein, nein, nein. Nicht, dass er hier noch irgendwo rumliegt oder sowas. Aber vielleicht kann ich noch... Vielleicht hat er ja überlebt. Vielleicht kann ich ihm ja irgendwie helfen. Boah, er hat mir die ganzen Spinnenweben hier weggemacht. Das war richtig... Boah. Ich glaube, hier war schon lange keiner mehr. Oh, was haben wir denn hier noch? Oh, noch eine Aufzeichnung. Diese verdammte Jukebox ist wieder ausgegangen. Diesmal hatte ich die CD abgespielt. Aber als ich die CD rausgenommen habe, ging es weiter. Dieses Ding hat einen eigenen Kopf. In letzter Zeit passieren so viele solche Dinge. Alles an diesem Ort gehört mir nicht mehr. Na, merkwürdig, merkwürdig. Ich glaube, der wurde auch langsam verrückt hier. Also, so kommt mir das auf jeden Fall vor. Ja, hier ist alles noch... Alles verstaubt und alles... Boah. Und auch so muffig hier drin. Noch ein bisschen weiter nach oben. Jetzt bin ich ganz oben hier auf dem Leuchtturm. Wow. Wow. Wow, was für ein Ausblick. Das ist ja unglaublich. Hier kann ich jetzt erstmal die Nacht verbringen. Hier bin ich jetzt erstmal wirklich sicher. Also, hoffe ich zumindest. Unten war auf jeden Fall keins von diesen Dingern. Hier kann ich erstmal wirklich oben bleiben. Okay. Wunderbar. Was haben wir denn hier? Ein Nest? Oh, ein Ei. Oh nein, das tut mir leid. Ich wollte nicht das Nest zerstören. Oh nein. Oh. Oh, eine Möwe. Eine Möwe. Anderes Lehm. Es gibt noch Lehm auf dieser Welt. Oh, das beruhigt mich. Das beruhigt mich. Ich meine, das ist zwar kein Mensch, aber ein Tier. Oh, das Lehm. Das macht mir Hoffnung. Oh, was für ein Sonnenaufgang. Das ist ja wirklich unglaublich. Ich meine, ich habe echt Glück, dass hier kein Zombie hochgekommen ist und auch der Leuchtturm komplett leer war. Jetzt wird es aber Zeit, hier den Leuchtturm zu verlassen. Ich kann nicht ewig hier bleiben. Ich meine, hier gibt es auch keine Nahrung, kein gar nichts und auch keine menschliche Seele. Ich hatte ja gehofft, dass hier vielleicht noch irgendwo jemand sein würde, aber oh, hier gibt es noch ein paar Schalter und einen Schlüssel. Das nehme ich auf jeden Fall mit. Na, vielleicht finde ich ja noch jemanden. Nee, komplett leer der Leuchtturm. Hier gab es niemanden weiter. Das war zwar ziemlich muffig da drin, aber sonst war eigentlich keine menschliche Seele da drin. Oh, was ist denn das hier hinten? Das sieht ja auch interessant aus. Was ist denn das? Und hinten ist auch noch irgendeine Insel oder sowas. Vielleicht wohnt da jemand. Oh, ist ja irgendeine... Was ist denn das? Eine Fähre. Ich glaube, jetzt wird es wirklich Zeit, mal diesen großen Dampfer hier, dieses große Frachtschiff mal zu untersuchen. Ich meine, vielleicht gibt es da ja noch irgendeinen Überlebenden drauf. Ich hoffe mal schon, denn das Gute ist, wir sind ja bis jetzt noch keine weiteren Zombies begegnet, aber ey, das ist ja riesengroß. Ey, das ist ja wirklich unglaublich. Vielleicht gibt es da noch irgendeinen General oder sowas drauf, mit dem ich reden kann. Oh, ich hoffe mal. Ich muss aber erstmal vorsichtig sein. Erstmal hier wirklich die Stufen hochklettern und wirklich ganz entspannt erstmal nachgucken. Was sind wir denn hier? Ein paar Holzschwerter. Na, die bringen wir gar nichts. Hier werden echt viele Sachen transportiert. Vielleicht finde ich ja noch irgendwas Sinnvolles zum Überleben. Ich meine, meine Nahrung wird auch langsam knapp, aber ich weiß nicht, ob jetzt hier so lange die Nahrung haltbar ist. Vielleicht finde ich ja was. Vielleicht habe ich Glück gehabt. Was ist denn das da hinten für eine Insel? Ich hoffe mal, dass hier keines von diesen Monstern kommen wird. Mich überrascht. Was haben wir denn hier? Ein paar Zäune. Na, die bringen mir gar nichts. Okay, noch ein bisschen weiter gucken. Ich habe das Gefühl... Was ist denn das hier? Okay, irgendwie ist das hier abgesperrt oder sowas, ne? Mit Gittern. Da komme ich nicht durch. Ich meine, ich könnte einen meiner Schalter verwenden, aber ich schaue mal, vielleicht gibt es irgendwo... Hier gibt es noch einen Eingang. Okay. Nur für Mitarbeiter. Okay. Nur das autorisierte Personal. Ähm... Was ist denn... Maschinenraum hier unten? Oder was ist das? Ja, tatsächlich. Irgendwie sowas. Was haben wir hier noch? Ein paar Notfallfackeln. Okay. Was ist denn das hier? Ähm... Oh, hier ist auch eine rote Anzeige. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, die Schiffsmaschine. Oh, oh. Die ist ganz schön überlastet, ey. Vielleicht ist deshalb hier zum Stehen gekommen. Level 2 Zugangskarte. Und die nehme ich auf jeden Fall mal mit. Die kann ich bestimmt für irgendwas gebrauchen. Gibt es hier drin sonst noch irgendwas? Ne, aber auch... Ich meine, hier ist kein... Kein ist dieser Monster, aber auch kein Mensch unterwegs. Irgendwas stimmt hier nicht. Was ist hier passiert? Was braucht man denn hier? Oh, hier braucht man die Level 1 Zugangskarte. Aber wir haben nur Level 2. Ne, damit komme ich nicht rein. Aber da muss ich erstmal noch die Level 1 Zugangskarte suchen. Ne, keine Chance. Hier komme ich nicht rein. Ähm... Okay, ich muss mich noch ein bisschen weiter umschauen. Die wird es doch hier bestimmt irgendwo geben. Vielleicht. Also ich hoffe mal, dass hier jetzt nicht irgendwie von irgendeinem... Von irgendeinem Flottenadmiral oder sowas hier mitgenommen wurde. Was ist denn das hier? Geht es auch noch zum Deck raus? Ne, was haben wir hier? Ich gucke mal hier noch rein. Ähm... Oh, oh. Error. Oh, oh. Hier gab es irgendein System-Error. Oh, nein, oh, nein. Irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwas ist hier passiert mit dem Schiff. Ich meine... Die wollten wahrscheinlich losfahren und kam irgendwie nicht so richtig los. Was haben wir denn hier noch? Ähm... Oh, Level 1. Die Level 1 Karte. Die nehme ich auch mit. Perfekt. Jetzt habe ich Level 1 und Level 2. Also ich schätze mal, da wird es wahrscheinlich noch mehr geben. Es würde wahrscheinlich nicht nur zwei Level geben. Bestimmt drei oder sowas. Haben wir hier noch was? Perfekt. Level 3. Okay. Das nehme ich jetzt sofort mit. Ich muss aufpassen. Ich bräuchte mal langsam einen Rucksack oder sowas. Ich kann kaum noch Sachen transportieren. Ähm... Den Verband nehme ich hier auf jeden Fall mit. Dafür lasse ich hier die Pfeile da. Diese merkwürdigen Giftpfeile. Jetzt haben wir noch ein paar Karten oder sowas. Ah... Okay. Hier war wahrscheinlich der Navigationsraum oder so. Aber das kann gut sein. Gibt es hier oben noch irgendwas? Oh... Was ist denn das hier? Gibt es auch noch eine Karte? Ah... Okay. Das ist von diesem Schiff. Und was ist das hinten für eine Brücke denn gewesen? Na, mal schauen. Mal schauen. Okay. Komme ich hier? Hier komme ich... Hm... Wo muss ich denn jetzt am besten hin? Ich meine, ich habe jetzt erstmal alle drei Karten. Vielleicht... Vielleicht probiere ich jetzt erstmal unten in diesen Maschinenraum zu gehen. Okay. Ich muss irgendwo noch mein Lager aufschlagen. Aber ich weiß nicht wo. Ich muss da machen, wo es sicher ist. Hm... Ich fange erstmal an mit der ersten Karte. Mit Level 1 Access. Kommen wir damit durch? Ah ja, perfekt. Das funktioniert. Wow. Okay. Dann haben wir noch Level 2. Ähm... Level 2 muss ich auch noch als Karchier aktivieren. Und Level 3. Okay. Jetzt müsste ich durch sein, oder? Oh, es gibt auch noch... Noch Level 4. Dann muss ich irgendwo her noch eine Level 4 Karte besorgen. Ah, dann muss ich unbedingt nochmal zurückgehen. Und unbedingt mal nachschauen, wo... Wo die sein könnte. Hm... Ich gehe am besten mal ein bisschen weiter nach oben. Vielleicht finde ich ja hier noch was. Die anderen Karten kann ich einfach reinlassen. Ich meine, die Tür bleibt ja erstmal weiter offen. Aber dann muss es doch hier oben noch irgendwo was geben. Vielleicht... Vielleicht draußen noch? Hier draußen? Naja, das sieht nicht so aus. Naja, ist auch alles... Hier ist noch ein Rettungsboot, aber... Das hat auch nicht so viel gebracht. Ne, hier gibt es auch nichts weiter. Ah, das Schiff hier. Ich brauche ja auch mal langsam was zu trinken. Habe ich noch irgendwas dabei? Den Fruchtsmoothie könnte ich trinken. Ähm... Ja, vielleicht... Vielleicht trinke ich den erstmal. Ähm... Vielleicht... Na, mir geht es jetzt schon ein bisschen besser. Die Medizin, ja gut. Ja, der ist nicht so lecker geschmeckt. Aber wenigstens habe ich ein bisschen Flüssigkeit zu mir genommen. Das war schon mal ganz gut. Ich muss hier drin noch irgendwo... Ne, die andere... Die andere Zugangskarte finden. Die muss es doch hier noch irgendwo geben. Vielleicht hier draußen? Ne, das ist auch nur so ein kleines... So ein kleines Vordick. Oder wie man das nennt. Vielleicht ein bisschen weiter oben noch. Vielleicht finde ich hier oben noch irgendwas. Hier war der Kartenraum, okay. Und hier komme ich zu den ganzen Containern. Ähm... Oh, da muss ich aufpassen, dass ich nicht runterfalle. Ey, dann breche ich mir bestimmt den Fuß. Vielleicht komme ich hier rüber. Jawohl, hier kann ich mich hochziehen. Perfekt. Ähm... Wow, hier muss ich aufpassen, dass man hier nicht irgendwo runter... Was war denn das hier? Moment. Moment, Moment, Moment. Da muss ich mal gleich mal gucken. Das sieht mir doch ganz verdächtig aus. Ein X? Okay, was ist denn dahinter? Komme ich da irgendwie ran? Ich komme da fast nicht richtig ran. Doch jetzt! Ein Prototyp? Wow, wow, wow. Das sieht so ein bisschen aus wie die... Wie die komischen Dinge aus dem Labor, wo ich war. In Imperius. Oh nein, oh nein. Die wurden hier auch hiermit geliefert, oder was? War das eine geheime Lieferung? Ich will gar nicht wissen, was hier alles passiert ist. Ähm... Hier komme ich irgendwo sicher runter. Ich darf hier nicht einfach runterspringen. Dann bereche ich mir garantiert Knöchel oder sowas. Und wenn dann die Monster auftauchen sollten, dann habe ich hier ein riesengroßes Problem. Aber wirklich. Okay, ein bisschen weiter noch gucken. Hier kann ich drüber laufen. Die Bretter hier sind eigentlich ziemlich praktisch. Hier geht es auch nochmal runter? Vielleicht gibt es hier auch nochmal irgendwas, was gelagert wurde. Irgendwas... Irgendes geheimnis Projekt? Nee, gar nichts weiter. Ich habe ja auch die Hoffnung, dass ich hier wenigstens noch irgendwas zu essen finden würde. Aber ich muss echt langsam meine Nahrung rationieren. Ich muss aufpassen. Wenn ich nicht rationiere, dann habe ich nachher wirklich ein großes Problem. Ohne Nahrung kann ich hier wirklich nicht überleben. Komme ich hier noch irgendwo runter? Ganz vorsichtig. Hier am Rand irgendwo? Gibt es hier eine Leiter? Nee, gibt es nirgendwo eine Leiter. Hier komme ich runter. Hier komme ich ein bisschen runter. Perfekt. Ah, hier komme ich vielleicht runter. Ja, hier kann ich ein bisschen runterspringen. Okay, perfekt. Das war gar nicht so weit hoch. Ich glaube, ich kann hier einen meiner Schalter verbinden und hier versuchen, die Tür aufzumachen. Okay, perfekt. Das hat funktioniert. Okay. Jetzt bin ich hier ganz vorne. Aber hier gibt es nichts... Wow, was ist denn... Was ist denn mit der Brücke passiert? Da scheint irgendwas... Irgendwas reingefahren zu sein. Und mit einem Kriegsschiff oder sowas. Oh, das ist ja unglaublich. Aber da komme ich jetzt erstmal nicht hin. Ich kann hier nicht einfach ins Wasser springen. Und vor allen Dingen wird es jetzt auch dunkel. Ich brauche langsam wirklich einen Ort für die Nacht. Oh, so schnell wie möglich zurück. Ich werde hier echt paranoid. Ey, mit diesen ganzen... Mit diesen ganzen Containern hier. Ich weiß halt nirgends, von wo Monster kommen. Okay, einfach schnell irgendwo wieder rein. Ich muss wieder diesen Eingang finden zu diesem... Ah, hier, perfekt. Perfekt, schnell rein. Und jetzt nur ein Ort zum Schlafen. Und es ist auch stockdunkel hier unten, ey. Die ganzen... Die ganze... Ah, hier ist noch ein bisschen Notstrom. Vielleicht habe ich ganz oben ein bisschen Schutz. Ja, hier sieht es auch ganz gut aus in diesem Kartenraum. Hier kann ich mich, glaube ich, erstmal hinlegen und erstmal die Nacht verbringen. Okay, erstmal durchatmen. Erstmal wirklich in Ruhe durchatmen. Irgendwo muss es noch diese Level 4 Zugangskarte geben. Also, ich meine, ich habe jetzt schon unten alles durchsucht. Vielleicht gibt es hier oben noch irgendwas. Oh, hier geht es noch ein bisschen weiter nach oben. Perfekt, vielleicht hier. Oh, was denn das? Oh, hier, was ist... Oh, hier ist die Level 4 Karte. Perfekt. Was ist das denn? Äh, okay, irgendeine Angel vom Käpt'n oder sowas. Na, damit kann ich gar nichts anfangen. Jetzt bin ich hier unten... Oben, aber ich muss jetzt unbedingt nach unten. Ich muss wissen, was es da unten gibt. Vielleicht gibt es da unten Überlebende. Oder wenigstens irgendwas anderes. Vielleicht noch irgendwelche geheimen Waffen oder sowas, die ich benutzen kann gegen diese merkwürdigen... Gegen diese merkwürdigen Monster. Weil ich meine, sonst würde da unten wahrscheinlich nicht abgesperrt worden sein. Oder vielleicht wurden da unten auch Experimente gemacht. Ich weiß es nicht. Ich muss unbedingt nachschauen. Dann komme ich hier... Hier komme ich noch weiter runter. Ich muss einfach jetzt schnell nach ganz, ganz unten. Okay, wo geht es hier noch weiter? Ne, hier falle ich nur runter. Das wäre dumm. Hier geht es weiter runter. Perfekt. Hier geht es auch... Okay, Level 1 durch. Level 2 durch. Level 3. Und jetzt so Level 4. Perfekt. Schnell aufmachen. Okay, was haben wir denn hier? Äh, okay. Der Notfallstrom vom Schiff. Was ist das hier? Ein... Was ist denn das? Das ist doch so ein... So ein Anzug. So ein Schutzanzug. Ähm, Moment. Ich werde den mal ausrüsten. Ich weiß gar nicht... Wofür brauche ich den denn überhaupt? Ich meine, was wird denn hier unten gelagert? Oder was wird hier unten drin sein, wenn ich einen Schutzanzug brauche? Ähm, okay. Ganz vorsichtig. Ganz... Hier sind auch noch mehr Schutzanzüge. Ähm, ich muss erst mal nachschauen. Hier unten wird irgendwas... Was ist denn das? Bitteschön. Was wurde denn hier drin gelagert? Ey, das... Was ist... Moment, 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 Moment. Da muss ich nochmal genauer gucken. Das kann doch nicht sein. Das sieht doch aus... Das ist... Das ist eine riesengroße Atombombe. Was... Was... Warum ist diese Bombe hier unten? Was ist denn das? Warum wurden die hier transportiert? In so einem Frachtschiff? Das kann doch gar nicht sein. Oder täuscht ich mich da? Moment, was haben wir denn hier alles? Okay, hier... Irgendwie den... Was ist denn das? Uranium und... Und den... Den Schlüssel. Den Zündschlüssel. Hier gibt es Uranium in Massen. Das gibt es doch gar nicht. Moment, aber der... Genau, die kann doch niemals aktiv sein hier. Oh, hier ist sogar noch ein radioaktives... Was war denn das? Haben die Experimente hier an dem Schwert gemacht, oder was? Moment, aber das kann doch gar nicht sein. Oder wenn ich das jetzt hier ranmache? Moment. Soll ich? Ich weiß nicht. Achtung, Achtung. Oh, nein, oh, nein, oh, nein. Zündfrequenz eingeleitet. Oh, nein. 60 Sekunden bis zur Detonation. Ich muss hier raus. Ich muss hier schnell raus. Oh, nein, was habe ich getan? Was habe ich getan? Äh, Mensch, Richtung. Okay, lauf, 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 lauf. Oh, nein, 60 Sekunden. Ich weiß gar nicht, wie viel Zeit das ist. Okay, ich muss mich beeilen. Ich muss mich unbedingt beeilen. So schnell wie möglich raus hier. So schnell wie möglich raus. Einfach nach oben. Einfach meine alte Ausrüstung brauche ich hier nicht. So schnell wie möglich nach oben rennen. Und nicht zurückblicken. Oh, nein, oh, nein, oh, nein, oh, nein. Ey, wenn das Ding jetzt hier in die Luft fliegt, dann spreng ich doch die ganze Stadt weg. Ich muss hier raus. Wo komme ich raus? Hier komme ich raus. Perfekt. Okay, jetzt muss ich irgendwie an Land gehen. Ins Wasser springen? Ah, nee, ich weiß nicht, was da am Wasser auf mich warten wird. Ich muss unbedingt zum Steg kommen. Wo ist der Steg? Wo ist der Steg? Weiterlaufen, weiterlaufen. Ja, hier. Ah, nicht reinspringen. Oh, hier komme ich raus. Und schnell. Ich muss schnell rennen. Ich muss rennen. Es geht los. Es geht los. Oh, nein, was ist das für eine Explosion? Das ist ja ein riesengroßer Knall. Was habe ich getan? Was habe ich getan? Hier muss ich irgendwo stecken. Ich muss irgendwo Schutz suchen. Moment, vielleicht hier hinter einem. Oh, da hinten fliegt alles rum. Da hinten fliegt die ganze Trümmern rund. Vielleicht hier hinter dem Container. Vielleicht habe ich hier Schutz. Oh, nein. Oh, nein, die Explosion hat mich hier erreicht. Oh, nein, oh, nein. Oh, nein, oh, nein. Ich muss laufen. Schnell weg. Oh, so schnell wie möglich weg. Oh, nein. Was habe ich getan? Was habe ich getan? Das ganze Gebiet ist jetzt hier bestimmt radioaktiv verseucht. Ich meine, ich habe jetzt Schutzanzug, aber hoffentlich war jetzt hier kein Überlebender in der Nähe. Oh, das, das. Oh, nein. Schnell weg. Einfach weg. Einfach weglaufen. Einfach wegrennen. Nicht umdrehen. Oh, ich kann gar nicht klar denken. Ich muss, was habe ich getan? Was habe ich getan? Das ist die komplette, der komplette Hafen ist jetzt zerbombt. Der komplette, der komplette Hafen ist weg. Das kann doch gar nicht sein. Jetzt konnte ich erst mal ein bisschen Abstand gewinnen. Okay, durchatmen. Jetzt bin ich wieder hier in diesem kleinen Interrail. Okay, hier ist noch alles in Ordnung. Hier ist nichts weiter passiert. Hier ist noch die Mauer, aber sonst nichts weiter. Oh, was ist denn das hier? Irgendeine Villa oder sowas? Ähm, okay. Nicht reingehen. Was haben wir denn hier? Niemals wieder. Niemals wieder. Kein Geld der Welt bringt mich wieder in dieses Haus. Was da drin passiert ist, ist nicht von dieser Welt. Wow, was ist denn da drin passiert? Von diesen Helmen? Nee, das ist einfach nur ein Schildkrötenpanzer. Hm. Okay. Vielleicht kann ich hier irgendwie eines meiner Schwerter verbinden, um hier die, um die, um die, um die, um die Bretter zu entfernen. Oh, tatsächlich, das funktioniert. Das funktioniert. Okay. Ähm, was ist denn, was ist denn hier los? Okay. Oh, oh, oh. Was war das denn, bitteschön? Wenn das, und das aktiviert ja irgendeine Falle. Ja, hier wurden irgendeine Falle oder sowas platziert. Okay, Achtung. Pass auf Chester auf. Wer ist denn Chester? Oh, 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 oh. Was ist denn das, bitteschön? Was, was, was war denn das, bitteschön? Oh, oh, okay. Was, irgendwie ein Staubsaugerroboter oder sowas. Das muss, muss umhergefahren sein. Das ist ein, anscheinend ein Fallenhaus oder sowas. Und das, oh, hier wird irgendwas aktiviert. Oh, no, oh, no, oh, no. Moment. Oh, no. Da werde ich erstmal hier mit, mit ein paar Dingern hier einfach die Schalter aktivieren. Trefft ihr irgendeinen? Oh, oh, oh. Das kann doch gar nicht sein. Ey, wenn ich jetzt da drauf gestanden hätte, das wäre es gewesen. Was, was für ein Irrer hat denn hier bitteschön gelebt? Was für ein Irrer? Ich meine, der baut hier lebensgefährliche Fallen in sein Haus ein. Oder wollte er sich damit vor diesen, vor diesen wandelnden, wandelnden Monstern schützen? Hier geht es noch weiter nach oben. Oh, was ist denn das? Irgendeine Seilfalle oder, oh, die schießen einfach Pfeile runter. Ja, der hat hier wirklich gut vorgesorgt. Also, der hat hier wahrscheinlich, konnte hier wahrscheinlich überleben, aber sieht halt nicht so aus. Sieht halt komplett verlassen aus. Vielleicht finde ich ja hier oben noch irgendwas. Ich habe das Gefühl, dass es hier noch irgendwo versteckte Schalter geben muss. Also, wer hier so viele Pfeilen einbaut, der hat wahrscheinlich auch irgendwas, irgendwelche Sachen hier bei sich versteckt. Ich muss gucken, vielleicht kann ich hier irgendwo noch so einen Schalter anbringen oder sowas. Nee, hier ist auch, hier ist auch die, das Bad. Nee, Dusche, der funktioniert natürlich nicht mehr. Aber ich habe halt das Gefühl, dass hier auch irgendwas, irgendwas sein muss. Es kann halt nicht sein, dass hier so viele Pfeilen platziert wurden. Hier kommen ja schon wieder Pfeile runter, das gibt es noch nicht. Vielleicht gibt es ja hier oben irgendwas, wenn ich mich hier umschaue. Ah, nee, hier ist nur, hier ist nur das, das große Bett, das Schlafzimmer. Und irgendwelche große Stereoanlagen. Ah, hier, hier könnte ich vielleicht versuchen reinzugehen. Okay, gibt es hier noch irgendwas Besonderes drin? Was ist denn das hier? Lauter, lauter Kameras und sowas. Ein Computer. Und eine Granat, der hat eine Granat hier gehabt. Was für ein verrückter Typ, ey. Und lauter Kameras sind hier drin. Ah, okay. Der hat anscheinend ganz schön Paranoia hier gehabt. Aber das hat ja mal, am Ende haben ihm die Kameras halt auch nicht geholfen, ne? Aber ich bräuchte immer langsam wieder was zu trinken. Ich muss aufpassen. Aber hier muss es doch bestimmt noch irgendwas geben. Oh, hier ist das komische, der komische Staubsauger-Roboter. Wieso ist der noch aktiviert? Der läuft bestimmt mit Solarstrom oder sowas. Oder irgendwas anderes. Gibt es hier noch irgendwas zu trinken? Das wäre eigentlich... Oh, hier. Perfekt. Perfekt, perfekt. Einfach im Wasser. Einfach gekochtes Wasser. Oh, okay. Dann geht es mir wieder ein bisschen besser. Perfekt. Oh, da habe ich Glück gehabt, dass das hier war. Ich schaue mal, vielleicht gibt es hier noch irgendwas. Was? Der hat hier Zombie... Der hat hier Zombie-Köpfe gehabt. Boah. Oh, der Keller. Der ist auch schon wieder so ein geheimer Keller. So ein ähnliches hatten wir auch schon mal gesehen. Mit zwei Betten. Okay, wahrscheinlich so ein Notfallkeller hier. Vielleicht gibt es hier noch irgendwelche... ...und ein Bier hat er hier gehabt. Okay, ich meine... ...ein bisschen was... ...ein bisschen was zu trinken... ...auch gar nicht so schlecht. Das nehme ich mal mit. Ein Glück ist es alkoholfrei. Weil sonst... ...ein Zombie-Apokalypse... ...nein, das wäre richtig... ...ein Wodka. Ne, den lasse ich hier stehen. Da weiß ich garantiert, dass er nicht alkoholfrei sein wird. Okay, gehen wir wieder raus. Machen wir wieder zu. Machen wir wieder zu. Ich meine, Hauptsache... ...hauptsache es ist ein bisschen isotonisch oder sowas. Dass man wenigstens ein bisschen... ...ein bisschen Energie noch dazu bekommt. Boah, hier ist schon wieder dieser... ...das ist komische Ding. Das fährt hin und her. Oh, da müssen... Vielleicht... Vielleicht gibt es... Tatsächlich. Tatsächlich. Ha, gibt es hier einen Schalter. Das gibt es noch nicht. Und hier wurde irgendwas... ...irgendwas aktiviert unter der Treppe. Was haben wir denn hier? Oh, tatsächlich lauter Gold. Aber das Gold bringt mir halt überhaupt nichts. Was soll ich mit dem ganzen Gold anfangen? Ne, das ist sinnlos. In der Zombie-Apokalypse das ganze Gold zu haben. Ich meine, davon kann ich mir hier auch nirgendwo was kaufen. Hier gibt es auch nichts weiter, ne? Hier ist wirklich der merkwürdige Schalter. Ich verlasse das Haus wieder. Ey, ich kann nicht verstehen, warum der hier vorher drin war, das geschrieben hat. Ich meine, das ist ja ein absoluter Irrer hier drin gewesen. Ey, der diese ganzen Feuerfallen und auch die ganzen Selbstschussanlagen platziert hat. Aber ich meine, gut, das ist halt sein eigenes Haus. Da kann er halt drin machen, was er möchte. Aber trotzdem... Der Friseursalon. Der Barbershop. Ah, okay. Was haben wir denn hier? Oh. Oh, was ist denn das? Oh, nein, 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 nein. Schnell raus. Schnell raus. Diese ganzen... Ne, da gehe ich auf keinen Fall rein. Da waren wahrscheinlich noch diese ganzen Zorben. Ich muss ja auch langsam einen Ort für die Nacht suchen. Ey, es wird schon wieder... Es ist wirklich schon wieder die Nacht ein und ich habe schon wieder kein Ort zum Schlafen. Aber vielleicht finde ich ja hier irgendwo wieder ein Haus, wo ich übernachten kann. Das wäre eigentlich ganz gut. Am besten auch nichts, was so eins... Nichts, was riesig ist und auch nichts, was zusammengestürzt ist. Da weiß man nie, ob da irgendwo von irgendwoher die ganzen Monster kommen. Okay, ein bisschen weitersuchen. Vielleicht das Haus hier irgendwo. Oh, hier ist noch eine Katze. Ah, die Katze ist... Hier ist Kanalisation, da gehe ich auch nicht rein. Ah, die Katze ist erstmal auf sich allein gestellt. Ich muss erstmal jetzt einen Ort suchen zum... Hier ist die Tankstelle. Vielleicht hier hinten irgendwo. Ah, Moment. Nein, hier war das Krankenhaus. Und dann hier dabei Nacht reinzugehen. Oh nein. Das wäre... Das wäre absolut... Absolut katastrophal. Die Tankstelle hier? Nee, die auch nicht. Die ist vor kurzem in die Luft geflogen. Hier riecht es immer noch nach... Nach Benzin oder sowas. Gar nicht gut. Vielleicht nehme ich einfach das Haus. Moment. In dem Haus war ich doch schon. Na gut, das passt ja. Dann kann ich hier am besten schlafen gehen. Ah, wunderbar. Hier hinten gab es doch auch noch irgendwas Besonderes. Weil ich mich richtig erinnere... Ja, dieser eingezäunte Bereich hier. Den habe ich noch nicht untersucht. Da muss ich unbedingt mal reingehen. Vielleicht ist Torwart zu. Aber hier kann ich drüber klettern. Perfekt. Dann komme ich hier auch wieder sicher runter? Jawohl. Und was ist denn das hier? Oh. Okay. Das scheint hier irgendwie ein alter Militärstützpunkt zu sein. Das sind ja lauter Militärzelt. Aber hier sind auch überall... Was ist hier passiert? Hier ist auch eine Blutspur. Oh. Oh. Okay. Da muss ich mir unbedingt schauen. Was ist denn das hier? Okay. Es wurde überrannt. Die haben sich an irgendeinem anderen Ort dann wahrscheinlich wieder getroffen. Was ist das hier? Ah, hiermit kann ich die Tore aktivieren. Ah, okay. Damit komme ich also raus. Was? Oh. Hier gibt es auch noch ein paar Dokumente und sowas. Oh. Das lese ich mir gleich mal durch. Mal gucken, was hier drin steht. Da bin ich wirklich mal gespannt, was hier passiert. Sergeant Ford schutzt uns in letzter Zeit ganz schön rum. Er bekommt bald, was er verdient. Irgendwas ist mit dem Sergeant Ford passiert. Irgendwas scheint hier nicht... Was ist hier vorgefallen? Dieses Krankenhaus. Irgendetwas stimmt damit nicht. Ich habe gehört, sie haben dort alle eingesperrt und den Untoten die Arbeit überlassen. Ich frage mich, ob die Medizin immer noch dort ist. Ey, das Krankenhaus, sie haben die wirklich verbarrikadiert und einfach die Menschen mit den Monstern drin gelassen. Boah, das kann doch gar nicht sein. Endlich hat es jemand getan. Er hat endlich bekommen, was er verdient. Sie haben eine Art Messer benutzt. Aber ich war es nicht. Was haben die denn mit Sergeant Ford gemacht? Hier gibt es auch noch eine Nachricht. Die muss ich auch noch lesen. Ich stimme den Sergeant zu. Er ist hörgestellt. Niemand hier vertraut ihm noch. Alle drehen durch. Ich weiß nicht, ob ich Angst vor dem Leben oder vor dem, was danach kommt, haben soll. Oh, 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 oh. Irgendwas ist hier vorgefallen. Also hier gibt es wahrscheinlich nicht ohne Grund diese ganze Zeit diese Blutspur. Ähm... Da muss ich unbedingt noch... Hier gibt es noch eine Karte. Okay, führt die Karte... Nee, die führt nirgendwo so richtig hin. Ich meine, da muss ich nochmal genauer drauf schauen. Vielleicht finde ich da noch andere Hinweise zu. Mal schauen. Moment, vielleicht... Ich muss die mal ein bisschen mit beiden Händen halten. Vielleicht kriegt der besser... Nee, da sieht man gar nichts drauf. Kein Hinweis oder sowas. Ähm... Nee, die kann erstmal weg. Die brauche ich erstmal nicht weiter. Hm, was ist denn das hier noch? Irgendein Zelt. Hier gibt es noch Medikamente und sowas. Bandagen, die nehme ich auf jeden Fall mit. Die Bandagen... Und hier gibt es noch eine Militärmütze. Und die nehme ich auf jeden Fall mit. Die scheint auch sehr robust zu sein. Ich meine, da bin ich wenigstens ein bisschen geschützt. Gibt es hier noch irgendwas Besonderes dran? Nee. Oh, hier gibt es noch ein blutiges Messer. Und ein bisschen Morphium. Ähm... Weiß ich nicht, soll ich das mitnehmen? Ich glaube, für den Notfall wäre das, glaube ich, ganz gut. Ja, und diese Feuersalbe, diese Feuerheilsalbe, Brandsalbe, die lasse ich erstmal hier. Damit kann ich erstmal nichts weiter anfangen. Oh, was ist denn das? Oh, no, no, no. Okay. Aber einer ist kein Problem. Oh, nicht... Nicht, dass das... Sarge... War das Sargent Ford? Oh, hier ist das Messer von Sargent. Von einem Sargent. Was haben wir hier? Hier ist auch die Nachricht. Aber die muss ich schnell lesen. Sie haben es auf mich abgesehen. Ich bin hörgestellt. Also verdiene ich mehr Ration. Ich habe hier die Verantwortung. Ich höre Schritte außerhalb meines Zeltes. Leute flüstern um mich herum. Ich muss meinen Rücken im Auge behalten. Die haben sich tatsächlich um ihn gekümmert. Also... Oh, wo sind jetzt auch wegen dieser Monster hergekommen? Ich muss so schnell wie möglich... Irgendwo... Oh, da kommt noch mehr. Sind das die anderen Soldaten? Oder was ist denn hier überhaupt passiert? Okay, ich muss woanders hin. Warte mal zum... Wo soll ich hier lang gehen? Ähm... Hier zum Vergnügungspark. Im Vergnügungspark wollten sich ja auch noch andere Überlebende treffen. Das stand auch... Das stand auch in den Tagebüchern, die ich gesehen habe. Oh, ein langer, dunkler Tunnel. Ah, da brauche ich meine Fackel für. Okay. Ich meine, hier muss ich aufpassen. Nicht, dass mich hier irgendwie irgendein Monster erwischt. Aber... Ne, scheint sauber zu sein. Perfekt. Oh, okay. Hm, ich habe auch niemand verfolgt. Aber was ist denn das hier? Irgendwie einen... Hier gab es irgendwie einen Erdrutsch oder sowas? Oh, das ist das Krankenhaus. Ey, da muss ich wirklich einen großen Bogen drum machen. Ich weiß gar nicht, was da drin los ist. Und vor allen Dingen... Ne. Ne, da darf ich gar nicht dran denken, da hinzugehen. Ich muss erst mal hier diesen Hügel überqueren. Okay, hier gab es wirklich diesen Erdrutsch. Aber vielleicht ist es sogar auch ein Zeichen, dass sich hier irgendwelche Leute im Vergnügungspark verbarrikadiert haben. Hier ist auch wieder abges... Ne, hier ist auch wieder das Tor oben. Aber vielleicht kann ich das irgendwie hier aktivieren. Aber wahrscheinlich, oder? Ja, perfekt. Dann komme ich da jetzt am besten durch. Und damit habe ich jetzt auch den Eingang geöffnet. Ah, das ist der Parkplatz hier. Vielleicht gibt es ja in den Autos noch irgendwas Besonderes. Ich meine, in Imperius war ja in dem ganzen Kofferraum noch irgendwas drin gewesen. Aber gibt es hier noch... Ich höre mal, dass hier noch irgendwas... Irgendwann welche Waffen oder... Ne, nichts Besonderes. Hier gibt es keine richtigen Waffen oder sowas. Ich sollte aber dennoch mal halt einfach mal in den Vergnügungspark gucken. Vielleicht gibt es dort drin Überlebende. Ein paar Pfeile gibt es hier aber. Die kann ich auf jeden Fall mitnehmen. Die Pfeile bringen richtig... Ja, doch. Da habe ich ein bisschen Schutz gegen diese Monster. Ich meine, die sind halt langsam zu Fuß. Wenn ich die auf Distanz halte, dann geht das schon. Oha. Ah, hier ist der Vergnügungspark. Ne, der Eingang ist auch... Der Eingang ist auch unbewacht. Ich meine, gut, ich kann jetzt einfach hier... Okay, ich gehe mal ohne zu bezahlen durch. Es wird wahrscheinlich niemand böse drüber sein. Wow. Und es gibt hier sogar noch das Riesenrad. Ich meine, ich muss jetzt alles mal systematisch durchsuchen. Vielleicht finde ich ja wirklich noch irgendjemanden hier. Vielleicht sollte ich wirklich erstmal zum Riesen... Ach, hier gibt es auch nichts weiter. Das ist ja irgendwie eine Kutsche oder sowas. Das ist ja auch cool. Ich meine, wenn jetzt nicht die Apokalypse wäre, ich glaube, dann wäre das hier wirklich ein cooler Ort, um sich ein bisschen zu vergnügen. Ja, wie der Name schon sagt, Vergnügungspark. Was ist denn das hier hinten? Autoscooter? Okay, gehen wir mal zum Autoscooter. Okay. Aber... Moment. Ah, hier gibt es nichts weiter. Ne. Ich meine, es hätte ja noch sein können, dass es hier irgendwelche Vorräte gibt. Vielleicht waren auch schon die Ruby Raiders hier oder die... die Saphiren-Soldaten, die aus Imperius. Aber die scheinen hier nirgendwo unterwegs zu sein. Das ist eigentlich ganz gut. Vielleicht waren die auch wirklich nur in Imperius. Das kann sein. Aber die Ruby Raider habe ich bis jetzt noch nicht getroffen. Was ist denn das hier? Popcorn? Hier kann man sich Popcorn holen. Beim Riesenrad gab es jetzt nichts weiter. Ich muss noch ein bisschen weiter gucken. Vielleicht... Wo geht es denn hier überhaupt hin? Ähm... Was haben wir denn hier? Die Achterbahn, oder was? Aber das ist natürlich das Gute an der Zombie-Apapakalypse. Man muss nicht anstehen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Okay. Was haben wir denn hier alles? Die Tickets? Äh, okay. Ich glaube, ich fahre jetzt einfach mal frecherweise ohne Ticket. Oh, die funktioniert ja noch. Wie kann denn das sein? Wie kann denn sein, dass die Achterbahn hier noch funktioniert? Oh, hier ist die Kamera. Einmal lächeln, bitte. Wow, okay. Hier geht es runterwärts. Aber vielleicht, vielleicht habe ich... Moment, wenn ich jetzt weiter nach oben fahre, dann habe ich doch bestimmt noch einen guten Überblick. Und sehe, ob es hier noch irgendwas in diesem Park gibt. Aber ich meine, ich wage es langsam zu bezweifeln. Denn die Achterbahn ist ja doch ganz schön, ganz schön dolle laut. Ey, das lockt bestimmt... Das lockt garantiert die Monster an. Oh, da hinten ist noch irgendwie eine Autobahn oder sowas. Ah, okay. Vielleicht komme ich da noch irgendwie... Oh, jetzt geht es wieder bergab. Boah. Vielleicht muss ich da irgendwie noch zu dieser Autobahn kommen. Vielleicht finde ich da noch irgendjemanden Überlebendes. Die Safari. Das ist aber auch eine... Eine echt... 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 Krasse Achterbahn hier, muss ich mal ganz ehrlich zugeben. Ich meine, wie gesagt, wenn die Zombie-Apokalypse nicht wäre, dann wäre alles... Dann wäre das... Dann wäre das nochmal eine ganz andere Situation hier. Aber jetzt schnell... Jetzt muss ich schnell raus hier. Ich habe mir jetzt fast gar nichts gebracht, hier mit der Achterbahn zu fahren. Ich dachte, wir würden wenigstens da oben noch irgendwas... Irgendwas sehen oder so. Aber nee. Nee, nee, nee. Äh, ich muss... Ich muss... Ich muss schnell raus. Wo geht das hier hin? Oh, zu den Spielhallen. Ah, okay. Hier gab es sowas wie... Ah, so eine... So eine Kranspiele. Nee, das hier sind... Das sind einfach Videospiele hier. Ha, tatsächlich. Haha. Hier kann man tatsächlich auch Minecraft spielen. Oh, das habe ich früher mal richtig gern gespielt. Oh, Mann, oh, Mann. Was haben wir denn hier noch? Das sind die Preise, oder was? Oh, hier ist ein Magazin. Ein Magazin über... Über... Bogen... Bogen schießen oder sowas. Damit kann ich gar nichts... Und Schilder... Na gut, das sind halt noch nur... Nur Spielzeuge. Die wollen mich jetzt nicht vor Zombie-Angriffen schützen. Oh, hier ist ein Kranspiel. Vielleicht kann ich hier... Ich glaube, ich verbringe erst mal die Nacht. Hier scheint es sicher zu sein. Es war eine unglaublich kurze Nacht, aber ich muss hier schnell auch den Vergnügungspark weiter... Was ist denn das hier? Zug... Das Zukunftsland. Futureland. Scheint das hier auch... Das scheint auch irgendwie so eine Art Achterbahn zu sein. Wenn ich hier dieses... Dieses... Dieses Kart nehme... Vielleicht kann ich das hier irgendwie... Ist die noch aktiv? Die ist tatsächlich noch aktiv. Damit kann man noch fahren. Okay, wunderbar. Und jetzt geht sie... Wow, jetzt geht sie bergab. Jetzt... Das... Das sieht ja krass. Das sieht aus wie das Universum. Jetzt fahre ich hier einfach mit einem... Mit einer Achterbahn über die Sonne. Haha. Das ist unglaublich. Was die hier in diesem... Aber das war noch nicht geöffnet, das Futureland. Also ich kann mich an keine Eröffnung erinnern oder sowas. Ah, hier geht's raus. Hier geht's raus. Perfekt. Ich meine, ich bin jetzt nicht hier um Achterbahn... Um Achterbahn zu fahren. Okay, ähm... Wo bin ich denn hier gelandet? Wow, was ist denn... Was ist denn das, bitteschön? Die haben ja auch eine unglaublich große Statue hingebaut. Das ist ja richtig faszinierend. Ah, hier scheint auch noch nicht alles so richtig fertig gebaut. Ah doch, das hier ist schon fertig gebaut zu sein. Was denn das? Das ist so eine Art... Ich meine, wenn man jetzt mit diesem Raumschiff hier losfliegen könnte, ey. Das wäre traumhaft. Ich meine, weg von diesen ganzen Monstern, aber... Nee, das ist ja eigentlich nur so eine Art Museum oder sowas. Hm. Ah, da habe ich mich wahrscheinlich wirklich geirrt. Nee, hier gibt's... Hier gab's niemanden weiter. Obwohl, wenn man sich hier irgendwie... Vielleicht... Vielleicht könnte man hier auch überleben. Aber dafür gibt's auch zu wenig... Zu wenig Nahrung. Ich meine, ich kann mich nicht so nirgendwo verbarrikadieren oder so. Ich muss wirklich aufpassen. Ich muss irgendwie einen Weg finden, noch andere... Anderes Leben zu finden. Sonst habe ich hier echt wirklich ein riesiges Problem. Und vor allen Dingen brauche ich auch langsam einen Ort für die Nacht. Vielleicht das ja. Vielleicht dieses kleine Häuschen. Ja doch, dieses kleine Häuschen sieht gut aus. Hier kann ich jetzt erstmal die Nacht verbringen und hoffen, dass mich... Dass mich hier keines dieser Monster finden wird. Okay, okay. Ich muss jetzt hier dringend den Vergnügungspark endlich verlassen. Ähm... Ich meine, okay, hier noch irgendwas... Hier gibt's noch ein bisschen Getränke. Vielleicht nehme ich auch die Getränke mit. Die scheinen auch noch gut zu sein. Ich meine, die sind hier in Dosen gemacht. Ich glaube, die wären noch nicht so schnell schlecht. Wow, okay, da ist ein Aufgang. Hier im Vergnügungspark habe ich nichts weiter gefunden. Aber vielleicht finde ich woanders noch irgendwas. Moment, wo ging's denn raus? Ich glaube, ich muss hier lang, oder? Hier ist ja große Burgerländer. Warte mal, hier zurück. Hier müsste ich lang. Äh, hier sind die Toiletten. Hier scheint's... Ne, hier war ich da auch noch gar nicht. Ich habe mich jetzt tatsächlich hier in den Vergnügungspark verlaufen. Ähm, vielleicht gibt's hier drin noch... Hallo, ist hier drin jemand? Ja gut, das hätte... Ich meine, das wäre es ja noch gewesen, wenn sich hier jemand versteckt hätte. Oder? Ah, hier komme ich raus. Oh, was ist denn... Moment, das ist hier das... Das ist doch hier dieses riesengroße Krankenhaus, was ich gesehen habe. Ey, da darf ich auf keinen Fall reingehen. Oh, Moment, vielleicht... Vielleicht hat da drin ja jemand überlebt. Aber ich dachte, hier wurden die Untoten eingesperrt. Vielleicht will ich mich hier ein bisschen ranschleichen. Und die mich nicht bemerken. Oh, nein, 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 nein. Nein, das wurde schon überrannt. Oh, nein, da drin. Ich höre auch schon. Ich höre auch schon diese Monster. Ah, ich... Nein, da kann ich noch nicht reingehen. Auf keinen Fall. Vielleicht gibt's hier noch irgendwo Autos, mit denen ich fahren kann. Oh, nein, hier kommen sie schon raus. Äh, ich hau... Ich hau hier ab. Aber hier gibt's auch noch einen Eingang. Hier sind noch die ganzen Krankenwagen. Vielleicht... Vielleicht kann ich die ja irgendwie benutzen. Ähm... Aber ich glaube nicht... Ne, die scheinen doch alle... Die scheinen alle nicht... Oh, hier kommen alle, die ganzen Monster. Soll ich rein? Ne, ich geh da nicht rein. Ey, das... Das... Das würde ich nicht überleben. Ich muss schnell weiterziehen. Hm, das Krankenhaus. Ich hab das Gefühl, dass da drin noch irgendetwas... Da drin muss noch irgendetwas sein. Aber... Aber alleine trau ich mich da auf keinen Fall rein. Das... Das werde ich auf keinen Fall überleben. Vor allen Dingen... Wenn ich alleine da drin bin, ich weiß ja nicht, von wo die ganzen Monster kommen. Ich meine, die können von allen Seiten auf mich zukommen. Das... Das wäre... Das wäre... Ne, das würde ich einfach nicht überleben. Ich muss erst mal weiterziehen. Vielleicht finde ich auch noch andere Überlebende und dann... Vielleicht kann ich dann hier reingehen. Aber ich glaube, selbst das wäre mit... Selbst mit einer ganzen... Selbst mit einer ganzen Armee würde das überhaupt keinen Sinn ergeben, dort reinzugehen. Denn wenn diese Dinger da wirklich so viele sind, dann müsste man das komplette Ding wegsprengen oder sowas. Was haben wir denn hier? Das ist der Parkplatz. Das ist der Parkplatz von dem Krankenhaus. Aber hier gibt es auch nichts weiter. Ey, das ist vor allen Dingen auch... Wie viele Etagen das sind. Aber da muss es doch bestimmt noch Medikamente oder sowas drin geben. Ich meine, jetzt habe ich erst mal genug. Aber wenn man eine große Gruppe ist... Ah, der... Wow, hier drin... Ne, da kommt die schon raus. Ich hau ab. Ich hau ab. Hier habe ich wirklich nichts verloren. In diesem Gebäude. Das ist verflucht, dieses Gebäude. Das ist voll von diesem... Von diesem... Ne, die kommen sogar raus. Wow, okay. Hier geht es auch nochmal in eine andere Richtung von Terraville. Hier war ich, glaube ich, noch nicht. Ne, tatsächlich, was... Hier war ich noch gar nicht. Ähm, hier ist... Warte, hier ist irgendwie irgendwas abgesunken oder sowas. Ich meine, die ganze Stadt hier ist irgendwie versunken. Was haben wir hier? Hier ist irgendwie ein kleiner Park. Ein kleiner Picknickpark. Ich glaube, es... Vielleicht gab es hier einen Erdrutsch? Ne. Oh, was... Was haben wir denn hier? Der Freundschaftspark wurde 1975 als ein Symbol der Freundschaft zwischen den drei Städten Olympus, Terraville und Imperius eröffnet. Für eine Zukunft, die allen drei Städten Freude und Frieden bringen wird. Achso, und das ist wahrscheinlich hier der Park, der gebaut wurde, ne? 1975. Nein, den gibt es ja schon eine ganze Weile. Ähm, wo geht es denn hier lang? Ah, hier gibt es auch noch einen Tunnel, der irgendwo hinführt. Vielleicht zur Großstadt da hinten. Vielleicht zur Großstadt. Ähm, ich weiß aber nicht, ob ich durch diesen Tunnel hier gehen soll. Was ist denn das hier? Also irgendein Monument. Irgendein Springbrunnen. Ja, okay, sehr, sehr... Sehr künstlerisch. Sehr künstlerisch auf jeden Fall. Aber was ist denn hier? Ein abgestürzter Helikopter. Ich meine, hier werde ich niemanden im Überlebnis finden, aber vielleicht gibt es hier Ausrüstung oder sowas. Ähm, wow. Okay, hier gibt es doch was. Ah, okay. Eine Gasmaske. Und ich meine, ich nehme die mal mit. Wer weiß, vielleicht brauche ich die noch irgendwann mal. Ähm, das kann ich hier lassen. Oh, auf Wiedersehen. Während ich versucht habe, die Stadt zu verlassen, ist es wieder mal anders gekommen als erwartet. Ohne John, der mir eigentlich zeigen wollte, wie ich dieses Ding fliegen kann, habe ich schnell die Kontrolle verloren. Mist. Warte mal, war das der, der von diesem Hochhaus losgeflogen ist? Da habe ich doch letztens Aufzeichnungen gefunden. Und der ist jetzt hier wahrscheinlich abgestürzt oder so. Ähm, ne, der Motor geht auch nicht mehr. Das kann ich vergessen hier. Ich meine, gut, das, was erwarte ich hier bei diesem Helikopter? Und was ist denn das hier für ein Gebäude? Ähm, was ist denn das? Moment, ist das, ist das nicht hier dieser... Moment, hier war doch dieser, dieser komische, der komische Bürgermeister, der infiziert war. Die ich mit dieser Granate weggeschleudert habe. Ähm, aber vielleicht gibt es ja oben noch irgendwas. Ich meine, jetzt muss ich ja die ganze Situation hier beruhigt haben. Ne, hier gibt es auch nichts weiter. Ähm, ne, hier war der Raum, ne? Ey, da, tatsächlich ist ja da, das brennt da drin noch. Das Feuer hat sich aber noch nicht ausgebreitet. Was ist hier? Hier ist abgesperrt, hier gibt es nichts weiter. Ne, hier gibt es nichts weiter. Ich muss, ich muss erstmal weiterziehen. Aber ich glaube, hier, hier sollte ich mich auch nicht so lange aufhalten. Ich meine, die Explosion von der Granate, das wird wahrscheinlich auch viele, viele Monster aufgescheucht haben. Ich meine, die werden jetzt am Tag sind die hier nicht unterwegs. Aber wenn es Nacht wird, ich glaube, dann kommen die schon raus. Hier ist auch diese ganze Absturzspur, wow. Da ist ja wirklich volle Kanne reingecrasht. Gibt es hier hinter noch irgendeinen Eingang? Ne, aber hier hinten gibt es noch ein anderes Gebäude. Ähm, das sollte ich auch irgendwie mal untersuchen. Komme ich hier irgendwo rein? Ähm, ne, hier nicht direkt. Ich brauche noch irgendwo einen anderen Eingang. Hier hinten gibt es auch noch ein großes Gebäude. Was ist denn das? Was ist denn ein Spielplatz oder sowas? Äh, eine Rutsche ist das hier? Was ist das denn? Ähm, das sieht hier aus wie eine Mensa. Also wie eine Cafeteria oder sowas. Ähm, ah! Vielleicht war das ja auch irgendwie eine Schule oder sowas. Vielleicht war das wirklich eine Schule. Und wo geht es hier runter? Moment, hier ist auch irgendwie alles eingestürzt oder sowas. Geht es hier noch weiter runter? Oh, ganz, ganz vorsichtig. Ganz, ganz vorsichtig. Das sind Bahnschienen. Oh, 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 oh. Hier darf ich nicht unten bleiben. Oh, nein, oh, nein, oh, nein. Ich muss schnell wieder nach oben. Ähm, okay. Wenn jetzt hier irgendwie eine Meute kommt oder sowas, die Horde, dann war es das. Und schnell hochziehen. Perfekt. Oh, nein, nein. Hier komme ich nicht so richtig hoch. Vielleicht kann ich jetzt hier, wenn ich jetzt hier hochklappe. Yes, dann kann ich mich hier weiter hochziehen. Okay. Das ist ja wie im Krankenhaus. Also da unten gehe ich auf keinen Fall alleine rein. Da brauche ich... Oh, was ist denn das hier? Soll ich da vielleicht reingehen? Ne, ich muss jetzt mal noch dieses andere Gebäude hinter der Schule noch angucken. Vielleicht gibt es ja da noch irgendwas Besonderes. Hm, hier komme ich durchs Fenster durch. Da brauche ich keine Sorge haben. Das Glas ist komplett raus. Das ist doch hier komplett eingezäunt. Ah, hier ist hier so ein bisschen... Hier ist ein Loch. Oh, hier... Oh, hier liegt Blut auf dem Boden. Das ist meistens kein gutes Zeichen. Und lauter Totenköpfe hier. Was ist denn hier passiert, bitteschön? Gab es hier wahrscheinlich irgendeinen großen Kampf oder sowas? Äh, wow, wow, wow. Da muss ich unbedingt mal... Da muss ich unbedingt mal reinschauen. Und die haben sich auch irgendwie zugesperrt oder so. Mit irgendwelchen Kerzen da oben. Äh, okay. Die heilige Kapelle. Okay. Hier gibt es auch... Was ist denn hier passiert? Gab es hier irgendeinen großen Kampf oder so? Hier gibt es Neuigkeiten. Was ist denn das, bitteschön? Okay. Der große Tempel scheint ein heiliger Ort zu sein. Ich muss diesen Ort im Stand halten, damit die, die kommen, sich auch an diesem Tempel erfreuen können. Zuerst muss ich diese alten Bücher restaurieren. Die meisten Seiten sind verbrannt. Und jetzt liegt es an mir. Dem neuen Propheten. Die leeren Stellen mit meinen Worten zu füllen. Als zweites brauchen wir Lebensmittel und Waffen. Wir werden eine Armee der Gläubigen werden, die die Ungläubigen bekämpfen werden. Letztendlich muss ich die Gläubigen von all ihren Sünden befreien. Ich kann keine Sünde anführen. Deshalb werde ich ihre Seele reinigen und sie zu Gott führen. Hier war anscheinend irgendeine Sekte oder sowas drin. Die Zombie-Sekte. Hier gibt es auf jeden Fall noch einen, was ist das, heiliger Wein? Oh ne, den fasse ich nicht an. In diesen dunklen Zeiten müssen wir uns dem zuwenden, was niemals sterben wird. Unserem Glauben. Verliere nie den Glauben. Es gibt einen Plan. Das klingt mir ja extrem verrückt. Was ist denn hier passiert? Was haben wir hier noch im Buch? Die Mauer. Ich habe die Zukunft gesehen. Wir werden eine große Mauer bauen und uns vor den Eindringlingen verteidigen. Wir werden unsere Verteidigung verstärken und uns dann auf den Angriff fokussieren. Wir werden das Blut unserer Freunde trinken, so wie es die alten taten. Das Tor ist so wundervoll. Es ist der Schlüssel zu unserer Erlösung. Wollten die hier noch eine große Mauer hier drum bauen, oder was? Vielleicht ist es ja diese kleine Mauer, die da draußen steht. Aber ich meine, die schützt halt auch nicht. Oh, hier gibt es doch was Geimes. Diese Klinge. Wow. Davy, vergiss nicht bei Billys Grab vorbeizuschauen und den Wein für die morgige Zeremonie zu sammeln. Denn wir wollen doch nicht, dass unsere Mitglieder, ich sage mal, durstig werden. Warte mal, was? Die Klinge nehme ich auf jeden Fall mit. Aber haben die irgendwas mit diesen komischen Monstern hier angestellt, oder was? Haben die die an die Menschen verfüttert oder den Menschen Blut ge... Oh nein, das würde ich mir gar nicht vorstellen. Das würde ich mir nicht vorstellen. Hier haben die auch alles abgeriegelt. Die haben die alles komplett abgesperrt mit Metallgittern. Und tatsächlich hier auch diesen Bereich. Ich meine, wenn hier jetzt nicht dieses komische Loch reingesprengt worden wäre, dann wäre ich hier gar nicht reingekommen. Ah, das ist vom Helikopter, vom Flügel, vom Helikopter. Der ist ja wahrscheinlich volle Kanne gegengerast. Also der Flügel, also das Rotorblatt da oben. Und hat wahrscheinlich dieses Loch reingehauen. Oh, ein Schaf. Es gibt noch Leben. Oh, es gibt noch Leben. Ich meine, das ist zwar nur ein... Was heißt nur? Das ist zwar ein Tier, aber ich hoffe mal, dass ich noch auf Menschenleben treffen werde. Das lässt mein Herz wieder höher schlagen. Vielleicht gibt es wirklich noch Leben hier draußen. Was ist das? Hier gab es auch nur in einem Park oder so. Das ist aber auch alles überflutet. Wahrscheinlich ist hier irgendwie wirklich ein Erdrutsch gewesen und hat hier irgendwie das alles... Auch hier die Lehen und sowas, die sind auch alle abgerutscht. Aber sind alle wirklich irgendwie tief gerutscht. Aber wir müssen jetzt irgendwie erstmal einen Ort für die Nacht suchen. Vielleicht hier drin oder sowas. Was war das? Hier ist auch alles runter. Ich meine, das ist tatsächlich alles runtergerutscht. Hier ist auch überall Wasser reingekommen. Ich meine, das riecht hier auch schon extrem... Ich weiß nicht, wie ich diesen Geruch beschreiben soll. Diesen extrem dicken Geruch. Also es riecht ja schon halt überall nach Schimmel und sowas. Ich muss endlich mal diese Stadt hier verlassen. Da oben ist auch noch eine Brücke und da fangen auch die Hochhäuser an. Ich glaube, hier auf dem Dach bleibe ich erstmal. Dächer sind ja meistens sicher. Also bis jetzt kam hier noch keines dieser Monster hoch. Ich glaube, hier bleibe ich jetzt wirklich erstmal die Nacht. Die Straße ist halt noch sauber zu sein. Okay, die Kamera läuft wieder. Perfekt. Es wird Zeit, dass ich jetzt ja wirklich erstmal weiterziehe und Terra will erst einmal verlasse. Ich kann hier nicht weiterbleiben. Vor allen Dingen scheint hier irgendwie alles ziemlich mysteriös zu sein in diesem Ort. Ich meine, wir waren diese komische Sekte. Ich will nicht wissen, wenn die hier noch irgendwo unterwegs ist... Oh, hier kann ich mich hochziehen. Perfekt. Wenn die noch hier irgendwo unterwegs ist, ich will gar nicht wissen, was passiert, was mit mir passiert, wenn die mich finden. Ich meine, es werden wahrscheinlich eh mehrere Leute sein und da werde ich keine Chance haben. Ich muss auch andere Überlebende finden. Am besten nicht diese Saphir-Soldaten wie damals in Imperius und auch nicht diese komische Sekte hier. Und noch schlimmer wären natürlich die Ruby Raiders. Aber denen bin ich bis jetzt eigentlich noch nicht begegnet. Da habe ich nur diesen Zettel gefunden, dass sie diesen Truck geradet haben. Vielleicht sollte ich wirklich mal in Olympus nachschauen. In der Stadt Olympus. Vielleicht finde ich ja da jemanden. Oh, vielleicht komme ich hier einfach durch den Tunnel. Ich meine, der Tunnel hier, der scheint offen zu sein. Hier gibt es jetzt nichts weiter, was wir irgendwie... Hier geht es auch rein in Olympus. Und hier geht es auch nochmal irgendwo hin. Was haben wir denn hier? Ähm, okay, Olympus. Wow, was ist denn das für ein Stadt? Oh, nein, 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 nein. Oh, schnell weg. Ich will gar nicht wissen, da bin ich jetzt bestimmt nur von diesen Monstern. Ich kann nicht einfach direkt in diese Stadt gehen. Dann war es das, wirklich. Oh, schnell weg. Schnell, schnell weg. Verfolgt mich dieses Ding noch? Ich darf mich nicht umdrehen. Ich muss einfach weiterlaufen. Einfach weiterlaufen. Oh, das verfolgt mich immer noch. Oh, nein, oh, nein, oh, nein. Ähm, vielleicht einfach hier drüber. Ich glaube, das kommt ja bestimmt nicht einfach so rüber. Jetzt brauche ich ja unbedingt langsam was zu trinken. Vielleicht, ich brauche jetzt mal einen Ort, wo ich sicher bin. Vielleicht, vielleicht kann ich ja oben auf diese Autobahn. Ich kann doch hier wahrscheinlich an den Ranken mich irgendwie hochklettern, hochhangeln. Und ich muss mich am besten hochziehen. Ja, noch ein Stückchen. Oh, ich darf nicht nach unten gucken, nicht nach unten gucken. Perfekt. Wow, was ist denn hier passiert? Die komplette Autobahn ist leer. Das kann doch gar nicht sein. Ähm, ich muss ja mal was trinken. Vielleicht nehme ich hier einfach mal das Root Beer. Okay, dann geht es mir schon ein bisschen besser. Perfekt. Jetzt muss ich erstmal kurz, kurz wieder hydrieren. Komm ich hier durch? Nein, das ist auch alles abgesperrt. Ah, da stehen die ganzen, die wollten wirklich irgendwie, dass sie fliehen. Ganz vorsichtig hier rüber. Die wollten hier über diese Brücke fliehen. Und das hat natürlich nicht funktioniert. Da muss ja irgendein Stau passiert sein hier oder sowas. Wow, die ganzen Autos stehen noch. Ich meine, ich habe jetzt nicht die Hoffnung, dass ich noch eins von diesem Auto fahren sollte. Und falls wirklich eins noch fahren sollte, dann kann ich damit ja eh nicht durch, weil hier alles komplett versperrt ist. Ja, die wollten, ich will gar nicht wissen, was hier für ein Chaos war. Und vor allen Dingen, wenn es Nacht wird oder wenn es damals Nacht geworden ist, dann muss hier doch alles von diesen komischen Monstern sein. Die müssen doch hier durch die Straßen gewandert sein. Vor allen Dingen, wenn erstmal eine Infektion ist, das verbreitet sich doch unglaublich schnell. Wenn ihr einmal dieses Ding an anderen Menschen infiziert habt, dann will ich gar nicht wissen, was das für ein Chaos war. Ich will gar nicht wissen, was hier überhaupt passiert ist. Es sind auch so viele Autos, es müssen so viele Menschen gewesen sein. Aber es ist keine einzige menschliche Seele hier. Und vor allen Dingen ist auch keins von diesen Monstern hier. Ich meine, klar, ich weiß ja schon inzwischen, dass die kein Tageslicht mögen. Deshalb sind die wahrscheinlich auch hier nicht auf den Straßen, sondern wahrscheinlich irgendwo in den Gebäuden. Vielleicht sind die, oh nein, das Schlimmste wäre natürlich, wenn die jetzt alle, hier ist auch ein Auto auch rechts runter gefahren. Vielleicht sind die jetzt auch alle gemeinsam einfach nach Olympus gelaufen, als große Horde. Ich hoffe mal nicht. Ah ne, kriege ich auch mit meinem Schraubzieher nicht auf. Ich hoffe mal nicht, dass hier die Horde unterwegs sein wird. Vielleicht in der Stadt. Was ist das? Ist das da oben ein Helikopter? Vielleicht steht da oben noch ein Helikopter. Aber ich darf nicht einfach so in die Stadt reinlaufen. Das wäre ohne Vorbereitung in die Stadt. Das wäre eine absolute Katastrophe. Da würde ich auf keinen Fall überleben. Ich muss unbedingt erstmal ruhig bleiben. Okay, erstmal durchatmen und erstmal gucken, was überhaupt die Stauursache war. Hier ist wirklich alles komplett verwinkelt. Ihr müsst aufpassen, dass mich hier nicht irgendwo so ein Monster auszusehen von unter einem Auto oder sowas angreift. Ich meine, vielleicht liegen die ja irgendwo da drunter und... Oh nein, das darf ich mir gar nicht vorstellen. Ich muss einfach weiterlaufen. Ich meine, das Tageslicht, das Tageslicht ist auf meiner Seite. Das Tageslicht ist definitiv auf meiner Seite. Hm, wenn? Was ist denn das, bitteschön? Was ist denn hier passiert? Ist das ein Flugzeug? Ein Flugzeug ist hier auf die Autobahn gestürzt. Wow. Und das ist auch vorne, die Spitze vom Flugzeug ist abgebrochen. Das ist ja krass. Wollte das hier notlanden oder was? Das sieht mir aus wie eine Notlandung. Und was ist... Hier ist das... Ah, das ist vorne die Spitze vom Flugzeug abgebrochen und weiter... Wahrscheinlich weiter weggeschleudert worden. Komme ich hier irgendwo rein? Ah, ne, ist alles zu hier. Ich komme hier nirgendwo rein. Oder vielleicht... Doch, über den Flügel hier. Perfekt, hier ist diese Notfalltür. Alles komplett leer. Und hier ist auch schon... Hier liegen auch überall diese Köpfe rum. Hier riecht es überall auch nach Blut. Das kann doch gar nicht... Boah. Aber die Nahrung, die kann ich hier noch gebrauchen. Die Äpfel? Ja, doch, die scheinen noch gut zu sein. Die sind noch nicht verrottet. Hm, was haben wir denn hier oben? Business Class? Ich meine, jetzt bin ich wenigstens einmal in der Business Class. Ich meine, zwar nicht zum Fliegen, aber... Vielleicht gibt es hier... Die haben doch bestimmt noch besseres Essen hier, oder? Die haben doch... Definitiv. Die haben hier Steak und Lachs. Wow, hier ist es wirklich... Hier ist es reingeknallt. Ey, da muss doch der Käpt'n übelst weggeschleudert worden sein. Wow, wow, wow. Aber erstmal noch weiter hier looten. Vielleicht finde ich hier noch ein bisschen... Hier oben vielleicht noch ein bisschen anderen Kram. Da oben, was war denn das? Da oben drin für weißes Pulver. Hm, hier gibt es aber nichts weiter. Vielleicht noch am Ende vom Flugzeug, vielleicht... Vielleicht gibt es da noch den... Vielleicht kann ich noch irgendwie in den Stauraum unten oder sowas. Vielleicht gibt es da noch irgendwie einen Koffer oder so. Aber nee, hier gibt es nichts weiter. Hier kann ich mich mal versuchen runterzuhangeln. Ganz, ganz vorsichtig. Runtergehangelt. Okay. Aber hier gibt es auch nichts weiter. Hier sind nur lauter Trümmern von der Großstadt. Aber in die Großstadt... In die Großstadt würde ich jetzt auf keinen Fall einfach so reinlaufen. Ohne richtige Ausrüstung. Ich meine, ich habe da schon ein bisschen Ausrüstung bei mir, aber... Ich brauche unbedingt noch stärkere Waffen. Oder vielleicht noch ein bisschen ein Schild oder sowas. Was ist denn das? Ist das denn ein Hase auf dem Schild? Hm, ich kann mich runter... Ich kann mich runterhangeln. Komme ich hier irgendwo rein? Das sieht mir aber... Das sieht mir ja auch schon fast aus wie so eine kleine Festung oder so. Nee, hier komme ich nicht durch. Hier sind die ganzen Gitter. Aber vielleicht komme ich irgendwie... Irgendwie anders da rein. Moment. Moment, Moment, Moment. Das sieht ja aus... Das sieht ja aus... Das könnte man hier überleben. Hier einmal runterhangeln. Aber ich meine, das ist immer noch im Schatten von der Brücke. Ich will gar nicht wissen... Ja, tatsächlich haben hier Leute überlebt. Und hier geht es raus. Ich will gar nicht wissen, welche Monster hier im Schatten der Brücke sind. Hier gab es auch ein Feuer. Ah, hier auch noch ein Buch. Für Brian. Okay. Was haben wir hier noch? Einen Zug. Brian, ich habe mich jetzt schon die ganze Zeit hier in diesem Industriegebiet versteckt. Ich weiß, du und Kylie, ihr könnt auf euch selber aufpassen. Aber es lässt mir trotzdem keine Ruhe. Nach der Highschool und diesem ganzen Kram dachte ich, dass ich es nicht schaffen werde. Ich will euch nicht verlieren. Ich liebe dich, Brian. Die Person scheint ja wirklich mit drei anderen Leuten überlebt zu haben. Ich meine, hier gibt es immerhin drei Betten. Also das ist ein Gummiball. Und was haben wir hier noch? Süßigkeiten haben hier irgendwelche... Ja, Highschool wahrscheinlich, ne? Die haben hier überlebt. Oh, okay. Aber ich meine, unter der Brücke ist halt wirklich echt so eine riskante Aktion. Aber hier scheinen auch keine Monster zu sein. Was sind hier noch? Hier ist auch nochmal ein Flugzeug abgestürzt, oder was? Es scheint ja irgendwie ein Privatjet oder sowas gewesen zu sein. So ein Mini-Jet. Oh, der ist ja auch vollkommen... Oh nein, da ist der Pilot. Der hat das nicht überlebt. Oh no, oh no. Ich kann ja mal reingucken. Vielleicht gibt es hier irgendwelche Aufzeichnungen dazu. Nee. Oh nein, 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 nein. Schnell raus. Hier. Das ist gar nicht gut. Die scheinen ja wirklich nicht überlebt zu haben. Was ist denn das hier? Auch ein Stück vom Flugzeug wahrscheinlich, ne? Vielleicht ist ja auch noch irgendwas rausgeflogen. Was haben wir denn hier? Gibt es hier hinten noch irgendwas? Nein. Hier ist die große Straße. Die großen Straßen sollte ich wahrscheinlich erst einmal vermeiden. Was haben wir denn hier? Was? Geschütz von KZEG? Was ist denn KZEG? Ist das auch wieder irgendeine Gruppierung, oder was? Cloud 9. Na, Cloud 9, die haben ja wahrscheinlich hier diese ganzen Trucks vermietet. Oder was auch immer. Das sind Wohnwegen oder sowas. Aber was ist denn KZEG? Ist das auch wahrscheinlich irgendeine Gruppe hier, die sich zusammengetan hat? Ich muss auch endlich mal jemanden finden. Ich kann hier nicht die ganze Zeit alleine rumlaufen. Denn dann werde ich wahrscheinlich... Oh, hier ist auch noch ein großer Tunnel. Da gehe ich auf keinen Fall rein. Weil Tunnel... Tunnel sind ein absolutes No-Go. Und vor allem wird es auch langsam dunkel. Ich muss mir mal einen Ort zum Schlafen suchen. Was war denn das? Oh, habe ich mich gerade erschrocken. Das war irgendein Tier da hinten. Wahrscheinlich wieder ein Schaf oder so. Die Tiere scheinen ja jetzt zurückzukehren. Ich meine, die komischen Monster scheinen auch kein Interesse an diesen Tieren zu haben. Oder jedenfalls... Jedenfalls habe ich bis jetzt noch nicht gesehen, dass irgendwie... Oh, hier ist auch das Auto volle Kanne in den Truck reingerast. Es sollte wahrscheinlich hier schnell über die Brücke fliehen. Ich brauche jetzt einen Ort zum Schlafen. Ich brauche jetzt ganz dringend einen Ort zum Schlafen. Hier gibt es auch riesengroße... Oh! Boah! Habe ich mich gerade erschrocken. Das war ein Fuchs. Ein Fuchs, der hier einfach lang... langgerast ist. Gibt es hier irgendwas? Nee, hier gibt es die ganze Zeit... Was ist das hier? Ganz viele Bagger sind das. Irgendwie in einem Industriegebiet. Ja, wie in dem Buch eigentlich schon geschrieben stand, ne? Oh, hier ist noch ein Teil vom Flugzeug. Oh, hier ist ein Teil vom Flugzeug reingerast. Okay. Wow. Ne, die haben... Die haben definitiv nicht überlebt. Oh, hier sind noch ein paar Äpfel dabei. Das sind die Äpfel hier noch nicht so matsch geworden. Das wundert mich ja. Das wundert mich ja total. Aber hey, ich meine... Den nehme ich auf jeden Fall mit. Aber ich darf mich nicht zu lange hier aufhalten. Ich brauche trinkend einen Ort zum Schlafen. Hier ist auch noch was vom Flugzeug. Ja, tatsächlich. Das wurde hier... Das ist hier irgendwie... Das ist komplett langgeschleudert worden. Was haben wir denn hier noch? Ein Rucksack? Vielleicht ist in dem Rucksack noch irgendwas drin. Oh, ne. Das ist tatsächlich nicht drin. Was haben wir hier noch? Einen Schlüssel? Den nehme ich auf jeden Fall mit. Und hier gibt es auch noch was? Ähm... Oh, was haben wir das? Oh, no, no, no. Oh, nein, 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 nein. Oh, ich sehe nichts mehr. Was ist mit mir passiert? Was hast du mit mir gemacht? Was passiert mit mir? Oh, nein, oh, nein. Okay. Das Ding... Auf Distanz bleiben. Wie hat mich denn gerade dieses Ding hochgeschleudert? Was? Okay. Moment. Mein Kopf. Mein Kopf tut so unglaublich doll weh. Nimm das. Dieses Ding. Das hat irgendwie... Wurde er an dem experimentiert, oder was? Ich muss ja dieses Ding besiegen. Und vor allen Dingen wird es nacht. Oh, nein. Auf keinen Fall. Es wird nacht. Das ist gar nicht gut. Das ist überhaupt gar nicht gut. Die Sonne geht unter. Die Sonne geht unter. Oh, nein. Und jetzt verschwindet sie gerade am Horizont. Es wird jetzt vor allen Dingen auch stockfinster. Ich kann ja gar nichts mehr sehen. In meinem Einglück habe ich die... Diese Leuchtstäbe hier bei mir. Die Fackeln. Aber, ey, ich kann... Ich kann nichts mehr sehen. Oh, nein. Oh, nein, nein, nein. Ich höre sie schon. Wo bin ich hier überhaupt? Und ich bin... Wo bin ich hier überhaupt reingelaufen? Oh, nein. So viele. Was ist... Ich bin mitten in der Stadt. Ich habe jetzt genau das passiert, was ich eigentlich vorhin verhindern wollte. Einfach so in die Stadt. Oh, nein, nein. Ich muss weg hier. Ich muss weg. Das sind so unglaublich viele. Wie soll ich das überleben? Wie soll ich das nur überleben? Vor allem bin ich auch schon von dem Kampf mit den Piloten angeschlagen. Da hinten. Da hinten leuchtet was. Vielleicht kann ich mich da verstecken. Vielleicht kann ich da sicher die Nacht verbringen. Ey, das kann doch gar nicht sein. So viele von diesen Monstern. Hier kann ich erstmal reinrennen. Okay. Rein, rein, rein. Schnell weg. Schnell weg. Okay, okay. Ganz ruhig. Wo bin ich denn hier? Ist das ein Restaurant oder was? Das sieht aus wie ein Restaurant. Okay. Aber was ist denn hier? Das sind irgendwie die... Die besonderen... Was sind die? Kochräume oder was? Oh, nein, nein. Alles klar. Was haben wir denn hier? Hier. Vielleicht kann ich hier erstmal sicher sein. Was haben wir hier? Schuhe? High Heels? M-M-M-Moment. Moment. Das ist kein Restaurant. Das ist kein... Nein, das ist kein... Das ist definitiv kein Restaurant. Das ist was anderes. Okay. Ähm. Ich meine, hier kann ich vielleicht sicher die Nacht verbringen. Was? Ah, okay. Warte mal. Mit den High Heels kann ich mich gut gegen die Zombies wehren, aber damit bin ich langsamer. Okay. Das bringt mir jetzt erstmal nicht so viel. Ich meine, in der Nacht muss ich jetzt erstmal rennen. Habe ich denn noch irgendwas hier? Oh, die Pilotenschuhe. Wow, die sind richtig gut. Ich kenne doch hier dieses... Ich meine, ich habe nur noch einen Fruchtsmoothie. Der Fruchtsmoothie, der macht mich schneller. Perfekt. Oh ja, dann fühle ich mich auch gleich wieder gesünder. Und jetzt schnell raus. Okay, schnell wegrennen. Ich renne einfach. Einfach geradeaus rennen. Ich meine, ich habe die Fackel dabei, dann geht es mir schon mal ganz gut. Einfach geradeaus rennen. Ähm, wo bin ich jetzt überhaupt gelandet? Ähm, hier ist die Brücke. Ähm, was ist denn das hier für ein riesengroßes... Moment, Moment, Moment. Oh nein. Das ist hier das Krankenhaus. Ich bin wieder am... Ich bin... Bin ich die ganze Zeit im Kreis gerannt, oder was? Bin ich jetzt hier im Krankenhaus? Oh, schnell über... Was ist das hinten? Da hinten leuchtet was. Das ist der Vergnügungspark. Vielleicht kann ich da irgendwie die Nacht verbringen. Ey, das ist ja alles voll von diesen Monstern hier. Ey, bei Nacht rausgehen ist wirklich absolut keine gute Idee. Das ist absolut eine richtig... Richtig doofe Idee. Kann ich hier... Ne, hier kann ich auch nicht bleiben. Ey, es werden immer mehr. Es werden immer mehr einfach laufen. Wo gehe ich am besten hin? Riesenrad? Ne, Autoscooter auch nicht gut. Ähm, wo gehe ich am besten hin? Wo gehe ich am besten hin? Vielleicht kann ich hier in diesem... In dem Burgerladen... Äh, aber ich glaube, hier bin ich auch... Ne, hier bin ich auch nicht sicher. Hier bin ich auch auf keinen Fall sicher. Hier sind noch die Türen offen. Ne, ich muss woanders hin. Vielleicht zur Achterbahn. Vielleicht kann ich irgendwie... Warte, jetzt schnell über die Tür hier. Einfach rüber. Einfach über die Mauer drüber. Vielleicht kann ich ja die Achterbahn nutzen. Wenn ich auf die Achterbahn drauf rennen sollte... Dann kann ich vielleicht ganz oben irgendwo... Sicher die Nacht verbrennen. Äh, verbringen. Ähm, soll ich einfach mit dem... Ne, komm, da habe ich keine Zeit für. Ich laufe hier einfach hoch. Ich laufe hier... Boah, es ist hoch. Ey, ich muss echt vorsichtig sein, dass ich nicht einfach runterfalle. Einfach Stück für Stück immer höher. Immer höher rennen. Ähm, ich brauche irgendwie nur einen Ort, wo ich die Nacht verbringen kann. Vor allem, die verfolgen mich auch die Dinger. Die kommen einfach mit hier hochgelaufen. Und wenn nicht, sind die einfach alle ganz unten. Ich muss einfach immer weiter hochgehen. Vielleicht finde ich ja hier irgendwo eine Möglichkeit. Ähm... Ne, hier gibt es auch nichts weiter. Einfach laufen. Einfach immer weiter laufen. Hier geht es auch noch weiter lang. Hier geht es in diesen Dschungel rein. Ja, stimmt. Mit der Achterbahn bin ich ja schon gefahren. Jetzt muss ich hier nochmal runter. Komme ich hier... Ah, ne, auf den Bäumen. Das wäre auch ziemlich gefährlich. Hier geht es nochmal runter. Ähm... Ah, hier gibt es noch was. Vielleicht kann ich hierbleiben. Ich habe auch keine Monster verfolgt. Perfekt. Ey, das war eine der kürzesten Nächte, die ich jemals hatte. Ich konnte... Ich meine, ich konnte mich wenigstens im Moment hinlegen, aber schlafen, keine Chance. Jetzt muss ich einfach versuchen, hier diesen Vergnügungspark zu verlassen. Ich... Ah, hier ist diese Brücke. Hier war ich auch schon unter der Brücke. Ne, obwohl. Ich war an einer anderen Stelle unter der Brücke. Vielleicht gibt es ja hier noch irgendwas Besonderes. Aber es scheint mir nicht so zu sein. Ne, aber eigentlich gibt es ja auch keine Monster. Aber was ist denn das hier? Was ist da oben? Ist das eine Kamera? Wait, wait, wait. Oh, tatsächlich gibt es hier einen Eingang. Was ist denn das? Lauter... Lauter komische Schilder. Okay, kann ich hier vielleicht irgendwie das... Moment, mit so einem Schalter kann ich das hier vielleicht irgendwie aufbrechen. Ne, hier, Moment, ich muss den Schalter richtig ansetzen. Und dann kann ich hier diesen Luca tatsächlich aufbrechen. Ja, es hat funktioniert. Okay, was erwartet mich denn hier unten? Wow. Wow, was ist denn das? Materialien der Experimente? Was? Hier wurde... Was wurde denn hier gemacht? Was ist denn das? Ist das ein Gefängnis oder was? Oh, das sieht richtig gruselig aus. Tatsächlich sind das hier Zellen. Hier hat jemand drin... Warte mal, das ist aber wahrscheinlich kein... Warte mal, die Gegenstände der Experimente wurden hier etwa an Menschen experimentiert? Oh nein, hier kommen schon die ersten Monster. Wo bin ich denn hier gelandet? Irgendeine... Moment, Moment, Moment. Was sind merkwürdige Subjekte? Hier wurde... Nein, hier gibt es noch eins von diesen Dingern. Hier wurde irgendwie experimentiert an den Menschen. Was ist das? Ein Operationstisch? Und hier gibt es auch noch... Okay. Eine Laborkitte. Ähm... Und irgendwelche... Warte mal, was sind das für merkwürdige Werkzeuge? Das sieht gar nicht gut aus. Wo bin ich hier unten gelandet? Wo bin ich denn hier gelandet? Oh, ich dachte gerade... Ich dachte gerade, hier ist irgendein Ding lang gelaufen. Erstmal mit einer Reflexion. Und was ist das hier? Ach nee, das sind ungerade und gerade. Gerade Experimente und ungerade Experimente. Hier wurde wirklich... Hier gibt es auch nochmal ein Laborkitt und sowas. Ey, was ist hier drin los? Ey, ich hoffe mal nicht, dass mich hier jetzt irgendwas... Irgendwas Schlimmes erwarten wird. Und was haben wir hier? Oh nein, oh nein, oh nein. Da muss das Tape von der Kamera gewechselt sein. Wunderbar, das muss ich hier unbedingt alles aufnehmen. Ich bin hier in irgendeinem Labor gelandet oder sowas. Oh, hier gibt es sogar Aufzeichnungen. Ähm... Oh, die muss ich unbedingt lesen. Ich frage mich echt, was hier unten passiert ist. Hier gab es diese ganzen Experimente oder sowas. Ähm... Moment, Moment, Moment. Das nehme ich hier auch am besten alles mit. Versuchsobjekt 9 hat schlecht auf die Chemikalie EC402 reagiert. Die Nebenwirkungen hier sind schlimmer als bei den anderen Subjekten. Sein Körper hat sich stark verändert und er scheint nicht mehr richtig denken zu können. Weitere Tests müssen durchgeführt werden. Denn wurden hier irgendwelche Medikamente verabreicht oder so? Der Grund, warum wir Evolve geschaffen haben, ist, die Menschheit in eine neue Stufe der Evolution zu führen. Die... die haben hier wirklich irgendwelche... irgendwelche Experimente durchgeführt. Sascha, die Kernmitglieder meiner Forschungseinheiten leiten ein Projekt, was gleich bei dir um die Ecke ist. Ich habe dem Leiter und seinem Team gesagt, dass sie bald dort auftauchen dürfen. Zeige dich von deiner besten Seite. Dieses Projekt braucht Teamwork. Ihr seid beide wichtig für dieses Projekt und für die Menschheit. Evolve, wir würden uns in ein neues Zeitalter bringen. Irgendwas stimmt hier unten ganz und gar nicht. Ich meine, vor allen Dingen... Warum ist das hier alles unterirdisch? Und... Warte mal, das ist doch hier der Direktor gewesen oder sowas. Tatsächlich. Direktor Sascha. Ähm... Ich muss aufpassen. Äh, nicht, dass mich hier noch irgendwas... irgendwas... irgendwas Schlimmes erwartet. Aber ich muss ja auch erstmal rauskommen. Ich meine, draußen... Draußen sind irgendwo diese... diese komischen... komischen Monster unterwegs. Ich meine, hier konnten sie jetzt nicht aus... ausbrechen, aber... Hier in diesen Gefängnis... Gefängniszellen... Oh, da draußen sind sie. Da draußen sind sie. Diese komischen Dinger. Hier ist sogar eine noch geöffnet. Wow. Okay. Der ist wahrscheinlich hier ausgebrochen. Na, das ist noch mehr. Das ist noch mehr. Hier ist wahrscheinlich alles voll mit diesen Viechern. Ich kletter mal nach oben. Ich glaube... Ich hoffe mal, dass sie mich hier nicht erreichen können. Und ich hoffe mal, dass hier ein... Wie ist, wer da drin ist. Die Zelle hier ist auch... auch leer. Was denn hier haben wir noch... Was ist... wofür ist denn das da? Hier haben wir noch ein paar Gegenstände oder sowas. Die... die wollten hier wahrscheinlich... Manche wollten bestimmt ausbrechen. Aber was sind denn das überhaupt für Versuchsobjekte? Wo kommen denn die überhaupt her? Ich meine... Hier wurde an irgendeinem... irgendeinem Mittel oder sowas geforscht. Ich meine, die... die Menschheit in eine neue... In eine neue... Neue Ära bringen. Aber was... was sind das für Versuchsobjekte? Haben die das an lebenden Menschen gemacht? Da unten ist alles voll mit diesen Dingern. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt hier einfach so nach unten komme. Die warten da unten bereits alle auf mich. Die kommen irgendwie aus ihren Zellen oder sowas. Oder von irgendwo anders kommen die her. Das kann doch gar nicht sein. Ich muss... Ich muss zurück in das Büro. Ich muss zurück in das Büro. Hier bin ich erstmal sicher. Hier durch diese Stahltüren, durch diese Sicherheitstüren kommen die erstmal nicht durch. Hoffe ich zumindest. Aber was... was mache ich denn jetzt am besten? Jetzt bin ich hier in dem Büro gefangen. Und vor allen Dingen, was ist denn das hier auch... Was ist denn hier an der Wand überall diese... Das ist wirklich hier unterirdisch gebaut. Hm. Gibt es hier vielleicht noch irgendeinen Hinweis oder sowas? Hier ist noch ein Notfallschalter oder sowas. Oh, ich hab... Was war das denn gerade für ein Schrei? Ähm. Ich hoffe mal, dass jetzt nichts Schlimmes passiert ist. Vielleicht... Vielleicht hab ich jetzt so irgendwie... Irgendwie... Einen Notfallplan oder sowas aktiviert. Aber hier... Hier gibt es auch nichts weiter. Hier waren nur diese... Diese Experimente. Hier ist auch noch eins. Diese Experimente. Und diese... Manche sind auch ausgebrochen. Da drüben war gerade eins... Eins, was... Und hier ist auch eins ausgebrochen. Ich hoffe mal, dass es jetzt irgendwie einen Lockdown oder sowas gab. Dass die... Dass die ganzen Monster irgendwie... Vielleicht wurde da irgendwas... Irgendwas eingestürmt in den Raum oder sowas. Ich hoffe mal, dass hier jetzt nicht alle hier noch... Von draußen rumlaufen. Ich muss hier irgendwie dieses Ding verlassen. Sind die noch da draußen? Ja, hier ist... Doch, hier sind die noch. Mehr als genug. Was ist denn das? Was ist denn das? Oh, nein, nein, nein. Das ist der Chirurg. Ich muss hier raus. Ich muss hier sofort raus. Ich habe hier keine Chance gegen diese ganzen Monster. Und gegen diesen Chirurgen... Ähm... Wo laufe ich am besten lang? Der wurde auch infiziert. Anscheinend. Der wurde auch von... Von... Von Virus infiziert. Ähm... Schnell hier irgendwo raus. Hier ging es raus. Perfekt. Und ganz schnell nach oben. Ich hoffe mal, diese Dinger kommen mir nicht hinterher. Schnell hoch, kleiner hoch, 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 hoch. Schnell, 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 schnell. Okay. Und hochgezogen. Perfekt. Und ich bin schnell die Luke zumachen. Finde ich erst mal sicher. Vor allem war das hier einfach so unter der Brücke. Das haben die versucht zu verstecken. Diesen Unterschlupf hier. Das haben die tatsächlich versucht zu verstecken. Ich muss jetzt versuchen, erstmal woanders hinzugehen. Was war denn da unten los? Erstmal gehe ich hier in die Stadt. Vielleicht finde ich ja hier irgendwas Besonderes in der Stadt. Vielleicht finde ich ja hier Überlebende. Endlich mal Überlebende. Das wäre es. Komm ich hier lang? Hier komme ich nicht durch. Ich muss endlich mal Überlebende finden. Vielleicht habe ich dann eine Chance gegen diese Monster da unten. Da muss ja noch irgendwas zu finden sein. Wow. Wo bin ich hier gelandet? Das ist doch jetzt Olympus oder so. Das müsste jetzt Olympus sein. Tatsächlich. Das ist die Stadt der Götter. Olympus. Aber die scheint auch schon komplett verfallen zu sein. Also ich muss echt Glück haben, hier jemanden zu finden. Ich hoffe mal, dass ich jemanden finde. Dann habe ich bessere Chancen zu überleben. Vor allem auch die... Da ist auch ein Helikopter reingeflogen oder sowas. Ich meine, die Gebäude sind einfach mal riesengroß. Hier muss es irgendjemanden geben. Obwohl, ich meine, wenn die Stadt wirklich so viele Einwohner hatte, dann hatten die Untoten hier bestimmt ein leichtes Spiel. Und vor allem, wenn hier auch diese Experimente waren. In diesem komischen unterirdischen Ding. Oh nein, nein, nein. Und hier ist auch eine Barriere oder sowas. Warte mal. Oh, das Tor wurde überrannt. Wurde bei Nacht überrannt. Und ich meine, wenn die Experimente unter der Brücke waren, dann werden sie sich wahrscheinlich da irgendwie, wenn die ausgebrochen sind, diese komischen Monster, dann werden hier wahrscheinlich alles infiziert haben. Ich glaube nicht, dass hier noch irgendwas, irgendwas Lebendiges umherläuft, wenn ihnen nur alles infiziert ist. Ich meine, der Doktor unten, der war ja selber auch infiziert. Der war in der Zelle. Wahrscheinlich war das dieser Notfallschalter. Oder dieser Schalter... Was ist denn das hier in dem Kino? Aber das sieht ja auch interessant aus. Vielleicht gibt es ja hier noch irgendwie eine überlebende Seele oder so. Ah, nee, hier ist alles komplett dunkel. Das ist aber kein gutes Zeichen, wenn das dunkel wird. Aber ich glaube, ich brauche jetzt erstmal einen Platz für die Nacht. Vielleicht kann ich ja in einem der Seele hier irgendwie, in einem der Kinoseele noch irgendwie schlafen oder so. Obwohl es eigentlich gar nicht so sicher ist. Boah, es ist stockdunkel. Ich sehe hier gar... Ich sehe überhaupt nichts. Hier vorne ist die Leinwand. Da oben ist noch ein Projektor oder sowas. Vielleicht komme ich da... Nee, ich kann hier nicht durch die Scheibe klettern. Nee, wenn ich das mache, dann schneide ich hier bestimmt irgendwas auf. Ich muss irgendeinen anderen Eingang dazu finden. Hm, was ist hier unten? Aber hier komme ich wieder raus. Perfekt. Hier muss doch irgendwo noch einen Aufgang nach oben geben. Was heißt das? Hier ist... Wow. Hier hätte irgendwas in ein Loch reingeschossen. Vielleicht war hier irgendwo ein Panzer oder sowas, der hier irgendwie... Irgendwie was abgeschossen hat oder so. Ähm, komme ich hier rein? Nee, hier... Hier komme ich... Da komme ich nicht rein, tatsächlich. Achso, das ist einfach nur der Durchgang hier. Zur Popcornmaschine. Was würde ich jetzt... Was würde ich jetzt so einfach für einen Becher Popcorn... ...und einen leckeren Cola... ...und einfach mal einen entspannten Film tun? Der Apokalypse. Ich meine, ich... Ich wünsche, ich könnte die Zeit irgendwie zurückdrehen. Aber hier ist keine Chance. Also, vielleicht... Vielleicht gibt es ja irgendwo noch... ...noch andere Professoren, die an einer guten Lösung suchen... ...und nicht an Experimenten oder sowas. Vielleicht... Vielleicht finde ich ja noch... Ich muss dringend irgendwie einen Raum. Vielleicht hier hinten? Ah, hier geht es hoch. Ah ja, das ist es. Hier geht es zum... ...zum Projektorraum. Hier unten gibt es doch irgendwas? Oh, tatsächlich. Was haben wir das hier? Movie Magic. Irgendwie ein besonderes Getränk oder sowas. Limitierte Edition. Oh, ah, hier ist tatsächlich der Projektorraum. Okay. Ja, der läuft irgendwie noch, ne? Was haben wir denn hier? Okay, was für ein Projektor irgendwie? Kann ich das... Kann ich das hier mit irgendwie... Vielleicht kann ich damit irgendwas anfangen oder so? Äh, ne, tatsächlich nicht so richtig. Ne, damit kann ich nichts weiter anfangen. In diesem komischen Teil. Vielleicht kann ich das ja irgendwie noch irgendwo einbauen oder so. Aber ich glaube nicht. Und wofür auch überhaupt? Wofür sollte ich das denn überhaupt machen? Damit ich in den Film gucken kann oder was? Naja, das Ding bringt mir gar nichts. Ich glaube, das packe ich mal zurück in die Kiste. Aber was haben wir denn hier überhaupt? Indiana Joes? Normal Activity, Star Battle, Old Democracy, Green Panther und North Park. Meine absolute Lieblingsserie. Das ist tatsächlich der Panzer. Tatsächlich hat der Panzer hier einfach... Einfach gegengeschossen. Aber warum denn das überhaupt? Warum hat denn der Panzer einfach ein Loch in das Kino reingeschossen? Und der ist ja auch einfach übelst durchgerattert, ne? Komm ich hier rein? Gibt's da drin irgendwas? Oh, tatsächlich gibt's da drin was. Moment, Moment. Das kann ich hier mit so einem Schalter aktivieren. Haben wir hier noch was? Uh, tatsächlich. Ach, so ein Panzerfahrermesser. Das nehm ich mit. Das Pilotenmesser lasse ich dann einfach hier. Ich glaube, das Panzerfahrermesser ist ein bisschen stärker. Und ne Granate. Die Granate nehm ich diesmal nicht mit. Weil die... Ey, die hat ja so einen unglaublichen Wumms damals. Das weiß ich nur bei dem Bürgermeister. Aber der Panzer ist ja einfach durch den Wald gerattert oder was? Dann hat er übelst das Loch da reingeschossen. Da um... Ey, diese Gebäude sind ja auch riesengroß. Ich meine, vielleicht... Vielleicht gibt's ja da oben irgendwas Besonderes. Hier haben wir auch noch was, irgendwie eine Baustelle oder so. Vielleicht finde ich ja hier noch irgendwelche nützlichen Sachen, die ich mitnehmen kann. Aber das wage ich zu bezweifeln. Ich glaube, hier in diesen ganzen Baggern und sowas wird nichts weiter drin sein. Hm, vielleicht ja hier in diesem Wohnwagen. In dem Bauwohnwagen. Gibt's hier noch irgendwas? Ähm... Ja, tatsächlich, ein Helm. Oder vielleicht ist ja auch... Vielleicht ist ja... Ah, ne, mein aktueller Helm ist bei weitem besser. Das ist einfach nur so ein gelber Bauarbeiterhelm. Ich meine, falls ich hier irgendwas von den Gebäuden runterfallen sollte, bin ich geschützt, aber... Aber sonst... Sonst bringt mir das nichts weiter. Vielleicht muss ich hier noch ein bisschen weiter suchen. Vielleicht gibt's ja hier noch irgendwo etwas... Ne, tatsächlich... Tatsächlich nichts weiter. Hier ist diese Kurve mit dem Bagger zusammen. Und hier unten ist auch TNT oder so. Die wollten das hier wahrscheinlich freisprengen oder sowas. Ja, tatsächlich. Die wollten das hier unten freisprengen. Vielleicht kann ich diese Dinger noch irgendwie aktivieren oder so. Aber ich glaube nicht, warum sollte ich das denn machen? Vielleicht... Oh, Moment. Moment. Vielleicht kann ich das ja machen, um die Monster wegzulocken. Weil bis jetzt habe ich ja noch kein Monster in der Stadt an sich gesehen. Aber es kann halt durchaus möglich sein, dass die da überall drin rumkrauchen. Oder funktioniert... Der Motor funktioniert tatsächlich noch. Aber ich weiß nicht, wie ich das Ding hier steuern soll. Und außerdem macht das auch zu viel Krach. Ne, das lasse ich mal lieber sein. Das lasse ich mal lieber sein. Ich spiele lieber nicht mit diesem Ding hier rum. Aber ich meine, vielleicht... Warte mal, hier... Der hat noch ganz viel Sand geladen hier, der Truck. Vielleicht bringe ich... Kann ich den Truck auch irgendwie zum Laufe? Ah, ne, das bringt hier überhaupt nichts. Das ist alles... Alles ein... Ja, also der läuft... Der Motor läuft auf jeden Fall noch. Aber ich komme hier nicht einfach so rausgefahren. Ne, keine Chance. Keine Chance. Das ist hier alles... Alles eingesperrt. Vielleicht sollte ich mal eines dieser... Dieser Gebäude durchsuchen. Ich meine, das ist ja riesengroß. Was haben wir denn hier überhaupt? Äh, Jorten. Jorten-Firma. Okay, was machen die denn? Versicherung? Irgendwie die Jorten-Versicherung-Firma. Da habe ich noch gar nichts von gehört. Oh Gott, die sollte ich mir mal anschauen. Vielleicht finde ich ja hier noch irgendwas. Oh, tatsächlich, gibt es hier noch was? Oh, das muss ich gleich mal lesen. Diese Bücher, die helfen ja mal zu verstehen. Oh Gott. Oh mein Gott, ich verblute. Bitte Gott. Hilf mir. Ich will nicht einer von diesen Dingern werden. Alle konnten nach der Explosion nach oben rennen, aber... Meine Beine sind unzerquetscht. Ich kann... Ich kann nicht mehr rennen. Ich bin jetzt in einer Ecke gefangen und bete zu Gott, dass mich diese Dinger nicht finden werden. Was ist das für ein Geräusch? Oh nein, bitte. Ah! Oh nein, der Arme. Der ist hier wahrscheinlich wirklich in die Ecke gekrochen oder sowas. Hier scheint es irgendeine große Explosion gegeben zu haben. Ich gucke mal weiter nach oben. Vielleicht finde ich da noch weitere Hinweise. Ja, tatsächlich. Hier sind auch Teile von der Mauer rausgefallen. Hier scheint irgendwas... Irgendwas, das ganze Gebäude erschüttert zu haben. Hier gibt es auch noch so einen Schalter. Die Schalter kann ich auf jeden Fall gut gebrauchen. Was steht denn hier? Äh, okay. Nichts weiter. Reminder. Okay. Okay. Erinnerung macht den Computer aus. Gut, das braucht man jetzt wahrscheinlich nicht mehr machen. Ich meine, der ganze Strom ist ja hier eh in der kompletten Stadt ausgefallen. In meinem Haus, wo ich hergekommen bin... Was ist denn das hier? Wurde irgendwas eingesperrt? Ähm, okay. Dann muss man lesen. Ich kann es immer noch nicht fassen, wie schnell alles dem Bach hinuntergegangen ist. Erst war ich in der Kirche und dann bin ich mit meinem Kind im Arm hier gelandet. Ein Glück sind die Fenster dick genug, aber ich glaube nicht, dass sie noch an lange halten werden. Tag 2. Ich konnte hier nicht viel Nahrung finden. Ich mache mir langsam Sorgen. Aber ich mache mir mehr Sorgen um meine kleine Shelby und meine Marie. Ich hoffe, sie erinnern sich an unseren Notfallplan. Tag 3. Es sieht aus, als würde das Glas unten zerbrechen. Die Kleine weint immer mehr. Ich glaube, sie weiß, was auf uns zukommt. Es war so grausam zu sehen, wie der Panzer vor dem Kino von dieser Horde überrannt wurde. Tag 4. Unser Wasservorrat ist leer. Ich bin mir nicht sicher, ob ich es zu meinen Kindern zurückschaffen werde. Ich muss etwas tun, was ich garantiert bereuen werde. Oh nein, was hat sie denn gemacht mit dem Kind? Oh nein, oh nein, oh nein. Ich meine, Wasser ist hier noch ein bisschen da. Das kann ich gut gebrauchen. Aber die haben ja auch die Fenster verdunkelt oder sowas. Und die haben sie auch versucht zu verbarrikadieren oder so. Aber wo sind die denn hingegangen? Sind die weiter nach oben gegangen oder was? Aber es ist komplett eingestürzt. Hier gab es wirklich irgendeinen Beben oder sowas. Vielleicht gab es hier irgendwie eine große Explosion oder so. Oh, hier ist auch noch. Oh nein. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Oh nein, was ist da passiert? Ich habe doch gerade gesehen, dass die Blutspur wo die hingeführt hat. Jetzt weiß ich auch, was die in dem Tagebucheintrag damit meinte. Oh nein. Ich muss auch versuchen, hier weiter hochzukommen. Vielleicht gibt es ja ganz oben... Ja, was ist denn das hier? Lammfleisch überall. Aber hier gibt es nichts weiter. Aber hier kann ich die... Okay, wenn ich mich hier vorsichtig weiter hochziehe, ganz, ganz vorsichtig. Okay, komme ich hier... Ja, aber ich muss hier nochmal einmal rüber. Und perfekt. Weiter nach oben. Hochgezogen. Wow, ist das weit oben. Ey, das ist unglaublich. Hier darf ich am besten nicht nach unten gucken. Nicht nach unten gucken. Am besten hier einfach rüberspringen. Schritt für Schritt. Sprung für Sprung. Ganz vorsichtig. Oh, ich habe es geschafft. Ey, das Gebäude ist so weit oben, wenn ich... Ne, das wäre es gewesen. Das wäre es absolut gewesen. Was haben wir denn hier? Das scheint irgendwie das Büro vom Direktor gewesen zu sein oder so. Moment. Oh, tatsächlich. Tatsächlich ist es Direktors... Direktors Weste. Und das... Das Nox-Schwert. Aha. Okay, aber die bringt mir jetzt nicht so viel, die Weste. Aber ich kann... Hier gibt es auch noch irgendein Buch dazu. Das lesen wir noch. Endlich. Nach 20 langen Jahren und harte Arbeit ist Jorten eine der größten Firmen, was auch immer passieren wird. Die Firma Jorten wird es überstehen. Das war tatsächlich der Direktor hier von der Jorten-Firma. Okay, ich meine, das Schwert, was er hatte, das nehme ich immer noch mit. Und ein paar Sachen kann ich hier vor allen Dingen auch drin lassen, die mir... Oh, soll ich das mitnehmen? Ja, ich glaube, das sieht ziemlich gut aus. Das nehme ich auf jeden Fall mit. Jetzt muss ich nur irgendwie wieder nach unten kommen. Vielleicht gibt es ja hier irgendwo... Oh, tatsächlich. Hier gibt es einen Weg nach unten. Oh, perfekt. Den gehe ich ja mal am besten nach unten. Okay. Moment. Was... Was ist denn jetzt los? Hier gab es schon wieder einen Schrei. Das kann doch gar nicht sein. Ist jetzt wieder einer, das... Der CEO. Robert... Robert Knox. Aha. Aber ich höre ihn irgendwo. Aber irgendwas muss doch hier passiert sein. Irgendwas muss doch hier passiert sein. Tatsächlich. Hier oben. Hier oben ist der... Oh, nein, nein, nein. Nein, nein. Komm runter. Der greift mich mit zwei Schwertern angreifen. Ruhig bleiben. Ganz ruhig bleiben. Der ist auch infiziert. Der ist auch infiziert. Bleib weg von mir. Bleib weg von mir, du Monster. Okay, ich kann meinen Bogen benutzen. Mit dem Bogen kann ich ein paar gezielte Schüsse... Und? Ihr ist getroffen. Das Ding besiegt. Ey, was war denn das, bitteschön? Warum hat der mich denn angegriffen? Aber gut, der war halt infiziert. Die... Hier, die Hose von... Was soll ich denn damit anfangen? Die bringt mir ja überhaupt nichts. Okay, ich habe aber gemerkt, die Pilotenschuhe, die ich von dem Piloten da bekommen habe, letztens, die sind auch schon wieder komplett kaputt gegangen. Aber hier gibt es nichts weiter im Büro, ne? Ich habe jetzt einfach den CEO hier von der Firma... Der war infiziert. Der war anscheinend auch da oben. Der mochte es wahrscheinlich nicht, dass ich da runtergegangen bin. Oh, hier muss ich vorsichtig... Ja! Perfekt. Und langsam nach unten. Ganz langsam. Schritt für Schritt nach unten. Am besten gar nicht nach unten gucken, sondern einfach nur nach unten klettern. Am besten weiter. Immer weiter runter. Immer weiter runter. Oh, okay. Erstmal beruhigen. Erstmal beruhigen. Hier gab es ja dann niemanden Überlebenden, außer dieses komische... Oh, schon unten angekommen. Außer diesem komischen CEO. Aber der war jetzt auch nicht so richtig überlebt. In das Kino kann ich auch nicht nochmal rein. Ich muss weiter in die Stadt gehen. Und ich muss ganz wichtig aufpassen, dass es nicht Nacht wird. Weil sobald es Nacht wird, war es das wirklich für mich. Wow. Was haben wir denn hier noch? Okay, irgendwie... Irgendeine Charity, irgendeine Organisation hier noch. Die Unterstützung... Was ist denn hier passiert? Oh nein. Oh nein, oh nein. Das ist auch schon infiziert, das Gebäude. Das war nicht ohne Grund zugenagelt. Das war wirklich nicht ohne Grund zugenagelt. Ich muss da besser drauf achten. Vielleicht noch weiter nach oben. Okay, hier oben bin ich eigentlich einigermaßen sicher. Hier kann ich vielleicht noch weiter nach oben irgendwie. Letztendlich hier könnte ich mich noch an den Ranken so ein bisschen hochziehen. Und jetzt hier rüber und hoch. Perfekt. Hier kann ich auch noch ein bisschen weiter hoch. Alles hier komplett eingestürzt. Hier ist wirklich alles komplett eingestürzt. Gibt es da hinten noch irgendwas Besonderes? Tatsächlich. Na, nee, nichts weiter. Hier gibt es nichts weiter. Hier geht es noch mal ein bisschen weiter hoch. Und yes, perfekt. Perfekt, perfekt. Was haben wir denn hier? Oh. Supply Stash. Oh, das lese ich gleich mal. Ein paar Sachen muss ich halt unbedingt noch hier lassen. Hm. Jack, ich hinterlasse dir meine Vorräte. Du hast mir sehr geholfen. Ich weiß gar nicht, wie ich dir danken soll. Aber jetzt habe ich dich irgendwo da draußen verloren. Ich bin mir nicht sicher, ob wir uns je wiedersehen werden. Hier ist dein Anteil. Oha. Okay, der hat seine ganze Ausrüstung noch hier gelassen. Und vor allen Dingen wird es auch dunkel. Am besten versuche ich jetzt nach ganz oben zu gehen. Weil da werden wahrscheinlich keine von diesen Monstern kommen. Oh, vorsichtig. Wirklich am besten gar nicht nach unten gucken. Das steht hier auch noch alles gerade so. Was haben wir hier denn noch? Oh, ein paar modifizierte Pfeile. Wer hat denn das hier modifiziert? Vielleicht kann ich ja hier oben irgendwo bleiben. Ähm. Moment, Moment. Vielleicht kann ich hier irgendwo. Irgendwo meinen Schlafsack kennenlegen. Ey, da muss ich aber wirklich aufpassen, nicht nach unten zu fallen. Ich meine, ich werde sowieso nicht viel schlafen können. Oh je, oh je. Und tatsächlich, wie schon bereits gesagt. Also die Kamera läuft jetzt wieder. Ich konnte so gut wie kein Auge zutun. Ich brauche wirklich irgendwo mal einen ruhigen Platz. Ich merke langsam, dass meine Energie immer weniger wird. Ich brauche irgendwo auch noch richtige Nahrung. Ich kann nicht die ganze Zeit Äpfel und Karotten essen. Ich brauche irgendwoher noch Protein oder sowas. Oder wenigstens irgendwas anderes außer Karotten und Äpfel. Aber jetzt muss ich erstmal hier dieses schreckliche Gebäude verlassen. Oh, hier ist die Decke eingestürzt oder sowas. Ähm. Komme ich hier irgendwo nach unten? Vielleicht kann ich eine dieser Ranken benutzen. Ähm. Moment, hier komme ich... Nee, tatsächlich nicht. Tatsächlich weiter nach oben geht es auch nicht. Ja, oh, hier kann ich erstmal runter. Erstmal Schritt für Schritt runter. Aber vielleicht gibt es da oben noch irgendwas Besonderes. Aber ich glaube tatsächlich nicht. Ich glaube, ich sollte wirklich erstmal den Weg nach unten wählen. Hier geht es noch weiter. Hier geht es tatsächlich nirgendwo mehr weiter. Ey, auch vor allem aufpassen. Hier einfach durch einiges Löcher zu fallen. Weil dann, dann brechen wir noch den Fuß oder sowas. Und das wär's ja. Ein gebrochener Fuß in der Zombie-Apokalypse. Da unten gibt es auch nichts weiter. Vielleicht. Hm. Nee. Ich gehe hier weiter. Weiter nach unten. Schritt für Schritt. Was haben wir denn hier noch? Okay, ähm. Mit dem Spielzeug aufpassen. Was ist denn das hier? Um ein Spielzeugraum oder sowas? Tatsächlich gibt es ja einen Haufen Spielzeug. Oh, tatsächlich. Was gibt es denn hier noch alles? Hier sind die ganzen Kuscheltiere drin. Alles auch von diesem Spiel. Wie hieß denn das? Ähm. Linecraft oder sowas. Oder Ninecraft oder so. Boah, mich will ich gerade erschocken. Tatsächlich. Das... Hier sind die ganzen Line... Linecraft-Figuren. Eigentlich muss ich weiter runter gucken. Aber hier... Das scheint noch intakt zu sein. Was ist denn das hier? Was ist denn das für... Die... Die V2? Hahaha. Oh, play digitally. Okay. Das ist überhaupt kein Problem. No dirty fingers. Also keine drückigen Finger bei den Konsolen. Alles klar. Das ist kein Problem. Ich meine, die funktionieren jetzt eh alle nicht. Aber... Hier wurden wirklich irgendwie... Anscheinend die Konsolen konnte man hier austesten. Ach, das war... Das ist hier irgendwie ein Spielzeugladen oder sowas. Mit einer Farm. Und einer Blutspur. Oh, oh, ich habe ein ganz... Oh, oh. Ich habe ein ganz schlimmes Gefühl bei der Sache. Ich habe ein ganz, ganz schlimmes Gefühl bei der Sache. Was ist das denn? Eine Miniaturstadt. Das ist ja auch niedlich. Das ist ja auch niedlich gemacht. Oh, 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 oh. Das sieht man hier schon... Und irgendwie scheinen hier auch irgendwie diese... Diese Baudinga irgendwie hier alles zu halten. Ähm... Ist hier irgendwie die Decke eingestürzt oder sowas? Hier wurde wirklich irgendwas... Irgendwas gehandwerkelt. Und... Ja, hat sich jemand verbarrikadiert anscheinend oder so? Oh nein, eine Blutspur. Ähm... Das ist überhaupt kein gutes Zeichen. Das ist... Generell eine Blutspur ist kein gutes Zeichen. Oh, was ist denn das hier? Ich hasse sie. Oh nein, das ist irgendein Tagebuch. Mal schauen. Tag 1. Ich weiß nicht, was passiert ist. Die Nachrichten haben etwas verschwingen und sagen uns nicht die Wahrheit. Ich bin hier ganz allein mit den Kindern. Und anderen Eltern auf der Geburtstagsparty im Wärtchen Spielzeugladen. Wir konnten die Türen und die meisten Fenster mit Stühlen verbarrikadieren. Und alles, was wir hören, sind Schreie, Schüsse, Explosionen und Menschen, die ster... Ich kann froh sein, dass ich nicht alleine bin, sondern hier sicher mit meinem Mann und meinem Sohn. Tag 2. Der Lärm hat immer noch nicht aufgehört. Wir haben das Gebäude nach allen nützlichen Sachen durchsucht und auch einiges gefunden. Nur leider reicht es nicht für uns alle aus. Der Strom fällt in regelmäßigen Abständen aus. Ist etwas im Atomkraftwerk passiert? Ich hoffe, Dian, geht es gut. Es ging alles so unglaublich schnell den Bach runter. Und die ganzen Tage höre ich Kinder weinen und sie hören nicht auf, egal wie viel Spielzeug wir ihnen geben. Ich glaube, sie wissen bereits, was los ist. Tag 3. Es sieht etwas besser aus. Wir haben Brücken zu anderen Gebäuden gebaut. Ich muss James dafür danken, denn ohne seine Handwerkskunst hätten wir es niemals geschafft. Wir haben alle Kinder in einen Raum gebracht und die sind so gut wie möglich abgesichert. Außerdem haben wir von der CEDA gehört, dass das Militär bald mit Hilfsmitteln kommen wird. Tag 23. Wir haben es geschafft, eine kleine Farm aufzubauen. Sogar die Kinder haben Spaß dabei, uns mit der kleinen Farm zu helfen. Ich habe ein paar Kampfjets über uns wegfliegen gesehen, aber sie machen rein gar nichts. Ich frage mich, ob meine Freunde immer noch am Leben sind, aber ich sollte lieber nicht darüber nachdenken. Tag 56. Ich hasse sie alle. Heute haben uns die Kampfjets bebombt, weil sie dachten, wir wären infiziert. Das Sache ist eingestürzt und irgendwie haben die Infizierten es geschafft, dort reinzukommen. Alle Kinder und ein paar Erwachsene sind gestorben und die, die überlebt haben, sind alle verschreut. James soll seinen Mund halten, denn es war sein Plan, die Kinder dort einzusperren. Ich habe meinen Kindern umschreien gehört, ich weiß nicht mehr weiter. Tag, was weiß ich. Ich kann nicht mit dem Gedanken leben, dass unsere Kinder weg sind und so tun, als wäre nichts passiert. Wenn alle anderen am Schlafen sind, werde ich jetzt alles beenden. Ich hole dich, mein Schatz. Wenn du es lesen solltest, lebt wohl. Jetzt ist auch klar, was hier passiert ist. Die ganze Decke oben ist eingestürzt. Ich hoffe mal, dass die Leute hier wenigstens entkommen konnten oder sowas. Aber es sieht nicht so aus. Aber tatsächlich gibt es ja auch keine, ich sag mal, keine Körper von... Oh nein, das heißt einfach nur, dass die infiziert wurden und jetzt wahrscheinlich draußen irgendwo rumlaufen. Oh nein, das kann nicht sein. Ich hoffe mal, die haben irgendeine Lösung gefunden. Oh je, oh je. Ne, hier sind auch noch die ganzen Köpfe unten. Die ganzen toten Köpfe. Oh, ich muss hier raus. Oh, ich muss hier raus. Das ist... Ich will gar nicht wissen, was hier genau passiert ist. Ein Glück war ich nicht hier, als es passiert ist. Das muss absolut grausam gewesen sein. Ey, diese verdammten Wissenschaftler, die hier an diesem Virus geforscht haben und jetzt alles... Die haben die ganze Menschheit auf dem Gewissen. Die haben die ganze Menschheit auf dem Gewissen und wahrscheinlich auch sich selber. Und diese ganzen Experimente, die durchgeführt wurden. Ähm, ruhig bleiben. Ruhig bleiben. Oh nein, die sind auch schon wieder eine dieser Monster. Ich muss schnell nach oben. Was soll man denn hier überhaupt dagegen machen? Ich meine, gibt es überhaupt noch Hoffnung? Gibt es hier überhaupt noch Hoffnung? Moment, ich darf jetzt nicht verzweifeln. Ich darf jetzt auch vor allem nicht in Panik verfallen. Wenn ich in Panik verfalle, dann... Dann war es das wirklich. Dann war es das wirklich. Ich muss kämpfen. Ich muss einfach gegen diese Monster kämpfen. Einfach jeden einzelnen von diesen Monstern... Oh, ups. Einen einzelnen von diesen Monstern einfach... Einfach gegen jedes Monster kämpfen. Ich muss andere Überlebende finden und dann... Dann muss jedes einzelne von diesen Monstern besiegt werden. Ich will gar nicht wissen, wie viele von diesen Monstern das sind. Aber tatsächlich, Waffen gibt es hier genug. Ich brauche nur andere Überlebende. Wenn ich die nur finden würde. Wenn ich die nur... Wenn es einfach nur andere Überlebende geben würde. Aber ruhig bleiben. Ruhig bleiben. Es ist noch nicht alle Hoffnung verloren. Es ist nicht alle Hoffnung verloren. Was gibt es denn hier noch? Oh. Ein Weg. Ein Ausweg. Oh, hier gibt es auch nochmal... War das auch jemanden, der einen Panzer? Das war jemand auch, der einen Panzer gefahren hat wahrscheinlich. Okay, mal lesen. Wir müssen hier endlich raus. Unten wurde alles überrannt. Also durchsuchen wir die oberen Ebenen. Wir müssen wahrscheinlich das C4, was wir gefunden haben, verwenden, um hier rauszukommen. Die haben hier auch überlebt. Die haben hier tatsächlich auch überlebt in diesem Gebäude. Vielleicht haben die ja oben noch irgendwas gefunden. Vielleicht haben die... Hallo? Ist hier jemand? Vielleicht haben die hier wirklich oben in diesem Gebäude überlebt. Und die haben sich auch verbarrikadiert so ein bisschen, ne? Die ganzen Zombie-Barrikaden oder was... Ähm... Was ist denn das hier? Irgendein großer Fernseher oder sowas? Ne, hier gibt es nichts weiter. Hier ist auch die Decke eingestürzt. Hier ist alles komplett eingestürzt. Diese komplette Stadt ist verloren. Geht es hier noch weiter nach oben? Tatsächlich geht es hier noch ein bisschen weiter nach oben. Wenn ich hier rüber hüpfe... Oh, vorsichtig. Hier geht es noch weiter nach oben. Moment, vielleicht kann ich ja hier irgendwo... Irgendwo an diesem Baum... Vielleicht kann ich mich hier so ein bisschen hochziehen. Hm... Komme ich hier noch weiter hoch? Hm, tatsächlich... Tatsächlich nicht so richtig. Ne, hier komme ich nicht weiter hoch. Ich muss ja am besten... Am besten Stück für Stück versuchen, irgendwo anders noch... Moment, da oben. Vielleicht komme ich da ran. Ganz vorsichtig. Aber hier gibt es nichts Sinnvolles dran. Absolut nichts Sinnvolles. Hm... Komme ich hier noch? Ne, hier komme ich nicht weiter hoch. Und da rüber springen? Ne, das wäre... Das wäre doof. Wenn ich da die... Wenn ich da den Absatz nicht mit meiner... Mit meiner Hand bekomme... Oh, hier kann ich vielleicht lang. Okay, ganz vorsichtig. Ganz vorsichtig. Augen zu und durch, würde ich sagen. Okay, mein einziger Kopf nach oben zu kommen. Oh, nein, nein, nein. Okay, ich habe es. Ich habe es schnell nach oben ziehen. Das war unglaublich knapp. Ein Glück... Ein Glück ist die... Ist die Ranke hier nicht gerissen. Das wäre es gewesen, wenn dieser Ranke... Da werde ich... Nicht drüber nachdenken. Bloß nicht drüber nachdenken. Hier komme ich nicht hoch. Aber hier komme ich in diesen... In diesen kleinen... Aber Helikopterlandeplatz. Der Helikopter... Das ist von irgendeiner Drohne oder sowas. Irgendeiner Flugeinheit. Aber der ist schon weggeflogen. Jetzt muss ich irgendwie wieder nach unten kommen. Vielleicht kann ich ja... Sollte ich die Nacht hier in diesem Gebäude verbringen? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich brauche irgendeinen anderen Platz zum Schlafen. Hier oben fühle ich mich irgendwie nicht sicher. Ich habe ein ganz schlechtes Gefühl bei der Sache. Vor allen Dingen ist ja auch irgendwie... Die komplette Decke... Alles komplett eingestürzt. Aber hier an dem... An dem Baum kann ich wieder so ein bisschen runter. An den... An den Ranken... An der... An der Hecke hier. Zum Glück ist sie nicht... Zum Glück... Zum Glück hält die das Gewicht aus. Aber ich... Ich darf nicht... Hier... Was ist das für ein eingestürztes Gebäude? Hier kann ich ein bisschen runter. Weil das ist ja vor allen Dingen auch riesengroß. Vor allen Dingen... Ich meine, hier hätte ich auch hochklettern können, aber... Erstmal runterklettern. Erstmal runterklettern. Und jetzt brauche ich vor allen Dingen auch einen Ort für die Nacht. Ey, das... Hier ist alles komplett zerstört. Und ich will gar nicht wissen, wie viele... Wie viele von diesen Monstern hier, die bei Nacht... Bei Nacht einfach durch die Straßen laufen. Okay, ich muss ganz dringend irgendwo... Irgendwo einen Ort zum Schlafen finden. Ähm... Vielleicht... Vielleicht bleibe ich hier doch nochmal in diesem... In diesem Laden. Ich glaube doch... Hier werde ich jetzt mal die Nacht verbringen. Es wird, glaube ich, Zeit, dass ich die Stadt hier jetzt... So schnell wie möglich verlasse. Ich habe in der Nacht so viele... So viele von diesen Monstern draußen gehört. Und ich... Das ist... Das sind die schon tatsächlich. Ich glaube, die Stadt... Alleine hier in der Stadt zu sein, das ist... Das ist absoluter... Das... Das werde ich nicht überleben. Ich muss hier sofort... So schnell wie möglich weg. Moment, von wo bin ich denn gekommen? Am besten... Am besten gehe ich zurück zu Terravill. Da kenne ich mich so ein bisschen aus. Vielleicht finde ich da noch einen anderen Weg irgendwo anders hin. Aber hier kann ich erstmal nicht bleiben. Olympus... Olympus wurde tatsächlich überrannt. Olympus wurde überrannt. Hier gibt es keine lebende Seele mehr. Vielleicht noch in eine der Hochhäuser. Aber um da hin zu gelangen, muss ich mir erstmal den Weg freikämpfen. Und... Bevor ich das... Allein... Das schaffe ich niemals alleine. Ich brauche unbedingt... Ich brauche unbedingt noch andere Überlebende. Vielleicht gibt es draußen ja noch Überlebende. Ich hoffe es so sehr, dass ich noch jemanden finden werde. Aber ich muss hier erstmal weiterziehen. Ich kann hier tatsächlich nicht bleiben. Ich darf hier vor allen Dingen auch nicht bleiben. Weil das... Das werde ich auf keinen... Auf überhaupt keinen Fall überleben. Wo bin ich denn hier gelandet? Das ist jetzt aber nicht Terravill. Nee, tatsächlich. Moment, hier gibt es doch... Hier gibt es doch dieses berühmte Quellwasser. Das wurde da auch nach... Nach Imperius geliefert. Das weiß ich noch. Das gab es doch da überall im... Im Supermarkt. Tatsächlich, hier gibt es das. Das berühmte Quellwasser. Ich meine, das habe ich damals auch getrunken. Aber es ist wirklich einzigartig gewesen. Besser als normales Wasser. Tatsächlich, wenn ich das trinke, dann fühle ich mich so... Tatsächlich so erfrischend, so belebt. Da muss ich am besten noch ein bisschen was von mitnehmen. Denn Wasser wird wahrscheinlich... Wird wahrscheinlich auch früher oder später knapp werden. Ich meine... Das hier scheint noch gut... Im guten Zustand zu sein. Aber wenn du jetzt halt so ein altes Tümpelwasser nimmst... Ich glaube, da kannst du nicht... Nicht so lange von... Nicht so lange von trinken. Moment, komm, soll ich hier reingehen? Nee, am besten nicht. Ich muss auch... Ich muss noch einen anderen Ort suchen. Ich meine, hier scheint ja noch alles... Also der kleine Vorort von Olympus. Hier ist noch alles in Ordnung. Ach, Moment, hier war ich doch schon. Das ist die Schule. Hier gab es doch dieses merkwürdige Gebäude mit den ganzen Fallen. Jetzt müsste doch gleich wieder diese Abzweigung kommen. Ich meine, jetzt zum Vergnügungspark. War das nicht hier irgendwo? Oh, tatsächlich, hier. Hier geht es zum Vergnügungspark. Das heißt, hier nach links sollte ich jetzt auch nicht gehen. Moment, ich muss geradeaus. Ja, genau, hier bei diesem... Bei diesem Militärstützpunkt vorbei. Ähm, vielleicht gibt es ja hier noch irgendwas anderes. Was ist denn das da hinten noch? Ein großer Radioturm oder sowas. Wie heißt das denn? So ein Funkturm. Ah, der ist noch nicht eingestürzt. Aber ich... Oh, hier ist auch ein Baum runtergefallen. Tatsächlich. Mitten auf die Straße. Ich meine, deshalb könnten wahrscheinlich die Autos hier nicht weiterfahren. Ähm, was haben wir denn hier noch? Okay, was ist denn das für... Hier ist auch die ganze Straße kaputt. Also, hier sind auch die ganzen Trümmern. Hier ist wirklich irgendwas explodiert oder sowas. Hier stehen auch noch ein paar rum. Und hier geht es auch noch... Was ist denn das überhaupt? Hier, hier sollte ich mal am besten reingucken. Ähm, Moment. Was ist denn... Das hinten sieht aus wie ein Militärstützpunkt. Nein, ich muss erst mal hier reingucken. Vielleicht gibt es hier noch irgendwas Besonderes. Was ist denn das? Haha, Boris... Boris der Bär. Hahaha. Boris der Bärfiguren. Vielleicht kann ich das halt zu diesen Monstern werfen. Vielleicht werden sie davon abgelenkt. Aber ich wage es zu bezweifeln. Ich wage das stark zu bezweifeln. Hier geht es noch ein bisschen nach oben. Haben wir hier noch irgendwas? Tatsächlich, der... Der Bärenverteidiger. Ich meine, das scheint tatsächlich ziemlich scharf zu sein. Vielleicht... Vielleicht kann ich damit wirklich irgendwas anfangen. Oh, hier ist auch die Decke eingestürzt. Komm, ich... Sollte ich hier irgendwo runterspringen? Ich weiß nicht. Moment, vielleicht... Vielleicht kann ich irgendwie... Hab ich hier Zugriff... Ja, tatsächlich, hier ist der Lagerraum. Und hier gibt es noch ein bisschen was. Ein paar Medikamente. Ah, die sollte ich mitnehmen. Man sollte mir aber vor allem auch die... Die Stelle merken, wo ich die Medikamente... Wo ich ein paar Medikamente liegen lasse. Vielleicht sollte ich mir einfach irgendwo noch ein Lager einrichten. Wo ich weiß, okay, da könnte ich im Notfall zurückkehren. Und die ganzen Medikamente oder vor allem Verbände oder sowas holen. Aber das mache ich am besten vielleicht... Vielleicht nicht hier draußen. Ich meine, hier ist es ziemlich... Ziemlich klar, wenn hier jemand herkommt, der wird es durchsuchen und alles finden. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ich glaube, ich sollte mal... Vielleicht zu dieser Militärstation... Zur Militärstation gucken. Hab ich hier noch irgendwas dran? Nee, tatsächlich nicht. Ah, hier ist noch eine Polizeiabsperrung. Ich meine, gut. So wird mich jetzt... Wäre ich jetzt wahrscheinlich kein Strafzettel bekommen, wenn ich jetzt hier einfach rüberklettere. Aber ich habe wirklich das Glück, dass bei Tageslicht hier keine Monster sind. Hier geht es auch nochmal einen Berg hoch oder sowas. Und was haben wir denn hier? Ah, das ist nur ein Hotel. Ja, die kann ich hier vielleicht wirklich die Nacht verbringen in diesem Hotel. Vielleicht finde ich ja hier noch... Noch ein bisschen mehr Nahrung könnte ich auch noch gebrauchen. Ich meine, ehe es zu knapp wird, das wäre es natürlich. Hier hinten gibt es nicht... Da fasst du aus, als würde es hier in den Keller reingehen. Aber es wird jetzt... Tatsächlich geht die Sonne unter. Ich muss also hier irgendwo am besten die Nacht verbringen. Ja, hier gibt es ein paar Betten. Ja, okay. Hier gibt es noch eine Ausrüstung oder sowas. Tatsächlich, vielleicht ein Bad... Vielleicht ist das ja ein Bademantel. Ich habe ein Bademantel hier aus dem Hotel. Hier gibt es ein großes Fleisch. Naja. Ähm... Moment, haben wir hier noch irgendwas? Oh, hab ich... Oh, aber ich habe... Ich wusste doch eigentlich, dass die Dinger da sind. Das war doch in dem anderen Raum auch so. Ne, ich werde mich jetzt erstmal schlafen legen. Und dann werde ich mal diese... Diese Militärstation untersuchen. In der Nacht waren eigentlich keine Monster unterwegs. Aber ich meine, da hinten ist noch dieses... Dieses Militärgelände. Vielleicht hat das dafür gesorgt, dass hier keine... Keine Monster sind. Aber ich... Ich musste einfach mal hingucken. Vor allen Dingen sind da oben auch diese ganzen Notfallfackeln. Vielleicht finde ich da ja noch was. Ich meine, ich war ja jetzt hier die Nacht im Hotel und... Oh, hier ist auch schon das Glas eingestürzt. Ein Glück ist ja kein bisschen von diesen Dingern reingekommen. Aber vielleicht gibt es hier hinten noch irgendwas... Irgendwas zu essen oder so. Weil ich... Na, nur rohes Fleisch. Das nehme ich am besten nicht mit. Ich meine, wenn das jetzt hier schon länger liegt... Dann lasse ich es einfach mal am besten so, wie es ist. Und das stimmt. Ich habe ja auch noch hier dieses... Dieses Quellwasser. Ich glaube, das ist auch noch ganz gut. Aber erst mal vorsichtig sein. Wer weiß, was an diesem Militärgelände los ist. Was habe ich denn hier noch? Ah, das ist wieder so ein Feuerwehrauto hier. Okay. Da muss ich jetzt mal hingehen. Das sieht halt schon fast aus wie in einem Gefängnis oder so. Aber ich glaube tatsächlich, dass es irgendwie... Ja, das ist wirklich so eine Militärstation. Da muss ich jetzt versuchen, irgendwie reinzukommen. Aber hier ist der Zaun oben. Da komme ich irgendwie nicht drüber. Vielleicht kann ich irgendwo... Hier könnte ich versuchen, die Bretter zu entfernen. Oder da hochklettern. Aber warte, Moment. Wenn ich jetzt hier auch noch zur anderen Seite gehe... Vielleicht sieht das ja hier noch ein bisschen besser aus. Tatsächlich, hier kann ich hochklettern. Jawohl. Ganz vorsichtig und rüberziehen. Perfekt. Und jetzt kann ich hier auch runter. Moment, wenn ich jetzt hier einfach an der Ranke bin. Okay. Bringt das hier... Vielleicht kann ich jetzt irgendwie... Oh, tatsächlich, das funktioniert mit dem Tor. Das Tor kann man hier irgendwie so deaktivieren. Vielleicht hier noch irgendwie. Ah, hier komme ich jetzt... Tatsächlich, Gate Control. Ah, jetzt habe ich das Tor runtergefahren. Aber ich lasse es mal lieber erstmal oben. Wer weiß, was sonst hier noch auf uns zukommt. Hier kann ich auf den Turm klettern. Perfekt. Noch ein bisschen weiter nach oben. Vielleicht gibt es ja... Oh, langsam wird es auch warm. Da hinten gibt es auch noch ein Tor, was irgendwo hinführt. Ah, hier ist auch alles verlassen. Was haben wir denn hier? Ah, tatsächlich noch irgendein Journal oder sowas. Das muss ich gleich mal lesen. Diese Welt geht immer weiter den Bach runter. Es ist das Jahr 50NZ. Du weißt schon. Nach Zombies. Und ich weiß nicht, was zur Hölle gerade passiert ist. Bevor alles den Bach runterging, war ich ein Teil der Air Force. Kurz davor, nach Afghanistan geschickt zu werden. Das wäre mein zweites Mal. Aber ich bin nur noch nicht den ganzen Kriegslärm gewöhnt. Es macht dich paranoid. Jeder einzelne Sekunde. Aber selbst heute hat sich nichts geändert. Die Walker sind bei weitem besser, als die Gefahr, eine Kugel in den Kopf zu bekommen. Ich bin eigentlich froh, dass ich nie wieder schießen muss. Aber bleiben wir beim Thema. Ich bin ein alter Farmer. Jeder kennt mich. Der alte Farmer Robert Gavin. Meine Frau und mein Sohn Chris mit seiner Frau blieben bei der Farm, als ich weggeschickt wurde. Sie haben sich um die Pferde gekümmert. Außerdem bin ich nicht nur Farmer, sondern auch noch Truckfahrer. Ich liefere Sachen zu den verschiedenen Märkten und ich verstecke immer meinen Truck. Eines Tages kam ich nach Hause und irgendetwas stimmte ganz und gar nicht. Da waren überall diese Walker. Ich rannte rein und wollte meine Machete schnappen, aber habe vergessen, dass ich sie Chris gegeben hatte. Und er hat alles im Feld vergraben. Ich habe also stattdessen meine Angst genommen und bin zur Scheune gerannt. Ich fand meine Frau dort in ihrem eigenen Roten... Was stimmt nicht? Chris und seine Frau waren nirgendwo zu sehen. Der einzige Ort, den ich nicht untersucht hatte, war das alte Häuschen. Oh, eine Axt gibt es hier auch noch? Ah, das ist tatsächlich seine Axt gewesen. Da muss ich mal hingucken. Wo der war. Lass ich jetzt irgendwas hier? Ich glaube, ein paar Sachen kann ich noch hier lassen. Das brauche ich auch gar nicht. Brauche ich eigentlich die ganzen Strings? Ich glaube nicht. Ich glaube, die kann ich auch hier einfach reinpacken. Oh, hier kommt man... Soll ich hier rüberspringen? Nee, das schaffe ich niemals. Nee, 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 nee. Ich muss einen anderen Weg suchen. Aber hier sind auch nur diese Notfallfackeln. Moment, aber vielleicht komme ich ja hier irgendwie noch rüber. Ähm, hier gibt es auch immer noch einen Durchgang. Nee, das war hier zu. Aber hier in den anderen Turm. Vielleicht gibt es in den anderen Turm noch irgendwas. Ah, hier ist zusammengestürzt, ne? Und hier komme ich nicht rein. Oh, ich werde schon wieder. Ich werde schon wieder eines dieser Monster. Ah, das kann doch gar nicht sein. Communication Tower. Vielleicht gibt es ja hier noch irgendwas drin. Was ist denn das? Oh, was ist das für eine Maschine? Okay, hier gibt es... Hier gibt es auch noch einen Untergrund. Nee, da habe ich erst noch nichts dran verloren. Ah, hier gibt es ein bisschen Munition. Und eine Granate. Die Granate nehme ich auf jeden Fall mit. Die kann ich bestimmt noch gut gebrauchen. Gibt es hier noch was Besonderes dran? Nein, hier gibt es nichts weiter. Aber hier oben im Kommunikationsturm... Vielleicht gibt es ja hier wirklich noch irgendwas, um... Oh, ich höre schon wieder die ganze Zeit diese ganzen... Diese ganzen Monster hier. Das ist was für eine Karotte. Ah, hier könnte ich auch noch drüber. Boah, das ist aber ganz schön riskant. Vielleicht komme ich hier... Vielleicht komme ich hier einfach... Und drüber. Ja, perfekt. Und hochklettern. Uh. Aber das hat mir jetzt irgendwie nicht so viel gebracht. Hier oben gibt es ja gar nichts weiter. Man muss jetzt hier erstmal wieder ganz vorsichtig runter. Ganz, ganz vorsichtig. Ganz vorsichtig runter. Okay, auch nochmal rum. An den Ranken festhalten. Perfekt. Ich sollte hier am besten wirklich mal Gebäude für Gebäude durchsuchen. Aber was haben wir denn hier auch noch? Militärisches Labor. Okay. Nur für autorisiertes Personal. Hier geht es auch noch irgendwo nach oben. Wow, was ist denn das? Hier fließt Lava runter? Und eine Kamera da oben. Was war denn hier gemacht? Hier gibt es auch nochmal eine Granate. Eine Granate reicht erstmal. Eine Granate reicht erstmal. Hier muss ich aufpassen. Das ist nicht Wunderfall. Oh, einmal rüber gesprungen. Oh. Was war denn hier geforscht? Okay, wo bin ich denn hier gelandet? Wow. Oh, wow, wow. Oh. Hallo? 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 Was machst du denn hier? Ich warte auf meinen Militär-Trupp. Der Militär-Trupp? Die haben mich hier eingesperrt. Warte mal, dein Militär-Trupp hat dich hier eingesperrt? Ja. Bist du infiziert oder was? Ich bin hier schon seit einigen Monaten. Ich hoffe nicht. Seit einigen Monaten bist du schon hier? So lang? Bist du so lang hier schon eingesperrt? Ich habe ein bisschen Essen bekommen und ein bisschen Trinken. Ah, krass. Okay. Ah, heftig. Ich bin erstmal sprachlos, jetzt überhaupt einen anderen Menschen hier zu treffen. Ich dachte, hier gibt es nur diese Monster oder halt die Saphir-Soldaten, die mich damals... Na gut, das sagt dir wahrscheinlich nichts. In so einer Stadt, da haben die mich gejagt. Das waren alles Menschenfresser, aber... Du scheinst... Warte mal, lass dich mal raus. Ich werde dir mal vertrauen, okay? Achtung, ich zück trotzdem meine Axt. Okay, wie ist denn überhaupt dein Name? Ähm, ich heiße Timo. Timo, okay. Ähm, und du hast gesagt, deine Militäreinheit ist irgendwo hier. Ja, wir hatten oben beim Militärlager, ich weiß nicht, ob du das gesehen hattest, einen Treffpunkt. Ja, dann, Treffpunkt. Okay, lass uns mal am besten nach oben gehen. Weil hier unten ist irgendwie hier alles mir nicht so geheuer. Okay, und wie lange... Du hast ja jetzt ein paar Monate... Also, es war bestimmt gefühlt ein paar Monate warst du da unten, ne? Aber, sag mal, dieses Apokalypse... Ich weiß nicht, ob du da schon was mitbekommen hast. Also, draußen laufen jetzt die ganze Zeit diese Monster hier herum. Ich meine, jetzt ist ja noch alles sauber, aber... Ja, ich hab sie... Genau. Ich hab draußen Schüsse gehört und Bomben. Schüsse und Bomben? Ach, wow. Ja. Ach, krass. Warte mal, ich geb dir mal... Hast du irgendwas zum Kämpfen? Ich geb dir mal hier eine Granate. Ah, sei vorsichtig mit den Dingern. Die haben wirklich ein ganzes Gebäude in Luft. Und Achtung, hier sind überall diese Monster. Hast du was zum Kämpfen bei dir? Ich hab ein Schwert. Ach, perfekt. Okay. Ähm, ich weiß nicht, wie gut du im Kämpfen bist. Also, ich bin ziemlich vorsichtig, was das angeht. Okay, hast du einen Bogen bei dir? Nein. Okay. Da hinten ist eines dieser Monster. Oh, das werden immer mehr. Raus, 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 raus. Schau raus, wir müssen ja die Tür verbarrikadieren. Okay, in der Cafeteria sind die also schon drin. Lass uns mal noch ein bisschen weiter gucken. Und wo warten die auf dich, deine Freunde? Bei der Militärbase. Oh, Armory. Hier habt ihr also ganz schön... Guck mal, hier gibt's noch einen Bogen. Hier habt ihr jetzt nicht nur ein bisschen Waffen von euch. Und eine Granate. Oh, hier gibt's Pfeile drin. Und eine Rauchgranate. Wow. Ich nehm mir ein paar Pfeile raus. Ah, oh, nimm dir unbedingt die mit. Ich meine, es war ja schließlich eine Einheit hier. Ich meine... Okay, hier kommen wir noch mal ein bisschen nach oben. Wow. Ah, ich höre die Monster schon wieder überall. Ich höre sie schon wieder überall kommen. Also, du hast gesagt, hier warten irgendwo deine Freunde auf dich? Ja. Okay, warte mal. Dann müssen wir am besten dort hingehen. Ich probiere mal kurz die Rauchgranate aus. Ich weiß halt nicht, ob die uns was bringen wird. Oh, tatsächlich. Wow, 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 wow. Oh nein, es wird bestimmt die Monster anlocken. Ähm, wow. Wow, wow, wow. Okay, lass uns schnell weggehen. Lass uns schnell woanders hingehen. Ähm, und wo hast du gesagt, warten die oft auf dich? Es müsste hier hinten sein. Hier hinten? Durch den Tunnel durch, oder was? Ich vermute schon. Ich weiß nicht, was sich alles geändert hat. Ich war da so lange drin. Okay, wow. Ähm, hier ist alles ganz schön eingestürzt. Also, hier müssen wir wirklich vorsichtig sein. Ah, hier gibt's noch eine Tür. Was ist denn das? Kommandozentrale. Hier drin, oder wo? In der Kommandozentrale? Ne, wir hatten eine, aber ich war nicht so hoch vom Rang, dass ich überall rein durfte. Ah, okay, dann lass uns mal hier gucken. Vielleicht gibt's hier irgendwelche Hinweise, oder sowas. Was haben wir denn hier? Bitte warten Sie. Ah, ja, okay, tatsächlich. Der Notfallknopf. Oh, überall Blut. Oh, den hab ich gar nicht gesehen, die Blutspur. Oh, das ist eklig. Okay, ganz vorsichtig, ganz, ganz vorsichtig. Ich meine, der Notstrom scheint hier auch noch zu funktionieren. Bei diesen Dingern. Hier ist auch eine Blutspur. Wahrscheinlich da. Oh nein, hier hat sich jemand nach oben gezogen. Wow, jetzt überall Kameras. Oh, die Kamera ist hier kaputt gegangen. Storage. Aber warte mal, ich hab hier tatsächlich so einen Schalter bei mir. Den kann ich hier einfach ranpacken. Yes, jetzt können wir hier in den Lagerraum. Wow, hier gibt's noch eine ganze Menge. Flashbangs gibt's auch hier. Granaten. Was sind denn noch Schaufel mit drin? Wow, hier gibt's echt eine ganze Menge. Noch einen anderen Schalter, das hat sich ja richtig gelohnt. Versuch dir auch am besten so viel wie möglich mitzunehmen. Was sind das hier? Warte mal, ein Nachtsichtgerät? Oh, tatsächlich, ich hab ein Nachtsichtgerät gefunden. Wow. Wow, vielleicht find ich auch noch irgendeins. Aber nee, tatsächlich, hier gibt's nur eins dran. Es wird bestimmt noch irgendwo eins geben. Ah, die Rauchgranate. Ich werde mal das Nachtsichtgerät, das werde ich erstmal nur bei Nacht tragen. Ich glaube, das ist erstmal sicherer. Ja. Was haben wir denn hier noch? Security Center. Hier kann ich auch nochmal reingehen. Ich hab auch noch einen Schalter. Perfekt dafür. Kommando Locker Rooms. Oh, jetzt haben wir jetzt hier irgendwas geöffnet. Ach, tatsächlich, hier kann man die Schalter aktivieren. Ah, die Tür dahinten. Okay, was ist das hier? Entry Lock? Ah, okay. Ah, hier oben, guck mal, hier oben ist immer noch was. Ein paar alte Computer, aber die bringen uns auch nicht so richtig was. Naja. Aber hier hinten haben wir es jetzt geöffnet. Oh, hier war die Kommandozentrale. Oh, was sind das? Kommando Skyar Sword. Das ist hier ein Schwert von deinem Kommandanten. Kommandant Skyar. Warte, der hat irgendwas hinterlassen. Ein Satellit, warte mal. Skyar kenn ich. Kennst du Skyar tatsächlich, ja? Ja, ich bin den ein, zwei Mal begegnet. Irgendwie scheint der Satellit ausgefallen zu sein. Der Kommando-Satellit. Ich hätte das letzte Mal dann irgendwie die Verbindung verloren. Oh, guck mal, hier ist auch die Karte. Nö. Tatsächlich, die Satellitenbilder. Oh, hier ging alles ganz schön den Bach runter. Ich meine, vielleicht, vielleicht haben wir Glück. Vielleicht gibt es dort hinten noch irgendwas, was uns retten kann. Ich meine, für dich würde es ja auch wahrscheinlich ein ganz schöner Schock sein, dass hier alles so... Alle sind tot. Oh nein, was haben wir denn hier noch? Alles. Warte mal, ich lese mal kurz vor. Übertragung der Nabel Base Alpha. Achtung, nukleare Detonation geordnet. Ich wiederhole, nukleare Detonation geordnet. Beantrage den sofortigen Rückzug der betroffenen Soldaten. Statusverport. Alle Soldaten sollen sich sofort zurückziehen. Unsere Waffen haben keine Wirkung. Irgendwo wurde hier eine Rakete gezündet. Ein atomarer Sprengkopf wurde gezündet. Was habt ihr hier überhaupt gemacht? Was habt ihr hier... Von dem weiß ich nichts. Was haben wir hier? Sleeping Quarters? Oh nein. Hier gibt es auch noch Bücher. Mein Kompass. Warte mal, ich lese das mal kurz vor. Dieser Kompass gibt mir Sicherheit. Egal wo ich war, er hat mir immer den richtigen Weg gezeigt. Fass ihn nicht an, Jason. Oder ich schwöre dir, dass ich dir die Beine absäge. Okay, gibt es noch andere... Hier gibt es auch noch ein Buch. Meals bei Mom. Warte mal, ich lese das mal vor. Mama schickt mir das beste Essen. Keine Sorge, ich komme bald nach Hause. JC. Das sind anscheinend die ganzen Aufzeichnungen hier. Ich meine, vielleicht war das ja auch jemand von deinen Leuten mit. Hier gibt es nichts weiter. Hier gibt es noch ein bisschen Wasser. Das könnten wir vielleicht nur mitnehmen. Ganz, ganz wichtig. Okay, wir ziehen mal noch ein bisschen weiter. Hier oben scheint es nichts weiter zu geben. Es ist alles... Hier oben alles verloren. Nee, in der Kommandosentrale ist niemand mehr. Vielleicht gibt es hier noch irgendwas Besonderes. Nee, tatsächlich nicht nur die Blutspuren hier. Oh nee. Das ist zu heftig. Aber wir könnten hier im Notfall, wenn es dunkel wird, auch hier oben bleiben. Vorsichtig. Es ist schon hier unten total dunkel. Oh, es ist nacht geworden. Lass uns schnell wieder hoch. Nicht bei Nacht rausgehen. Das ist reiner Selbstmord. Lass uns hier oben am besten irgendwo... Moment, hier oben gab es doch die ganzen Schlafzülle. Ich meine, wenn dich das jetzt nicht stört, neben den ganzen komischen Gerüchern hier zu schlafen. Ich meine, ich habe schon Schlimmeres erlebt. Aber ich weiß nicht, wie es dir geht. Da muss man jetzt durch. So ist es halt. Dann bleiben wir jetzt hier. Okay. Ich würde sagen, wir versuchen mal ein bisschen Schlaf noch zu bekommen. Oh, du bist ja noch da. Okay. Ja. Gut. Und du hast mich auch nicht ausgeraubt. Gut. Das heißt, ich kann dir vertrauen. Wenigstens eine gute Sache hier. Ich meine, ich bin schon anderen Menschen begegnet und die waren halt wirklich... Also sei vorsichtig, wenn du den Saphiren-Soldaten begegnest. Okay. Die scheinen irgendwas Verrücktes mit diesen Monstern da draußen vorzuhaben. Bist du schon mal selber so einem Monster begegnet? Ähm, ich glaube eins. Eins? Das war so ein komisches Wesen, das laut rumgeschrien hat. Ja, das fing alles... Ich weiß gar nicht, wo es überhaupt angefangen hat, aber in jeder großen Stadt... Also bis jetzt... Ich komme aus Imperius und Olympus. Olympus ist infiziert, Terraville ist infiziert, alle Städte. Alle Städte. Alle Städte sind... Also die ich bis jetzt getroffen habe. Oh, hier hinten. Da steht noch ein Helikopter. Okay. Ich gehe da her. Oh nein, oh nein. Wie kommen wir denn hier rein? Warten wir mal, die Tür ist zu. Vielleicht kommen wir hier irgendwo... Kommen wir hier irgendwo lang am Rand. Ich bin hier ganz... Ganz vorsichtig. Es scheint hier noch alles... Alles so ein bisschen intakt zu sein, aber es ist auch ganz schön verwildert. Oh, hier kommen wir durch. Ein bisschen durchquetschen, jawohl. Wollen wir jetzt hier reingucken. Was haben wir denn hier? Was ist denn das hier? Send last recorded message. Oh. Warte mal, hier kommt was. Der Satellit ist online. Ein SOS-Wort geschickt. Systemerror. Offline. Wow. Irgendwas... Moment, wir müssen vielleicht irgendeinen anderen Funkturm oder sowas finden. Vielleicht können wir... Warte mal, vielleicht können wir den Turm hier ein bisschen reaktivieren. Ich habe sogar noch ein paar Leitern dabei. Vielleicht können wir hier irgendwie hochklettern. Vielleicht können wir... Ne, die Solaranlage hier oben. Warte mal, vielleicht kommen wir hier auch noch... Oh, ganz vorsichtig. Oh. Okay. Hier können wir uns vielleicht hochziehen. Soll ich mitkommen oder soll ich warten auf dich? Ähm... Du kannst gerne da unten, wenn du magst, erstmal Wache stehen. Ja. Du musst ja rüberspringen. Oh, vorsichtig und hochziehen. Jetzt am besten so weit nach oben. So weit nach... Möglich nach oben. Hier kann ich mich noch weiter hochziehen. Aber noch weiter komme ich, glaube ich, nicht. Doch, hier oben kann ich rüber gehen. Okay, ist da unten alles, alles, alles okay? Ja, ist alles in Ordnung. Perfekt. Hier komme ich noch ein bisschen weiter hoch. Ähm... Oh, es ist... Ich bin so weit oben, ey. Wenn ich jetzt runterfalle, dann war es das wirklich. Aber hier komme ich vielleicht noch ein bisschen hoch. Ganz vorsichtig. Ähm... Ich weiß gar nicht. Soll ich hier oben überhaupt sein? Ich weiß es nicht. Aber ich meine, das ist wenigstens die Hoffnung mit dem Satelliten. Vielleicht kriegen wir noch irgendwie Kontakt. Ne, weißt du was? Ich komme wieder runter. Ich seh mich hier an so einem... An so einem... An so einer Ranke ab. Vielleicht kann ich die hier nehmen. Okay. Ganz langsam. Ganz, ganz langsam. Unten ist kein... Keiner auf uns zugekommen? Nein, keiner. Okay. Ich hoffe mal, dass hier noch irgendwo einer von deinen... Von deinen Freunden unterwegs ist. Von deiner Einheit. Ich hoffe auch, dass sie alle lieben. Aber es sieht... Ich muss dir ehrlich sagen, es sieht... Nicht... Nicht sehr... Sondern nicht gut aus. Von hier oben... Das hört sich nicht gut an. Es sieht alles ziemlich verlassen aus. Aber komme ich hier... Gott. Vielleicht komme ich denn hier noch... Was ist hier oben passiert? Da oben auf dem Turm habe ich leider auch nichts gefunden, um wieder die Antenne zu aktivieren oder sowas. Vielleicht finden wir noch eine andere Möglichkeit. Aber lass uns noch ein bisschen weiter gucken. Ja. Wow, hier ist auch alles komplett verbildert. Ich meine, hier ist noch ein... Ein Helikopter oder sowas. Vielleicht gucken wir da einfach mal rein. Wenn der noch geht, dann sind wir... Dann sind wir weg hier, aber... Was ist denn das hier? Ist noch Munition? Oh nein, hier gab es anscheinend eine Schießerei oder sowas. Oh, ein leeres... Eine Schießerei Munition. Leeres AK-Magazin. Oh nein, hier ist der Pilot. Oh nein. Gott. Hier sind noch ein paar Wingsuits, aber damit weiß ich nicht, wie ich umgehen soll. Hattest du das in deiner Ausbildung? Wingsuits, ja. Die hattest du tatsächlich in deiner Ausbildung? Ja, beim Fallschirmspringen. Beim Fallschirmspringen habt ihr den Lust. Okay. Hier hinten ist noch ein... Aber es sieht ja echt nicht gut aus. Ey, sorry, aber dass ich das sagen muss... Ich glaube... Schaut der übel und verlassen aus. Mann, hier gibt es noch einen Soldatenhelm. Ich glaube, den nehme ich mal selber mit. Hier gibt es noch ein paar Pfeile. Hier habe ich auch noch eine Bandage. Wenn du später eine Bandage brauchst, sag mir Bescheid. Die gebe ich dir dann. Ja. Was haben wir denn hier? Exit only. Ich gehe trotzdem rein. Und hier haben wir noch ein paar Transporter. Granate, Pfeile. Hast du selber genug Pfeile? Ich habe zwölf Stück. Ich glaube, die müssten reichen. Okay. Oh, warte mal. Das hier ist gesperrt. Vielleicht kann ich das irgendwie aufbrechen hier mit dem... Nee, das kann ich nicht aufbrechen. Ich habe auch keinen Schlüssel oder sowas bei mir. Du hast nicht zufällig einen Schlüssel bei dir, ne? Nein. Hier ist auch noch ein Kombathelm. Nee, hier gibt es nichts weiter. Ein paar Pfeile noch, wenn du die brauchst. Aber... Ein paar Pfeile? Ein paar Pfeile sind tatsächlich noch drin. Hallo, ist hier jemand? Ist hier irgendjemand? Scheint nicht so zu sein. Warte mal, was ist das? Sehr verlassen. Sehr verlassen, ja. Vielleicht hier drin noch irgendwas. Guck mal hier rein. Hallo? Was steht denn hier? Warning. Oh nein, unautarisiertes Flugzeug war hier. Oh, hier ist auch alles verlassen. General Ironwood. Okay. Oh, hier gibt es tatsächlich noch einen Scope. Das können wir vielleicht mitnehmen. Warte mal. Valkyries Schlüssel? Warte mal, das nehme ich einfach mal mit. Ich werde es mal kurz vorlesen. Es ist offensichtlich, dass mich meine Männer nicht mehr respektieren. Aber mich interessiert es nicht. Ich bin der General. Sie würden meine Schuhe mit der Zähne schrubben, wenn ich es ihnen auftragen würde. Was ist schon Respekt in der Apokalypse? Die Nachrichten des Virus und der Panik respektieren die Menschen nur noch die Waffen. Irgendwie scheint hier dein Kommandant die Kontrolle verloren zu haben. Warte mal, ich gebe dir mal vielleicht noch irgendwelche Waffen oder sowas. Vielleicht kannst du das gebrauchen. Hier habe ich noch was für dich. Das scheint noch eine gute Waffe zu sein. Ich glaube, das Schwert ist mächtig. Ja, das war tatsächlich. Das habe ich beim Dings gefunden. Hier geht es auch noch weiter. Hier ist noch ein anderer. Oh, warte mal. Die ist geschlossen. Warte mal. Wie heißt denn hier der General? Ach ja. Warte mal. Valkyrie. Damit können wir das aufschließen. Ich habe nämlich den Schlüssel dafür gefunden. Warte mal. Habe ich den nicht mitgenommen? Habe ich ihn ja wahrscheinlich in der Tore gelassen. Oh. Wo habe ich den Schlüssel hingepackt? Ah, hier habe ich ihn. Warte mal. Damit können wir das Tore mal aufschließen. Ich gucke mal. Warum war der Schlüssel überhaupt da? Wow. Okay. Hier gibt es noch einen ziemlich guten Brustplattenpanzer. Ähm. Hast du selber irgendwas? Warte mal. Ich gebe dir mal meins. Das ist ja eine ziemlich gute Weste noch. Okay. Ich sehe es. Vielleicht kannst du damit was anfangen. Meine Schlüssel lasse ich jetzt selber erstmal hier. Und jetzt gucke ich mal, was hier noch drin steht. Warte mal. Das PC-Passwort. Äh. Okay. Das ist ein ziemlich merkwürdiges Passwort. Ähm. Gut. Ich glaube, das lassen wir erstmal hier. Oh, noch ein bisschen weiter. Was haben wir denn hier noch? Kolonisch nie. Was haben wir denn hier? Wenn du dich anschleifst, werde ich deine Finger brechen. Okay. Und hier haben wir auch noch was. It's not me. Äh. Okay. Kann das sein, dass hier euer General ganz schön allergisch mit seinem Namen umgegangen ist? Ja. Eieiei. War so ein Ding. Warte. Hier haben wir auch noch was. Ein paar Helme, ein paar Granaten. Aber ich würde nicht zu viele Granaten mitnehmen. Die sind halt wirklich saugefährlich. Ja. Hier haben wir auch noch was. Brandon. Hier gibt es nichts weiter. Gibt es hier auch noch was Besonderes drin? Hier auch nicht. Jetzt scheint hier alles leer zu sein. Ich glaube, hier filmen wir jetzt nichts weiter. Die Lounge und Storage Room. Fächer im Storage Room. Oh nein. Hier hat sich auch jemand verbarrikadiert. Wow. Was ist denn das? Eine Flare Gun? Warte mal. Ich lese es mal kurz vor, was hier drin steht. Ah. Okay. Hier ist einfach nur, wie viel hier gebracht wurde. Eine Flare Gun. Das ist ja cool. Kann man damit die Emergency Flares verschießen oder was? Ich kann das ja mal später probieren. Dann werden die auch schon so gut wie kaputt. Die bringen uns jetzt nicht mehr so viel. Aber wir können ja trotzdem noch ein bisschen weitergucken. Vielleicht ist das hier noch in der Lounge irgendwas? Nein. Hier gibt es nichts weiter. Alles leer. Dokument Storage. No Entry. Okay. Aber hier ist auch nochmal ein Storage Room. Vielleicht haben wir für dich auch nochmal eine Flare Gun. Alle, die sich verbarrikadiert haben, haben es irgendwie nicht mehr überlebt. Oh, ich habe hier was für dich. Für die Nacht. Vielleicht kannst du was damit anfangen. Und vielleicht auch noch hier einen Scope. Vielleicht kannst du es auch noch irgendwie benutzen. Vielleicht. Vielleicht können wir uns damit irgendwie noch irgendwas sehen. Wann, weil ich habe ja auch nochmal einen Schalter bei mir. Damit kann ich das ja auch nochmal aktivieren. Okay, gibt es hier noch irgendwas drin? Nee. Alles eingestürzt. Moment, stimmt. Hier ist eingestürzt. Vielleicht kommen wir hier irgendwie hoch oder so. Aber vielleicht, hier gibt es noch eine zweite Etage. Ich meine, da können wir auch nochmal hochgucken. Ich muss auch gucken. Ich habe kaum noch was zu essen bei mir. Oh, es wird dunkel. Wir müssen aufpassen. Ja. Oh nein, oh nein, oh nein. Vielleicht ist hier in den Bomber noch irgendwas. Lass uns hier ein. Überall Blut und... Das ganze Blut. Leichen. Ist hier unten noch irgendwas? Nein. Du kannst ja auch genau mit durchsuchen. Ja, die haben wir noch einfach nochmal. Flightlock. Hier steht was geschrieben. Warte mal. Ich lese mal vor. Abspielen der Aufzeichnung in fünf Minuten vor der Landung. Oh Gott. Der hat mich versucht zu beißen. Ich habe ihn eingesperrt. Wir kümmern uns um ihn, sobald wir gelandet sind. Oh nein, der Pilot wurde gebissen. Aber hier hast du noch eine Flare Gun. Die kannst du nehmen. Die kannst du dann mit diesen Flaires laden. Oh, hier steht auch noch was. Warte mal, keine Wahl. Wir sind gerade auf der Flucht von diesen bewaffneten Männern. Wenn wir diese Tür öffnen, werden wir sterben. Wenn wir hierbleiben und die Infektion sich ausbreitet, werden wir sterben. Es liegt jetzt an den Piloten, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Oh nein, dein Corporal hat es auch erwischt. Oh nein. Oh 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 oh. Warte mal, undead, passt. Warte mal, hier ist irgendein Hund, oder? Warte mal, das können wir hier weg. Vielleicht kommen wir hier. Ne, wir kommen hier nicht so richtig durch. Ne, tatsächlich nicht. Das können wir nicht entfernen. Das ist alles so krass verbarrikadiert. Wir brauchen jetzt... Oh nein, sie kommen. Was ist das? Die Untoten kommen. Oh nein. Setz dein Nachtsichtgerät auf, dann siehst du diese Dinger. Ich sehe sie. Komm, den schaffen wir, den schaffen wir. Zu zweit schaffen wir das. Nimm das. Ja. Oh nein, wir brauchen schnell einen Ort für die Kommandozentrale. Lass uns schnell abhauen. Ja. Das war eins dieses Monster. Was ist das Monster? Das ist das andere Ding. Lauf, 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 lauf. Das sind so viele. Aber eigentlich haben wir diese Nachtsichtgeräte gefunden. Ja. Die helfen uns wirklich viel. Oh, lauf, 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 lauf. Aber die sind nicht besonders schnell. Ach, das sind keine... Oh, noch eins. Das sind keine Nachtsichtgeräte. Oh, danke. Das sind keine Nachtsichtgeräte. Das sind... Wie heißen diese... Diese Thermaldinger. Oh, schnell weg. Boah, das fällt immer mehr. Oh nein. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Wir müssen jetzt schnell wieder in diese Kommandozentrale reingehen. Der Eingang. Wo bist du? Ich komme hinterher. Komm rein. Komm, komm, komm. Schnell, 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 schnell. Mach die Türen zu. Verbarrikadier die Türen. Schnell weg. Schnell weg. Oh nein, sie kommen. Oh nein, sie kommen. Sie sind alles vor der Tür. Schnell nach oben. Wir müssen... Wir brauchen irgendwann einen Ort. Ähm... Oh nein, oh nein, oh nein. Vielleicht hier die Eisentür? Oh, hier kommen sie rein. Okay, das Ding... Oh, sie kommen... Aber ey, ein Glück... Aber ein Glück können wir diese Dinger sehen. Ja. Dann müssen wir noch ein Stück weiter. Vielleicht kommen wir hier irgendwie in die zweite Etage oder sowas. Das haben wir ja gesehen, dass das beim Storage... Da oben geht es nach oben. Vielleicht können wir da oben uns irgendwie verbarrikadieren und da erstmal die Nacht verbringen. Schnell nach oben. Ey, diese Thermaldinger sind wirklich gut. Sind wirklich gut. Das ist echt... Hier kommen wir noch weiter nach oben. Vielleicht kommen wir auf diesen Turm hier. Die schreien ja richtig. Die sind ja richtig laut. Ja. Hier oben können wir erstmal bleiben. Hier sind wir sicher. Hast du... Hast du einen... Du hast doch bestimmt auch einen Schlafsack bei dir, oder? Aber ich weiß es halt gar nicht. Das ist ja irgendwie eine Kommandozentrale oder sowas, ne? Ja. Aber hier gibt es auch eine... Was ist denn das hier? Klassifizierte Information. Oh! Oh! Hinter dir! Pass auf! Oh! 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 Wer ist das? Wer ist das? Das ist dein General! General Duck! Was macht der General hier? Komm runter! Das scheint einer von denen geworden zu sein. Sehr vorsichtig. Aber wir haben ihn. Warte mal, der hat auch seine Waffe verloren. Was ist denn, klassifizierte Information? Oh nein, ich werde es mal kurz durchlesen. Warte mal, ich gebe dir mal... Ich gebe dir mal das andere Generalschwert. Damit bist du zwar... Ja. Das ist das, was er gerade verloren hat. Vielleicht kannst du damit irgendwas anfangen. Warte mal, Detonation. Ich lese mal kurz das Buch. Hier war auch die Detonation. Das habe ich schon gelesen. Aber hier ist noch was. Echo. Mayday, Mayday. Echo 5 hier. Wir müssen eine Notlandung durchführen. Wir brauchen Landebahn 1 und 2. Bitte um Bestätigung. Echo 105. Wir verweigern die Landung. Ihr dürft hier nicht landen. Wir haben Flugzeuge auf der Landebahn. Wenn sie dennoch landen sollten, sind wir gezwungen, mit Waffen gegen sie vorzugehen. Over and out. Oh nein. Irgendwas ist hier... Irgendwas ganz Schlimmes ist hier passiert. Irgendwas hat das Militär veranstaltet. Oh nein. Helikopter, vielleicht gibt es hier oben noch was. Aber warte mal, können wir kurz... Ich gebe dir mal kurz das hier noch. Das ist auch gar nicht so schlecht. Boah. Das scheint auch gut zu sein. Du bist damit zwar langsamer, aber trotzdem... Kannst du damit echt heftiger zuhauen, sag ich mal. Oh nein, die Helikopter sind alle weg. Das kann doch nicht sein. Deine Freunde haben dich im Stich gelassen. Ich hoffe, wenn nicht. Ich hoffe, die leben noch. Ja, die sind wahrscheinlich schon weggeflogen. Aber ich meine, warum wurdest du denn überhaupt dort unten eingesperrt? Ich meine, wenn es deine Freunde waren? Was... Das wurde von... Nicht direkt von meinen Freunden, sondern von einem anderen höheren Land Militär-Trupp sozusagen eingesperrt. Ah ja, okay. Die holen mich und wollen mich schützen, aber... Da habe ich nie wieder was von denen gehört. Ah, okay. Moment, ich werde da mal kurz eine Bandage anlegen. Ich habe doch irgendwie dieses Ding ein bisschen erwischt. Das können wir hier oben noch ein bisschen weiter gucken. Vielleicht finden wir hier noch irgendwas Wertvolles. Warte mal. Ich glaube, das ist auch ein Briefing-Room. Vielleicht... Was sind das hier? Lauter Pfeile? Olympus City. Warte mal. Olympus? Das ist... Was ist das hier? Das sind Ziele... Oh Gott. Die haben Olympus bebombt. Nein. Das kann doch nicht sein. Deshalb ist die Stadt auch so zerstört. Ich brauche unbedingt was zu trinken. Das ist das Ganze... Ich habe auch nichts mehr zum Trinken bei mir. Doch, hier ein bisschen Wasser noch. Ein Glück. Ey, das Ganze... Das war mich schon ganz schön fertig hier. Ich dachte, dass ich jetzt hier... Aber ein Glück habe ich dich jetzt getroffen. Das beruhigt mich schon mal ungemein. Aber draußen... Oh, da sind sie. Da ist die... Oh nein. Guck mich mal in. Die sind alle noch da unten. Vielleicht sind wir hier in diesen Räumen noch irgendwas. Ein paar Helme oder sowas. Das ist gut, aber das bringt jetzt nicht mal ganz so viel. Wenn du noch irgendein Buch in den anderen Räumen findest, kannst du mir Bescheid geben. Dann werde ich... Dann können wir uns die... Wir können uns ja aufteilen am besten. Schau mal hier rein. Gibt es hier noch was Besonderes? Ne, nur Helme. Hier gibt es nichts weiter. Auch hier wäre ein Buch. Hast du eins gefunden, ja? Vielleicht finden wir ja da noch irgendwas... Irgendwas Besonderes. Hier hätte ich... Ach, das hätte ich... Scared. Okay, irgendjemand hat hier Angst. Das Arbeiten hier wird immer heftiger. Ich merke die Spannung zwischen meinen Freunden. Beim nächsten Mal nehme ich dir eine Leuchtpistole mit, damit ich den Angriff überstehen werde. Oh nein, oh nein, nein. Die hat es wirklich hart erwischt, die Soldaten. Wann hast du hier... Hattest du hier auch dein Lager oder was? Deinen Raum? In welchem Raum hast denn du gewohnt? Ähm, ich habe nicht direkt hier gewohnt. Ich habe... Ich bin von weit an gereist, weil es... Irgendwas schief... Irgendwas ist hier schief gelaufen. Achso, du wurdest sozusagen herbeordert. Genau. Ich kenne mich hier nicht so gut aus. Das ist für mich hier auch alles neu. Ah, verstehe, verstehe. Offizierraum. Oh, hier haben wir noch was. Ein Banner? Okay, aber das... Eine Granate wollen wir vielleicht. Werde ich nachher einfach mal... Oh, hier haben wir auch noch was. Märtyrer. Als... Eine Waffe. Weißt du was? Ich werde einfach nachher eine Granate runterwerfen. Und dann diese Piste damit ein für allemal vernichten. Hier oben gibt es nichts weiter. Nein. Vielleicht finden wir ja noch irgendjemanden. Ich brauche dringend bald irgendwas zu essen. Mir wird die Nahrung langsam knapp. Vielleicht gibt es hier... Noch irgendwas anderes. Irgendwie eine Küche oder sowas. Das wäre nochmal ganz gut. Ja. Ein bisschen essen. Was zu essen, ja. Wir müssen irgendwie noch... Am besten noch irgendwas anderes finden. Hier unten sind die Dinger. Was ist das hier? Messehalle? Da stehen sie alle an der Tür. Hier gibt es noch was. Oh, hier gibt es Brot. Hast du noch selber was zu essen? Ich habe noch acht Brot. Ich habe noch ein bisschen was. Aber ich nehme sie jetzt halber verrottetes Fleisch mit. Für den Notfall. Hier ist auch noch ein bisschen was. Hier ist noch ein bisschen Suppe vom Commander. Und einen Kuchen. Ah, den würde ich nicht mehr essen. Ich glaube, der ist nicht mehr gut. Hier sind so alte Kartoffeln oder sowas. Aber nee. Da müssen wir vorsichtig mit sein. Okay. Ich würde sagen, es wird Zeit für eine kleine Explosion. Diese Viecher sollen ein für... Ein für allemal. Okay. Sei vorsichtig. Geh in den Schutt zurück. Ich lasse sie rein. Okay. Oh, sie kommen. Achtung. Achtung. Achtung, die kleinen... Oh. Okay. Okay. Alles gut. Oh, da ist noch einer. Oh. Okay, ganz ruhig. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Aber die Dinger kommen hier trotzdem durch. Die sind verrückt. Die schreiten noch nicht mal vor Feuer zurück. Oh Gott. Aber wir müssen hier raus, bevor es das Feuer ausbreitet. Das sind noch mehr von diesen Dingern. Ähm... Ich habe aber keine... Wollen wir das machen? Moment, ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Ich benutze... Okay. Ich benutze schnell eine... Diese... Diese Notfallrakete. Lass uns rausrennen. Okay. Und ich lenke sie ab. Ich lenke sie ab. Und ich beschieße einfach... Mit diesem Ding. Genau. Weg, 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 weg. Lass uns schnell hier auf die offene Fläche. Und dann schieße ich am besten... Yes, das funktioniert. Damit können wir hier in diesen Notfalldinger... Ich meine, damit... Findet uns zwar erstmal keiner. Okay. Okay. Auf der Sons bleiben am besten. Oh, perfekt. Perfekt, perfekt. Jetzt, wo wir hier zu zweit sind... Können wir die ganzen Monster ausschalten. Genau. Sei unbedingt vorsichtig. Ich weiß nicht, was mit diesen Dingern ist. Und vor allem, wie... Wie sehr die infizieren können. Aber hier scheint... Vielleicht... Vielleicht hier hinten noch. Eigentlich Ruhe. Aber ich... Mich hat es hart erwischt. Vielleicht habe ich hier noch... Ich habe noch ein bisschen Medizin. Vielleicht nehme ich das erstmal. Okay. Damit geht es mir schon mal ein bisschen besser, aber... Wir müssen wirklich aufpassen. Ich habe kaum noch... Komm noch was bei mir. Und vor allem, Nahrung wird auch knapp. Vielleicht finden wir noch irgendwo ein paar Pandagen. Oh, hier ist auch noch welche. Lauf, lauf. 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 Ich meine, ich lasse einfach mal... Ich lasse einfach mal ein solches Ding starten. Vielleicht finden sie uns ja. Okay. Vielleicht finden sie uns ja. Ich hoffe mal. Hoffentlich schon. Wie lange bist du hier schon so draußen? Das ist eine gute... Das ist eine gute Frage. Ich habe... Ich war eine ganze Zeit lang in Imperius. Das ist die Stadt, die eingemauert ist. Also es wurde diese riesengroße Mauer gebaut, weil sie uns angeblich schützen wollten. Aber am Ende waren wir dann die Eingesperrten. Und dort habe ich überlebt. Dort gab es auch andere Überlebende, aber die wollten mich tatsächlich jagen. Ich weiß nicht warum. Und jetzt bin ich einfach... Die große Stadt wurde eingemauert. Die Stadt wurde eingemauert tatsächlich. Das war so eine riesengroße Aktion. Ich weiß auch nicht, wer die... Wer die... Wer dafür verantwortlich war, aber ich hatte eher das Gefühl, dass wir eingesperrt wurden und nicht gerettet. Also dass wir eher ein großes Experiment waren. Irgendwas war da irgendwie ganz katastrophal. Ich meine, die U-Bahn-Station ist noch intakt. Damit könnte man noch irgendwas anstellen, aber ich weiß nicht genau, ob das irgendwas noch bringen wird. Vielleicht kann man die noch irgendwie miteinander verbinden oder sowas. Aber ich bezweifle das sehr. Vor allem hier hinten ist das Militärgelände. Hier haben wir noch ein bisschen was. Perfekt. Hier gibt es auch noch was. Nimm dir am besten mit, die Flares. Ja. Und ich würde am besten die auch mal auswechseln, weil meine ist jetzt schon ganz schön kaputt. Gut. Gut. Perfekt. Die lade ich gleich mal nach. Einfach für den Notfall. Da hinten haben wir noch einen kleinen Panzer. Den können wir uns noch mal kurz angucken. Vielleicht finden wir da noch irgendwas Besonderes dran. Was ist hier noch irgendwas? Nee, tatsächlich nicht. Das ist komplett leer. Hier noch irgendwas. Ach, hier gibt es noch ein paar Granaten. Warte mal, hier gibt es noch eine... Hier gibt es noch eine... Senfgasgranate. Die würde ich mal mitnehmen. Ich weiß ja nicht, ob wir wieder auf Menschen treffen werden. Oh nein, die Sonne geht wieder unter. Lass uns zurück zur Kommandozentrale gehen. Ja. Ich glaube, das ist die beste Idee. Darum können wir uns wieder verbarrikadieren. Ich weiß ja nicht, was du vorhast. Aber wir können ja versuchen, hier gemeinsam... Gemeinsam irgendwie einen Olympus zu überleben. Ich meine, diese Stadt ist riesengroß. Ich weiß nicht, ob wir da noch auf andere Überlebende treffen werden. Aber ich glaube, die Chancen, gemeinsam zu überleben, sind bei Weitem höher als... Als alleine. Oh nein, warte mal, habe ich den Eingang hier weggesprengt? Oh nein, der ist noch intakt. Okay, perfekt. Am besten, das lassen wir erstmal hier alles ausbrennen. Ich meine, das ist alles aus Stein. Hier kann sich jetzt nichts hochbrennen. Ich würde sagen, hier... Wir bleiben einfach wieder erstmal hier oben. Ach, perfekt. Jetzt sieht es gut aus. Okay. Ich würde sagen, wir bleiben erstmal hier. Und ich muss jetzt halt unbedingt... Wir müssen unbedingt noch was zu essen. Und ich habe hier noch ein paar Kekse. Und du welche brauchst. Wir haben diesen Angriff hier der Zombies überlebt. Aber ich glaube, wir sollten hier eigentlich mal verschwinden. Ich weiß nicht, ob wir hier noch irgendwas finden werden. Ich meine, wir haben jetzt die ganze Sache hier nach Nahrung und sowas abgesucht. Aber so richtig gibt es hier jetzt nicht mehr in deinem Militärgelände. Ich glaube, deine Kumpels sind auch einfach losgeflogen. Ich glaube, die werden wir hier nicht wiedersehen. Ich glaube nicht. Wir sollten hier langsam weggehen. Und hier haben wir noch das Loch irgendwo reingesprengt. Ah, nee, wir müssen noch eins weiter runter. Aber wo geht es hier noch weiter runter? Ja, hier geht es noch weiter runter. Perfekt. Dann müssen wir am besten... Ah, hier brennt noch alles. Lass uns schnell hier rausgehen. Mh, ja. Am besten würde ich sagen, gehen wir hier durch diese Tür durch. Wunderbar. Okay, hast du noch was zu trinken dabei? Ich habe ein paar Medikamente. Eine Flashbang habe ich dabei. Aber was Richtiges zum Trinken habe ich nicht dabei. Ich könnte dir da was geben. Hast du was? Ja. Sehr gut. Guck mal, hier habe ich auch noch was. Das habe ich noch gefunden. Ah ja, perfekt. Eine Wasserflasche. Ich habe ein Buch gefunden, das hat eine Farm beschrieben, was hier irgendwo in der Nähe von diesem Militärlager sein soll. Ich glaube, da gucken wir am besten einfach mal hin. Dann hört sich noch eine gute Idee an. Wir müssen ja erstmal das Tor öffnen. Warte mal, bleib mal kurz hier. Ich öffne es einfach mal von der anderen Seite. Das Gute ist, dass jetzt hier erstmal keines von diesen Monstern unterwegs ist. Warte, komme ich hier? Hier komme ich nicht so richtig rein. Warte, komme ich... Ich komme hier nicht so richtig rein. Ich glaube, wir müssen uns einfach so ein bisschen... Ah ne, warte, wir kamen hier hinten durch. Moment. Lass einfach hier diesen Weg lang gehen. Mhm. Perfekt. Moment, ich lade mal kurz meine Flergang nach. Oh, die war ja geladen. Gut. Alles klar. Okay, das war gerade richtig gefährlich. Moment, ich brauche erstmal kurz was. Habe ich noch irgendwas zum Heilen? Ne, ein paar Medikamente habe ich noch dabei, aber nicht so viel. Dann müssen wir uns noch was suchen unbedingt. Aber gucken wir erstmal weiter. Lass uns mal zur Farm gehen. Ich habe die Hoffnung, dass es bei der Farm tatsächlich noch irgendwas zu essen geben wird. Vielleicht finden wir ja dann noch irgendwelche Überlebenden oder sowas. Das wäre mega. Das wäre meine große Hoffnung. Dass da noch irgendwas irgendjemanden gibt. Oh, hier ist auch das alles eingestürzt. Ne, ich glaube, deine Leute sind wirklich abgehauen. Ich nehme erstmal nichts mehr weiter zu suchen. Ich glaube auch. Samson habe sogar ich die Hoffnung verloren. Ja, vielleicht finden wir sie ja noch, aber es scheint nicht so zu sein. Moment, hier müssen wir auch das Tor aufmachen. Warte mal, bleib mal kurz hier. Ich glaube, das war hier hin, oder? Ich probiere mal. Ja, ist offen. Perfekt, ich komme vor. Alles klar, wunderbar. Jetzt müssten wir, wenn ich mich nicht irre... Warte mal. Von wo bin ich denn gekommen? Ich glaube, wir sollten einfach mal vielleicht diese Straße hier lang gehen. Ich weiß nicht, ob es hier zur Farm... Oh, Moment, das sieht doch aus wie ein Farmeingang. Das passt doch perfekt dazu. Gucken wir hier einfach mal ein bisschen weiter. Was haben wir denn hier? Johns Mine. Johns ist Mine. Moment, da würde ich jetzt noch nicht hingehen. Das können wir später mal gucken. Ja. Vielleicht finden wir hier noch irgendwo ein bisschen Nahrung. Ich meine, hiermit kann ich erstmal noch nichts anfangen mit dem ganzen Kram. Also damit können wir noch nichts anfangen. Warte mal, und in dem Buch stand auch, dass irgendwas vergraben wurde hier auf dem Feld. Da können wir nachher mal gucken. Warte mal, vielleicht finden wir hier was. Was haben wir denn hier? Farm Storage vielleicht hier? Ja, hier gibt es natürlich kaum was. Wenn wir ein bisschen Stroh... Na, das können wir halt nicht essen. Damit können wir nichts anfangen. Vielleicht gibt es noch irgendwo was anderes. Aber ich brauche dringend was zu essen. Oh nein. Ich habe auch langsam... 42, vielleicht hier drin. Durchsuchen wir einfach mal hier das Haus. Wir müssen immer aufpassen, falls ein Zombie kommt oder so. Ah, hier. Hier gibt es was. Vielleicht können wir das irgendwie... Können wir das irgendwie mitnehmen? Nee. Das kann ich nicht mitnehmen. Oh, hier gibt es auch was. Moment. Hier gibt es noch ein bisschen Fleisch. Vielleicht können wir das ja... Das können wir hier reinpacken. Oh, perfekt. Ich hoffe mal, dass das noch gut ist. Ich kann für nichts garantieren. Moment, hier, ich gebe dir erstmal eins. Das kannst du nehmen. Du hast auch erstmal was zu essen. Ich hoffe mal, dass das... Na gut, meine... Das haben wir jetzt hier geräuchert. Ich hoffe mal, dass das jetzt einfach... Meine, uns bleibt ja nichts anderes eigentlich übrig. Ich habe gehört, die haben da draußen in der Stadt im Krankenhaus Medizin. Ich werde mal versuchen nachzuschauen, ob das stimmt. Aber ich habe auch gehört, dass von dort die Zombies kommen sollen. Es ist also möglich, dass dort alles voll mit diesen Dingern ist. Hohes Risiko, aber auch hohe Belohnung. Oh, hier ist ein Rezept für einen geheimen Drink. Oh. Das glaube ich auch. Hier oben ist auch noch was Kleines. Was ist denn hier? Oh. Retirement. Warte, hier ist... Oh. Hier ist eine richtig starke Axt. Warte mal. Ich lese mal kurz... Ich lese mal kurz durch das Buch. Ich glaube, es ist Zeit, diese Waffe beiseite zu legen. Sie hat mir viel geholfen, aber jetzt denke ich, dass sie jeden Moment zerbrechen könnte. Ja, der hat seine Axt hier gelassen. Ich meine, die ist auch schon fast komplett kaputt, aber... Vielleicht kannst du ja damit irgendwas anfangen. Ich gebe sie dir mal. Die scheint ziemlich stark zu sein. Hier haben wir noch ein Bett. Ich sehe es, ja. Aber Achtung, die hat... Die ist stark. Die hat wirklich nicht mehr so viel... So viel... Haltbarkeit. Haltbarkeit, genau. Danke dir. Ja, ich meine... Ich frage mich sowieso, warum ich hier die ganze Zeit diese Aufnahmen mit meiner Kamera mache. Aber ich meine, vielleicht findet die ja irgendjemand. Das sind wir beide die Überlebenden. Ich hoffe mal, dass wir das überleben werden hier. Gaventons Family Barn. Aber hier waren wir nicht dran. Guck mal, hier kommt man auch nochmal. Ist das der Hintereingang? Ah, ja, tatsächlich ist der Hintereingang. Nee. Das bringt uns. Hier haben wir noch ein kleines... Ein kleines... Ähm... Einen kleinen Wagen. Und hier hinten gibt es auch noch eine Scheune oder sowas. Die können wir uns auch gleich mal angucken. Ich fühle mich hier drin noch irgendwas. Alles so... Verwuch... Verwuchst und so. Nee, hier alles auch verlassen. Heuballen, aber Heuballen kann man natürlich nicht essen. Oh Mann, hier geht es nach oben. Das scheint ja irgendwie irgendwas zu sein hier oben. Oh nein, hier oben ist ein Totenkopf. Das sieht nicht gut aus. Oh, oh. Oh, oh. Ah, hier steht noch was. Oh, hier waren ein paar Karotten. Sehr gut, die können wir essen im Notfall. Moment, ich lese mal kurz vor. Ich wollte nicht, dass das so endet. Chris kam nicht wieder zurück und ich habe einfach nur höllische Angst. Diese verdammten Dinger werden einfach nicht müde. Sie greifen bei Nacht an, wenn wir Menschen am Schlafen sind. Der Grund, warum ich das hier schreibe, ich möchte, dass du es tust. Kümmere dich um all diese verdammten Untoten und bring diese Welt zurück, die wir hatten, bevor es losging. Ich kann es nicht mehr tun. Eines dieser Dinge hat meinen Fuß gebissen, als ich nach oben klettern wollte. Nein. Der hat hier gerade so hier oben, äh, wollte er überleben und hat es gerade so nicht geschafft. Wahrscheinlich hat er sich hier oben verbarrikadiert und dann kamen die Untoten hoch. Oh, den hat es voll erwischt. Das ist wahrscheinlich... Oh nein. Oh nein, oh nein. Gucken wir mal am besten noch ein bisschen weiter. Vielleicht finden wir hier noch irgendwo noch ein bisschen mehr Nahrung oder sowas. Sonst würde das wohl ganz schön knapp. Alles ist so verlassen. Ist alles weg? Kommen wir hier irgendwo hoch? Jetzt haben sie ja die Pferdebenutzung abzuhören. Ah, das kann gut sein, ja. Ich meine, so ein Pferd wäre für uns eigentlich auch ganz gut. Dann könnten wir uns ein bisschen schneller bewegen, weil so sind wir hier einfach tatsächlich ziemlich, ziemlich langsam unterwegs. Warte mal, hier war noch irgendwas auf dem Feld. Also in dem Buch von dem... Guck mal, hier ist noch eine... Hier ist noch eine Truhe. Was ist denn das hier? Ein bisschen Hasenfleisch. Vielleicht können wir hier irgendwie aufs Feld kommen. Und ich habe das Gefühl, dass hier irgendwas sein wird, weil in dem Buch stand auch geschrieben, dass das Feld irgendwas vergraben hat. Und für mich sieht halt der Ort da mit der Vogelscheuche... Oh, hier können wir rein. Sieht besonders auffällig aus. Aber Vorsicht, ey. Wenn jetzt hier irgendwelche Zombies drin sind oder sowas, ne? Dann haben wir wirklich ein großes Problem. Ist ja gar nicht gut. Vielleicht hier drunter irgendwie? Hast du eine Schaufel dabei? Ich habe keine Schaufel. Nee, du hast auch keine Schaufel wahrscheinlich, oder? Nein. Oh, nee. Du musst noch ein bisschen weiter gucken. Oh, hier hinten ist ein Pferd. Und Schweine sind hier auch drin. Ja, ich habe schon... Schweine habe ich auch schon gesehen. Hier ist ein Pferd. Vielleicht können wir das irgendwie... Aber wir müssen mal schnell... Wir müssen schnell ins Haus gehen. Oder wir können auch noch schnell in die Mine gucken. Ich weiß nicht, ob es wirklich so schlau ist, jetzt im Dunkeln nochmal loszulaufen. Aber probieren wir es einfach mal aus. Vielleicht finden wir ja da drin noch irgendwelche Überlebenden. Ich habe immer noch die Hoffnung, dass sie sich hier irgendwie verbarrikadiert haben oder sowas. Ich hoffe auch. Tatsächlich hier. Das große Problem ist wahrscheinlich das Essen. Oh, hier geht es... Oh, oh, oh! Oh, nein! Alles gut bei dir? Oh, ich habe mir irgendwie den Fuß verstaucht oder sowas. Ah, Moment. Ich muss versuchen, wieder hochzukommen. Oh, nein. Das ist gar nicht gut. Hast du irgendwelche Bandagen oder sowas bei dir? Ne, leider nichts. Ah, Moment. Ich versuche mich hochzuziehen. Oh, nein. Ah. Moment, vielleicht... Ich bin ja übelst runtergeklatscht. Das war hier alles... Wow, seid bloß vorsichtig, ey. Okay, lass uns zurück zur Farm gehen. Oh, ich kann nicht mehr rennen. Ich bin auch. Oh, mein Fuß. Ich bin doch ganz am Dunkel. Mein Fuß. Oh, nein. Hoffentlich finden wir da noch irgendwas. Oh, ich habe gar nichts bei mir. Ich habe keine Bandagen oder sowas. Ich habe noch ein bisschen... Ne. Ich habe auch keine Schmerzmittel oder so dabei. Moment, ich humpel schnell hin. Lass uns schnell zum Haus humpeln. Ja. Ah, mein Fuß. Ist gefährlich in der Nacht. Ja, vor allen Dingen kommen jetzt gleich... Kommen jetzt gleich die ganzen Monster hier. Ich hoffe mal, dass sie auf der Farm... ...dass sie hier noch nicht sein werden. Ich habe ein ganz schlechtes Gefühl. Lass uns schnell in das Farmhaus gehen. Ah, mein Fuß. Oh, nein. Oh, nein. Vorsicht. Lauf, 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 lauf. Komm schon rein. Okay, ich hoffe, die kommen jetzt hier nicht rein. Lass uns am besten nach oben gehen. Ja, ja. Vielleicht können wir hier irgendwo... Moment, hier können wir vielleicht... Hier gibt es auch nichts mehr... Wir brauchen unbedingt Bandagen oder so. Moment, vielleicht kannst du den Raum nehmen hier. Ich werde echt nehmen den Raum hier drüben. Ja. Okay, alles klar. Wir sehen uns dann am nächsten Morgen, ne? Bis gleich. Und lass uns lieber hier die Türen offen lassen. Ich glaube, falls hier irgendwas passieren sollte. Stimmt, gute Idee. Okay. Aber ich scheint auch kein weiterer Monster zu sein. Okay. Lass uns einfach erst mal schlafen. Okay, konntest du gut schlafen? Eher so ein... Gut, aber auch schlecht. Ich meine, die Sache ist ja die... Okay, die Dinger sind schon wieder weg zu sein. Wir müssen unbedingt jetzt ein paar Medikamente suchen oder sowas. Mir geht es echt überhaupt nicht gut. Mir wird es noch ein bisschen schwindelig jetzt geworden und... Ich weiß nicht, ob wir nochmal jetzt in die Mine gehen sollten oder erstmal. Ich glaube, wir sollten uns erstmal was suchen. Irgendwelche... Lass uns wieder so ein Ding. Lass uns weiterlaufen. Vielleicht finden wir ja in der Stadt noch irgendwelche Bandagen oder sowas. Ich brauche unbedingt noch was. Sonst habe ich hier keine Chance zu überleben. Und vor allen Dingen vielleicht auch ein bisschen Nahrung oder sowas. Ich meine, wir sind ja jetzt schon durch Terraville durchgelaufen. Vielleicht finden wir ja da noch irgendwelche... Irgendwelche Sachen zum Überleben. Lass uns da mal nachschauen. Was ist denn das hier überhaupt? Hier ist irgendein Gelände eingesperrt. Was ist denn das überhaupt? Willkommen zu Kolbus Security. Okay, hier ist irgendeine Sicherheitsfirma oder sowas. Die haben doch bestimmt was da. Da könnte man einfach mal schnell hingucken. Oh, das sieht mir aber nicht so aus. Vielleicht hier in dem... Oh, guck mal, hier ist noch was drin. Ah, hier ist noch eine Polizeiweste. Die könnte man vielleicht... Das sieht eigentlich ganz gut aus. Das ist, glaube ich, besser als meine... Meine aktuelle Waffe, die ich hier bei mir habe. Hier, aber meine... Meine Weste, die lasse ich erstmal noch an. Ah, hier ist rein. Hallo, ist hier jemand? Es scheint niemand weiter zu sein. Aber hier hinten... Hier ist auch alles eingesperrt und so. Achso, okay, jetzt sind wir hier wieder einfach draußen. Einen Schalter. Hm, der bringt uns gar nichts. Vielleicht gibt es ja hier drin noch irgendwo... Aber vielleicht in den anderen Räumen noch. Was haben wir das hier? Equipment. Oh, hier ist noch was. Oh, ein bisschen Medikamente. Moment, das will ich erstmal kurz einschmeißen. Okay, mir geht es schon... Ein bisschen besser geht es mir schon. Aber noch nicht so viel besser. Eine Schaufel. Warte mal, die können wir mitnehmen und dann halt zurück zur Farm gehen. Stimmt. Hier haben wir noch eine Axt. Vielleicht gehen wir hier... Hier ist anscheinend so eine Art Bart oder so. Hier drin, ne? Ah ja. Ja. Tatsächlich, ja. Hier sind auch die Spiegel an der Wand. Hm. Okay. Aber ich habe immer das Gefühl... Ich muss immer untersuchen, ob es hier irgendwelche Geheimgänge gibt. Weil ich habe tatsächlich in der Stadt, aus der ich gekommen bin, da gab es so ein Häuschen, das hat so zwei reiche Leute gehört. Oder so eine reiche Familie. Also zwei reiche Leute mit zwei Kindern. Und die hatten tatsächlich hinter so einem Bild einen Geheimgang aufgebaut. Ich meine, das ist total paranoid von denen. Aber da haben die tatsächlich gute Sachen drin versteckt gehabt. Vielleicht finden wir ja irgendwann mal sowas wieder. Das könnten wir wirklich Glück haben. Wie krass. Hier ist eine Straßensperre. Wir sollten auch gleich zurück zur Farm gehen. Aber was haben wir denn hier? Ah, okay. Okay, guck mal hier. Das ist ein, äh, alter... Das ist eine Statue von einem, äh, von einem Panzer. Eine Panzer? Die haben wir einen Panzer eingebaut. Ich sehe es. Tatsächlich ein, äh, ein Denkmal für einen Panzer. Was ist denn das hier? Für eine merkwürdige Stadt. Oh, hier haben wir ein Brot. Perfekt. Und das Tommi, vielleicht lasse ich hier... Moment, vielleicht können wir hier noch auch was... Vielleicht finden wir hier noch auch was in dieser, in dieser kleinen Stadt. Was heißt Stadt? Das ist ja eigentlich so ein kleines Dörfchen oder sowas. Oh, Nahrung auf jeden Fall. Oh ja. Hier ist auch noch was. Was ist denn das? Hier ist auch noch ein Raum. Das sind alles so winzig kleine. Hier ist auch ein riesiges Aquarium in der Mitte. Boah, das Aquarium ist aber bei mir auf der Seite irgendwie eingebrochen, oder? Das ist bei dir kaputt, da, ja? Ja. Oh, Moment, ich komm mal hin. Ich meine... Oh, tatsächlich, hier sind auch die... Die Schildkröten rausgekommen. Ist ja auch was in dem Aquarium drin? Ne, ich glaub nicht. Ah, hier geht's nach unten auf jeden Fall, ne? Oh, Moment, vielleicht tauchen wir einfach mal hier durch. Oh, das ist hier, ist alles, alles überschwemmt. Oh, oh, wo bist du eigentlich... Ah, hier bist du... Okay, wunderbar. Ich hatte schon den Schock, dass du verloren gegangen bist. Hier unten ist alles unter Wasser. Hier unten ist alles unter Wasser. Ich meine, das Gute ist, diese Militärhelme, die scheinen ja irgendwie... Weiß ich nicht, irgendwie so eine Sauerstoffversorgung oder sowas dabei zu haben. Ich hab das Gefühl, dass ich damit viel besser unter Wasser bleiben kann. So geht's mir auch. Moment, aber ich glaub, wir sollten hier mal... Wir sollten hier hochtauchen. Okay, probieren wir es einfach mal aus. Einfach nach oben schwimmen. Aua. Oh nein, aua. Oh nein. Was? Oh nein, nein, ich wurde gebissen oder sowas. Oh nein. Vorsicht, Vorsicht, da sind Piranhas oder sowas drinne. Was war denn das? Irgendein... Ich glaub, das sei ein Kugelfisch. Irgendein Vieh hat mich gebissen. Oh je. Oh, ich hab schon wieder... Das gibt's doch gar nicht. Heute ist einfach nicht mein Tag. Kommen wir hier irgendwo runter? Vielleicht kommen wir hier einfach an dem... Vorsichtig. Hier unten ist Wasser? Hier unten ist Wasser, ja. Aber vorsichtig. Okay. Ich brauch unbedingt Medikamente. Oder irgendwas anderes. Ich meine, mir geht's echt nicht gut. Aber da hinten ist ein Krankenwagen oder sowas. Vielleicht gibt's da noch irgendwas drin. Ich hoffe mal. Ich hoffe mal, vielleicht hier drin. Nee, hier ist nur ein Krankenbett drin. Vielleicht gibt's hier noch irgendwelche Medikamente. Hier tatsächlich gar nichts. Oh je, oh je. Ist gar nicht gut. Warum unbedingt was für dich? Ja, dafür hat er die Straße gesperrt. Hier gibt's auch nichts weiter. Was haben wir denn hier noch? Ein Generator? Oh, ein mobiler Generator. Warte mal, dann geht mir auch das Trinken aus. Warte mal. Pack 8 Kohle rein. Und dann können wir die... Dann können wir das Ding hier starten. Wir brauchen irgendwo Kohle her. Vielleicht aus der Mine. Aus der Mine? Oh, das könnte sein, ja. Oh je. Und hier ist auch noch dieses... Hier ist auch noch eine Militärlage. Ich weiß nicht, ob es von deiner Einheit war. Aber die hatten sich hier irgendwie verbarrikadiert. Und haben sich dann alle irgendwie selber... Naja, ich rede mal lieber nicht weiter. Oh Gott. Das hört sich ja gar nicht gut an. Hier drin. Das hatte ich schon durchsucht. Aber vielleicht können wir da noch Bandagen. Aber ich glaube nicht. Wir könnten auch nochmal zurück... Zurück in meine Stadt kommen. Äh, in meine Stadt gehen, aus der ich gekommen bin. Ich weiß aber nicht, ob wir hier drin noch irgendwas finden sollten. Hm. Ich meine, ich bin froh, dass ich eigentlich diesen Ort verlassen habe. Aber jetzt, wo ich weiß, dass auch außerhalb alles zerstört ist, könnten wir hier drin auch nochmal nachschauen. Aber ich glaube nicht. Hier habe ich schon... Ne, hier wurde schon alles tatsächlich untersucht. Vielleicht... Ah, hier sind noch ein paar Kekse. Vielleicht können wir hier noch essen. Hm. Ich hätte eine Idee, wo es noch was geben könnte. Und zwar, was ich noch nicht geschafft habe zu durchsuchen, war das Einkaufszentrum. Weil mir da einfach zu viele von diesen Monstern waren. Vielleicht finden wir ja da was. Hm, weil zu zweit ist man stärker. Das ist halt die Sache, genau. Alleine würde ich mich da nicht reintrauen. Eigentlich könnte ich jetzt auch das Haus... Das Haus der Johnsons zeigen. Warte mal, vielleicht finden wir das hier irgendwo. Vielleicht steht ja auch sogar noch meine alte Wohnung. Mein Bruder müsste auch noch hier draußen irgendwo unterwegs sein. Ich hoffe mal, den finde ich irgendwann mal noch. Hast du einen Bruder? Ja, tatsächlich, ja. Ich habe mit ihm hier zusammen überlebt in der Stadt, aber er war dann auf einmal plötzlich verschwunden. Ich weiß nicht, wo. Aber das Problem ist, in meinem Haus funktioniert der Generator nicht mehr. Also ich weiß nicht, wie lange wir hierbleiben können in dieser Stadt. Wir sollten dann unbedingt weiterziehen. Aber lasst uns da erstmal jetzt die Nacht verbringen. Ich glaube, das ist erstmal das sicherste. Warte mal. So, Gott, erstmal. Hier ist alles so verwuchert. Schwer was für ein Archie hinten. Tatsächlich. Genau. Vielleicht habe ich hier noch irgendwelche Bandagen oder sowas noch gelassen. MRE. Oh, hier haben wir noch tatsächlich noch ein MRE. Das ist ganz gut. Das füllt uns erstmal unseren Hunger. Aber sonst noch irgendwas anderes weiter? Ah, nee, ist schon ein bisschen älter. Das, das... Ein paar Wasserflaschen sind hier noch drin. Wasserflaschen, die können wir gut gebrauchen. Ich kann immer eine geben. Oh ja. Vielen Dank. Ah, ich... Ich habe... Nee, ich habe tatsächlich noch eine. Danke. Ich glaube, wir sollen uns jetzt erstmal hier oben schlafen legen. Gibt es hier oben noch irgendwas anderes? Ich habe noch irgendwas gelassen. Nee, hier drin gibt es auch nichts mehr. Ich glaube, wir sollten wirklich entweder ins Einkaufszentrum oder noch irgendwas in der Stadt untersuchen. Aber Achtung, hier sind irgendwelche Kannibalen unterwegs. Und zwar in diesem einen Gebäude da oben. Ich meine, ich habe hier noch meine... Meine, ähm... Meine Flergarn. Damit könnten wir vielleicht gegen diese Dinger kämpfen, aber ich glaube, das ist keine gute Idee. Ich glaube auch nicht. Am besten wir gehen ins Einkaufszentrum, ne? Ich habe ja noch... Ich habe auch keinen... Ja, wir sollten wirklich ins Einkaufszentrum. Ich meine, ich habe immer noch im Notfall ein paar Granaten bei mir. Aus der Militärstation. Ich habe auch noch zwei. Du hast auch noch zwei, perfekt. Vielleicht finden wir hier noch irgendwas Besonderes? Nee. Ähm, Moment, Moment. Imperius Bank? Hier hinten, genau. Aber Achtung, hier ist noch der große Panzer. Ich habe keine Ahnung, warum die hier auf einmal Panzer in dieser Stadt hatten. Das kann ich... Die Panzer konnten nichts ausrichten, oder wie? Tatsächlich, also die... Oh, Achtung. Das ist eines dieser... Das ist eines dieser Dinger. Ja. Das erfolgt uns. Ihr müsst wirklich jetzt vorsichtig sein. Ich hoffe, dass wir hier drin noch irgendwelche Medikamente finden. Was war es das wirklich für mich? Und wenn mich die Dinger wirklich erwischen sollten, dann würde ich dich bitten, nach meinem Bruder Ausschau zu halten. Ja. Vielleicht war hier drin noch irgendwas Besonderes. Hier haben die sich auch verbarrikadiert. Lass uns mal nach oben gehen. Vielleicht gibt es hier irgendwo eine Medizinstation oder sowas. Auch alles komplett verbildert. Guck mal, wie das hier alles... Alles zerstört. Ich wollte es gerade erwähnen. Alles zerstört. Aber hier noch ein bisschen... Man hat überall diese Schreie von diesen Monstern. Du musst halt wirklich aufpassen. Wir müssen hier raus. Wir müssen hier raus. Ich überlebe das sonst nicht. Wir müssen hier raus. Auf hinter dir. Ich überlebe das auf keinen Fall. Überall. Nein, hier haben wir auch abgesperrt. Vorsichtig, vorsichtig, vorsichtig. Okay, schnell raus hier. Schnell raus. Das Ding ist hier komplett überrannt. Hier gibt es wirklich keine Medikamente. Vielleicht finden wir auch noch einen anderen Weg rein, aber ich wage es zu bezweifeln. Vielleicht hier. Gibt es hier noch irgendwas? Nein. Oh je, mir geht es gar nicht gut. Oh, die Dinger verfolgen uns. Ich weiß nicht, ob es hier eine gute Idee war, hier in diese Stadt zurückzukommen. Ich stelle sie wirklich verflucht. In der Versicherungsfirma? Ne, hier ist auch verbarrikadiert. Aber ich will, ich gebe es hier noch irgendwas Besonderes. Ich meine... Oh, das war knapp. Oh, hier bin ich fast runtergefallen. Oh, ich sehe es. Ein paar Schneebälle. Kommst du hier rüber? Oh, das wäre es für mich sonst gewesen, ey. Ich glaube, wir sollten die Stadt wieder bald verlassen. Wir brauchen dringend Medikamente. Das sollte erstmal unsere erste Priorität sein, weil sonst... Sonst überleben wir hier nicht lange. Ähm, vielleicht... Vielleicht noch ein... Vielleicht müssen wir wieder zu Olympus gehen, zu dieser großen Stadt. Da war ich zwar schon... Da gibt es halt eine Menge von diesen Monstern, aber da gibt es halt auch eine Menge... Menge Medikamente. Oder wir müssen halt... Das wäre halt das schlimmste... Schlimmste Weg. In das Krankenhaus gehen. Aber ich möchte jetzt tatsächlich nicht ins Krankenhaus mit unserem... In unserem Zustand. Da haben wir, glaube ich, so gut wie keine Chance. Wir könnten ja nochmal probieren, hier in diesem... In diesem Militärlager zu gucken. Wir können das ja mal untersuchen. Vielleicht haben wir ja Glück und finden hier noch irgendwas. Vielleicht gibt es ja hier noch irgendwelche Kohle oder sowas. Ne, doch, hier gibt es Kohle. Perfekt, die nehme ich mal mit. Aber in den anderen... Ne, hier gab es irgendwelche... Ach, hier, vielleicht in diesem Versorgungszelt. Was haben wir hier? Ich habe was. Hast du was gefunden? Ich glaube, ich habe ein Medikament, ja. Oh, sehr gut. In der Kiste hier. In der Kiste. Warte mal, hier habe ich auch noch was. Ah, das sind aber viele Nebeneffekte. Oh, ich habe Bandagen gefunden. Ich werde erstmal meinen Fuß bandagieren. Oh, sehr gut. Oh, jetzt geht es mir wieder viel, viel besser. Hier müsste noch was drin sein. Ah ja, tatsächlich. Ah, okay. Du hast gesagt, du brauchst auch noch was, ne? Also mir geht es jetzt schon besser mit der Bandage. Ich gebe dir das mal. Danke. Aber Vorsicht, das ist ganz schön hoch dosiert. Ich probiere es mal. Es könnte sein, dass du irgendwelche Nebenwirkungen spürst. Vorsicht. Oh, ja, ich merke es. Oh nein, da kommt eins von diesen Dingern. Ich benutze mal meinen Bogen. Hast du eigentlich auch einen Bogen bei dir? Ja. Ah, wunderbar. Hast du Pfeile? Ähm, 15. 15, perfekt. Okay, jetzt haben wir ein paar Sachen gefunden. Gut, wunderbar. Ich würde sagen, unser nächstes Ziel sollte jetzt erstmal wieder die Farm sein. Und die Mine vor allen Dingen. Ich würde gerne wissen, ob es noch irgendwas in den Minen gibt. Also die ist zwar eingestürzt, aber wenn wir vorsichtig sind, vielleicht finden wir da noch irgendwas Besonderes. Ich kann mir vorstellen, dass die da noch irgendwas versteckt haben. Ich bin mir aber nicht sicher. Oh, was ist denn das hier? Guck mal, das ist irgendwie... Ah. Guck mal, das ist hier oben verbunden mit dem Haus irgendwie. Wir müssen in den Generator noch mal ein bisschen Kohle reinpacken. Dann können wir tatsächlich... Ah, und dann hat das Haus hier wieder Licht. Vielleicht können wir das Haus dann für uns ein bisschen verwenden. Aber lass uns erstmal zur Mine gucken. Vielleicht haben wir ja Glück und finde da ein bisschen Kohle. Wenn du Essen brauchst, gib schon Bescheid. Ich hab noch ein bisschen was bei mir. Okay. Hier müsste es... Hier ist zwar die Richtung hier, oder? National Park? Ah, nee, das ist hier der Far Hill National Park. Hier haben wir auch alles... Haben wir schon alles durchsucht. Aber wir haben wirklich Glück, dass uns diese... Die Ruby Raiders noch nicht gefunden haben. Also ich sag dir, wenn du die finden solltest, dann lauf. Ich weiß nicht, ob wir eine Chance gegen diese... ...gen diese komischen Typen haben. Das heißt, wir müssen mal zur Mine gucken. Ah, sehr bloß vorsichtig. Ey, nicht, dass dir auch dasselbe passiert wie bei mir. Dass ich einfach runtergefallen bin. Das gibt's doch nicht. Das war wirklich gefährlich. So, gucken wir mal hier rein. Hast du Licht bei dir? Ähm, ja. Okay, perfekt. Moment, ich werde mal hier wieder runterklettern. Soll ich mitkommen, oder soll ich oben warten? Du kannst gerne mitkommen. Ich guck mal hier unten. Guck mal hier irgendwie wieder hoch. Ah, nee, warte mal. Wir müssen ja irgendwo versuchen, auf die andere Seite zu kommen. Hier unten bei den Lava ist es ein bisschen zu gefährlich. Hier kommen wir rüber. Hier können wir lang. Oh, ich seh. Vorsichtig. Was ist aber denn hier drin überhaupt? Na, das hat sich überhaupt nicht gelohnt. Oh, hier sind welche. Hier sind welche? Du musst aufpassen, ja. Einer. Und ein Wolf. Okay, wir müssen ganz vorsichtig sein. Ähm, hier gibt's irgendeinen... Guck mal, hier gibt's noch was. Noch ein bisschen Spinnnetz weg. Nee, ein bisschen Gold, aber das bringt uns nichts. Aber die kommen hier eigentlich wirklich hoch. Guck mal, hier kann man irgendwas aktivieren. Dynamit? Ach, noch ein noch nicht. Oh, ich hab Dynamit gezündet. Vorsicht. Oh nein, was war das denn, bitteschön? Oh, das ist laut. Das war richtig laut. Guck mal hier rein. Was haben wir denn hier frei... Oh, hier ist irgendwas freigesprengt. Wow. Okay, hier gibt's noch nen... nen Schwert von nem Minenarbeiter oder sowas. Irgendeine Waffe von dem... Oh, warte. Ich muss ja die Waffe kurz aussehen. Wir müssen aufpassen, dass wir uns da drin nicht verfangen. Ja, richtig. Oh, hier ist irgendwas. Ein goldener Apfel. Was ist denn das? Das hab ich ja noch nie gesehen. Oh, ein Cooler ist hier. Ich komm halt mal schnell nach Kohle aus. Das hab ich ganz vergessen. Ich hab jetzt bei mir 5 Kohle. Wie viel brauchten wir? Ich hab nix. Weil ich kann hochklettern. Ich glaub, das war ein 8, ja. Hier können wir hochklettern. Vielleicht hier hochziehen. Ne, hier kommen wir nicht hoch. Wir müssen einen anderen Weg hochgehen. Am besten den, den wir hier gekommen sind. Ja, perfekt. Hier gehen wir am besten hoch. Oh nein, hier kommt schon wieder eins. Einer von diesen Dingern. Komm mal, wir müssen weiter hoch. Hier kommen wir. Gehen sie nochmal hoch? Ah, hier. Hier kommen wir. Oh mein Schwert ist schon kaputt gegangen. Oh nein. Oh nein. Es ist dunkel geworden. Das ist überhaupt nicht gut. Wir müssen schnell zur Farben. Oh Gott. Lass uns beeilen. Komm schnell mit. Oh oh. Ging sie hoch? Oh nein. Und hier? Boah, ich weiß nicht mehr mal hier hinten, oder? Warte mal, ich bin hier hochgeklettert an diesen Ranken. Ah, ich bin hier hochgekommen. Oh, lass uns schnell los rein. Oh je. Am besten wieder ins Farbenhaus, oder? Ich würde auch sagen, am besten sofort ins Farbenhaus. Okay, kennst du von diesen Monstern unterwegs? Als ich damals in der Stadt in der Nacht unterwegs war, das war unglaublich, wie schlimm, wie schlimm voll das da war. Okay, schnell zur Farben. Schnell zur Farben. Schnell zur Farben. Okay, wir müssen Glück zu haben. Keines von diesen Dingern ist hier. Okay, ich würde sagen, wir gehen wieder in die Zimmer, in denen wir schon waren. Ja. Das ist die beste Idee. Okay, Moment, wir machen einfach die Türen unter uns zu. Jawohl, perfekt. Und schnell nach oben. Schnell nach oben. Okay, und die verbarrikert ja immer hier auch die beiden. Ja? Ich muss dir was sagen. Oh nein. Ich wurde gebissen. Oh nein. Oh nein. Wie geht's dir? Bis jetzt ist mir ein bisschen übel, aber sonst passt alles. Okay. Moment, 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 Moment. Lass uns mal kurz, vielleicht gibt's da irgendeine Lösung für die ganze Situation. Ich bin noch bei Bewusstsein. Du bist noch bei Bewusstsein. Moment, Moment, lass mich kurz überlegen. Warte mal, der Farmer, der hat auch was geschrieben. Wir sind ins Krankenhaus. Lass uns schnell ins Krankenhaus gehen. Ja. Und lass uns beeilen. Wenn du irgendwas merken solltest, dann gib mir am besten sofort Bescheid. Wenn du irgendwie merken solltest, dass du das Bewusstsein verlierst oder so. Das heißt, du bei den Beinen weh, aber sonst passt alles. Okay. Ich werde dir versprechen, wenn es soweit sein sollte, dann werde ich dich davon erlösen. Danke dir. Das wäre das Beste. Ich möchte nicht eines dieser Monstern werden. Nee, lass uns beeilen. Vielleicht finden wir da eine Lösung. Oh, das kann doch gar nicht sein. Ist wahrscheinlich in den Minen passiert oder was? Ich glaube auch. Ich glaube, der kam von hinten und hat mich dann gebissen. So vielleicht konnte ich nicht mehr reagieren. Hast du wahrscheinlich durch das ganze Adrenalin nicht bemerkt. Lass uns schnell loslaufen. Vielleicht haben wir Glück und finden da Medikamente. Oh, vorsichtig, hier nicht stolpern. Gib mir sofort Bescheid. Oh, so ein bisschen Übelkeit ist alles in Ordnung. Also ich habe noch mein Bewusstsein. Okay. Ähm, lass uns hier die Gebäude untersuchen. Hier, vielleicht kommt noch irgendwas von diesen. Oh ja, schmecken uns zwar nicht mehr so gut, aber besser als nichts. Oh, Achtung, Vorsicht, 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 Vorsicht. Aber lass uns schnell abhauen. Und hier, hier in diesem Nachbarhaus, hier haben sie sich damals auch verbarrikadiert, aber sie wurden auch überrannt. Vielleicht können wir da mal kurz rein. Ne, lass uns gleich zum Krankenhaus laufen. Ich meine, im Notfall, ich habe eine Granate dabei, den Jagdmann wacht, dass der Erkirr wacht, dieses ganze Ding in die Luft. Das sind mir dann sowas von... Oh, da folgt uns einer, ne? Erfolgen. Okay, lass uns um den Kümmern. Yes. Oh, Vorsicht. Alles gut. Die Wüstung hat mich geschützt. Gucken wir noch ein bisschen weiter. Warten wir vielleicht hier in der Tankstelle noch was? Okay. Oh Gott, was ist hier passiert? Ich weiß nicht, dieses Gebäude wurde komplett überrannt. Ich weiß nicht, ob wir hier wirklich reingehen sollten. Halt deine Waffe unbedingt bereit. Oh nein. Das sind viele Untote. Aber ich hoffe, dass wir unsere Medikamente finden. Okay, wir müssen leise sein. Ich weiß nicht, von wo die kommen. Aber wir müssen schnell sein. Lass uns einfach... Oh nein. Blindlings reinlaufen. Oh nein, hier sind so viele. Lass uns einfach laufen. Wir müssen einen Ort finden, wo keine von diesen Monstern sind. Lass uns einfach laufen. Vielleicht führen wir hier auch einen Ort, der sicher ist. Ich wage es aber zu bezweifeln. Oh nein, ich höre sie schon. Ich höre sie von überall. Ah, ich auch. Stairs. Hier geht's zu den... Hier geht's zu den... Zum Weg nach oben. Was ist das denn? Eine Cafeteria oder sowas? Oh nein, da kommen sie. Oh, das sind so viele. Lauf, 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 lauf. Hier, hier geht's. Boah, ich mache halt diese Geschrei. Das hört sich so schlimm an. Vielleicht können wir hier schnell suchen. Nein, lass uns weiterlaufen. Das sind zu viele. Hier geht's nach oben. Lauf, lauf, lauf. Es werden immer mehr. Nein. Ich versuche sie abzulenken. Was ist hier drin passiert? What? Was ist hier drin passiert? So viele. Die wurden eingesperrt hier drin. Quatsch. Hier ist ein bisschen Licht. Wir haben wieder das Glück. Hier können wir hochklettern. Kletter schnell hoch. Lass uns hochklettern. Oh, ich komme hier nicht hinterher. Was war denn das, bitteschön, dort drin? Quatsch. Wow, vorsichtig. Im Notfall können wir hier einfach an der... an der... an der Ranke runterklettern. Aber was ist denn hier passiert, bitteschön? Ne, wir müssen woanders hin. Wir können hier... Ach. Ne, wir müssen hier runter. Ich komme runter, die kommen runter. Lass uns hier runterklettern, ganz vorsichtig. Oh, war das klappt. Dann müssen wir noch bekämpfen, dann schmeißen sie mich unter. Aber es werden immer mehr. Vielleicht brauchen wir unbedingt was zu essen. Ich kann nicht mehr laufen, ich habe so dolle Hunger. Vielleicht haben wir hier noch irgendwas in diesen Gebäuden. Ich habe nur noch großes Fleisch, aber... Und vielleicht können wir hier irgendwo braten. Vielleicht gibt es hier hinten noch irgendwas. Oder hier in diesem Gebäude. Ah, sieht nicht so aus. Oh nein, ich höre sie schon. Auch. Was ist denn das hier? Vielleicht gibt es hier irgendwas. Ist das hier eine Tankstelle? Oder... Ne, oder? Ich weiß nicht, was das hier war. Oh, ne, warte mal. Irgendwie eine Autoreparaturstation. Ja, stimmt. Ist auch eingestürzt und kaputt. Vielleicht gibt es hier noch was. Oh nein, ich kann auch gar nicht mehr schnell laufen. Und dann wird mir sofort ständig... Ah, Moment, hier gab es noch diese Kuchen. Hier gab es noch diese Kuchen. Vielleicht kann ich... Ja, von denen noch. Da kann ich noch ein bisschen was von essen. Ich meine, die sind auch nicht mehr die Besten. Aber besser als nichts. Okay, lass uns am besten hier... Vielleicht hier drin bleiben, in der Bücherei. Es wird langsam ein bisschen dunkel. Okay, Moment. Ich werde vielleicht ein bisschen versuchen, ein bisschen erhöht hier zu schlafen. Moment, vielleicht komme ich hier rüber, weil... Nicht, dass du dich irgendwie in der Nacht infizierst und dann... Ne. Ja, du weißt, was ich meine. Bleib am besten dort hinten. Ja. Ich werde versuchen, hier zu schlafen. Alles klar, wir sehen uns am nächsten Morgen. Ja. Timo, wie geht's dir? Ich hoffe... Timo? Wo... Wo bist du? Das kann doch gar nicht sein. Der hat noch seinen Schlafsack hier gelassen. Wo ist er denn hin? Oh nein, nicht, dass er sich verwandelt hat. Hallo, bist du hier draußen? Ne, hier ist er wahrscheinlich nicht durchgetaucht. Oh nein. Oh nein, ich habe ein ganz schlechtes Gefühl bei der Sache. Ich gehe mal am besten nach draußen und gucke mal nach. Vielleicht ist er da irgendwo. Timo, bist du hier? Oh oh. Oh nein, ich glaube, er wurde infiziert. Oder er ist nochmal zurück zum Krankenhaus. Oder irgendwas anderes Schlimmes ist passiert. Ich hoffe mal, dass ich ihn bald wiederfinden werde, weil... Endlich hatte ich jemand ein Überlebnis gefunden und jetzt ist er wieder komplett weg. Das kann doch gar nicht sein. Ich muss erstmal jetzt überhaupt einen Weg überlegen. Zum Krankenhaus kann ich auf keinen Fall zurück. Hatten wir irgendwas... Hatten wir irgendwas ausgemacht, wo wir uns treffen werden? Ah, ich weiß es nicht. Ähm... Moment, was mache ich denn jetzt am besten? Kann ich... Ich habe auch nichts mehr zu essen. Ich muss ja auch dringend irgendwas zu essen suchen. Vielleicht finde ich ja hier noch irgendwas. Das wird gerade ziemlich notwendig. Ich habe nämlich so gut wie gar nichts mehr dabei. Ähm... Vielleicht auch in einem der Gebäude hier. Aber ich glaube es nicht. Vielleicht... Oh, ich weiß gar nicht jetzt, was ich überhaupt machen soll. Vielleicht laufe ich jetzt zur Großstadt zurück. Vielleicht ist er da ja hingelaufen. Stimmt. Hat er nicht irgendwas... Ich glaube, der hat ja irgendwas erzählt, dass er dort abgeholt werden soll oder sowas. Aber vielleicht ist er dorthin. Oder vielleicht ist er auch einfach nur weggegangen, weil er mich nicht infizieren wollte mit dem Virus. Oh... Ich hoffe mal, dass alles gut gelaufen ist bei ihm. Jetzt muss ich aber erstmal was zu essen suchen. Vielleicht finde ich ihn ja dort wieder. Ich hoffe es mal. Ich hoffe es mal. Oh nein. Oh, 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 oh. 374 Tage... Äh, 347 Tage ohne Energie. Oh, die Klasche hat hier jetzt auch komplett verwildert. Hier war ich ja schon mal ganz kurz. Oh, hier geht es in die U-Bahn. Da gehe ich ja am besten noch nicht rein. Ähm... Ich suche mir am besten noch einen anderen Ort. Was haben wir denn hier? Olympus? Oh. Was ist denn das hier? Eine Sternwart oder sowas? Ein Observatorium? Aha. Hier steht noch irgendeine Maschine oder sowas an zu sein. Was ist denn das genau? Hier geht es nach oben. Ich glaube, da sollte ich einfach mal am besten hochklettern, oder? Vielleicht finde ich ja hier irgendwas. Aber ich brauche... Im Moment in das Observatorium hier, da wird es wahrscheinlich kein Essen geben. Ich brauche als allererstes mal irgendwo Essen. Das ist eigentlich tatsächlich gerade das Wichtigste. Wenn ich Essen gefunden habe, dann kann ich auch hier ein paar mehr Sachen erkunden. Hm, was haben wir denn hier noch alles? Hier ist auch wieder so eine Polizeistation. Da gehe ich definitiv nicht rein. Was ist denn das hier? Store? Ein Supermarkt. Oh, vielleicht... Hallo? Ist hier... Hallo? Ist hier jemand? Da steht niemand zu sein. Hier ist noch ein Einkaufswagen. Was haben wir denn hier? Alehousebier. Oh, das macht satt. Aber, hm... Ich glaube, das nehme ich erstmal nicht mit. Vielleicht haben wir noch was zu essen. Ich meine, ein paar... Ein bisschen rote Beete haben wir noch hier, aber... Hier haben wir auch noch rote Beete. Ist das eine Katze? Ist das eine Katze oder was? Oh, erstmal eine Karotte. Yes. Oh, die will ich erstmal kurz essen. Ich brauche unbedingt... Unbedingt noch mehr Essen. Das ist tatsächlich gerade, was bei mir ein bisschen knapp ist. Das Fleisch lasse ich einmal am besten hier. Denn ich weiß halt gar nicht, wie... Wie lange das Fleisch hier schon rumliegt. Gibt es hier sonst noch irgendwas? Ich glaube nicht. Das sieht halt nicht so gut aus. Hier ist auch ein Wagen reingefahren. Krass. Wow. Hm. Hat irgendwas transportiert? Oh, ne. Irgendeine DVD. Okay. Was soll ich denn damit machen? Vielleicht gibt es... Vielleicht gibt es in einem Lager oder sowas. Oder hier noch was? Oh, ne. Tatsächlich gar nichts mehr. Oh, hier ist auch noch eine Karotte. Die kann ich jetzt mal mitnehmen. Die ersättigt mich wenigstens ein bisschen. Was haben wir denn hier hinten? Stuff only. Hier sind irgendwo eine Katze oder so zu sein. Ah, hier gibt es... Ups, hier gibt es nicht so richtig was dabei. Und Dors bekomme ich auch langsam... Oh, doch, ein Apfel. Yes, wunderbar. Hier wurde irgendwas eingeladen oder so. Oh, hier sind Katzen. Das waren ziemlich viele. Oh. Oh, nein. Das sind vier Streuner, oder was? Komm, ich lasse euch frei. Lauft. Lauft am besten. Lauft am besten. Ich glaube, hier drin seid ihr gar nicht sicher. Ich brauche unbedingt was zu trinken. Habe ich noch irgendwas? Ähm. Okay. Ein bisschen Wasser habe ich dabei. Ähm. Ich meine, gut, warum nicht? Oh, nein. Ich liebe mich gar nicht gut. Oh, das war gar nicht so gut, das Wasser. Hätte ich mal lieber nicht getrunken. Hier hinten noch irgendwas? Hier geht es auch noch irgendwo. Hier geht es raus auf jeden Fall. Hier sind noch die paar schreienden Katzen. Ich gucke mal, ob hier oben noch irgendwas rumliegt. Wahrscheinlich, oder? Paul. Hier war Paul. Der hat nichts in seine Truhe gelassen. Okay, vielleicht haben wir hier noch... Ne, hier ist nichts weiter. Ich gucke mal hier noch ein bisschen nach. Vielleicht finde ich hier noch was. Ähm. Hier haben wir noch irgendwas. Was steht denn hier drin? Die Regierung hat angeordnet, dass diese Radioübertragung alle 10 Minuten gesendet werden soll. Sehr geehrte Kunden, bitte halten Sie zu anderen Kunden drei Schritte Abstand. Falls dies nicht möglich sein sollte, geraten Sie bitte nicht in Panik und bleiben Sie ruhig. Sehr geehrte Kunden, bitte fangen Sie keine Panikkäufe an. Wir haben genügend Waren für alle und jedes leere Regal wird von uns wieder gefüllt. Bitte lassen Sie auch anderen Kunden etwas übrig. Vielen Dank. Ah, hier ist wahrscheinlich irgendwie Panik bei den Leuten ausgebrochen oder sowas. Und die haben dann versucht, hier alles schnell zu kaufen. Was ist denn das? Was ist das für ein Schalter? Ne, geht zu den Toiletten. Da ist wahrscheinlich nichts drin. Oh, in der Kantine. Vielleicht habe ich ja hier Glück. Bestimmt, oder? Ne, haben wir noch Pizza-Ban. Oh, da scheint irgendwas nicht mit guten Dingen zu gehen. Hier haben wir noch ein paar Kühlschränke, aber hier gibt es auch nichts weiter drin. Ich dachte, hier in der Kantine würde wenigstens irgendwas zu essen rumliegen. Oh nein. Oh, hier ist auch irgendwas weggesprengt worden. Das ganze Dach ist hier weg. Aber ich glaube, ich brauche jetzt mal ein bisschen was zu essen. Mir geht es ja schon ein bisschen besser. Aber ich brauche auch noch Bandagen oder sowas. Vielleicht gibt es ja hier in der Stadt was. Vielleicht habe ich ja wirklich Glück. Vielleicht hier hinten in diesem Truck. Hier haben wir noch was. Was ist denn das? Spoiled Milk. Oh nein. Die schlechte Milch nimmt man auf keinen Fall mit. Ich glaube, wenn ich die trinke, dann kann ich auch gleich... Oh, warte. Vielleicht gleich hier darf es den Katzen geben. Ich meine, die haben bestimmt auch schon total Hunger. Wo sind sie denn hin? Hier hinter? Sind die hinter gesprungen oder was? Ich glaube schon. Ich meine... Was ist denn hier los? Hier steht auch nur irgendeine Maschine an zu sein. Ach, das ist Observatorium. Da werde ich später unbedingt auf jeden Fall nochmal reingehen. Aber irgendwo muss es doch noch vielleicht sowas wie eine Apotheke oder sowas geben. Was haben wir denn hier? Stuff only? Was ist denn das für ein Laden? Ähm, okay. Hier könnte man sich wahrscheinlich auch irgendwas Besonderes abholen oder so. Ich muss mal weiter gucken. Vielleicht weiter oben. Aber wenn jetzt hier mich irgendwelche... Ne, hier habe ich tatsächlich auch noch nichts drin verloren. Ich brauche erstmal irgendwelche Medikamente oder sowas. Hier muss es doch irgendwas geben in dieser Stadt. Oh nein, das Zeichen ist überhaupt nicht gut. Oh, da bleibe ich erstmal fern von. Da sind bestimmt auch irgendwelche... Ne, das habe ich doch schon mal gesehen, dieses Zeichen. Nöp, da gehe ich auf keinen Fall rein. DVDs kann man hier... Gut, die DVDs bringen wir... Da ist ein Helikopter reingestürzt in das Gebäude. Das sollte ich auch auf jeden Fall mal untersuchen. Aber vielleicht gibt es hier noch irgendwo... Was haben wir denn hier? Hier ist irgendwas zugenagelt. Was haben wir hier? For close, lack of funding. Ah, warte mal, war ich... Ich war doch hier eigentlich schon, oder? Ich war doch hier schon. Und es wird vor allem auch Nacht. Oh nein, ich brauche schnell ein Ohr zum Schlafen. Ja, tatsächlich. Hier ist doch dieser Spieleladen. Wo diese grausame Geschichte passiert ist. Oh nee. Ich gucke erstmal noch ein bisschen weiter. Was haben wir denn hier? Märchenarms. Aha. Vielleicht gibt es hier in der Stadt noch irgendwo irgendein Gebäude, wo ich jetzt erstmal über Nacht bleiben kann. Das sieht halt gar nicht so gut aus, ne? Hier gibt es eine Versicherung. Was haben wir denn hier? Entweder... Oh. Okay, hier wurde es wegen Quarantäne geschlossen, oder was? Oh, jetzt habe ich es geöffnet. Ich meine, vielleicht finde ich ja hier irgendwas, aber das sieht halt echt nicht gut aus. Moment, vielleicht kann ich in einem dieser Gebäude hier bleiben. Hallo, ist hier jemand? Na, dieses Rufen kann ich mir eigentlich sparen, weil ich glaube, hier wird so schnell jetzt keiner mehr sein. Oh. Hier unten ist auch irgendwie alles überflutet, oder so. Oh, hier gibt es noch ein Buch. Moment. Das nehme ich mir auf jeden Fall mal mit. Was steht denn da drin? Das geht dann nur um die Wasserrechnung. Ja, okay. Die hätte man lieber... Das wird... Oh nein. Oh nein, oh nein. Gar nicht gut. Gar nicht gut. Schnell nach oben. Vielleicht ist hier oben... Ist das Ding hier oben irgendwo, oder was? Hallo? Oh, hier haben wir noch ein paar Fackeln. Den nehme ich auf jeden Fall mit. Ein Bett hätten wir auch hier. Hier kann ich erstmal über Nacht bleiben. Solange das Gebäude hier einfach sauber ist. Ich muss mal schauen. Nee, hier steht noch nichts weiter zu haben. Ich glaube, ich muss erstmal hier oben bleiben. Ich glaube, erstmal hier oben und versuche erstmal mit meinem Schlafsack hier aufzurollen. Vielleicht kann ich ja hier erstmal jetzt über Nacht bleiben. Das hier ist Medical Supply. Vielleicht haben wir hier was. Oh nein. Es wurde schon alles gelootet, oder was? Oh nein. Vielleicht waren schon die Ruby Raiders hier. Oh, gar nicht gut. Hier ist auch irgendwas... Wow. Hier ist auch nur der Truck umgestürzt. Vielleicht komme ich da ja irgendwie rein. Vielleicht gibt es hier noch... Aber diese Quarantäne-Zone ist ja nicht ohne Grund hier. Ich meine... Ich lasse jetzt hier noch irgendwelche... Oh, was haben wir denn hier? Shiplock? Okay. Ah ja, okay. Das ist wahrscheinlich nur, was alles verschifft wurde hier. Aber jetzt müssen wir mich hier ein bisschen umschauen. Ah, das sieht aber auch hier... Was haben wir hier? Was haben wir denn für Gebäude? Das Steuerbüro. Ich glaube, die werden nichts für mich haben. Hier gibt es noch irgendwas. Ein Minimard. Vielleicht habe ich ja hier Glück. Oh, ich meine, es ist zwar nicht ganz so viel hier, aber eine Glasflasche brauche ich jetzt erstmal nicht. Hier haben wir noch eine Axt oder so. Was haben wir denn jetzt hier? Oh, Buzzy Lemonade. Vielleicht geht es mir dann ein bisschen besser. Ich hoffe mal. Oh, tatsächlich. Die, die dann geht es mir schon viel, viel besser. Oh, eigentlich habe ich die gefunden, aber... Oh, okay. Ein bisschen schwindelig wird mir dadurch schon. Da muss ich wirklich aufpassen. Hab ich hier noch irgendwas Besonderes? Ne. Hier gibt es nichts weiter für mich. Ich muss unbedingt weiterziehen und... Ich meine, eigentlich habe ich immer noch die Kamera bei mir und habe jetzt wenigstens... Ich meine, mich selber wenigstens zum Reden. Aber es war schon gut, dass ich eigentlich Timo getroffen habe. Ich hoffe, man dem geht es gut und der hat sich nicht verwandelt in eines dieser Dinger. Was haben wir denn hier? Einen Friseursalon oder sowas? Hast du noch was? Hier können wir unsere Haare schneiden lassen. Oh, vielleicht hier hinter noch. Don't throw away. Damaged Anvil. Okay, ich schaue mal nach. Sag der Müllabfuhr, dass sie diesen alten Ambuss nicht abholen müssen. Mein Opa bei der alten Farm sammelt diese Dinger. Ich werde den Ambuss persönlich vorbeibringen. Okay. Du musst irgendwie zur Farbe oder was? Aber den werde ich definitiv nicht mit mir rumtragen. Wer weiß, wie schwer dieses Ding ist. Hier haben wir auch noch um ein Gebäude. Wo geht es denn hier hin? Okay, zur Bank geht es hier. Aber gut, die Bank bringt mir jetzt nicht ganz so viel. Ich sollte hier mal noch ein bisschen weiter gucken. Vielleicht gibt es hier noch irgendwelche anderen Hinweise auf Überleben. Wenigstens hoffe ich, dass ich Timo wieder finden werde. Hier ist irgendeine Fluggesellschaft oder so. Die Gebäude müsste ich eigentlich immer alle untersuchen. Aber was haben wir denn hier? Ach, hier war ich doch in der Nacht. Als mich die Zombies gejagt haben, war ich doch hier in diesem Club. Oh, okay, Moment, Moment. Dann, vielleicht, vielleicht finde ich ja noch was. Ne, was ist denn das hier für ein Gebäude? Bob's Food. Oh, vielleicht gibt es hier Essen. Ist irgendein Restaurant oder so. Ich habe jetzt auch irgendwie die Decke eingestürzt. Oh, komme ich hier so ein bisschen durch? Ja, hier brennt irgendwas. Oh, das hört sich nicht gut an. Das hört sich gar nicht gut an. Staff only. Und wenn hier um... Oh, oh, oh. Was sind das? Was sind denn hier reingestürzt? Das ist eine Bombe gewesen. Ne, das ist ein Au... What? Hier ist ein Auto reingestürzt. Wie kann denn das sein? Okay. Oh, hier gibt es noch was. Responses. Oh, hier haben wir noch einen Schalter. Den nehmen wir auf jeden Fall wieder mit. Oh, ich kann einfach nicht mehr. All diese Menschen, sie sind nicht mehr. Die CDC gibt keine Antworten mehr. Sie haben angefangen, einfach alles mit Bomben zu bewerfen. Ich mache mir Sorgen um mich und meine Mitarbeiter. Wurde hier die ganze Stadt bebombt oder was? Oh, oh nein, was ist denn hier passiert? Ist hier etwa... Oh, oh. Hier einfach runtergesprungen und zu einem von diesen Dingern geworden oder was? Ich hoffe mal nicht. Hier gibt es noch irgendwas. Roof Access. Da soll ich auch wahrscheinlich mal später hingucken. Aber was anderes gibt es ja wahrscheinlich hier oben nicht, ne? Vielleicht gibt es ja auf dem Dach hier noch irgendwas Besonderes. Komm ich denn überhaupt... Ich komme nicht einfach so zurück hier wieder, ne? Ähm, ne. Es ist auch hier komplett dunkel unter der Brücke. Da muss ich aufpassen. War hier nicht auch dieses komische Labor? Vielleicht sollte ich da auch nochmal hingucken. Aber ich meine... Alleine mache ich das auf keinen Fall. Vielleicht kann ich das dann mit... Wenn ich Timo wiederfinden sollte. Vielleicht können wir dann dann zusammen hingehen. Wo jetzt eine komische Arzt drin war. Aber die ist hier runtergesprungen, ne? Gibt es hier noch irgendwas? Ne. Oh, das ist gar nicht gut. Der ist wahrscheinlich nicht so überlebt. Gucken wir mal noch weiter. Hier gab es doch irgendwo dieses Gebäude mit dem... Mit dem Helikopter. Moment, vielleicht... Vielleicht bin ich ja da und möchte antworten. Vielleicht gibt es ja da Überlebende. Was sind das hier für ein Gebäude? To travel ban. Okay. Ah, hier waren... Moment, vielleicht kann ich das mit der Axt aufmachen. Ja, mit der Axt kann ich die Schilder hier entfernen. Die das verriegelt haben. Ähm... Ah ne, hier war ich doch auch schon drin. Tatsächlich, hier war ich auch schon drin. In diesem... In dem Tourist Center. Aber wo war... Hier war auch nur bei diesen... Bei diesen Hochhäusern der Helikopter. Der da reingeflogen ist. Vielleicht gibt es ja da auch irgendwelche... Irgendwelche Hinweise noch. Gibt es auch noch irgendwas? Ich muss erst mal gucken. Hier gibt es so viel zu erkunden in dieser Stadt. Die Gebäude sind vor allen Dingen auch so riesengroß. Da muss ich wirklich überlegen, in welchen ich jetzt als nächstes reingehe. Und vor allen Dingen muss ich aufpassen, dass mich hier nicht irgendein... Irgendeins von diesen... Von diesen Monstern erwischt. Das wäre wirklich eine absolute Katastrophe. Aber eigentlich habe ich ein bisschen Licht bei mir. Ich meine, wenn es dunkel wird... Was ist denn das hier? So ein großes Industriegebiet oder so. Aha. Wo geht es hier rein? Ah, Poddock Street Station. Ah, hier geht es auch wieder in die U-Bahn oder so. Aber... Nope. Auf keinen Fall. Ne, jetzt, wo ich die schon da unten höre, da gehe ich auf keinen Fall rein. Und hier gibt es... Hier sind auch nochmal dieses komische Zeichen der Ruby Raiders. Sind die hier drin, oder was? Was haben wir denn hier? Okay. Soll ich mal hier versuchen? Oh, eine Schildkröte ist hier. Das ist ja lustig. Hallo? Das sieht aber komisch aus hier. Das sieht gar nicht gut aus. Was weiß ich denn hier drin? Aber mit Überlebenden, oder was? Children's Playground. Oh nein, was ist hier passiert? Oh nein. Hier ist irgendeine... Was ist denn das? Only open a security screen. Hier haben die sich irgendwie... Anscheinend verbar... Oh nein, da kommen sie schon. Da kommen schon diese Monster. Oh, was ist denn hier oben passiert? Was war denn hier los? Holy Priest. Der heilige Priester war hier. Alles aus Gold. Haben die hier eine eigene Stadt gebaut, oder was? Was ist das? Oh nein. Oh, sie kommen schon alle. Das war unbedingt... Moment, ich habe hier noch ein paar... Ein paar Pfeile habe ich ja noch bei mir. Diesmal werde ich nicht kampflos aufgeben. Auf keinen Fall. Was ist denn das hier alles? Diese Flaggen, was ist denn das hier? Storage? Vielleicht gibt es hier oben irgendwas Besonderes für mich. Aber hier scheint schon irgendwie... Nee, hier wurde schon anscheinend gelootet. Ja, haben die hier versucht zu überleben wahrscheinlich hier oben? Oder generell scheint mir das hier irgendwie wie so eine... Moment, das ist doch eine Kirche. Haben die hier irgendwie die Kirche ausgebaut, oder was? Tatsächlich, was haben wir denn hier? Oh, tatsächlich haben hier die Leute gewohnt. Die haben das hier alles ausgebaut, oder sowas. Ich meine, gut, hier ist halt ein großes Gebäude. Das passt halt ganz gut. Aber... Wenn man hier so lange drin überleben kann, das frage ich mich halt. Wenn das Ding hier halt immer überrannt wird. Ich meine, die Ruby Raiders scheinen hier irgendwie... Da die Mauer kaputt gemacht zu haben, dort hinten. Und dann sind die ja wahrscheinlich irgendwie reingerannt, oder sowas. Aber hier gibt es doch bestimmt noch irgendwelche Hinweise. Für mich, was haben wir denn hier noch zu stehen? Happy now, Staircase. Okay. Oh, hier unten gibt es doch irgendwas. Aber von da kommt die Schreie. Was ist denn das? Hier war irgendwie eine ganze Stadt, oder so. Da kommt eines von diesen Dingern. Aber um das kümmere ich mich. Ich habe ja genug Pfeile bei mir. Oh nein. Hat sie auch die Kinder erwischt, oder was? Wo war das Ding? Ich glaube ja, oder? Verfolgt mich nicht. Okay, wunderbar. Das verfolgt mich nicht. Jetzt bin ich wieder hier bei dem Children's Playground. Oh nein. Das sieht gar nicht gut aus. Hier war wahrscheinlich auch noch irgendwas, ne? Long live the holy engine to the power... Oh nein. Oh nein, oh nein, oh nein. Oh, es hat tatsächlich auch die Kinder erwischt. Oh nein. Es tut mir so leid. Aber eigentlich ist das nur einer. Okay, vielleicht gibt es hier in diesem Security-Ding noch irgendwas, weil ich das hier mit diesem Schalter aktiviere. Bestimmt, oder? Nein, hier gibt es gar nichts drin. Oh nein, sie kommen. Oh nein. Oh nein, oh nein. Oh, oh nein. Schnell raus. Ich muss hier wieder raus. Das hier ist eine Einbahnstraße. Hier habe ich wirklich nichts drin verloren. Schnell raus hier. Ich hatte hier wohl noch irgendwelche Überlebende sein, aber Fehlanzeige. Was ist denn das hier drüben? Hier gibt es auch noch mal sowas. Irgend so eine große Kirche oder so. Sunshine, so, oder? Ach, das ist eine Brauerei oder so. Können wir irgendwas aktivieren? Oh nein, hier kommen auch schon wieder diese Dinger. Aber vielleicht finde ich ja hier noch irgendwelche Getränke, die ich mitnehmen kann. Hier wurde anscheinend wirklich die Soda gemacht. Also diese Brause oder was auch immer das ist. Aber wir müssen aufpassen, dass ich hier nicht bei Nacht bin, weil dann war es das wirklich. Vielleicht gibt es hier noch irgendwas. Ach, guck mal, hier gibt es ein Büro oder so. Vielleicht finde ich ja hier irgendwelche Hinweise. Ja, ich glaube nicht. Nee, tatsächlich nicht. Wurde es mit Lava gemacht, diese Brause oder was? Ah, hier hinten. Guck mal, da kann ich auch noch mal hingehen. Vielleicht gibt es ja da irgendwelche Hinweise. Oh, die Sonne geht auch langsam unter. Oh, oh. Ich glaube, ich sollte hier nicht in diesem Industriegebiet sein. Das scheint mir wirklich extrem von Monstern... Ich bin, glaube ich, sogar noch in der... in der Quarantäne-Zone, oder? Ich scheine mich noch in der Quarantäne-Zone zu befinden. Oder vielleicht... Was haben wir denn hier noch? Die Toiletten. Hey, ich muss bestimmt... Nee, kein Überlebenden, das wäre es ja auch. Ah, hier in der Fabrik sollte ich lieber nicht bleiben. War unbedingt noch... Wo bin ich denn überhaupt hier hochgekommen? Hier ist der Weg nach unten. Perfekt. Ich sollte... Ich sollte am besten in den Ort zum... Oh nein, ey, die Sonne geht schon wieder unter. Das ist überhaupt nicht gut. Ich brauche ganz dringend einen Ort zum Schlafen. Vielleicht hier in diesen... in diesen Gebäuden. Weil hier in dieser Fabrikabteilung... Oh, ich... Ich habe schon wieder so einen Hunger. Das gibt es doch gar nicht. Ich muss auch unbedingt noch was zu essen suchen. Aber vielleicht finde ich ja hier noch was. Oh, die Sonne geht unter. Jetzt muss ich mich aber wirklich beeilen. Vielleicht kann ich hier wieder eines dieser Wohnhäuser benutzen. Ähm... Vielleicht hier drin? Das sieht gar nicht gut. Aber vielleicht hier oben. Hier kann ich hochklettern. Okay. Oh nein, ich höre sie schon. Ähm... Wo gehe ich denn am besten hin? Vielleicht in eines dieser Gebäude hier? Hier gibt es irgendwas. Oh nein. Ich höre... Ich höre doch schon wieder diese Monster. Ach, hier geht es nach oben. Perfekt. Komm ich hier irgendwie hoch? Ich komme ja nicht so richtig hoch. Vielleicht von... Von der anderen Seite? Mit einer Schaufel. Ich habe... Ich habe eine Schaufel bei mir. Perfekt. Dann kann ich das hier freigraben. Oh, hier komme ich hoch. Wunderbar. Ah, das war es auch? Oh nein. Kommen die Dinger jetzt auf mich zu? Oh oh. Oh nein. Oh no. Oh oh oh. Gar nicht gut. Oh nein, ich bin in der Stadt. Ich habe zu lange... Zu lange war ich draußen. Oh, ich hätte besser auf die Zeit aufpassen sollen. Wo soll ich hin? Ich weiß es nicht. Ich muss einfach laufen. Oh, das gibt es noch nicht. Wäre ich hier irgendwo lang? Wäre ich in diesem Gebäude hier? Ich weiß es nicht. Einfach... Einfach zumachen. Einfach die Tür zumachen. Gibt es hier oben irgendwo hin? Nein. Äh, ich höre aber schon wieder... Oh nein. Hier ist wieder eins von diesen Dingern. Daraus ist wieder eins mit Laufen. Oh, jetzt kommen sie alle. Ich höre mal, dass ich noch genug Munition bei mir habe. Noch weiter nach oben. Noch weiter... Einfach ganz weit nach oben. Ich weiß gar nicht, wo ich hier bin, aber... Einfach noch weiter nach oben. Okay, hier scheint es ruhiger zu sein. Hier scheint es ruhiger zu sein. Hier bin ich abgesichert. Oh, da außen ist wahrscheinlich alles. Oh, unten laufen sie rum. Unten laufen diese Monster rum. Einfach weiter nach oben. Einfach immer weiter nach oben. Okay, vielleicht kann ich hier erst mal... Vielleicht kann ich hier erst mal die Nacht verbringen. Gucken wir mal noch ein bisschen weiter. Gibt es hier noch was? Hier fliegt noch was drin. Ich bin jetzt auf irgendeinem Bürogebäude oder so. Hier werden ja wahrscheinlich nichts zu essen haben, oder? Das geht halt immer weiter nach oben. Hier gibt es noch ein paar Bücherregale. Die bringen mir aber auch überhaupt nichts. Jetzt bin ich ganz oben angekommen. Oh, ist das weit oben. Da gucke ich ja am besten nicht runter. Hier gibt es noch was. Ein Hinweis. Oha. Eine Rauchgranate. Nehme ich unbedingt mit. Ohne Bandage. Perfekt. Ohne Bandage gefunden. Oh, yes. Oh, jetzt habe ich erst mal bandagiert. Jetzt geht es mir erst mal besser. Sehr, sehr gut. Ich hätte ja nicht gedacht, dass die hier so wenig zu finden sind in dieser Stadt. Da geht es auch weiter runter, ne? Aber die Rauchgranate. Ich weiß nicht. Vielleicht sollte ich mich nicht aufheben, falls ich wieder von irgendwelchen Menschen angegriffen werden sollte. Damit kann ich mich bestimmt besser verstecken. Und zwar das Buch, was ich vorhin runtergeworfen habe. Hier gibt es auch noch was. Wo sind die Bienen? Oh. Hier gibt es auch noch irgendwas Besonderes. Hier vielleicht noch. Ne, tatsächlich nicht. Oh, noch ein bisschen weiter. Hier unten sind noch welche, ne? Von diesen, oder von diesen Biestern sind hier unten noch welche. Das kann doch gar nicht sein. Ich meine, wie viele Fälle habe ich denn noch? Aber gar nicht mehr so viele. Ich habe schon fast die Hälfte aufgebraucht. Ah, hier ist eins von diesen Dingern. Eigentlich muss ich so nach unten kämpfen. Anders komme ich hier nicht runter. Hier noch was. Don't enter, dead inside. Moment, Moment. Moment, vielleicht kann ich den da... Was war das denn? Oh nein, ich bin raus. Nein, 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 nein. Ich bin raus. Wo kam denn das Monster auf einmal her? Oh nein, das ist auch noch einer. Jo, okay. Ich laufe erst mal. Ich bin erst mal raus hier. Das ist aber ein schöner Park. Ich meine, wenn die ganzen Untoten nicht wären. Okay, ich brauche was zu essen. Oh, ich brauche dringend was zu essen. Sonst kippe ich hier gleich noch um. Das kann doch nicht sein. Vielleicht gibt es hier noch irgendwas. Was haben wir denn hier? Ne, ja, hier war ich auch schon, ne? Vielleicht habe ich im Supermarkt irgendwas übersehen. Ich hoffe mal. Ich glaube aber nicht, oder? Wenn nicht, muss ich am Ende hier wirklich noch dieses Getränk zu mir nehmen. Okay, warte. Ich lasse mal dieses komische Zombiefleisch hier. Ich hoffe mal, dass mich das wenigstens so ein bisschen satt macht. Naja, tatsächlich. Aber, oh, mir geht es aber gar nicht gut. Ich brauche unbedingt was ordentliches zu essen. Oh nein. Oh nein, oh nein. Oh, mir ist es wirkt total schwindelig. Oh, ich weiß gar nicht, wo ich hinlaufe. Oh nein, hier ist auch irgendwie ein Auto langgefahren oder so. Oh nein, ich muss halt mal stehen bleiben. Oh, ich muss halt mal hinsetzen. Erst mal kurz zur Ruhe kommen. Oh, das Getränk hätte ich nicht trinken sollen. Okay, jetzt geht es wieder. Perfekt. Was haben wir denn hier? The Hospital has been medicine. Ja, wir waren schon im Krankenhaus, aber da sah es überhaupt gar nicht gut aus. Das ist ja wirklich... Oh, Moment, vielleicht kann ich der Katze hier ein bisschen Fisch geben. Oh, wo ist sie denn hin? Komm mal her. Oh, warte, warte. Ich habe ein bisschen Fisch für dich. Lass es mal hier. Vielleicht nimmt es die Katze einfach. Was haben wir hier? Olympus AIHS. Was ist denn A hier AS? Vielleicht gibt es ja hier irgendwas Besonderes drin. Office, School. Ah, das ist eine Schule hier, oder was? Vielleicht gibt es hier irgendwo was zu essen. Suspension Node. Was haben wir denn hier? Ah, okay. Ja, nachsetzen muss dir hier wahrscheinlich jemand. Das ist aber düster. Ich meine, gut, die Regenbogenfarmen machen das hier schon ein bisschen entspannter. Aber trotzdem ist der richtig düster aus. Oh, hier scheint es Essen gegeben zu haben. Oder was ist das? Oder ist das sowas wie eine Aula hier? Vielleicht war das auch hier in der Aula. Wellness Center. Trainer's Office. Oh. Ein Wellness Center? Oh. Äh, eine Schule mit Wellness Center, oder was? Hier gibt es auch noch irgendwas. Vielleicht sollte ich hier auch mal reingucken. Oh. Wo kam... Oh nein. Oh nein, 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 nein. Wo kommen denn die jetzt auf einmal her? So viele vor allen Dingen auch. Aber ich will mich... Jetzt werde ich nicht... Ich werde nicht aufgeben. Ich muss Medizin finden. Weil ich hier einfach zu... Vielleicht finde ich ja hier drin Medizin. Ich hoffe mal. Tatsächlich. Yes, yes, yes. Das nehme ich unbedingt mit. Oh nein, so viele. Oh nein, so unglaublich viele. Oh nein. Ich bin raus hier. Oh, schnell raus. Na, wenigstens ein bisschen Medizin genommen. Aber im Endeffekt, das bringt mir ja gar nichts, wenn ich die Medizin jetzt gleich nehme. Dann wird es überhaupt nichts gebracht. Na toll. Aber es hat mich ein bisschen satt gemacht. Das ist doch schon mal ein gutes Zeichen. Oh, was ist denn das? Und ein Footballfield oder sowas? Na, anscheinend. Oh, hier oben gibt es auch noch was. Komm ich hier irgendwo durch? Ah ja, tatsächlich hier. Was gibt es denn hier? Oh. Wir machen mal das Stadionlicht an. Oh. Oh nein. Ist das ein Überlebender? Hallo? Oh nein, das sieht nicht gut aus. Ich... Das sieht irgendwie... Das ist aber ganz schön stark aus. Hallo? Oh, na gut. Ich meine... Was ist er denn hier verloren? Oh, Fire... Oh. Das sieht doch ganz gut aus. Aber ich meine, mein es sich bis jetzt immer noch ein bisschen besser aus. Also ich meine von den Werten her, deswegen werde ich erstmal die Sachen mitnehmen. Und ich muss ja sowieso irgendwo mal einen Ort suchen, wo ich mal ein kleines Lager oder sowas aufschlage. Weil das bringt mir ja nichts, weil ich die ganze Zeit umherlaufe und keinen Ort habe, zu dem ich zurücklaufen kann und dem ich ein bisschen... ein bisschen Sachen lagere. Das wäre, glaube ich, mal ganz gut. Ich meine, hier kann ich auch noch die Türen aufmachen. Oh, jetzt sind wir wieder hier. Das ist jetzt die Sporthalle. Und ich bräuchte irgendwie sowas wie eine Kantine oder sowas. Ich will nicht, gibt es hier noch was? Nee. Eine Kantine wäre echt nicht schlecht. Close to Explosion? Vielleicht komme ich ja hier rein. Gibt es hier auch eine Besonderheit? Oh nein, hier ist wirklich... Hier ist wirklich irgendwas explodiert oder so. Oh. Die haben ja irgendwas zusammengebraut oder sowas. Ähm, okay. Ich gehe mal lieber wieder. Ich glaube, hier habe ich erstmal nichts drin verloren. Nee, gibt es auch nichts. Hm. Ich bräuchte tatsächlich irgendwie sowas wie eine Kantine oder so. Was ist denn hier passiert? Oh, das sieht ja grausam aus. Was ist denn hier überhaupt passiert? Das ist mir vorhin gar nicht aufgefallen. Wow. Wurde ich hier eingesperrt, oder was? Gibt es hier noch irgendwas? Nein, hier gibt es nichts. Aber vielleicht kriege ich auch was... Habe ich doch irgendwas bei mir? Was ich beahnen könnte? Nee. Gar nichts. Überhaupt gar nichts. Vielleicht muss ich ja raus. Oh nein, was ist denn hier überhaupt passiert? Haben sie die hier eingesperrt, oder was? Kamen sie nicht rechtzeitig raus, oder so? Hm. Wo könntest du noch was zu essen gehen? Vielleicht gibt es ja noch irgendwo ein Restaurant oder sowas. Oh, hier wurden auch Sandsäcke aufgebaut, oder eine Barrikade gemacht, oder so. Oder hat sich darin das Militär verschanzt? Oh, hier oben gibt es doch was Besonderes. Was haben wir denn hier? The Beer Belly Brew, äh, die Bierbauchbrauerei. Hier ist es mir schon wieder viel zu dunkel drin. Vielleicht kann ich das hier trinken. Oh, nee. Das habe ich vorhin auch schon getrunken, da ging es mir überhaupt nicht gut. Das lasse ich mal am besten hier. Ah, hier sind wir in der Brauerei. Okay. Vielleicht gibt es hier, ähm... Emergency Power? Oh. Ich meine, die Power scheint noch irgendwie an zu sein, oder sowas. Vielleicht gibt es ja hier unten noch irgendwas. Ach, hier wurde das alles hergestellt. In der Brauerei. Nee, ist alles aus. Aber ich meine, gut, das ist ja auch selbstverständlich. Ich meine, wofür braucht man denn jetzt eine Brauerei in der Apokalypse, ganz ehrlich? Das wäre ja Blödsinn. Gucken wir mal noch ein bisschen weiter. Vielleicht finden wir hier noch irgendwas anderes. Baselbrüne, hier wurde das alles wirklich... Alles gebraut. Hier sind noch die ganzen... Die ganzen LKWs, die ganzen Lieferungen gebracht haben. Ah, die Limonade kann ich vielleicht nochmal trinken. Oh, nee, nee, definitiv nicht. Nein, definitiv nicht. Ich bin erstmal weg hier. Ich brauche was zu essen. Ich brauche unbedingt was zu essen. Hier komme ich... Komme ich hier raus? Wahrscheinlich, oder? Bestimmt. Ich muss echt langsam sparsamer mit meinen Schaltern sein. Was ist denn das? Sunshine? Sunshine Cola. Oh, ne Cookie. Die Cookie nehme ich unbedingt mit. Was brauche ich das hier? Nee, das ist die Eurobeste, brauche ich nicht. Ich muss sowieso mehr Platz in meinem Inventar machen. Spoiled Food. Ah, nee, das ist ja auch schon schlecht geworden, das Essen. Vor allem wird es auch schon dumm. Oh, ne Brot. Ist das noch gut? Vor allem waren hier auch noch Pfeile. Die nehme ich mit. Ich brauche langsam wieder einen Ort für die Nacht. Ich muss unbedingt immer aufpassen, nicht lang genug draußen zu sein, weil sonst habe ich wieder das Problem, dass die ganzen Monster angerannt kommen und dann weiß ich nicht, was ich machen soll. Also dann ist es wirklich gefährlich. Was haben wir denn hier noch in einem Baton? Sprich, wenn das so aus, Baton? Weiß ich gar nicht. Naja, ist ja auch egal. Ich meine, ich glaube, das ist eine meiner wenigsten Sorgen hier, dass ich irgendwas richtig ausspreche. Ein Markt ist hier. Aha. Die haben sich hier anscheinend irgendwie verbarrikadiert oder sowas. Please shout the password. Okay. Ist hier noch jemand? Hallo? Ich glaube, hier ist niemand weiter. Aber ich kann jetzt hier erstmal die Nacht verbringen. Das scheint hier ja relativ sicher zu sein. Der scheint sich irgendwie verbarrikadiert zu haben oder sowas. Hier geht es auch noch in die Kanalisation. Hier gibt es auch noch ein paar Äpfel. Oh, die nehme ich mit. Ich hoffe mal, dass die noch gut sind. Oh nein, ich höre doch schon wieder was. Ich höre doch schon wieder was. Oh oh. Nein. Vielleicht, vielleicht kann ich mich hier irgendwie verstecken. Wobei, hier geht es zur Kanalisation. Ist hier unten wenigstens vielleicht sicher? Hm, ich weiß es nicht. Vor allem, oh nein, was fällt mir denn ein, hier überhaupt in der Kanalisation umherzulaufen? Wenn es einen Ort gibt, da gibt es ja richtig gefährliche. Das ist bestimmt hier unten die Kanalisation. Oh nein. Ich höre mal, dass mich hier irgendwie nichts Schlimmes erwartet. Aber wo geht es denn hier überhaupt hin? Ich meine, gegessen habe ich jetzt erstmal. Das ist doch schon mal ganz gut. Oder hinten löschtet auch irgendwas. Da scheint es wieder nach draußen zu gehen oder so. Hier gibt es auch Leitern, die sind aber kaputt gegangen. Vielleicht kann ich hier unten wirklich erstmal die Nacht verbringen. Ich gucke erstmal noch ein bisschen weiter. Vielleicht finde ich ja hier noch irgendeine überlebende Seele. Aber ich wage das echt zu bezweifeln. Warum denn gerade hier in der Kanalisation? Oh nein, ich höre doch schon wieder die Monster. Ich höre doch schon wieder diese Monster. Vor allem, wie weit das hier einfach mal geht. Ich weiß gar nicht, wo ich jetzt überhaupt hinlaufe. Ich weiß auch nicht mehr, wie meine Orientierung in der Stadt ist. Ich kenne mich überhaupt nicht aus in der Stadt. Wo ich unbedingt nochmal hin müsste, wäre dieses Gebäude mit dem Helikopter. Ich glaube, da finde ich vielleicht ein paar Antworten. Ich hoffe es zumindest. Wo bin ich jetzt hier gelandet? Oh, ich habe gerade einen Ruf gehört von irgendjemandem. Ich glaube, ich bleibe jetzt erstmal... Ich glaube, ich bleibe hier hinten jetzt erstmal. Ich hoffe mal, dass mich hier nichts finden wird. Ich versuche jetzt erstmal hier zu übernachten. Und dann gucke ich mal, wer da gerade nach mir gerufen hat. Das war ja merkwürdig. Was sind das für merkwürdige Geräusche dort oben? Ich meine, sind da Überlebende, oder was? Komme ich hier hoch? Hier komme ich nicht... Obwohl, hier könnte ich vielleicht was hochbauen. Aber ich glaube nicht. Ich gehe mal wieder ein kleines Stück hier zurück. Ich meine, ich konnte wenigstens hier die Nacht gut verbringen. Aber da oben? Ich habe hier irgendjemanden gehört. Hallo? Ist da oben jemand? Ich hoffe mal nicht. Gucke mal ein bisschen weiter nach oben. Habe ich denn hier gelandet? Genau ein Stück weiter nach oben? Was ist das denn? Talk to the leader before going on looting missions. Hallo? Ist hier jemand? Sieht aus wie in einem Camp oder so. 13, 14. Da ist jemand. Ruby Raider. Oh nein. Ist er mir freundlich gesendet? Ich weiß es nicht. Von den Ruby Raiders habe ich schon viel gehört. Ich hoffe mal... Hallo? Oh nein. Oh nein, oh nein. Werd weg von mir. Nein, 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 nein. Kommt der hier mit runter? Oh nein. Es tut mir leid. Ich wollte nicht... Ich wollte nicht in eure Base kommen. Oh nein. Er kommt genau auf mich zu. Das kann doch gar nicht sein. Aber ich kann ihn... Es tut mir leid. Es tut mir so leid. Aber warum hat er mich angegriffen? Ich glaube, da oben habe ich wirklich noch nichts verloren bei den Ruby Raiders. Aber vielleicht kann mich ja da langschleichen. Ich meine, im Notfall habe ich immer noch eine kleine Überraschung hier für die beiden dabei. Und da hinten ist auch noch einer. Hier ist nicht der. Von hinten, ja. Oh, nope. Nope, 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 nope. Oh, ich bin weg hier. Es tut mir leid. Nein, ich muss hier unbedingt weg. Was haben die denn da um... Die haben da eine ganze Base oder sowas aufgebaut. Aber, nee, da muss ich jetzt... Da gehe ich jetzt mal woanders hin. Das ist mir gerade ein bisschen zu riskant. Vor allem habe ich auch kaum noch... Ich habe auch kaum noch Nahrung bei mir. Das sieht richtig gefährlich aus. Ich höre die immer noch. Ich höre die immer noch über mir da irgendwo langlaufen. Ich glaube, das Wichtigste, was ich jetzt erstmal suchen müsste, wäre erstmal irgendwie Nahrung oder so. Ich hoffe mal, dass ich vielleicht irgendwie einen Supermarkt finde und dann brauche ich unbedingt Medikamente. Ey, der Schlag von seiner Axt, der hat mich... Der hat mich dolle getroffen. Der hat ganz schön viel... Ganz schön viel Schaden verursacht. Aber wo ist jetzt am besten lang? Hm. Oh, hier sieht es gut aus. Bin ich jetzt einmal komplett im Kreis gelaufen oder was? Ne, ich glaube nicht. Ach, ich sollte hier mal lieber erstmal nach oben klettern. Vielleicht finde ich ja hier irgendwas. Ach, hier ist ein bisschen was von der Leiter abgebrochen. Aber Moment, ich habe doch, glaube ich... Ja, das hätte ich ja bei Leitern bei mir. Vielleicht kann ich das einfach da platzieren. Okay. Das müsste auch funktionieren. Ey, komm, ich nach oben. Perfekt. Wo war ich denn da gerade, bitteschön? Ist das hier die Brauerei? Ich glaube nicht, aber ich muss unbedingt nach Nahrung suchen. Gibt es hier was? Ne, tatsächlich nicht. Ist auch hier eine Security-Firma oder sowas gewesen. Vielleicht sollte ich da mal reingucken. Vielleicht gibt es ja hier irgendwas Wertvolles für mich. Aber wie gesagt, oberste Priorität sollte erst mal die ganze Nahrung... Oh, hier ist noch vielleicht noch was drin. Soll erstmal wirklich Nahrungsbeschaffung sein. Hier sind ein paar Straßensperren. Ah, das scheint hier dieses Gelände wirklich von der Bierbrauerei zu sein. Aber hier gibt es noch was. Ne, hier sind diese... Für dieses Gegenmittel... Ah ja, tatsächlich für... Für die... Von der Feuerwehr. Ob ich denn hier... Nope, 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 nope. Das ist schon wieder einer von dieser Zombies. Ne. Gibt es hier noch irgendwas? Ne, tatsächlich nicht. Was ist denn das? Oh, und ein Fuchs. Ich habe mich gerade gewundert, was denn da auf dem Boden lang geschlichen ist. Und ein Schaf ist auch hier. Was macht denn ein Schaf hier? Ich sollte erstmal ein bisschen weiter gucken. Moment, hier ist auch... War das nicht hier dieser Ort, wo das Flugzeug reingerast ist? Ne, hier ist ein Cookie. Perfekt, den nehme ich mit. Noch ein paar Pfeile. Also Pfeile kann ich für den Notfall auf jeden Fall richtig gut gebrauchen. Vielleicht gibt es ja hier drinnen noch irgendwas... ...was anderes Wertvolles für mich. Oh, Intel Water. Das trinke ich jetzt auf jeden Fall erstmal. Dann geht es mir schon wieder ein bisschen besser. Oh, ich höre schon wieder die ganze Meute. Ich höre schon wieder die ganze Meute da in der komischen Lagerhalle. Da nehme ich noch ein bisschen Brot. Das nehme ich auch mit. Was lasse ich denn dafür hier? Erstmal diesen komischen Pfeil hier. Den brauche ich ja nicht. Ich weiß ja gar nicht, was ich damit anfangen soll. Oh ja, erstmal ein bisschen was zu essen. Wunderbar, da geht es mir besser. Also dieses komische Schaf. Ich muss aber wieder noch ein bisschen weiter gucken und schauen. War ich hier? Hier war ich glaube ich noch nicht, oder? Doch, hier war ich schon. Da kann ich mich dran erinnern. Vielleicht gibt es ja hier noch etwas Besonderes. Was haben wir denn hier? Ah, die sind diese Cloud-9-Trucks, ne? Ah, da gibt es nichts weiter drin für mich. Aber ich gucke noch ein bisschen weiter. Vielleicht gibt es ja hier noch irgendwo ein kleines Versteck, was ich looten könnte oder sowas. Vielleicht habe ich ja da Glück und finde noch was. Was haben wir denn hier? Ist das nur ein Supermarkt? Das sieht ja aus wie ein Restaurant ist das. Oh, das Zeichen gefällt mir schon wieder gar nicht. Ah, vielleicht gibt es ja hier noch irgendwas drin. Ne, ist alles komplett leer. Ja, vielleicht kann ich ja irgendwas selber... Ne, ich habe auch kein Fleisch bei mir. Vielleicht finde ich ja hier irgendwo noch Fleisch drin, aber es sieht tatsächlich nicht so aus. Dann könnte ich das selber noch mit der Kohle vielleicht so ein bisschen braten lassen, aber ne. Hier hinten ist noch irgendwas dran. Ah, tatsächlich auch alles komplett leer. Hier ist nur das Bad hinten. Ne, hier muss ich erstmal wieder rausgehen. Wurde auch die komplette Scheibe zerstört. Irgendwer war schon hier gewesen. Oh, was ist denn das hier? Hm, Ballywan. Hier haben wir noch eine Weste, aber ich glaube, die ist tatsächlich hier besser, die ich habe. Sind hier Leute drin, oder was? Eine zombie-freie Community. Die Salvage Army. Hallo, ist hier jemand? Vielleicht habe ich Glück und hier gibt es irgendwas zu essen. Oh, tatsächlich. Oh, das sieht richtig gut aus. Und ein Brot haben die hier drin auch gebacken. Oh, wunderbar. Das nehme ich sofort mit das Brot. Gibt es hier... Hm, hier gibt es vielleicht auch noch irgendwas drin. Hier gibt es noch eine Karte, eine leere Karte. Ah, hier auch noch ein bisschen Wasser. Okay, das ist aber schon mal gut zu wissen. Und hier... Oh, ein Kohleblock. Oh, richtig gut. Vielleicht kann ich jetzt hier erstmal bleiben. Ich meine, die haben hier eine kleine Mauer, haben die hier errichtet. Ich meine, wenn es jetzt kein... wirklich kein weiterer überleben wird. Wow, Amulett von Anubis. Was macht denn das hier? Haben die hier irgendwas geklaut, oder was haben die hier ein... ein Museum ausgeraubt? Doch, ich meine, was bringt dir denn sowas, wenn du halt... wenn du da mitten in der Zubi-Apokalypse bist? Oh, die Äpfel nehme ich mit. Die Äpfel nehme ich auf jeden Fall mit. Aber hier haben die auch wirklich auch eine ganze Mauer. Aber hier ist die Mauer auch schon tatsächlich kaputt. Ich weiß nicht, ob ich wirklich hier bleiben sollte. Was ist denn das hier noch? Ähm... Das sieht mir aus wie ein ehemaliges Schwimmer. Das ist auch schon wieder eins von diesen Dingern. Aber der ist eingesperrt tatsächlich da. Ich glaube, der kommt auch gar nicht raus. Dann kommt ich hier irgendwie rausgesprungen? Ja, tatsächlich. Oh, der ist hier eingesperrt. Der Gott! Oh, was macht der denn hier? Oh. Alles klar. Oh nein, ne? Was haben die denn hier gemacht? Was macht denn der hier drin? Okay, vielleicht soll ich hier mal ein bisschen weitergucken. Was haben wir denn... Hier muss ich unbedingt vorsichtig sein. Ich weiß nicht, was mich hier... was mich hier erwarten wird. Ähm... Ist das irgendwie ein Hotel oder sowas? Das sieht aus wie ein Hotel, ne? Vielleicht wird es denn wirklich auch erstmal die Nacht hier verbringen. Das scheint mir hier ein bisschen ein sicherer Ort zu sein. Aber ich frage mich immer noch... Oh, hier ist auch das ganze Blut. Ähm... Das sieht gar nicht gut aus. Hier ist anscheinend irgendjemand langgeschlichen oder so. Was ist das? Oh, ne. Das bringt gar nichts, oder? Ne, das ist auch komplett leer. Hier geht es auch noch in die nächste Etage. Vielleicht sollte ich mal... Oh, 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 oh. Oh. Was denn das hier? Oh, noch ein kleines, kleines Buch. Moment, das... Das werde ich mal kurz... Das werde ich mal ganz kurz durchlesen, was hier drin steht. Leaving, okay. Es ist wieder der heilige Tag. Vater Reynos möchte mutige Anhänger, die die sterbliche Welt hinter sich lassen wollen. Jede dritte Nacht passiert es. Ich denke nicht, dass die Zombies heile gewesen sind. Deshalb werde ich wahrscheinlich nicht länger hierbleiben. Ich glaube, dass nicht nur diese Zombie-Anhänger verrückt sind. Es gibt auch noch die Anhänger der ewigen Maschine, die auch nicht mehr ganz dicht sind. Ich muss versuchen, allein zu überleben. Morgen werde ich diese Gemeinschaft hier verlassen. Oh, da ist ja irgendwas ganz Verrücktes passiert. Hat das schon wieder mit dieser komischen Kirche zu tun, oder was? Oh, hier ist ein Sommerraum. Aber hier kann man sich so ein bisschen reinschleichen. Hier hat man auch ein bisschen Schutz vor den Zombies, falls sie in der Nacht kommen sollten. Die haben sich hier auch irgendwie verbarrikadiert, aber sind irgendwie trotzdem reingekommen. Aber ich lege noch Glück und finde noch irgendwas. Ein Riot-Stick. Aha. Das wird auch... Ah. Okay, das nehme ich auf jeden Fall. Ich glaube, dieses Scope kann ich erstmal hier lassen. Das ist erstmal so irgendwie eine Betäubungspile oder sowas, ne? Von der Polizei oder so. Oh, jetzt wird es Nacht. Oh, ich baue unbedingt ein Ohr zum Schlafen. Vielleicht bleibe ich jetzt wirklich erstmal hier. Ich hoffe mal, dass mich jetzt noch keins von diesen Dingern gesehen hat. Da oben ist auch noch irgendwas zusammengebrochen. Da ist auch eine offene Tür. Vielleicht soll ich mal nach... Moment, ich gucke mal nach da oben. Ich sollte auf jeden Fall hier auf jeden Fall nochmal in der Stadt nachgucken. Vielleicht finde ich ja irgendwo noch Timo. Der scheint ja... Ich weiß nicht. Ich hoffe, dass er die Nacht überlebt hat. Also die ganzen... Die ganzen Nächte jetzt. Und dass er nicht selber zu einem von diesen Dingern geworden ist. Oh, hier ist die Tür eingebrochen worden. Was haben wir denn hier? Gott liebt uns alle. Aha. Meinen sie da mit da hinten den... Diesen komischen eingesperrten Zombie oder was? Oh, hier haben sie auch provisorisch alles repariert. Aber hier war doch irgendwo noch eine offene Tür. Ne. War hier nicht diese offene Tür noch irgendwo? Oh nein, was ist denn das hier? Wir werden alle erlöst. Gott liebt uns alle. Hier ist der Fernseher umgekebt. Oh. Zombies sind Propheten? Und wir sind auserwählt? Wie bitte? Was haben die denn hier gemacht? Okay, irgendeine verrückte Sekte war das hier oder was? Ähm. Die haben ja anscheinend irgendwie... Mann, hier ist irgendwie zugesperrt. Jetzt muss ich erstmal aufbrechen. Oh, 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 oh. Das sieht ja gar nicht gut aus. Divine Zombies? Oh, das muss man halt wieder verlesen. Vor langer Zeit dachten die Menschen, dass die sogenannte Zombie-Apokalypse eine Seuche wäre. Sie lagen aber alle falsch. Es ist eine göttliche Fügung. Gott hat uns seine Boten zur Erde gesandt und möchte uns mit diesen in das Himmelsreich schicken. Menschen, die gebissen wurden, werden in das heilige Himmelsreich fahren. Die Ungläubigen bleiben hier auf der Erde. Das heilige Land der Erde wird bald die Bedeutung verstehen. Wir haben einen heiligen Zombie bekommen. Er wohnt hier mit uns in seinem eigenen kleinen Häuschen und schickt Mitglieder unserer Gruppe in das Heilige Reich. Wir glauben, es ist Gott und wir beten jeden Tag zu ihm. Alle anderen Religionen sind falsch. Diese Verrückten, die diese ewige Maschine anbeten. Nur die, die erleuchtet sind, verstehen, was Gott tut. Betet zu den Zombies. Betet zur neuen Welt. Oh, oh, die waren hier wirklich absolut verrückt. Die dachten wirklich, dass die Zombies alle erlösen werden, oder was? Was ist denn hier bitte passiert? Vollkommen verrückt. Das scheint mir hier irgendwie so eine Art Sekte gewesen zu sein. Ja, das ist genau dasselbe Buch hier. Und da haben sie den sogenannten Gott eingesperrt. Ich glaube, ich sollte dieses Ding da unten mal von seinem Leiden erlösen. Aber die dachten tatsächlich wirklich, dass die Zombies uns in den Himmel schicken, oder was? Oh nein, oh nein. Das Ding kann da unten nicht weiter leben. Ich meine, gut, leben ist es jetzt wahrscheinlich nicht, aber ich muss das Ding unbedingt von seinen Qualen erlösen. Vor allen Dingen, wie kommt man denn darauf, dass die Zombies uns erlösen? Ja, ich komme hier gar nicht rein, oder? Ne, ich muss tatsächlich irgendwie in eine andere Richtung gehen. Ich kann hier irgendwie, ja, hier kann ich rüberspringen. Tatsächlich. Hier wird man dieses Ding, Ding von seinem Leiden erlösen. Oh, oh, oh. Oh ja, da drinnen. Vor allen Dingen, haben die die Menschen aufgeopfert? Haben die die Menschen geopfert und reingeworfen, oder was? Ne, das ist alles noch eingesperrt hier. Ist da noch irgendwas drin, irgendwas, was ich gebrauchen könnte? Ne, ich muss weg von hier. Also hier hat irgendwas ganz und gar nicht gestimmt. Hier sind wahrscheinlich auch alle hier gestorben. Ne, die haben sich wahrscheinlich wirklich alle von, alle von diesem Zombie, ähm, weiß ich nicht. Ich würde sagen, essen lassen. Ich glaube, ich glaube, die Person, die hier meine Kameraaufzeichnungen finden wird, ich glaube, die weiß, was damit gemeint ist. Aber ne, dieser Ort hier ist Divine Zombie Club. Ne, dieser Ort hier ist verflucht. Was ist hier noch ein langer, mein, das ist hier noch ein langer Tunnel. Wofür denn der hinten? Ne, ich glaube, da, da, da habe ich noch gar nichts drin verloren. Olympus-Uni. Hier ist eine Universität, oder was? Vielleicht finde ich ja hier noch ein paar Sachen, die ich gebrauchen könnte. Ich brauche halt unbedingt noch, noch mehr Nahrung. Sollte ich dann genug Nahrung haben und genug Pfeile? Ich meine, dann, dann habe ich selbst, selbst von den Zombies, dann kann ich mich wenigstens ein bisschen verteidigen. Ne, das ist Brot tatsächlich. Hier gibt es tatsächlich Brot. Das sieht wirklich gut aus für mich. Wow. Gar nicht so schlecht. Ich glaube, meine Ausrüstung ist jetzt wieder ziemlich gut. Ich glaube, ich finde es wieder ziemlich gut. Ich bin dabei, ein paar Sachen zur Verteidigung zu haben. Das ist ja anscheinend der Campus oder so. Vielleicht finde ich ja hier noch ein paar Überlebende. Oh, hier ist auch nochmal Intel Water. Ich müsste langsam wirklich mal einen Ort suchen, wo ich meine ganzen Sachen lagere. Ich meine, ich habe schon so viel Kram bei mir. Vielleicht finde ich ja irgendwo einen Ort, wo ich halt wirklich weiß, okay, da bin ich erst mal sicher. Was ist denn das hier? Boulevard Station? Ah, ist hier wieder so eine U-Bahn-Station oder was? Moment, ich gucke mal hier ganz vorsichtig rein. Vielleicht, ähm, nope. Das ist wirklich nur ein ganz, ganz kleiner, ganz kleiner Bahnhof. Ähm, hier habe ich erst mal noch nichts verloren. Ich gehe mal lieber wieder nach oben. Ich meine, ich habe jetzt da drin noch keins von diesen Monstern gehört. Aber sollten die da wirklich auftauchen, dann... Ne, in der Dunkelheit ist das auch gar kein gutes Zeichen. Ein bisschen noch was getrunken. Ja, aber ich sollte wirklich aufpassen und nicht zu viel trinken. Habe ich hier noch was? Ne, habe ich auch schon geguckt. Das ist der ganze Campus hier, aber der scheint mir auch schon ziemlich verlassen zu sein. Ich meine, hier ist auch schon alles so verwildert. Hm. Gucke mal ein bisschen noch weiter. Vielleicht, vielleicht gibt es ja hier, weißt du was? Ich gucke einfach mal trotzdem rein. Das war eine Kunstschule oder sowas hier, ne? Tatsächlich. Vielleicht gibt es hier noch ein Anzeichen auf Leben, aber... Ich glaube, das sind hier alles nur die leeren... Die leeren Uni-Räume, oder? Hier ist nur das Klo. Ich sollte noch ein bisschen weiter gucken. Was haben wir denn hier? Das ist schon ein Studio. Tatsächlich, hier wurden Anzüge oder sowas designt. Ach, krass. Hier ist wirklich alles... Wie schnell das alles ging mit der Apokalypse. Ich hoffe mal, dass die hier alle überlebt haben. Ah, hier könnte man es natürlich auch töpfern, ne? Das waren die Irfen von der Töpferei. Was ist hier noch? Figure Drawing. Hier ist auch die Decke eingestürzt. Hier gibt es gar nichts weiter. Und hier sind auch die ganzen Gemälde. Aber sie sind auch alle gleich aus, ich meine. Aber wahrscheinlich haben die hier irgendwie nach einem bestimmten Muster oder sowas gemalt. Oh nein, ich höre schon wieder diese Monster. Draw a face. Wie man ein perfektes Gesicht zeichnet. Das hätte ich auch mal gebrauchen können damals. Oh, hier ist der Aufgang nach oben versperrt. Komm ich hier trotzdem vielleicht irgendwie nach oben? Ich kann mal hier versuchen hochzugucken, aber ne. Da scheint wahrscheinlich wirklich die komplette Decke eingestürzt. Aber vielleicht gibt es ja auch einen Weg und vielleicht gibt es dort oben ja auch Überlebende. Ich meine, ich wage es halt echt zu bezweifeln, aber hier ist wirklich alles komplett eingestürzt. Hier gibt es noch ein paar. Ne, das ist einfach nur ein Klassenraum. Oh, und das ganze Blut hier auf dem Boden. Hier geht es noch ein bisschen weiter nach oben. Vielleicht, vielleicht gibt es hier oben noch irgendwas. Ne. Ne, tatsächlich, das ist komplett leer hier oben. Ich dachte, dass sie sich hier auch vielleicht auf einem Dach verbarrikadiert haben, aber dem ist wirklich gar nicht so. Hier könnte ich jetzt eigentlich auch runterklettern, oder? Lieber diesen Weg nach unten gehen. Ich habe da unten, ich habe schon wieder im Gebäude Zombies gehört. Ich weiß nicht, ob die dann auf mich warten. Oh, was ist denn hier passiert? Ist es hier verbrannt, oder was? Oh, hier ist wirklich irgendwas, irgendwas Schlimmes passiert. Ah, hier soll ich mal schnell wieder rausnehmen, dass noch der Boden hier unter meinen Füßen zusammenbricht. Hier gibt es auch noch mal was. Oh, ein Pizzaladen. Vielleicht gibt es ja hier noch ein bisschen Nahrung für mich. Irgendwie Brot oder so. Oh ne, nur die, nur die ganzen Bläge. Oh, hier ist noch ein bisschen was. Ein bisschen Pizzadoof. Vielleicht kriegt es ja ein bisschen Pizzateig. Aber ne, roh essen sollte ich das lieber nicht. Mh, mh. Ich glaube, das wird nicht gut für mich enden. Haben wir hier noch irgendwas Besonderes? Hier ist noch eine Wäscherei. Vielleicht gibt es ja in der Wäscherei noch was. Ne, tatsächlich nicht. Vielleicht ein bisschen... Ne. Okay, hätte sein können, dass hier jemand noch so irgendwelche... Aber warum sollte hier jemand Ausrüstung verlieren? Das ist eigentlich ein Blödsinn, diesen Gedankengang zu haben. Ist jetzt geschlossen. Ah, da komme ich auch nirgends wo rein. Ne, da ist auch tatsächlich mit... Da ist auch was drin. Ne, vielleicht komme ich ja von der anderen Seite rein. Das wird auch schon wieder dunkel. Das kann doch gar nicht sein. Aber ich habe ein Glück, mein... Mein Schlafsack dabei. Was haben wir hier? Oh, hier gibt es noch ein bisschen was. Oh, es ist eine Bäckerei hier. Hier haben wir noch das ganze Brot. Perfekt. Und hier hinten? Ich meine, hier könnte ich jetzt wirklich erstmal im Notfall... Die Nacht verbringen. Dass es jetzt erstmal dunkel wird. Ich darf halt nicht zu lange draußen umherlaufen. Weil sonst habe ich wieder das Problem wie beim letzten Mal. Dass die ganzen Zombies angerannt kommen. Was sind das? Ah, hier haben wir noch ein paar Schließfächer oder so. Ah, hier unten gibt es noch was. Ah, ne, ein Keks. Aber der ist jetzt nicht so nahhaft. Hier ist auch noch was. Ein paar Bücher. Was soll ich denn mit den ganzen Büchern anfangen? Wo ist noch was? Nein, tatsächlich hat der keiner irgendwas Wertvolles gelassen. Ne, dann ziehe ich nochmal ein bisschen weiter. Hier gibt es auch nochmal einen Laden. Teach and Repair. Ah, okay. Hier könnte man irgendwelche Sachen kaufen. Vielleicht kann ich... Ah, hier komme ich nicht rein, oder? Warte auf, wenn ich so ein bisschen... Ne, das ist ein bisschen zu weit hoch. Da komme ich nicht rein. Oh, ich höre schon wieder diese Dinger. Und das Ding hier. Aber jetzt habe ich ja beziehungsweise keine Angst vor diesen Dinger. Ich meine, ein Ding alleine ist überhaupt kein Problem. Jetzt wird es Nacht. Ich hoffe mal, dass ich hier irgendwo bleiben kann. Bei der offenen Tür. Ich hoffe mal, dass keins von diesen Dingern jetzt kommen wird. Ich meine, jetzt hat mich bestimmt noch nichts gesehen, oder? Ich habe die ganze Zeit diese komischen Schreie. Aber irgendwie habe ich hier keines dieser Dinger gefunden. Da habe ich wirklich Glück gehabt. Was ist das? Das ist ja eine Root-Bier. Eine Pepsi. Dr. Salt. Und eine Sunshine-Cola. Aber das kann ich jetzt nicht so wirklich gebrauchen. Und ich bräuchte jetzt erstmal wirklich einen Ort, wo ich mein Lager aufschlagen kann. Ich meine, hier in dieser großen Stadt ist es überhaupt keine gute Idee, erstmal zu bleiben, weil... Oh nein, das ist schon wieder eins dieser Dinger. Ja, ich bin erstmal weg hier. Hier ist auch noch irgendeinen Laden oder so. Vielleicht soll ich hier mal reingucken. Hier sieht es aus, als würdest du ja viel... Achso, unten jetzt eingesperrt, ne? Das kommt ja nicht hoch. Okay. Hier scheint es auch irgendwie... ...wurde ich eine Nahrung zu geben. Ist die Tür kaputt? Aber nee, ist alles leer. Gar nichts mehr hier. Oh, da sind die Dinger, die warten jetzt hier. Ah, ich komme hier durch die Scheibe raus. Oh, perfekt. Jetzt kann ich mal versuchen, hier weiter lang zu laufen. Vielleicht finde ich ja hier noch irgendwas. Gab es hier nicht auch... Moment, war das nicht dieser Ort, wo es dieses komische Labor gab? Wo es dieses komische Untergrundlabor gab? Wo die Experimente geführt wurden? Ach, das ist jetzt der Vergenügungspark. Ja doch, hier war ich doch schon mal. Tatsächlich war ich hier. Vielleicht finde ich ja wieder einen Eingang zu diesem Labor. Aber ich weiß nicht, ob ich da wirklich nochmal reingehen sollte. Hier ist ein Schaf unterwegs. Aber wenigstens gibt es noch anderes Leben hier. Das beruhigt mich schon mal ein bisschen. Oh, nee. Hier bin ich nirgendwo drüber, oder? Nee, tatsächlich nicht. Vielleicht kann ich hier irgendwo über den Zaun gerade so... Gerade so. Hier ist der Vergenügungspark. Da gehe ich nicht nochmal rein. Da kamen ja vor allen Dingen auch in der Nacht diese ganzen Zombies an. Und ich musste die Nacht wirklich dort oben verbringen. Auf diesem komischen Riesenrad. Was ist denn das? Das sieht mir aus wie ein Zelt oder so. Vielleicht hat jemand wirklich ein Zelt aufgeschlagen. Wo bin ich denn hier gelandet? Oh, wie? Oh, das hört sich schon wieder nicht gut an. Das hört sich schon wieder überhaupt gar nicht gut an. Ah, das ist ja... Ah, das ist jetzt die Quarantäne-Zone, oder? Tatsächlich. Jetzt bin ich wieder mittendrin. Was haben wir denn hier? Ah, hier. Ein Postgeschäft ist hier. Vielleicht finde ich das da noch irgendwo. Vielleicht gibt es da irgendwo einen Hinweis. Vielleicht sind da ja Überlebende... Na gut, ich meine, der Helikopter, der in dieses Gebäude reingekracht ist, ich glaube jetzt nicht, dass es da oben Überlebende drin geben wird. Aber ich meine, es ist immer noch besser, besser es probiert zu haben, als von vornherein aufzugeben. Gibt es hier noch irgendwas? Nein, wo war denn der? Wo war denn dieses riesige Gebäude? Ist das hier, wo der Helikopter reingestürzt ist? Nein, das war auch nicht so. Auf diesem Gebäude da hinten war ich ja schon. Hier ist auch wieder diese Fabrikhalle. Da gehe ich auf keinen Fall zurück, denn da waren richtig viele Zombies. Ich gucke erst mal hier noch ein bisschen weiter. Gucke auch nichts weiter. Hier ist auch ein Restaurant oder sowas. Ich muss erst mal weiterziehen und versuchen wirklich dieses hohe Gebäude zu finden. Vielleicht das hier. Hier sind noch ein paar hohe Gebäude. Gucke ich da erst mal hin. Ist auch alles komplett leer hier. Kein einziger Überlebender. Ich meine, warum sollten auch bei Tag Überlebende auf den Straßen sein? Obwohl. Na gut, wenn man jetzt so wirklich drüber nachdenkt. Zum Looten eigentlich, ne? Der Park ist nicht sicher. Aha. Aber ist das hier der Park? Ne, oder? Hier oben gibt es noch was. Was ist denn das? Der? Wow, okay. Jen, ich lasse dir meine Armbrust hier. Ich muss zurück zur Schule. Neue Ausrüstung finden. Ich habe Gerüchte gehört, dass mein alter Trainer noch am Leben sei. Vielleicht kann er sich ja unserer Gruppe anschließen. Ich bin bald wieder zurück. Den nehme ich auf jeden Fall mit. Die Armbrust nehme ich unbedingt mit. Ich meine, die ist ja bei weitem besser als meinen Bogen, den ich gerade habe. Eine Essensration. Oh, noch ein paar Äpfel. Das ist ganz gut. Die kann ich richtig gut brauchen. Oh, tatsächlich. Die Armbrust ist ja richtig gut. Vor allen Dingen ist das noch viel entspannter als die Pfeile. Vor allen Dingen, weil ich da vorne rein einfach alles reinladen kann, die ganzen Pfeile. Das ist besser als mein Bogen. Hier ist auch noch irgendwas dran. Vielleicht komme ich da noch irgendwie ran. Und da ist noch vielleicht ein bisschen... Komme ich hier irgendwie durch? Nein. Von oben? Oder ich muss irgendwie die Scheibe kaputt machen. Aber ich glaube, das lockt dann viele von diesen Monstern an. Ich muss das mal ein bisschen weiterziehen. Was ist denn hier passiert? Da hinten ist der abgestürzte Helikopter. Da das Gebäude reingekracht ist. Da gehe ich jetzt erstmal hin. Vielleicht finde ich ja da noch irgendwas, irgendeinen Hinweis. Ich hoffe mal. Moment, wo gehe ich denn hier am besten lang? Ah, hier geht's. Hier? Oh, hier leuchtet auch noch ganz schön viel. Okay. Ey, der ist da wirklich volle Kanne reingeknallt. Ich sollte da mal hochgucken. Hier, in die Bücherei. Moment, die Türen unbedingt... Unbedingt Regel Nummer 1. Türen immer schließen. Wenn ich hier weiter nach oben gehe... Hier geht's auch noch weiter nach oben. Vielleicht finde ich ja irgendwo den Ort, wo der reingeknallt ist. Das müsste eigentlich dieses Gebäude hier sein, wenn ich mich nicht irre. Ich hoffe mal. Ah, tatsächlich, ja. Hier ist ganz viel. Da oben ist er. Da gibt's doch auch eine Leiter oder sowas. Ich kann mich hier am Rand hochziehen. Jep. Na gut, ich hätte auch den normalen Weg gehen können. Hier ist auch noch was. Going Home. Oh Mann, ich kann es kaum abwarten, zurück nach Hause zu gehen. Ich wünsche, Jay würde mich mal alleine lassen. Wegen dieser dämlichen Quarantäne können wir nicht nach Hause. Und ich muss immer noch hier bleiben. Ah. Die hat tatsächlich hier gerade so überlebt gehabt. Das war auch die, die hier in dem Buch von der Armbrust erwähnt wurde. Oh nein, oh nein. Die hat wahrscheinlich gearbeitet in diesem Gebäude. Hier ist eins mit diesen Dingern. Zeit mal auszuprobieren. Yes. Und die funktioniert wirklich gut. Oh. Oh nein. Unten kommt noch jemand. Nein, nein, nein. Oh, das kommen so viele. Hier ist der Helikopter. Ich muss einfach diese ganzen Dinger hier besiegen. Ja, bleib weg von mir. Bleib weg von... Oh nein. Oh nein. Oh, geschafft. Es wird Zeit, dass ich mir den Helikopter mal untersuche. Das sieht nicht so aus. Oh doch, hier. Hier gibt es eine Leiter. Soll ich das wirklich wagen? Ich weiß nicht. Oh, schnell nach oben. Oh, das klappt. Erstmal durchatmen. Was ist denn das hier? Ein Fallschirm? Do not use when the leak is near. Ähm, Moment. Funktioniert der Fallschirm auch überhaupt? Ich hoffe mal. Ich kann das ja mal probieren. Was passiert denn hier? Was ist denn hier? Was ist denn jetzt? Oh nein. Oh. Tatsächlich. Der ganze Helikopter explodiert. Oh nein. Ist das ganze Ding jetzt in die Luft geflogen oder was? Tatsächlich. Aber jetzt habe ich einen Fallschirm. Mit dem kann ich einfach mal runterspringen oder... Oh, es wird dunkel. Kein gutes Zeichen. Überhaupt kein gutes Zeichen. Vor allem nicht hier mitten in der Stadt. Aber... Aber der Helikopter funktioniert tatsächlich nicht mehr. Jetzt brauche ich noch einen sicheren Ort. Vielleicht ist das Gebäude hier sicher. Ich hoffe mal. Ruby Raider Stronghold. Ähm... Hier scheint es jetzt noch niemand von hier zu sein. Das ist komplett leer hier, oder was? Das scheint wirklich eine Art Festung zu sein. Aber vielleicht haben sie die auch verlassen. Vielleicht wurden die auch überrannt. Oh, hier haben wir ein paar Pfeile. Sehr, sehr gut. Defense Station. Ah, okay. Ah, hier standen sie wahrscheinlich und haben wirklich... Falls wirklich irgendein Ding durch die Tür kommen sollte, haben sie sich hier verteidigt. Die Ruby Raider. Aber warum haben die mich denn vorhin angegriffen? Was ist denn das hier? Ah, okay. Ach, ein Ruby Raider Shirt. Das scheint ja auch wieder in den Außenposten von denen zu sein. Ja, aber wirklich. Hier geht es noch ein bisschen weiter nach oben. Die haben sich hier gut verteidigt. Hier gibt es auch noch ein bisschen anderes. Ah, okay. Wo war ich denn das Zombie-Fleisch bei mir? Reparier die verrosteten Rohre. Unsere Messgeräte haben irgendeine giftige Flüssigkeit gemessen. Ich werde mal eine Probe in das Labor bringen. Falls dieses Zeug wirklich gefährlich ist, müssen wir den Laden hier für ein paar Tage dicht machen. Ah, okay. Die sollen hier wahrscheinlich die... Hier geht es auch noch weiter nach oben. Hier kommen die Monster nicht einfach so nach oben. No Entry. Die haben sich hier wirklich vollkommen verbarrikadiert. Vielleicht kann ich jetzt wirklich erstmal die Nacht hier bleiben. Dann muss ich unbedingt weiter forschen. Vielleicht finde ich ja hier noch Überlebende. Ich meine gut, die Ruby Raiders haben mich vorhin angegriffen. Aber wenn ich denen jetzt hier begegne, vielleicht sind sie mir dann freundlich gesinnt. Ich hoffe es mal. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich wage das zu bezweifeln hier in der ganzen Situation. Unten scheinen jetzt wirklich irgendwelche Zombies oder so zu sein. Ich habe auch ein paar Schreiter-Zombies gehört. Vielleicht komme ich ja hier noch ein bisschen weiter nach oben. Aber wir scheinen ja wirklich die Aufgabe blockiert zu haben, oder? Ah, Moment. Vielleicht... Doch, hier könnte ich lang gehen. Ich hoffe mal nicht, dass jetzt irgendjemand von denen hier auftauchen wird. Aber es sieht ja tatsächlich ziemlich verlassen aus. Und es sieht ja auch so aus, als hätten die es sich hier nicht ganz überlebt. Als wäre die Base von irgendjemand anders geratet worden. Ich meine, die Rubin... Warte mal, was ist denn hier noch? Hier sind tatsächlich noch ein paar Uniformen von denen und sowas. Makeshift-Bomb. Aha. Okay, also wahrscheinlich auch sowas wie eine Handgranate, schätze ich mal. Da können wir jetzt eigentlich den ganzen Rest erstmal hier lassen. Ich brauche hier auch langsam wirklich irgendwo mal in den Lager. Oh, hier ist auch noch mal eine. Ich würde sagen, ich probiere die einfach mal aus und gucke mal, was dann passiert. Moment, ich schmeiße die einfach mal runter. Oh, okay, 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 okay. Die ist ziemlich stark. Die nehme ich sehr, sehr gern mit. Und wenn mal wieder zu viele von diesen Monstern kommen sollten. Moment, was haben wir denn hier? Fire Protection? Ah, ich glaube... Hm. Ich glaube, die, die ich jetzt habe, ist bei weitem besser. Und die Schlüsseln entlassen, nehme ich auf jeden Fall mit. Hier haben wir auch noch etwas Besonderes. Oh, Anderling. Okay, dann muss ich mal kurz lesen. Was ist denn das hier? Ein Sklave oder sowas? Papierkram, 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 Papierkram. Dieser verdammte Papierkram. Ich habe echt keinen Bock mehr. Acht Jahre in dieser Firma und nicht eine verdammte Beförderung. Noch nicht mal eine Gehaltserhöhung. Ich bin nur eine blöde Trittleiter. Aber jetzt bin ich es, der lacht. Auf dem Dach hat mir ein Kumpel mit einer Drohne etwas hinterlassen. Die werden sich hier noch alle umschauen. Okay, ist das von dem Angestellten oder was? Na gut, ich meine, ich lasse das mal lieber da. Es sieht halt ziemlich, ziemlich unbequem aus. Ich glaube nicht, dass mir das passen wird. Aber hier war ich auch schon... Ja, hier habe ich auch schon was gefunden. Gehe ich mal noch ein Stückchen nach oben. Oh, hier... Wow. Hier ist die ganze komplette zerstörte Stadt. Da drücken wir uns auch noch ein riesengroßes Gebäude. Da ist der Helikopter. Wo alles... Da wurde alles weggesprengt. Unglaublich. Unglaublich. Vielleicht noch ein bisschen weiter nach oben. Ich gucke mal hier oben. Da ist vielleicht auch noch irgendwas los. Ne, die haben das ja blockiert. Ich glaube, hier gibt's... Hier ist noch irgendwas. Hier gibt's noch irgendwas. So mixed feelings. Das leh ich auch gleich mal durch. Cohen war schon immer sehr künstlerisch. Manchmal sogar so sei, dass es seine ganze Arbeit hier beeinflusst hat. Es ist schon so weit, dass es sogar mich beeinflusst. Da ich immer mit diesem Typen zusammenarbeiten. Ich wünsche mir, dass der Typ irgendwann mal verschwindet. Okay, auch ne... Ohne Geschichte hier, aber ich... Ich meine, die... Das... Das hilft mir jetzt erst mal nicht so weiter. Da unten ist irgendwas. Habe ich das Gefühl. Hm. Noch weiter nach oben, aber... Back off. Reader of Outpost. Oh, oh. Ist hier irgendjemand? Ach, tatsächlich. Geht's ja wahrscheinlich irgendwie nach oben, ne? Ich meine, ich wage es mal. Vielleicht kann ich ja da oben mit jemandem reden. Aber ich soll ja lieber wirklich meine Armbrust bereithalten. Hallo? Ist hier irgendwas? Ne. So ziemlich weit oben. Was haben wir denn? Oh. Den Schlüssel. Den nehme ich gerne mit. Was ist das? Ist hier noch? Eine ziemlich schädliche Chemikalie. Oh. Dann muss ich gleich mal lesen. Denn wir ganzen Mitarbeiter werden morgen ein hartes Erwachen haben. Hier ist etwas von dem Gift. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Okay, das ist ziemlich, ziemlich gruselig. Ich meine, dieses Ding lasse ich mal lieber hier oben. Damit würde ich erstmal nichts weiter zu tun haben. Da unten ist auch noch irgendwas. Vielleicht soll ich da mal wieder runtergehen. Ich meine, jetzt bin ich hier oben auf diesem Gebäude. Aber gibt es auch noch einen anderen Weg nach unten? Also klar kann ich an diesen, in diesen komischen Lealen nach unten, an diesen komischen, aber... Ne, ich nehme lieber, lieber die normale Leiter hier. Den normalen Weg. Aber wenn ich jetzt einfach runterspringe, ich glaube, dann war es das wirklich. Hier kann ich noch weiter nach unten. Perfekt. Okay, eigentlich ist das Gebäude nicht zu sehr zerstört. Ich meine, das wurde ja klar als, als Außenposten verwendet. Aber so generell scheint es ja noch relativ gut intakt zu sein. Das könnte ich vielleicht wirklich für mich selber benutzen. Aber ich habe trotzdem kein gutes Gefühl bei der Sache. Weil wenn die Ruby Raiders schon hier waren, dann kommen die wahrscheinlich auch irgendwann wieder zurück. Und dann will ich auf keinen Fall hier sein. Denn ich bin ihnen ja schon mal bereits begegnet. Und das ging ja nicht so gut aus, sage ich mal. Hier komme ich nach draußen. Perfekt. Ne, das ist der Hinterhof hier, oder? Hier ist auch noch ein Gebäude. Was ist denn das? Olympus Office. Gibt es hier auch noch irgendwas Besonderes zu finden? Ich meine, hier könnte ich auch mal hochgucken. Aber ich habe halt immer das Gefühl, dass hier irgendwo diese Monster immer noch auf mich warten. Was ich halt dringend, dringend brauche. Das sind halt irgendwelche Medikamente oder sowas. Das wäre jetzt ziemlich gut, denn da habe ich noch ein bisschen zu wenig von. Aber das scheint mir ja wirklich nur mit Büchern hier gefüllt zu sein. Vielleicht noch weiter oben, aber das bezweifle ich langsam. Vielleicht ganz nach oben. Ich meine, nachgucken. Ja, hier ist noch was. Ne, und ein paar Leitern. Die nehme ich super gerne. Und hier habe ich noch ein bisschen Kohle. Mit der Kohle können wir bestimmt auch noch irgendwas anfangen. Hier geht es auch noch weiter nach oben. Vielleicht kletter ich. Ich kletter einfach mal hier an diesen Ranken nach oben. Auf dem Dach. Hier gibt es auch nichts weiter zu sehen, oder? Komme ich hier nochmal irgendwo rein? Hier könnte ich halt am Rand komplett hochklettern. Aber ne, ich kletter lieber runter. Ne, das Gebäude hier ist ja wirklich nichts für mich. Das ist mir ein bisschen zu weit oben. Und vor allen Dingen weiß ich nicht, was da oben auf mich warten wird. Was haben wir denn hier noch? Das ist doch hier die Polizeistation, oder? Das OPD. Ich bräuchte auch mal langsam was zu trinken. Habe ich noch was? Ja, nur dieses komische alte Bier hier. Am Ende ist immer noch besser als nichts. Vielleicht erfrischt es mich hier ein bisschen. Okay. Haben wir auch noch ein paar Pfeile? Die müssen auch mit... Hier ist noch ein großer Panzer. Oder war ich hier schon? Weiß ich gar nicht. So labetränen. Don't go... Ah, das stimmt. Hier war ich schon tatsächlich. Das sind die ganzen Monster. Das ist ja irgendein Gefängnis oder sowas. Ne, war ich noch nicht. Door locked. Was haben wir denn hier? No one came. Jeder hier ist geflohen. Nur ich bin mit meinen zehn Kollegen noch hier gefangen. Aber anders als sie habe ich eine treue Spitzhacke, die mich hier rausholen wird. Endlich kann ich nachschauen, was es mit den Schreien auf sich hat. Was sind die hier? Der ist hier anscheinend irgendwie ausgebrochen oder so. Der hat es geschafft. Ist hier auch noch jemand? Ne. Hier ist noch eine leere Zelle. Armory. Ach, schade, dass ich keinen dieser Schalter mehr bei mir habe. Sonst könnte ich da einfach... Vielleicht wäre ich wahrscheinlich auch mit der ganzen Information bedienen. Gibt es noch einen anderen Weg hier rein? Moment, hier oben könnte ich nochmal versuchen. Da hinten ist noch ein Computer oder sowas. Was steht denn da? Server. Vielleicht gibt es auch eine Besonderheit. Hallo, hier ist die 110. Brauchen Sie Feuer, medizinische oder polizeiliche Hilfe? Gott sei Dank. Hier draußen ist absolutes Chaos. Ich bin am Krabbeliner wandern gegangen und habe einen großen Knall gehört. Die Erde hat gewebt und jetzt... Sir, geht es Ihnen gut? Der Krabbeliner ist ausgebrochen und überall ist Lava. Begeben Sie sich an einen sicheren Ort. Wir werden Hilfe schicken. Oh, das ist wahrscheinlich der Vulkan oder so ausgebrochen. Oder was war das? Das ist ja irgendwie ein Erdbeam passiert oder so. Jetzt bin ich hier auf dem Dach. Moment, vielleicht gibt es doch hier irgendwie einen Eingang zu der Kammer mit den Waffen. Aber ich glaube nicht... Nee, das sieht nicht so aus. Hier ist noch das ganze Dachentakt. Aber hier hinten ist noch was. Und hier auch noch. Was haben wir denn hier? Damit kann ich nichts anfangen. Havoks Book. Hier ist ja bin ich von Solaplexus. Solaplexus nicht gut. Er wog nicht mehr gut sein. Oh. Ja, wo ist er denn hingelaufen? Ich meine, die Stadt hier... Ich sollte, glaube ich, nicht zu lange hier bleiben. Oh, hier ist die Granate, die ich von da oben runtergeworfen habe. Vor allem bleibt es auch ewig. Ewig. Ich meine, damit kann man wahrscheinlich irgendwelche Räume aufsprengen. Moment, Moment, Moment. Vielleicht kann ich damit ja sogar... Soll ich das einfach mal probieren? Duallockt? Vielleicht benutze ich einfach mal eine dieser Granaten, um hier einfach diesen Raum aufzusprengen. Funktioniert das? Ich hoffe mal. Tatsächlich. Tatsächlich hat das funktioniert. Dann habe ich die ganze Tür hier weggesprengt. Oh, okay. Hier gibt es ganz schön viel drin, aber damit kann ich nichts anfangen. Das gibt es doch nicht. Eigentlich habe ich hier keinen Schalter für mehr verschwendet. Aber Moment, jetzt brennt mich bestimmt hier das ganze Haus ab und ich muss erst mal verschwinden. Ich haue hier erst mal wirklich ab. Ich höre auch die ganze Zeit hier irgendwie... Irgendwelche... Irgendwelche komischen Geräusche von diesen... Von diesen Biestern. Ah, nee. Nee, 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 nee. Hier würde ich nicht bleiben. Das ist mir ein bisschen zu riskant. Ein Store. Oh, hier ist auch die Scheibe kaputt. Vielleicht komme ich hier einfach... Wenn wir reingehen, hier sind die ganzen... Einkaufswegen. Oh, hier habe ich auch nochmal so ein Bier. Das nehme ich lieber nicht mit. Aber ich meine, gut, ich brauche früher oder später wirklich was zu trinken. Und wenn das jetzt so weitergeht und ich nichts finde, habe ich wirklich ein riesengroßes Problem. Und vor allen Dingen muss ich mich auch mal auf den Weg machen und gucken, wo Timo geblieben ist. Ich hoffe mal, der hat das überlebt. Hier ist auch der Wagen reingefahren. Nee. Nee, hier habe ich nichts verloren. Hier ist auch nochmal ein großes Gebäude. Ich glaube, die Stadt hier ist wirklich nichts für mich. Ah, das Observatorium. Hier wollte ich eigentlich auch mal vorbeigehen. Was gibt es hier? Power Active. Aha. Okay, hier fehlt irgendwas. Missing Component. Ah, hier ist auch die ganze Stadt. Okay, Power Active. Oh, jetzt ist es deaktiviert. Nee, das kann ich wahrscheinlich noch aktivieren, oder? From Lower Level. Okay, da muss man wahrscheinlich irgendwas in der unteren Ebene, aber hier komme ich irgendwie nicht rein, oder? Nee, ich habe leider auch keinen Schalter mehr. Ah, das gibt es doch nicht. Hätte ich mir mal lieber die Schalter noch aufgehoben. Jetzt kann ich hier überhaupt nichts anfangen, oder? Vielleicht hier noch was? Ich habe mich ja hier noch weg. Was wird doch auch noch dunkel. Aber gut, dann kann ich wenigstens die Nacht hier verbringen. Ich hoffe mal, dass dieses Geräusch jetzt nicht irgendwelche Monster anlockt. Nee, hier komme ich auch nicht rein, oder? Nee. Tatsächlich nicht. Nee, ich bleibe jetzt wirklich mal lieber die Nacht hier. Die Sonne geht auch schon unter. Und hier oben bin ich wahrscheinlich erstmal relativ sicher. Das sieht auch gerade tatsächlich nicht so gut aus. Ah, hier ist auch mal die U-Bahn. Vielleicht kann ich ja jetzt hier bei der U-Bahn auch irgendwie die Tore öffnen. Das wäre gar nicht so schlecht. Vielleicht kann ich dann irgendwie... Tatsächlich, hier steht auch die U-Bahn. Imperius? Oh, tatsächlich. Jetzt habe ich Olympus. Und dann kann ich vielleicht auch... Ah, nee, Imperius kann ich nicht fahren, oder? Aber nach Adler. Nee, auch nicht. Zum Flughafen auch nicht. Habe ich dann nicht schon... Habe ich nicht schon in Atlas tatsächlich die... Die Tore geöffnet? Aber ich meine, gut, ist tatsächlich die falsche Hoffnung hier. Was ist denn das hier? Ah, hier gibt es... Okay, Nachrichten. Ein echtes Foto von Herobrine. The week is hot as blocks. Ah, wahrscheinlich irgendeine Zeitungssache. Irgendwie eine Boulevardpresse oder so. Hier ist der Weg nach oben. Der ist zerstört. Nee, da komme ich nicht nach oben. Ich meine, ich könnte hier tatsächlich diesen Weg langlaufen, aber das ist mir einfach viel zu riskant. Ich habe echt keine Ahnung, was mich da hinten erwarten wird. Ich gehe lieber erstmal wieder zurück an die Oberfläche. Hier unten ist es sowieso generell ziemlich gefährlich. Ja. Exit. Okay. Hier gehe ich wieder nach oben. Ich muss auch langsam mal hier die Stadt verlassen. Ich habe nicht das Gefühl, dass es gut ist, hier lange hier zu bleiben. Vielleicht gibt es hier noch irgendeinen Weg nach draußen. Ich meine, in irgendeine andere Richtung. Wo bin ich denn überhaupt gekommen? Ich glaube, hier war ich noch nicht, oder? Nee, tatsächlich. Doch, hier hinten bei der Baustelle war ich schon. Oder? Ich meine, ich gucke einfach noch ein bisschen umher. Vielleicht finde ich ja noch irgendwo ein paar Hinweise auf Überlebende. Das ist natürlich das Allerbeste. Vielleicht kann ich das irgendwie mit dem Schraubenzieher aufmachen. Nee, das kann ich nicht aufbrechen, oder? Oder mit dem Schlüssel? Irgendwas brauche ich dafür, aber ich weiß nicht was. Ich meine, klar könnte man hier die ganzen Trucke wegsprengen, aber ich glaube, das würde mir am Ende nur schaden, anstatt dass es mir nützen wird. Hier gibt es auch noch die Straße. Ich folge einfach mal der Straße. Mal gucken, wo es hingeht. Oh, das ist ja auch eine komplette... Da hinten ist auch noch ein Gebäude, ne? Wofür führt das denn jetzt hin? Die Straße ist auch ziemlich lang. Aber ich meine, dass das Gute ist, am Tageslicht... Also während das Tageslicht ist, dann kommen keine Monster nach draußen. Das heißt, ich kann hier wirklich mich in Ruhe umschauen. Und da hinten ist auch irgendwelche Hügel oder sowas. Aber wo geht es denn hier überhaupt hin? Jetzt scheint irgendwas... Es scheint irgendwas am Horizont zu kommen. Aha, hier geht irgendwie nach oben. Sideway follows in a construction. Und hier wird irgendwas gebaut. Aha, vielleicht gibt es ja hier auch noch irgendwas. Ah, tatsächlich, hier wurde... Hier wird gerade voll gebaut. Hier ist auch ein Betonmischer und sowas. Oh, und was haben wir hier? Ah, hier brauchen wir wahrscheinlich einen Helm, dass jetzt irgendwas von oben runterfällt. Aber ich meine, gut. Es sieht noch relativ sicher aus. Hier wird wahrscheinlich irgendwie der Keller gebaut oder so. Ja, mit irgendwelchen Holzplanken. Tatsächlich, vielleicht gibt es hier noch was. Ne. Ich meine, wenn man das hier richtig ausbauen würde, ich glaube, da hätte man hier wirklich ein... ein gutes Lager oder so. Ah, jetzt bin ich wieder hier. Bei den Everglade-Helns. Hier war ich doch schon mal. Ne, dann laufe ich erstmal wieder zurück. Und folge erstmal der Straßen. Hier ist auch eine große Planierraupe. Oh, die ist aber ganz schön eng. Ah, hier... Ach, die wurde tatsächlich noch gebaut, die Straße. Die ist doch gar nicht fertig. Ah, die wurde ein bisschen... ein bisschen breiter gemacht. Also der Fußgängerweg oder was. Ja, tatsächlich. Wo führt das jetzt hier hin? Ah, jetzt bin ich wieder... wahrscheinlich am Meer, oder? Ich kann auf jeden Fall das Meer riechen. Ja, tatsächlich, hier war doch... Oh, ne, hier darf ich nicht zu nah rangehen. Hier war doch dieses Schiff, wo diese... große, große Bombe drin explodiert ist. Was fast den ganzen Hafen in die Luft gejagt hat. Ich gucke hier mal noch ein bisschen weiter. Mal gucken, was mich hier noch erwarten wird. Da hinten... Ah, hier ist der Leuchtturm. Da war ich doch auch schon drauf. Ah, okay. Und wenn ich jetzt hier weiterkohle gehe... Also man sitzt noch alles ganz ruhig hier. Und da oben ist auch noch irgendwas. Oder ist einfach nur der Hügel? Vielleicht. Hm, kann gut sein. Oh, ich höre tatsächlich auch schon das... das Meeresrauschen. Ich bin gespannt, was mich hier am anderen Ende erwarten wird. Vielleicht komme ich ja noch... noch zu irgendeiner anderen Stadt. Hier geht es noch... Ah, hier ist der Vulkan ausgebrochen. Wow. Wow, wow, wow. Hier geht es auch zum... Oh, vorsichtig. Hier geht es auch zum Strand runter. Aber ne, da gehe ich erstmal nicht runter. Ich folge erstmal der Hauptstraße. Ey, das ist ja unglaublich. Wie viel hier von dem Vulkan ausgebrochen ist. Wow. Oh nein, hier komme ich nicht weiter. Oh nein. Das hat den ganzen Weg eingerissen. Vielleicht muss ich da noch wirklich runter zum Strand. Oh ne. Oh, ne. Mit Lava ist mir das tatsächlich ein bisschen zu gefährlich. Ich glaube, lieber erstmal sicherheitshalber zurück und guck mal zum Strand runter. Vielleicht gibt es da ja noch auch einen Hinweis. Hm. Hier sind auch die ganzen Bäume abgebrannt. Wow. Da oben steht aber auch ein Gebäude oder sowas. Vielleicht soll ich da auch irgendwann mal hingucken. Aber mal schauen. Jetzt geht es hier erstmal runter. Oh, okay. Was ist denn das? Hier scheint es auch noch, ouch, irgendwelche Gebäude zu geben. Was? Oh, okay. Ich meine, nachschauen kostet ja nichts. Dann ist auch noch ein kleines Boot. Da scheint jemand mit dem Boot angelegt zu sein. Storeart ist ja wahrscheinlich irgendwie so ein Fischerdorf oder sowas, oder? Olympus Heritage Village. Ah, okay. Ah, das ist so ein altes Dörfchen hier, was wir versucht haben, noch intakt zu halten. Ah, hier ist so ein kleines Kuchen. Moment, das lese ich gleich mal. Ah, tatsächlich. So ein kleiner Touristenort hier. Ah, und eine alte Schmiede. Moment, vielleicht kann ich ja... Tatsächlich. Ich könnte hier... Ja, ist eines meiner Gegenstände. Ich würde ein bisschen aufbessern. Oh, wunderbar. Gut, dass ich das hier gefunden habe. Und gut, dass ich das eine Heftchen da mitgenommen habe. Wett oder sowas. Ah, hier ist ein Grab. Ne, da gucke ich erstmal nicht rein. Ich schaue jetzt erstmal am Strand weiter. Vielleicht finde ich ja einen kleinen Umweg, sodass ich jetzt hier diese kaputte Brücke einfach trotzdem überqueren kann. Wenn ich könnte auch eins... Was ist denn das hier? Eine Höhle oder sowas? Weil hier ist wirklich alles zusammengestürzt. Ich meine, oh, hier ist auch schon irgendwie die Lava durchgeflossen. Was ist denn das für eine Höhle? Was ist denn hier los? Vielleicht... Ich gehe einfach mal hier in die Tür rein und gucke einfach mal. Ähm... Apokalypse-Safe-House? Okay, hier hat sich wahrscheinlich wirklich jemand auf die Apokalypse vorbereitet. Hallo? Ist hier jemand? Ne, tatsächlich... Ich glaube nicht. Tatsächlich. Oh, hier gibt es auch noch ein paar Emergency-Flares. Die nehme ich unbedingt mit. Die kann ich gut gebrauchen. Ah, hier ist noch tatsächlich eine... Reservations. Moment, das lese ich gleich mal. Ich weiß nicht, wie viel länger ich hier bleiben kann. Jeden Tag höre ich, wie nach und nach alle krank werden. Entweder sterben sie am Virus oder an irgendwas anderem. Es ist unmöglich zu gewinnen. Oh, oh, oh. Die haben mir wahrscheinlich wirklich alle nicht drin überlebt. Oh, ein bisschen Wasser. Oh, das tut jetzt gut. Das tut jetzt wirklich gut, so eine Erfrischung. Oh, was ist denn das hier? Oh, hier gibt es tatsächlich nur ein ziemlich gutes Schwert. Was ist das hier? Das scheint ziemlich scharf zu sein. Aber das nehme ich unbedingt mit. Oh, Erste-Hilfe-Raum? Vielleicht finde ich ja hier was. Und noch ein bisschen Dokumente. Doktor Notizen. Die Symptome der Patienten werden immer mehr. Es besteht Verdacht auf Skorbut. Wir haben keine Möglichkeit, Saatgut anzupflanzen. Es wird immer schlimmer werden, wenn wir nicht weit neue Nahrung finden. Oh, hier ist auch irgendwas ganz Schlimmes passiert. Oh, nicht, hat mich jetzt hier irgendwas erwartet? Nee, tatsächlich nicht. Die sind wahrscheinlich alle hier aus diesem Safehouse rausgeflohen. Oh, und dann noch der Pausenraum. Das ist noch altes Essen. Oh, nee, damit kann ich überhaupt nichts anfangen. Das riecht schon. Nee, die Toiletten sind hier. Was ist das denn hier? Oh, ein Notfallraum oder sowas. Tatsächlich, hier ist noch was. Ah, das kann ich hier entfernen. Ah, hier gibt es noch eine Karte. Tatsächlich, von diesem riesengroßen Vulkan, der ausgebrochen ist. Wahrscheinlich auch oben irgendein Dorf zu sein oder so. Gehst du nicht da mal hin? Scout Mission at Atlas. Ah, die sind wahrscheinlich nur wirklich nach Atlas gegangen, um dort irgendwas rauszufinden. Hier ist noch mehr verschwindet worden. Obwohl, die Sonne geht jetzt unter. Ich glaube, die Nacht bleibe ich jetzt wirklich erstmal hier. Ja, doch. Nee, sicher, ist sicher. Ich verbarrikadiere hier noch die Türen und dann bleibe ich vielleicht hier in einem dieser Betten. Das scheint mir ganz gut zu sein. Aber länger kann ich hier auf keinen Fall bleiben. Ich glaube, ich verschwinde jetzt einfach wirklich mal. Sicher ist sicher. Die Sonne geht jetzt auch langsam auf. Und jetzt kann ich wirklich versuchen, hier hinten mal die zerstörte Brücke zu überqueren. Weil da scheint auch noch ein bisschen was kaputt gegangen zu sein. Oh, nee, ich gucke noch ein bisschen weiter. Tatsächlich. Hier fließt die komplette Lava runter. Das ist doch total gefährlich. Aber jetzt kann ich vielleicht hier auf der anderen Seite wieder hoch. Wie ist denn das hier gelandet? Wow. Das ist ja irgendwie anscheinend irgendwie an Land gelaufen oder sowas. Das ist ein riesengroßes Schiff. Tatsächlich. Hier ist irgendwie auch... Die haben das irgendwie hier festgemacht. Nee, das ist ein Segel, was umgefallen ist. Oh. Aber wie sind denn hier überhaupt gelandet? Komme ich hier irgendwo hoch? Hier gibt es doch bestimmt irgendwo einen Aufgang oder sowas. Hier ist noch ein Kanon. Und wo ist denn das Schiff überhaupt gekommen? Nee, hier kommt man nicht rein. Aber vielleicht gibt es irgendwo anders einen Eingang. Hier könnte ich hochgehen. Perfekt. Hier geht es nach oben. Vielleicht gibt es doch hier irgendwelche Hinweise. Oh, oh. Das ist komplett dunkel hier. Oh. Oh, oh. Ich möchte mich hier mit jemandem streiten. Hallo? Ist hier jemand? Wer ist denn gerade gerufen? Hier sind noch ein paar Kanonenkugeln. Metal Cape Bay. Oh, Bandagen. Oh ja, richtig gut. Und zwar ziemlich viele Bandagen. Oh, da nehme ich gleich mal ein paar mit. Ich glaube, das lasse ich da hier. Und den falscher. Ich meine, die Art. Die lasse ich auch auf jeden Fall hier. Die Bandagen sind richtig, richtig gut. Was lasse ich denn noch dafür hier? Was ist denn das für ein Geräusch? Oh, oh, oh. Das hört sich nicht gut an. Was ist denn das? Was war denn das gerade? Was ist denn das? Oh, bleib weg von mir. Bleib weg von mir. Entschuldigung, ein Untoter oder sowas. Aber warum? Da ist auch die Haut ganz aufgequollen. Der greift mich nicht an. Warum greift er mich nicht an? Hm. Gibt es hier noch mehr von diesen Dingern oder was? Wahrscheinlich. Hier sind alte Kanonenkugeln. Was ist denn das? Cutlass. The Pirates Cutlass. Oh, das sieht aber gut aus. Das nehme ich sehr gerne mit. Ein Haus verschießen drüber. Geht es auch noch weiter nach unten. Hier ist anscheinend wirklich alles überhaupt looted. Ich weiß nicht, ob ich hier unten wirklich sein sollte. Oh, das hört sich nicht gut an. Da ist auch noch irgendwas. Was ist denn das? Drowned Pirate? Oh, Moment. Eigentlich kommt er nicht zu mir. Das scheint ja irgendwie schnell wirklich ertrunken zu sein oder so. Was ist denn das? Oh, oh. Where is the uncommon? Das ist ja gar nicht so schlecht. Obwohl, na, lieber nicht. Lieber nicht. Meine aktuelle Ausrüstung ist bei weitem besser. Er zeigt Kram hier, dieser komische Piraten. Ist auch noch einer. Ist auch einer dieser Piraten. Wird auch was verloren. Oh, genau dasselbe. Oh. Wie soll ich hier das Schiffenkehmer ein bisschen genauer untersuchen? Vielleicht gibt es ja hier noch irgendwelche Hinweise. Aber ich meine, das sieht halt wirklich gar nicht gut aus. Ich glaube... Oh, wow. Hier gibt es einen Hauf von guten Kram. Den nehme ich unbedingt mit. Ich meine, das Problem langsam ist, dass ich viel zu viel in einem Ental habe. Ich habe auch noch eine Bandage. Die nehme ich unbedingt mit. Und das hier auch auf jeden Fall. Oh, ich habe schon wieder zu komischen Dinger. Oh, was ist das denn? Wo kam der denn auf einmal her? Ich habe das Gefühl langsam, dass ich halluziniere. Oh. Ist dann der verloren. Oh. Das sind lauter Piratenkram hier. Ich glaube, ich werde langsam wirklich verrückt. Ich habe das Gefühl, dass ich mir die ganze Zeit das alles nur vorstelle, dass es gar nicht hier wirklich existiert. Es kann auch gar nicht sein, dass hier ein Piratenschiff ist. Dann kann es auch noch draußen anfangen zu regnen. Oh je. Das ist gar nicht so ein Schießpulver. Wow. Wow, ist wirklich ein komplettes Schiff hier. Okay. Hier geht es auf jeden Fall nochmal weiter nach unten. Und ich höre auch schon wieder, da unten sind schon wieder diese komischen Viecher. Hier ist auch noch ein Fernglas. Ganz viele Kanonen hier. Hier hinten gibt es bestimmt auch irgendwie eine Käpt'n's Kajute oder sowas. Ah, tatsächlich. Hier ist das. Ist auch komplett dunkel. Oh, wo sind wir denn hier? Was ist denn das? Vielleicht gibt es auch noch eine Ausrüstung oder so. Ein Bett gibt es hier auch noch. Aber von wem ist denn überhaupt dieses Schiff hier? Ich meine, ich habe gehört, dass hier in der Nähe, in der Umgebung viel Piraterie getrieben wurde. Aber ich meine, dass hier wirklich so ein riesengroßes Piratenschiff unterwegs ist. Aber ich glaube, das will ich mir alles nur eingeben. Ist auch alles versunken. Hier gibt es auch nichts Besonderes für mich. Moment, vielleicht hier. Oh ne, ich höre schon wieder dieses Geklugere. Dieses Geklugere von diesem merkwürdigen Kreaturen. Ähm. Ich gehe hier runter? Oh nein. Jetzt komme ich nicht mehr nach oben, oder was? Oh, oh, oh. Kein gutes Zeichen. Für eine lange Reise... Oh, jetzt wird es auch noch an zu gewittern. Für eine lange Reise ist es überhaupt kein gutes Zeichen. Ähm. Ich weiß gar nicht, ob ich... Soll ich jetzt wirklich hier versuchen, den Berg zu erklimpen? Hier gab es doch irgendwo... Oh, überhaupt nicht gut. Hier gab es doch irgendwo diesen Weg nach oben. Ich meine, da gab es doch diese... diese Autostrecke, warum ich hier überhaupt langgelaufen bin. Ich meine, vielleicht geht es hier irgendwo nach oben. Ich hoffe mal. Das ist meine einzige Hoffnung. Und vor allen Dingen, rennen kann ich jetzt auch nicht mehr so richtig. Ich muss jetzt wirklich schauen, wie ich das jetzt wirklich am besten mache. Weil, gewittert das auch noch. Das ist auch überhaupt kein gutes Zeichen, wenn jetzt hier irgendwo der Blitz einschlägt. Das Gute ist tatsächlich, dass es regnet. Das beruhigt mich etwas, aber... Ich habe auch nichts mehr zu essen dabei. Wirklich gar nichts mehr. Hm. Oh, da geht es nach oben. Vielleicht... Vielleicht probiere ich wirklich mal diesen... diesen Weg dort oben lang zu laufen. Hier wurde auch... Hier wurde auch tatsächlich ein bisschen... ein bisschen Holz mit angespült. Vielleicht kann ich hier irgendwo den Weg nach oben benutzen. Ich hoffe mal. Aber hätte ich damals mal die... die Kekse mitgenommen. Ich habe die einfach liegen lassen, weil ich dachte, ich habe genug Nahrung bei mir, aber... tatsächlich, ey. Nicht mal ansatzweise genug Nahrung. Vielleicht finde ich ja wirklich irgendwo... Hier geht es noch nach oben. Vielleicht gibt es ja irgendwo die Möglichkeit, wirklich an der... an der Mauer hochzuklettern. Ich probiere es einfach mal. Ich meine, solange ich nicht sprinte, müsste eigentlich alles in Ordnung sein. Vielleicht gibt es ja hier irgendwas. Oder wenigstens irgendeinen... irgendeinen anderen Aufgang. Aber es sieht ja nicht so aus. Doch, vielleicht... Doch, vielleicht kann ich mich hier oben so ein bisschen rüberziehen. Tatsächlich, das funktioniert. Ich würde sagen, ich folge jetzt einfach mal... der Straße. Das ist eigentlich die einzige Möglichkeit, die ich habe. Links oder rechts lang. Moment, ich laufe einfach mal... ich laufe einfach mal den Berg hoch. Weil da oben habe ich ja tatsächlich ein paar Gebäude gesehen. Und wenn ich Glück habe, gibt es in diesen Gebäuden ein bisschen Nahrung. Oder was? Aber es geht jetzt wirklich ganz schön weit nach oben. Ich meine nicht, dass jetzt hier oben... ist der ganze Weg jetzt umsonst gewesen, weil ich meine ganze Energie dafür verschwendet habe. Aber ich glaube nicht. Kommen wir hier noch weiter nach oben? Nee. Dafür muss ich eine meiner Leitern verwenden. Ja, perfekt. Hier auch? Okay. Wow, was war denn das? Jetzt kommt irgendwie der Blitz eingeschlagen. Oh, noch ein bisschen weiter nach oben. Ah, wo bin ich denn hier gelandet? Oh, das ist der Vulkan. Ob es so eine gute Idee war, hier hochzuklettern, weiß ich jetzt aber nicht. Was heißt das? Ein altes Haus, oder ist das hier? Ach, die wurden wahrscheinlich von dem Vulkanausbruch überrascht. Ich muss aufpassen, hier nicht die Lava zu vorhören. Guck mal, kann ich da irgendwie so ein Dürrübergang? Nein, tatsächlich nicht. Hier oben kann ich... Oh, vorsichtig rüberhüpfen. Hier sind noch die ganzen Ruinen auf diesem Berg. Gab es hier oben ein Dorf? Oder was? Vielleicht finde ich ja hier noch ein bisschen Nahrung. Und es brennt hier auch noch alles. Nee, tatsächlich ist ja wirklich alles zerstört. Ich hoffe ja immer noch ein bisschen Nahrung. Wenigstens irgendwo ein bisschen Nahrung. Vielleicht hier noch irgendwas drin? Oh ja, tatsächlich. Gekochter Hase. Ich meine, das ist jetzt nicht mein Lieblingsessen, aber besser als nichts. Besser als nichts. Was ist denn das hier? Oh, hier kommt schon ein bisschen Wasser. Oh, das bleibt zu. Bald werden sie es mitbekommen. Sie lehnen es ab, Teil der Erlösung zu sein. Ich zeige ihnen, dass sie mich nicht mehr ignorieren können. Die Stadt ist genau über dem Zentrum des Vulkans. Alles, was es braucht, ist ein kleiner Anstupser. Hat der etwa den... den Vulkan hier ausgelöst? Das kann doch gar nicht sein. Jetzt war da draußen dieses Ding, oder was? Oder da hinten ist es? Oh, noch mehr von diesen Dingern. Oh nein. Oh nein, oh nein, oh nein. Was ist denn hier oben los? Dieses ganze Gebiet hier ist verflucht. Ich muss schnell weg. Sofort weg hier. Oh, es werden immer mehr. Es werden immer mehr. Oh nein, oh nein, oh nein. Ich gebe den Weg nach unten. Oh, die kommen noch hinterher. Das kann doch gar nicht sein. Ich meine, wenigstens, wenigstens habe ich vielleicht den Regen auf meiner Seite. Oh nein. Oh nein, jetzt hat der Regen auch noch aufgehört. Ich meine, der Regen hat wahrscheinlich meinen Geruch so ein bisschen verwischt. Aber sonst... Oh je. Nee, die rieche ich mich bestimmt noch. Oh, ich muss schnell weg hier. Schnell, schnell weg. Ich meine, ich kann da versuchen, diesen Weg noch weiter zu laufen. Mit diesem Weg noch weiter zu folgen. Vielleicht erwartet mich ja da am anderen Ende der Straße noch irgendwas. Aber hier oben habe ich überhaupt nichts verloren. Wo kamen denn auf einmal die ganzen Kreaturen her? Das kann doch gar nicht sein. Wann sind die denn bei Tarko unterwegs? Aber die sahen auch anders aus. Das waren nicht die normalen Walker, die ich kenne, die normalen Zombies. Es scheint irgendwas anderes gewesen zu sein. Aber ich glaube, ich folge jetzt hier einfach mal dem Weg nach oben. Oh, wie nehm ich denn so schnell? Ach, tatsächlich. Durch dieses Schwert fühle ich mich, als könnte ich besser sprinten. Ist tatsächlich auch so. Ich meine, jetzt kann ich den Weg hier besser... Oh, hier geht es nochmal weiter. Ah, hier haben sie wahrscheinlich versucht, zu weit zu bauen. Was ist denn das? Aha. Road under construction. ist der Weg hier vorbei? Aber vielleicht gibt es irgendwie... Ich hätte irgendwie ein Pausenbrot hier gelassen oder so. Ah, ne. Tatsächlich nicht. Was sind das hier? Emeralds? Ah, die haben irgendwas seltenes gefunden oder sowas. Oh. Aber sonst... Was mache ich denn jetzt hier? Es wird vor allem auch schon dunkel. Soll ich jetzt erstmal hier oben bleiben? Oh, ich brauche halt unbedingt auch was zu essen. Das kann doch gar nicht sein. Ich muss jetzt erstmal wieder zurück zur Stadt. Diesen Weg hier laufe ich am besten nicht... Da hoch sollte ich auch nicht. Ich glaube, ich bleibe jetzt am besten erstmal die Nacht über irgendwo hier. Und versuche wenigstens ein bisschen Schlaf abzubekommen. Aber es sieht nicht gut aus. Ich brauche dringend was zu essen. Oh nein. Ich brauche unbedingt was zu essen. Ich kann jetzt nicht einfach hier auf dieser Straße bleiben. Ich muss noch ein bisschen weiterziehen. Da oben bei der Baustelle gab es überhaupt nichts. Ich meine... Ich hoffe mal, dass ich jetzt hier noch irgendwas finden werde. Das ist ja noch ein ganz schönes Stück. Hier unten gab es, glaube ich, noch dieses merkwürdige Piratenschiff oder was auch immer das war. Ich habe immer noch das Gefühl... Also ich kann es nicht sehen. Ich habe immer noch das Gefühl, dass ich da irgendwie geträumt habe oder so. Dass es gar nicht existiert hat. Ich gehe am besten noch ein bisschen weiter. Vielleicht finde ich ja noch irgendwo... Irgendwo einen kleinen Ort oder sowas. Und da oben gab es ja auch noch dieses... Diese Stadt auf diesem Vulkan, wo der Vulkan jetzt ausgebrochen ist. Also da ist ja keine Stadt, sondern auch ein kleines Dorf gewesen. Darum habe ich aber auch nichts zu suchen. Ich sollte jetzt erstmal lieber weiter zurücklaufen. Vielleicht finde ich da ja noch irgendwas. Hier kann ich... Hier finde ich vielleicht noch irgendwo was. Oh, das wäre jetzt wirklich gut. Oh, hier ist irgendwie ein kleines... Für Wanderer oder ist das hier, ne? So eine kleine... So eine kleine Haltestelle, sage ich mal. Oder so ein Spielplatz. Das ist eine Rutsche hier. So ein Spielplatz. Aber vielleicht gibt es hier drin noch irgendwas. Moment, was ist denn das hier? Äh... Hier gibt es so Autos? Ne, das sieht aus wie so ein Automuseum oder so. Hm... Hier gibt es auch nichts weiter. Vielleicht finde ich ja... Vielleicht habe ich ja noch Glück und ich finde ja noch irgendwo Nahrung. Weil die brauche ich unbedingt, sonst habe ich echt keine Chance. Ich frage mich sowieso... Sowieso was... Was Timo macht, der da noch am Leben ist. Ich bin das... Ich meine, das war die einzige menschliche Seele, die ich hier gefunden habe. Der muss doch... Den muss ich irgendwie finden. Den kann ich nicht einfach mit seinem... Mit seiner... Mit seiner Zombie-Infektion zurücklassen. Das ist jetzt vielleicht ein... Ist das ein Restaurant oder sowas? Ne, was ist denn das hier? Moment. Ach, das sieht doch aus, als würde es hier irgendwo Essen geben. Hier gibt es doch garantiert irgendwo Essen. Mein Retirement ist es hier in den Altenheimen gewesen, oder was? Oder vielleicht hier in der Küche. Ist hier noch irgendwas dran? Nein, hier gibt es gar nichts, oder? Ist hier noch irgendwo... Ich habe doch gerade noch was gehört. Oh, hier ist noch was. Oh, das kann ich tatsächlich auch... Tatsächlich auch hier durchbraten. Hoffentlich ist das noch gut, aber ich... Ich meine, mir bleibt gar nichts anderes übrig. Hier ist noch ein bisschen... Ein bisschen Material drin. Ein Büro, ne. Geht jetzt noch nichts weiter. Oder gibt es hier noch irgendwas? Ne, auch nichts weiter. Moment, ich nehme am besten. Yes. Ich meine, gut, alles oder nichts. Also, ich meine... Da hilft jetzt. Da ist jetzt nicht dran vorbei. Ich kann unbedingt ein bisschen Nahrung. Und bandagieren müsste ich mich auch mal. Ich habe noch ein paar Verletzungen, ein paar Kratzer. Aber jetzt... Jetzt ist es wieder... Wieder geheilt, ein Glück. Jetzt geht es mir schon auch noch ein bisschen besser. Vielleicht bin ich ja oben noch irgendwas. Gibt es da vielleicht noch... Ne. Mir scheint es irgendwie... Ein Fahrstuhl. Da bin ich jetzt auch nicht. Raum Nummer 10. Oh, hier gibt es tatsächlich noch was. Grandmas Famous Cookies. Die nehme ich sehr, sehr gern mit. Oh, jetzt. Die schmecken auch super. Die schmecken auch super. Perfekt. Hier geht es auch noch mal ein bisschen weiter nach oben. Ist einfach nur das Dach, ne? Hier ist auch die Decke eingestürzt. Vielleicht gibt es ja hier noch irgendwas. Besonders. Aber es sieht nicht so aus. Ich gehe mal hier runter. Hier ist noch irgendwas. Oh, hier ist noch was. Crazy but true. Gucken, was hier drin steht. Da bin ich mal gespannt. Ich weiß, das hört sich merkwürdig an. Aber es ist wahr. Ich habe es gesehen. Es ist wahr. Da gibt es Spaceships. Da gibt es UFOs. Oh, was ist denn hier los? Crazy but true. Hilfe. Was ist real? Was ist denn hier passiert? Okay. Meine. Ich habe hier meinen UFOs gesehen. Gibt es Flieger-Ufos rum oder was? Das ist einfach schon verrückt gewesen. Hier ist auch noch alles komplett leer. Ich glaube, ich muss weiterziehen. Hier werde ich nichts weiterfinden. Vielleicht hier drunter? Nur ein paar alte Spinnenweben. Ich meine, ich könnte jetzt hier auch versuchen, alle Räume zu durchsuchen. Aber ich glaube, das bringt mir jetzt nicht ganz so viel. Ich sollte erst mal weiterziehen. Was ist denn das hier? Ein Baumhaus? Vielleicht ist es in dem Baumhaus noch irgendwas. Das sind ja auch riesengroße Gebäude. Was ist denn das hier überhaupt für ein Viertel? Da schaue ich dir mal nach. Die Nummer 8. Ich will die Tür unbedingt hinter mir schließen. Oh, vielleicht gibt es hier noch irgendwas Besonderes. Im Smoker? Nee. Noch ein alter Bürger, der da steht. Aber damit fange ich lieber nichts an. Was war denn das gerade? Ist irgendwas rausgeschossen? Oh, aber hier ist eine Tür. Old Hospital Mask. Okay. Ah, Moment, Moment, Moment. Desinfektionsmittel und eine alte Maske ist hier. Was ist denn hier passiert? Vielleicht hat da jemand auch von dem Altenheim hier gearbeitet. Das kann natürlich sein. Hier gibt es noch ein bisschen Kohle. Okay, ich gucke mal am besten nach oben. Vielleicht finde ich da ja noch was. Da sind noch die Türen verschlossen. Oh, nur ein großes Bett. Vielleicht kann ich jetzt, wenn es geht, kann ich auch erstmal hier bleiben. Was ist denn das? Ein bisschen Morphin, das nehme ich auch mit. Das vielleicht kann ich jetzt noch irgendwie eintauschen oder sowas. Oder im Notfall muss ich dann wirklich, falls ich mich jetzt von diesen Dingern angreifen sollte, selber verwenden. Vielleicht gibt es hier noch was. Es scheint wirklich ein Mitarbeiter von dort gewesen zu sein. Oder halt, es hat er von dort gestohlen. Das kann natürlich auch sein. Oder jemand ganz anderes ist hier gewesen. Aber mal schauen. Vielleicht finde ich hier draußen noch irgendwas anderes. Ich brauche unbedingt halt, wie gesagt, noch einen kleinen Vorrat an Nahrung. Das wäre gar nicht so schlecht. Hier ist nur ein verbarrikadiertes Haus. Vielleicht gibt es da dann ja noch irgendwas Besonderes. Nee, hier war ich schon mal. Nein, da gehe ich nicht rein. Da gehe ich definitiv nicht rein. Aber die anderen Häuser könnte ich hier noch ein bisschen weiter untersuchen. Hier, die sind auch noch verschlossen, die Türen. Ich glaube, hier war ich auch noch nicht. Letztendlich, sonst wären die Türen ja schon offen gewesen. Ah, hier gibt es auch eine Küche. Ah, nee, hier gibt es nicht so viel. Vielleicht ein Wasser. Das Wasser, das sollte ich am besten noch mitnehmen. Was lasse ich denn am besten dafür hier? An den Knochen. Wofür brauche ich denn den Knochen? So ein Quatsch. Hier sind noch ein paar Kartoffeln drin, aber nee. Die bringen auch nicht so viel. Am Ende, das wäre es ja wirklich, wenn man hier nicht an den Zombies gestorben ist, sondern weil man einfach keine Nahrung hat. Und hier muss auch noch der Dachboden. Vielleicht bleibe ich hier um erstmal. Das scheint hier doch relativ sicher zu sein. Und ich glaube, hier wird mich auch keins von diesen Dingern finden. Oh nein. Ich habe den Schlafsack nicht mitgenommen. Oh nein. Oh, das ist überhaupt nicht gut. Moment, am besten bleibe ich jetzt wirklich erstmal hier. Oh, hier gab es auch irgendwo noch ein Dach, oder? Oh, das ist überhaupt nicht gut. Jetzt muss ich mir irgendwo noch einen Schlafsack suchen. Na gut, aber erstmal schlafe ich erstmal hier. Ich glaube, in diesem kleinen Dörfchen hier gibt es wirklich so gut wie gar nichts mehr. Jeweils keine Nahrung und auch keine wichtigen Sachen. Also keine Sachen, die ich wirklich gebrauchen könnte. Ich glaube, der Ort wurde hier schon gelootet. Wahrscheinlich von diesen Ruby Raiders oder von den Saphirensoldaten, die mich in Imperius damals angegriffen haben. Ah, Imperius, vielleicht. Moment, hier müsste doch jetzt eigentlich Imperius kommen, tatsächlich. Ich glaube, das ist wirklich gar keine so schlechte Idee, dahin zurückzugehen. Vielleicht finde ich ja da noch irgendwas Sinnvolles. Ich weiß ja, damals hatte ich noch nicht so gute Ausrüstung, als ich hier war. Und hier gibt es ja auch noch diesen Supermarkt. Vielleicht finde ich da dann ja noch irgendwas. Aber ich weiß nicht, ob es wirklich eine gute Idee ist, da reinzugehen. Ich soll das probieren. Ich meine, das Tor habe ich ja schon geöffnet. Und hier, hier kann ich auch einfach rüberklettern. Perfekt. Ich meine, Ausrüstung habe ich jetzt erstmal genug dabei. Erstmal ganz vorsichtig. Oh, hier gibt es doch tatsächlich bestimmt auch noch meinen alten Ort, wo ich die ganze Zeit mein altes Haus, wo ich überlebt habe. Das müsste doch hier noch irgendwo sein. Tatsächlich, hier hat alles angefangen. Moment, wo war denn das? Und hier noch dieser große Krater. Da muss ich wirklich aufpassen. Ah ja, tatsächlich, hier ist mein altes Safehaus. Ich glaube, da hatte ich keine Nahrung mehr. Ich glaube, ich muss einfach mal in der Stadt nachgucken. Vielleicht finde ich ja da noch irgendwo Nahrung. Weil jetzt sieht es da noch gut aus. Ich habe ja noch diesen komischen Fisch gefunden. Aber ich glaube, wenn das wirklich leer werden sollte. Oder um es eine Katze. Oh. Willst du den Fisch? Oh, es tut mir leid. Den brauche ich leider selber. Oh, jetzt bin ich wieder in den Imperius. Irgendwie ist es hier ruhiger geworden. Tatsächlich. Na gut, ruhiger. Ne, warte, ich mache nochmal neu. Am besten erstmal sneaken, weil ich sonst seinen Namen sehe. Yes, genau. Perfekt. Ich gehe nochmal rein. Hier ist Kat, okay. Oder um es tatsächlich eine Katze. Möchtest du den Fisch haben? Einen brauche ich leider selber. Habe ich noch irgendwas anderes zu essen? Ich meine, ich habe noch einen Cookie. Ah, ne, die möchte den Fisch nicht haben, oder? Ne. Aber ich glaube, die kann hier wirklich auch auf sich selber aufpassen, die Katze. Okay, Moment. Jetzt bin ich wieder in Imperius. Das gibt es doch nicht. Aber irgendwie scheinen jetzt hier nicht so, so viele, so viele Zombies unterwegs sein. Oh gut, das waren die damals beim Tagessicht auch nicht. Hier ist auch noch verrottetes Fleisch. Wo kommt denn das her? Vielleicht war hier wirklich schon jemand gewesen. Das sieht mir alles. Hier ist alles verrottetes Fleisch. Ich meine, das kommt eigentlich nur, wenn man diese Dinger besiegt, oder nicht? Oh, da ist jemand. Da ist jemand. Ganz vorsichtig. Jetzt kann es sich bewegen. Hallo, Timo? Timo, bist du es? Luke, du lebst. Warte mal, wie hast du überlebt? Ich habe die Lösung gefunden zum Heilmittel. Du hast ein Heilmittel gefunden? Das kann doch gar nicht sein. Wie ist das Heilmittel? Wo finde ich das Heilmittel? Damit können wir die Menschheit retten. Das kann ich dir jetzt hier nicht sagen. Wir können die Menschheit retten. Wir können die Menschheit retten. Okay, das ist noch ganz ruhig. Okay, Moment, Moment, Moment. Ich sehe auch, du hast eine neue Ausflustung bei dir. Ja, genau. Ah, wunderbar. Okay, und wo kommst du jetzt gerade her? Ich habe hier ein bisschen die Stadt gelootet, weil ich Nahrung brauche zum Überleben. Aber du brauchst auch Nahrung? Trinken. Ja. Aber das ist bei mir auch gerade ziemlich knapp. Okay, warte mal. Warte mal, da wo ich herkomme, also auf der anderen Seite gibt es jetzt nicht mehr so viel. Da wurde auch schon alles gelootet. Mhm. Aber vielleicht... Moment, was ist denn das hier hinten? Hier wurde irgendwie ein Loch reingesprengt oder sowas. Ist das von dir das Loch? Nein. Das ist nicht von dir. Das ist doch nicht reingesprengt. Okay, Moment. Hier konnte ich damals nicht lang gehen. Ach, vielleicht kamen da ja die ganzen Looter. Ah, okay, das ist die andere Seite hier, wo der Panzer voller Kanal reingefahren ist. Oh, das sieht gar nicht gut aus. Oh, oh, oh. Jetzt ist noch der aktive Panzer. Ich meine, fahren kann man damit nicht mehr. Der wird wahrscheinlich kaputt sein. Ich glaube, wir sollten hier mal weitergehen und die Brücke erforschen, oder? Ich bin sicher, dass das eine gute Idee ist. Ja, na klar. Wir sind jetzt zu zweit wenigstens wieder. Das ist doch schon mal ein gutes Zeichen. Ey, es freut mich echt so sehr, dass du eine Heilung gefunden hast. Ich dachte echt, das ist um dich geschehen. Oh, Gott sei Dank, ey. Guck mal, hier noch ein bisschen. Ich bin dann weggegangen, weil ich Angst hatte, dich zu infizieren. Ja, das konnte ich mir schon denken, dass du dann wirklich weggegangen bist. Aber du hättest echt nicht weggehen müssen. Also wir hätten das auch gemeinsam suchen können. Aber ich freue mich echt, dass du die Lösung gefunden hast. Vielleicht kannst du mir ja auch noch zeigen, wo es die Lösung gibt. Ich habe schon gemerkt, dass ich irgendwie nicht mehr ganz beieinander war und mir ging es nicht gut. Dann musste ich einfach weg, weil ich Angst hatte, dich zu verletzen. Ah, okay. Verstehe, verstehe. Warte mal, hier habe ich einen Keks gefunden. Vielleicht kannst du den, wenn du Nahrung brauchst. Vielleicht gibt es hier noch in dem anderen Auto noch was. Danke. Vielleicht finden wir hier noch ein bisschen... Oh, ein Brot gibt es jetzt tatsächlich auch noch. Das würde ich erst mal mitnehmen. Und was haben wir das hier? Atlas Militärpolizei. Okay, was haben wir das hier? Eine Gasmaske. Ich habe schon eine Gasmaske bei mir. Und ein paar Pfeile, die nehme ich am besten auch alle mit. Wofür die Gasmaske? Das ist jetzt auch eine Gasmaske. Warte mal, Warning, Radiation ahead. Also jetzt ist eine verstrahlte Zone vor uns, oder was? Do not enter without mask. Das heißt, hier brauchen wir die Gasmaske, oder was? Hier ist auch ein Kreuzer reingefahren, oder sowas. Vielleicht sollten wir einfach mal versuchen, zur anderen Seite zu kommen. Vielleicht, Moment. Moment, Moment, ich versuche mal rüber zu springen. Hör! Warte, komm mal mit rüber. Vielleicht kann ich dir irgendwie helfen. Jawohl, perfekt. Wunderbar. Danke. Und ich glaube, wir sollten mal lieber die Gasmaske aufziehen, oder? Na, gute Idee. Ich hatte eigentlich noch eine bei mir. Ich auch. Du hast auch eine bei dir. Perfekt. Ich habe eine gefunden. Und jetzt hier... Moment, Moment, vielleicht schaffen wir das. Und hochziehen. Perfekt. Was haben wir denn hier? Achtung. Nukleares Event. Radiation ahead. Aber zieht das hier auf diese Stadt vor uns, oder was? Das kann doch gar nicht sein. Oh Gott. Oh, okay. Oh, hier liegen auch lauter Trümmer. Oh nein, was ist denn das hier? Was ist das? Lauter Partikel, oder sowas. Ist hier eine Bombe eingeschlagen, oder was? Vielleicht ist das hier radioaktiv. Ah, das kann gut sein. Lass am besten die Maske auf. Ja. Wow. Was ist denn hier in dieser Stadt passiert? Das ist ja richtig verrückt. Hier sind auch die ganzen Trümmer. Oh nein. Die ganze Stadt hier ist wirklich komplett zerstört. Was hier passiert? Das sieht wirklich gar nicht gut aus. Was ist das für ein merkwürdiges Geräusch? Ich habe gerade ein ganz merkwürdiges Geräusch gehört. Das war richtig merkwürdig. Hier ist irgendwas... Irgendwas stimmt hier ganz und gar nicht. Irgendwas ist hier passiert. Ich weiß nicht, ob wir hier sein dürfen. Das sieht hier auch aus wie so ein alter Laboreingang, oder sowas. Na, ich glaube nicht. Ein Panzer ist hier noch... Die ganzen Trümmer haben diesen Panzer komplett zerstört. Wo geht es denn hier hin? Was ist denn das hier? Alles zerstört. Das ist alles... Ein riesengroßer Krater. Was ist denn hier passiert? Das ist der Bombe-Einschlagsort. Und da unten ist auch irgendwas. Luke, du hättest nicht herkommen dürfen. Was meinst du? Was meinst du? Oh nein! Ah! Was passiert? Was hast du mit mir gemacht? Luke, du hättest nicht dahin gehen sollen. Oh, mir geht es überhaupt nicht gut. Ich war... Was hast du getan? Du kannst überleben da draußen. Was soll das heißen? Oh, mir geht es überhaupt nicht gut. Moment, ich kann nicht laufen. Jetzt geht es mir wieder einigermaßen besser. Aber wo bin ich hier? Wo... Wo ist... Timo, wo bist du? Warum hat er das getan? Ich scheine noch... Ich scheine noch in Imperius zu sein. Moment, das Haus sieht hier ein bisschen anders aus. Oh, hier gibt es ein bisschen Nahrung. Moment, Moment, Moment. Wo ist meine ganze Ausrüstung hin? Meine ganze Ausrüstung ist weg. Wo bin ich hier gelandet? Es muss ja erstmal raus. Und jetzt auf einmal auch so warm. Was ist passiert? Wo bin ich hier? Wo bin ich hier gelandet? Moment, erstmal rausgehen. Oh nein, wo bin ich hier gelandet? Ich bin nicht mehr in Imperius. Ich bin noch nicht in Atlas. Hier geht es hoch? Hier ist noch offen. Perfekt. Wo... Wo bin ich hier? Ich bin mitten in der Wüste. Das kann doch gar nicht sein. Oh nein, Moment. Ich muss erstmal runterkommen. Wie bin ich hier überhaupt gelandet? Ich muss... Moment, ich brauche erstmal... Wie bin ich hier? Wie bin ich hier? Ich muss überhaupt... Ich muss mich hier...